Er antwortete immer noch nicht. »Hörst du, Michael, es ist vorbei, finito, endgültig und für alle Zeiten. Was immer du dir eingebildet hast, es ist aus und vorbei. Geh das in deinen Schädel!« Sie wartete auf eine Antwort, doch die blieb aus. Das Schweigen kroch langsam wie Weinranken an ihr hoch. »Michael?« fragte sie. Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass er nicht mehr dran war, dass er aufgelegt hatte, sodass ihre Worte ins Leere gingen. »Hast du das begriffen? Es ist aus!« Versuchte sie es noch einmal. Wieder begegnete ihr nur Schweigen. Sie glaubte, seinen Atem durchs Telefon zu hören. »Michael, bitte, es muss ein Ende haben!« Als er dann doch reagierte, erschrak sie beinahe. »Ashley«, sagte er fast beschwingt mit einem leisen Lachen in der Stimme, als spräche er eine andere Sprache, von der sie kein Wort verstand. »Es ist wunderbar, deine Stimme zu hören. Ich zähle die Tage, bis wir wieder zusammen sein können.« Er legte eine Pause ein, bevor er hinzufügte. »Für immer.« Dann legte er auf. »Aber etwas ist passiert«, vermutete ich. »Ja«, erwiderte sie. »Etwas, das heißt einiges ist passiert.« Ich beobachtete ihr Gesicht und sah, dass sie um Worte rang. Sie zeigte ihren Widerwillen so, wie jemand im Winter einen warmen Pullover anzieht, um gegen den Wind und einen Kälteeinbruch gefeit zu sein. »Und«, fragte ich, von ihrer ausweichenden Art ein wenig gereizt, »wie ist der Zusammenhang? Sie haben ein Interesse an der Geschichte geweckt, indem sie gesagt haben, ich sollte mir einen Reim auf das Ganze machen. Bis jetzt bin ich nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich sehe, was für Spielchen Michael O'Connell trieb. Aber zu welchem Zweck? Ich sehe, wie ein Verbrechen Gestalt annimmt. Aber was für eins?« Sie hob die Hand, um mich zu unterbrechen. »Sie wollen, dass die Dinge einfach sind, nicht wahr? Aber Verbrechen sind nicht so simpel. Wenn man genauer hinsieht, dann erkennt man, dass dabei viele Kräfte mitspielen. Haben Sie sich noch nie gefragt, ob wir nicht mit dazu beitragen, dass eine psychisch oder emotional belastende Atmosphäre entsteht, in der schlechte Dinge, schreckliche Dinge, einen Nährboden finden, sodass sie Wurzeln schlagen und sich irgendwann zu einem Albtraum auswachsen? »Ob wir nicht eine Art Brutstätte für das Böse sind? Jeder für sich? Sieht doch manchmal so aus, oder nicht?« Ich antwortete nicht darauf. Stattdessen betrachtete ich sie, wie sie in ihre Tasse starrte, als wollte sie im Kaffeesatz lesen. Beschleicht sie nicht auch manchmal das Gefühl, dass wir ein unglaublich diffuses, zerrissenes Leben führen? In märchenhaften, glücklicheren Zeiten, da wurde man erwachsen und blieb, wo man hingehörte. Kaufte vermutlich ein Haus in derselben Stadt, wo die Eltern wohnen, stieg ins Familienunternehmen ein. Auf die Weise waren wir alle weiter miteinander verbunden, auf derselben Wellenlänge, in derselben Umgebung. Das waren noch naive Zeiten. Wie im Fernsehen, die Honeymooners und Vater ist der Beste. Was für eine reizende Idee. Vater ist der Beste. Jetzt genießen wir eine gute Bildung und suchen das weiter. Sie schwieg, bevor sie mich fragte. Was würden Sie denn tun, wenn Sie begreifen müssten, dass jemand Ihr Leben ruinieren will? Und, fügte sie hinzu, verstehen Sie denn nicht? Aus unserer Sicht, von unserer sicheren Warte aus, ist es nicht schwer zu erkennen, dass da ein Mensch ist, der versucht, Ihr Leben zu zerstören. Aber das konnten Sie nicht sehen. Und wieso nicht? platzte ich heraus. Weil das keinen Sinn ergibt. Es ist nicht plausibel. Ich meine, wieso? Wieso sollte er das machen? Na schön, wieso? Noch nicht, erwiderte sie. Das müssen Sie selbst herausfinden. Ein paar Dinge sind jedoch klar, obwohl er nicht halb so viel Bildung, halb so viel Mittel, halb so viel Prestige besaß, verfügte Michael O'Connell über die ganze Macht. Er war doppelt so gewieft wie Sie, weil Sie wie alle anderen waren, er aber nicht. Da waren Sie nun, gingen ihm immer tiefer in das Netz seiner tiefen Bösartigkeit, ohne dass Sie es erkannten. Jedenfalls nicht als das, was es war. Was würden Sie machen? Ist das nicht die Frage? Schreckliche Dinge sind passiert, aber wo liegt die wahre Bedrohung? Ich antwortete nicht direkt. Stattdessen wiederholte ich meine Frage, auf die ich immer noch eine Antwort wollte. Aber etwas änderte sich. Ja, es kam ein Moment der Klarheit. Wie das? Sie lächelte. Eine Glückssträhne in einer ansonsten immer unglücklicheren Situation. Zuerst war Ashley vor Wut überwältigt. Sekunden nachdem Michael O'Connell aus der Leitung gegangen war, schleuderte sie das Handy quer durch den Raum, sodass es mit einem lauten Knall an der Wand zerbrach. Sie stand vorgebeugt da, die Hände zu Fäusten geballt, das Gesicht hochrot und verzerrt, die Zähne zusammengepresst. Sie nahm das erstbeste Lehrbuch und warf es in dieselbe Richtung, sodass es auf den Putztrafen mit einem dumpfen Geräusch zu Boden fiel. Sie stürmte ins Schlafzimmer, schnappte sich ein kleines Kissen vom Bett und überzog es mit einer Salve von Fausthieben, wie ein Boxer in der letzten Runde, holte immer und immer wieder mit beiden Armen aus. Dann packte sie das Kissen, vergrub beide Hände darin und riss es auseinander. Kleine Stückchen aus der Synthetikfüllung flogen in der Luft und setzten sich ihr auf Haare und Kleider. Hier stiegen die Tränen in die Augen. Und endlich ließ sie einen Schrei der Verzweiflung heraus, bevor sie in eine vollständige, tiefe Depression hinüberglitt. Ashley warf sich aufs Bett, rollte sich wie ein Fötus zusammen und schluchzte los. Ganze Sturzbäche kamen aus ihr heraus, nachdem alle Selbstbeherrschung durchbrochen war. Ihr Körper schüttelte und krümmte sich vor ohnmächtiger Wut, und sie keuchte, als sei ihr die Frustration in jede Faser gedrungen und breitete sich wie ein Virus aus. Als keine Tränen mehr kamen, drehte sie sich auf den Rücken und starrte an die Decke, während sie den Kissenfetzen fest umklammerte. Sie holte tief Luft. Ihr war klar, dass Tränen ihr Problem nicht lösen würden. Dennoch fühlte sie sich ein bisschen besser. Als sie merkte, dass ihr Herzschlag sich normalisiert hatte, richtete sie sich auf. »Also«, sagte sie laut, »reiß dich zusammen, Mädchen!« Sie blickte zu dem zerbrochenen Handy hinüber und kam zu dem Schluss, dass ihr Wutanfall ein Segen war. Sie musste sich ein neues Handy besorgen und eine neue Nummer dazu. »Eine«, tröstete sie sich, »die Michael O'Connor nicht kannte.« Sie blickte zum Festnetztelefon auf ihrem Schreibtisch. »Das meldest du ab«, befahl sie sich. Neben ihrem Telefon stand ein Laptop. »Na schön«, erklärte sie in dem Ton, in dem man mit einem kleinen Kind sprach. »Wechsle zu einem anderen Provider. Eröffne ein neues E-Mail-Account. Lösche sämtliche Daten zum Online-Banking. »Richte alles neu ein«, dann sah sie sich in der Wohnung um. »Wenn du umziehen musst, dann musst du eben umziehen.« Sie seufzte einmal tief. Sie konnte morgen früh ins Studentensekretariat marschieren und ihre Zeugnisse korrigieren lassen. Sie wusste, dass das ziemlich aufwendig werden würde, doch sie hatte ihre Abschlussdokumente auch auf Papier, und egal, welche Gemeinheiten Michael O'Connor ihr angetan hatte, fand sie bestimmt einen Weg, da mit heiler Haut herauszukommen. Möglicherweise war bei ihren derzeitigen Seminaren und ihren angeblichen Fehlzeiten nichts zu machen, doch das war nur ein Kurs. Zweifellos ein Rückschlag, aber kein fataler. Die Kündigung stellte ein ernsteres Problem dar. Sie musste davon ausgehen, dass der stellvertretende Direktor ihr auch in Zukunft Steine in den Weg legen würde. Er war ein starkköpfiger Stümper und ein verkappter Sexist, und sie hasste den Gedanken, ihm noch einmal in die Quere zu kommen. Sie beschloss, sich an einen ihrer ehemaligen Professoren zu wenden und diesen zu bitten, dem Mann einen Brief zu schreiben und ihm darin zu erklären, dass er sich in seinem Urteil über sie geirrt hatte und dass ihr Zeugnis dem Rechnung tragen sollte. Sie war relativ zuversichtlich, dass sie jemanden dazu bringen konnte, wenn sie ihm die Situation erklärte. Selbst wenn es ihr den Job nicht zurückbrachte, so konnte es zumindest den Schaden begrenzen. Schließlich, sagte sie sich, gab es nicht nur im Museum Jobs. Es musste noch andere geben, voller Kunst und Farben, die ihrem Wesen und ihren Zukunftsplänen entsprachen. Je mehr Ashley plante, desto besser fühlte sie sich. Je mehr Entscheidungen sie traf, desto weniger hilflos kam sie sich vor, desto stärker und entschlossener fühlte sie sich. Nach einer Weile stand sie auf, schüttelte sich von Kopf bis Fuß und ging ins Bett. Sie starrte ihr Spiegelbild mit den geschwollenen roten Augen an. Also, wies sie sich an, während sie das Waschbecken mit dampfend heißem Wasser füllte und anfing, sich das Gesicht zu waschen. Keine Tränen mehr wegen dieses verdammten Dreckskerls. Sie würde sich auch keine Angst mehr einjagen lassen, nicht mehr die Zähne zusammenbeißen und sich nervös machen lassen. Sie würde ihr Leben wieder in den Griff bekommen, ob es Michael O'Connell passte oder nicht. Sie hatte auf einmal Hunger, und nachdem sie so viel von ihrer Traurigkeit abgewaschen hatte, wie sie konnte, ging sie in die Küche, fand einen Halbliterbecher Ben & Jerry's Fishfood-Eiscreme im Tiefkühlfach und löffelte eine großzügige Portion, um sich von dem süßen Geschmack die Stimmung aufhellen zu lassen, bevor sie an das verbliebene Telefon ging und ihren Vater anrief. Als sie den Becher in der Hand durchs Zimmer ging, stoppte sie am Fenster und starrte mit einem Anflug von Unsicherheit in die Nacht. Hör auf, den Schatten abzusuchen! Ashley machte kehrt, schnappte sich das Festnetztelefon und tippte die Nummer ein, ohne zu ahnen, dass im selben Moment ein Augenpaar das schwache Licht in ihrer Wohnung abtastete, um einen Blick auf sie zu erhaschen, weil das bloße Wissen um ihre Gegenwart zugleich etwas Unbefriedigendes wie Tröstliches hatte. Die Dunkelheit war willkommen. Ihre Nähe in diesem Moment hatte ihren eigenen Reiz. Sie würde nie begreifen, dachte er, dass jeder Schritt, den sie unternahm, um sich von ihm zu lösen, ihn nur noch mehr erregte und seine Leidenschaft schürte. Er schlug den Kragen seiner Jacke hoch und trat noch weiter in den Schatten zurück. Wenn nötig, konnte er sich die ganze Nacht über warm halten und warten. Hope war erstaunt, als sie bei ihrer Heimkehr am Abend Sally vorfand, die auf sie wartete. Sie hatten die steifsten Umgangsformen miteinander angenommen, die vor allem von ausgedehntem Schweigen gekennzeichnet waren. Sie sah ihre langjährige Lebensgefährtin an, und es überkam sie eine Woge der Erschöpfung und des Entsetzens. Es ist also soweit, dachte sie. Wir brauchen nur noch auszusprechen, dass es zu Ende ist. Eine namenlose Traurigkeit stieg in ihr auf, während sie Sally nervös betrachtete. »Du bist ein bisschen früher dran«, stellte sie so neutral wie möglich fest. »Hunger? Ich kann was improvisieren, wenn auch nichts Besonderes.« Sally rührte sich kaum. Sie hielt den nächsten Scotch in der Hand. »Ich hab keinen Hunger«, erklärte sie mit einer etwas nachlässigen Aussprache. »Aber wir müssen reden, wir haben ein Problem.« »Ja«, sagte Hope, während sie sich langsam die Jacke auszog. »Das sehe ich genauso.« »Mehr als eins«, fügte Sally hinzu. »Ja, mehr als eins«, bestätigte Hope. »Vielleicht brauche ich auch einen Drink.« Sie ging in die Küche. Während Hope sich ein großes Glas Weißwein einschenkte, versuchte Sally, sich darüber klar zu werden, wo sie am besten anfangen und welches der unzähligen Probleme sie als erstes zur Sprache bringen sollte. Sie hatte das Gefühl, dass sich in ihrem Kopf alles zu einem einzigen Berg auftürmte, die Plünderung ihres Klientenkontos und die damit verbundene Bedrohung ihrer Karriere, zusammen mit der Kälte, die sie gegenüber Hope empfand. »Wer bin ich?«, fragte sich Sally. Sie fühlte sich so ähnlich wie in der Zeit, bevor sie sich von Scott trennte. Eine Art dunkelgrauer Schatten, der sich über ihre Gedanken legte. Es kostete sie eine ungeheure Willensanstrengung, sitzen zu bleiben. Sie wollte aufstehen und weglaufen. Für eine Anwältin, die daran gewöhnt ist, heikle Probleme zu lösen, fühlte sie sich plötzlich ziemlich hilflos. Als sie aufsah, stand Hope in der Tür. »Ich muss dir sagen, was passiert ist,« sagte Sally. »Du hast dich in jemand anders verliebt.« »Nein, nein.« »Einen Mann?« »Nein.« »Dann in eine andere Frau?« »Nein.« »Du liebst mich nicht mehr,« fuhr Hope fort. »Ich weiß nicht, was ich liebe,« erwiderte Sally. »Ich fühl mich... Ich weiß nicht, ob ich verblasse wie ein altes Foto.« Für Hope klang das nach Selbstmitleid und allzu romantischen Ansprüchen. Es machte sie wütend, und nach all der Spannung, unter der sie gelitten hatte, konnte sie sich nur mühsam beherrschen. »Weißt du, Sally?« sagte sie in einer Kälte, die sie selbst überraschte. »Mir ist wirklich nicht danach, das Hin und Her deiner Gemütszustände zu diskutieren. Na schön, es ist nicht alles perfekt. Was hast du vor?« »Ich hasse es, in diesem Minenfeld zu leben. Ich hab den Eindruck, wir sollten uns entweder trennen oder...« »Ich weiß nicht.« »Was schlägst du vor?« »Diese seelische Achterbahnfahrt ist mir jedenfalls ganz und gar zuwider.« Sally schüttelte den Kopf. »Habe ich noch nicht drüber nachgedacht?« »Offensichtlich nicht, verdammt noch mal!« gab Hope zurück und hatte ein schlechtes Gewissen, als sie feststellte, wie gut es ihr tat, die Wut herauszulassen. Sally wollte etwas sagen, überlegte es sich aber anders. »Da ist noch ein anderes Problem«, erklärte sie, »dass uns beide und unser Zusammenleben tangiert.« Sally berichtete ihr von dem Beschwerdebrief der Anwaltskammer und der harten Realität, dass ein Gutteil ihrer Ersparnisse zumindest vorerst verloren war und dass sie wahrscheinlich einige Zeit brauchen würde, das Geld aufzutreiben und die nötigen Dokumente zusammenzubekommen, um es zurückzuholen. Hope hörte ihr entsetzt zu. »Du machst Witze, oder?« »Schön wär's. Aber das war nicht dein Geld, es war unser Geld. Du hättest mich vorher fragen sollen.« »Ich musste zügig handeln, um meiner Untersuchung seitens der Kammer zuvor zu kommen. Gut, das ist ein Grund. Aber es erklärt nicht, wieso du nicht das verdammte Telefon genommen und mir gesagt hast, was los ist.« Sally antwortete nichts. »Wir stehen demnach nicht nur kurz vor der Scheidung, wir sind auch plötzlich pleite.« Sally nickte. »Das heißt nicht ganz, nur bis die Sache geregelt ist.« »Na toll, einfach toll, ganz großartig, verflucht nochmal. Was zum Teufel sollen wir denn jetzt machen?« Hope stand auf und lief im Zimmer auf und ab. Sie war so wütend auf ihre Lebensgefährtin, dass sie den Eindruck hatte, die Lichter im Raum hätten sich wie bei einer plötzlichen Stromschwankung für einen Moment verdunkelt. Bevor Sally antworten konnte, »Ich weiß nicht«, klingelte das Telefon. Hope fuhr herum, starrte auf den Apparat, als wäre er schuld an dem Unglück, und stampfte durchs Zimmer, um ranzugehen. Sie murmelte Obszenitäten, die ihren Schritten den Takt gaben. »Ja«, sagte sie unhöflich. »Wer spricht da?« Sally saß angesichts des Desasters wie ein Häufchen Elend in ihrem Sessel und sah, wie Hopes Gesicht mit einem Schlag erstarrte. »Was ist los?« fragte sie. »Ist was passiert?« Hope schwieg, während sie offenbar dem Anrufer zuhörte. Nach einer Weile nickte sie und sagte, »Verdammte Scheiße!« »Warte, ich geb sie dir.« Sie drehte sich zu Sally um. »Ja, nein, hier, für dich.« »Es ist Scott.« »Dieser Scheißkarl mischt sich wieder in Ashleys Leben ein.« »Im großen Stil.« Eine Stunde später traf Scott bei ihnen ein. Er klingelte und hörte Nameless bellen, bevor Hope an der Tür erschien. Sie brauchten wie üblich einen Moment, um ihr verlegenes Schweigen zu überwinden. Dann forderte sie ihn, mit einer Geste auf einzutreten. »Hey, Scott. Komm rein.« Er war erstaunt, als er sah, dass Hope geweint haben musste, denn er hatte stets angenommen, sie sei die Stärkere im Verhältnis zu Sally. Eines wußte er mit Sicherheit. Seine Ex-Frau war der launische Teil, egal in welcher Partnerschaft. Als er das Wohnzimmer betrat, sparte er sich einen Gruß. »Hast du mit Ashley gesprochen?« Sally nickte. »Ja, während du unterwegs warst. Sie hat mir erzählt, was du schon von ihr wusstest. Jetzt steht sie ohne Arbeit da und mit einem ziemlichen Schlamassel an der Uni.« Sie seufzte. »Wir haben offenbar unterschätzt, wie hartnäckig dieser O'Connell ist.« Scott zog die Augenbrauen hoch. »Das ist wohl ein bisschen untertrieben«, sagte er. »Wahrscheinlich war der Fehler unvermeidlich. Aber jetzt müssen wir Ashley helfen, da wieder rauszukommen.« »Ich dachte, deshalb bist du nach Boston gefahren«, meinte Sally kalt und sah ihren Mann stirnrunzelnd an. »Mit fünftausend guten Gründen in bar.« »Ja«, erwiderte Scott ebenso unterkühlt. »Unser Bestechungsversuch hat, wie es aussieht, nicht funktioniert. Also, wie soll es jetzt weitergehen?« Sie schwiegen alle einen Moment lang, bis es Hope herausbrach. »Ashley ist in einer blöden Situation. Sie braucht ganz offensichtlich Hilfe. Aber wie und was? Was können wir tun?« »Es muss doch Gesetze geben«, vermutet es Scott. »Sicher.« »Aber wie können wir uns darauf berufen«, fuhr Hope fort. »Und gegen welches Gesetz hat der Karl unserer Meinung nach verstoßen? Er hat sie nicht täglich angegriffen. Er hat sie nicht geschlagen. Ihr nicht gedroht. Er hat ihr gesagt, er liebt sie. Und er ist ihr gefolgt. Er hat mit Hilfe des Computers ihr Leben völlig durcheinandergebracht. Grober Unfug im Großen und Ganzen. »Dagegen gibt es Gesetze«, erklärte Sally. Dann verstummte sie. »Grober Unfug mit dem Computer«, nahm Scott den Faden auf. »Das beschreibt es doch wohl kaum.« »Noch dazu anonym«, fügte Sally hinzu. Alle drei überlegten angestrengt, was sie sagen sollten. Nach einer Weile lehnte sich Scott zurück und berichtete, »Ich hatte letzte Woche selbst ein wirklich heikles Problem, das ebenfalls anonym mit dem Computer in die Welt gesetzt wurde. Ich hoffe zwar, es ist gelöst, aber...« Einen Moment lang schwiegen alle drei. Dann eröffnete Hope. »Ich auch?« Sally sah erstaunt auf. Doch bevor sie etwas sagen konnte, zeigte Hope mit dem Finger auf sie. »Und sie auch.« Hope stand auf. »Ich denke, wir können alle einen Drink gebrauchen«, erklärte sie und machte sich auf die Suche nach einer neuen Flasche Wein. »Vielleicht auch mehr als einen«, fügte sie im Weggehen hinzu, während Scott und Sally sich einen fragenden Blick zuwarfen. Der Detective der Bundesstaatlichen Polizei, der mir gegenüber saß, schien mir auf den ersten Blick ein überraschend aufgeräumter Mann zu sein, der wenig von den abgebrühten, weltverdrossenen Figuren in Kriminalromanen an sich hatte. Er war von mittlerer Größe und normalem Körperbau, trug einen blauen Blazer zur billigen, khaki-farbenen Hose, kurzgeschnittenes, dunkelblondes Haar und einen einnehmenden, buschigen Schnurrbart auf der Oberlippe. Ohne die glänzende neun Millimeter Glock, die er in einem Schulterhalfter an der Seite trug, wäre er als Handelsvertreter oder auch als Studienrat durchgegangen. Er wippte auf seinem Stuhl zurück, ignorierte ein klingelndes Telefon und sagte, »Sie wollen demnach etwas über Stalking erfahren?« »Ja, ich recherchiere«, antwortete ich. »Für ein Buch oder einen Artikel? Sie haben nicht ein persönliches Interesse an dem Thema?« »Ich verstehe nicht ganz.« Der Polizist grinste. »Na ja, klingt ein bisschen so wie der Kerl, der beim Doktor anruft und sagt, ich habe diesen Arbeitskollegen, er möchte gern wissen, welche die Symptome einer Geschlechtskrankheit sind, arm von Gonorrhoe oder Syphilis, und wie er, also mein Kumpel, da drangekommen sein könnte. Er hat nämlich ziemliche Schmerzen.« Ich schüttelte den Kopf. »Sie meinen, ich werde von einem Stalker belästigt und will?« Er lächelte, verschmitzt. »Vielleicht sind Sie ja ein verkappter Stalker und suchen Rat, wie Sie vermeiden können, erwischt zu werden.« So was Verrücktes brächte ein richtiger Stalker glattfertig. »Es ist grundsätzlich ein Fehler, Sie zu unterschätzen, und das, was Sie planen und wann Sie es in die Tat umsetzen.« Wieder federte er auf seinem Stuhl zurück. Ein dedizierter Stalker erhebt seine Obsession zu einer Wissenschaft und zu einer Kunst. Wenn wie fern? Er studiert nicht nur sein Opfer, sondern auch dessen Umfeld. Familie, Freunde, Beruf, Schule oder Universität, das Restaurant, in das die Zielperson gerne geht, das Kino. Meinetwegen auch die Werkstatt, in der sie ihr Auto warten lässt, oder wo sie ihre Lottoscheine abgibt, wo sie den Hund Gassi führt. Er schöpft alle möglichen Quellen, legal wie illegal, aus, um an möglichst viele Informationen zu kommen. Ständig taxiert er, plant er voraus. Jeder Gedanke gilt seinem Opfer, und das in einem Maße, dass er dessen nächste Schritte im Voraus ahnt, als könne er Gedanken lesen. Am Ende scheint er es fast besser zu kennen, als es sich selbst. Was treibt ihn letztlich dazu an? Da sind sich die Psychologen nicht einig. Obsessive Verhaltensweisen sind letztlich immer ein wenig rätselhaft. Eine Vergangenheit mit Ecken und Kanten? Vermutlich wohl mehr als das. Ja, vermutlich. Ich nehme stark an, dass man, wenn man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, auf ziemlich scheußliche Sachen stößt. Missbrauch, Gewalt, das ganze Programm. Er schüttelte den Kopf. Gefährliche Burschen, diese Stalker. Alles andere als gewöhnliche Kleinkriminelle. Ob man nun die Kassiererin an einem Campingplatz oder am Supermarkt um die Ecke ist, deren Ex-Freund aus der Motorradgang sie verfolgt, oder ein Hollywoodstar mit einem Haufen Geld, dem ein obsessiver Fan nachstellt, ist man in großer Gefahr. Denn egal, was man macht, sie kommen an einen ran, wenn sie es nur stark genug wollen. Die Vollzugsbehörden können allenfalls mit einstweiligen Verfügung reagieren, aber nicht ein mögliches Verbrechen verhindern. Und dasselbe gilt für die Gesetze gegen das Cyberstalking. Stalker wissen das. Und das Beängstigende ist, dass es ihnen oft sogar egal ist. Vollkommen egal. Gegen die üblichen Sanktionen sind sie immun. Bloßstellung, finanzieller Ruin, Gefängnis. Ja, der Tod, das kann sie alles nicht schrecken. Das Einzige, was sie fürchten, ist, ihre Zielperson aus dem Auge zu verlieren. Das beherrscht alles und wird ihnen zum einzigen Lebenssinn. Was kann ein Opfer machen? Er griff in seinen Schreibtisch und zog eine Broschüre mit dem Titel »Sind Sie ein Stalking-Opfer? – Ratschläge von der State Police Massachusetts« hervor. Wir geben ihnen diese Lektüre in die Hand. Ist das alles? Bis ein Verbrechen begangen wird? Und dann ist es meist schon zu spät. Was ist mit Hilfsorganisationen und? Nun ja, die können in dem einen oder anderen Fall nützlich sein. Sie bieten einen sicheren Ort, geheime Unterkunft, Selbsthilfegruppen, was weiß ich. Sie können in manchen Fällen gewisse Unterstützung gewähren. Und ich würde nie jemandem davon abraten, sich an diese Gruppe zu wenden. Aber man muss behutsam vorgehen. Denn es könnte auch eine Eskalation herbeiführen, die man nicht gewollt hat. Gewöhnlich ist es dafür allerdings sowieso zu spät. Wissen Sie, was wirklich verrückt ist? Was? Unsere Gesetzgebung hier in Massachusetts ist die fortschrittlichste überhaupt, wenn es um den Schutz der Bürger geht. Aber ein entschiedener Stalker findet immer einen Weg, sie zu umgehen. Und was noch schlimmer ist, wenn Sie sich erst mal an die Polizei wenden, wenn Sie Anzeige erstatten und den Fall protokollieren lassen und eine gerichtliche Verfügung gegen den Stalker erwirken, dass er Ihnen vom Halse bleiben muss, können Sie genau damit ein Desaster auslösen. Den Karl zu einer unüberlegten Handlung treiben, sodass er sein ganzes Arsenal ins Feld führt und erklärt, wenn ich dich nicht haben kann, dann kriegt dich auch kein anderer. Und? Gebrauchen Sie Ihre Fantasie, Sie sind doch Schriftsteller. Sie wissen, was passiert, wenn ein Karl als Rambo verkleidet, im Tarnanzug mit einer Zwölfschussautomatik, mindestens zwei Pistolen und genügend Munition am Gürtel, um stundenlang eine ganze Spezialeinheit in Schach zu halten, am Arbeitsplatz oder bei Ihnen zu Hause aufkreuzt. Haben Sie doch alles schon im Film gesehen? Ich sagte nichts, während ich die entsprechenden Szenen vor Augen sah. Der Detective grinste wieder. Eins sollten Sie wissen. Soweit wir es sowohl aus Sicht des Kriminologen als auch aus Sicht der forensischen Psychologie beurteilen können, entspricht das Profil eines dedizierten Stalker mehr oder weniger dem eines Serienkillers. Da lehnt er sich zurück. Da kommt man ins Grübeln, oder? Hat einer von euch eine konkrete Vorstellung dessen, womit wir es hier zu tun haben? Sallys Frage stand im Raum. Ich meine, was wissen wir, abgesehen von dem wenigen, das Ashley uns erzählt hat über den Karl, der in ihr Leben eingebrochen ist? Sally drehte sich zu ihrem Ex um. Sie hielt sich immer noch an Scotch und hätte längst betrunken sein müssen, war aber aus schierer Nervosität stocknüchtern. Scott, außer Ashley bist du der Einzige von uns, der den Typen gesehen hat. Ich nehme an, du hast bei eurer Begegnung deine Beobachtungen gemacht, ein Gefühl für den Mann entwickelt. Vielleicht sollten wir damit beginnen. Scott zögerte. Er war daran gewöhnt, ein Gespräch in einem Seminarraum zu moderieren, und so musste er sich erst in die Situation hineinfinden, dass plötzlich ihm eine Frage gestellt wurde. Er war ein Typ, mit dem wohl keiner von uns vertraut sein dürfte, sagte er vorsichtig. Wie meinst du das? fragte Sally. Naja, er war kräftig gebaut, gut aussehend und offensichtlich ziemlich intelligent. Gleichzeitig hatte er aber auch etwas Ungehobeltes, so wie man es von einem Mann erwarten würde, der gerne Motorrad fährt, einer gering qualifizierten Arbeit nachgeht und nach der Highschool Volkshochschulkurse belegt. Mein Eindruck war, dass er aus unterprivilegierten Verhältnissen stammt, ein Typ, wie er nicht allzu oft bei mir am College zu finden ist, oder auch bei Hope, und vollkommen anders als die Jungs, die Ashley sonst anschleppt, in die sie eben noch unsterblich verliebt ist, um ihnen vier Wochen später den Laufpass zu geben. Das war meistens der Künstlertyp, schmalbrüstig, mit langen Haaren und nervös. O'Connell schien dagegen tough und gewieft. »Vielleicht bist du dem einen oder anderen von diesem Schlag schon in deiner Kanzlei begegnet, aber ich vermute, dass du eher die gehobenen Schichten vertrittst.« »Und dieser Kerl?« »Unterschicht. Aber das muss ja kein Nachteil sein.« Sally überlegte. »Was zum Teufel hatte Ashley überhaupt mit dem zu schaffen?« »Sie hat mit ihm einen Fehler gemacht,« erklärte Hope. »Sie hatte schweigend da gesessen, hatte Nameless den Rücken gestreichelt und innerlich gekocht. Erst war sie nicht sicher gewesen, ob es ihr zustand, an dem Gespräch teilzunehmen, doch dann war sie zu dem Schluss gekommen, dass sie sehr wohl ein Wörtchen mitzureden hatte. Sie begriff nicht, wie Sally so distanziert sein konnte, als ginge sie das alles einschließlich ihrer plötzlich prekären finanziellen Situation nur am Rande etwas an. »Jeder trifft ab und zu die falsche Wahl und bereut sie später. Der Unterschied ist nur, dass wir einen Schlussstrich ziehen können. Dieser Typ aber will Ashley nicht loslassen.« Sie warf einen Blick in Scotts Richtung, bevor sie sich wieder Sally zuwandte. »Vielleicht war Scott dein Fehler. Vielleicht war ich es. Vielleicht hat es auch jemanden gegeben, von dem wir beide nichts wissen und den du uns beiden jahrelang vorenthalten hast. Wie auch immer, das Leben ist für dich weitergegangen. Dieser Typ dagegen scheint vollkommen anders zu ticken. »Na schön«, sagte Sally vorsichtig, nachdem ein Moment lang betretenes Schweigen geherrscht hatte. »Wie soll es weitergehen?« »Als erstes einmal sollten wir zusehen, dass wir Ashley schleunigst da wegholen«, schlug Scott vor. »Aber sie studiert nun mal in Boston, da ist sie zu Hause. Sollen wir sie vielleicht wie ein Kind, das im Ferienlager an Heimweh leidet, nach Hause holen?« »Ja, genau das.« »Glaubst du, sie würde kommen?« warf er ob ein. »Haben wir überhaupt das Recht dazu?«, fragte Sally hastig. »Sie ist erwachsen. Sie ist kein kleines Mädchen mehr.« »Das weiß ich auch«, erwidert es Gott gereizt. »Aber wenn wir die Sache vernünftig betrachten, ist irgendetwas von all dem überhaupt vernünftig?«, fragte Hope Schroff. »Ich meine, ist es vielleicht fair, dass Ashley bei den ersten Anzeichen von Ärger zu Hause unterkriechen soll? Sie hat das Recht zu leben, wo sie will, und sie hat das Recht auf ihr eigenes Leben. Und dieser Typ, dieser O'Connor, hat nicht das Recht, sie in die Flucht zu schlagen.« »Richtig. Aber hier geht es nicht um Recht, hier geht es darum, den Tatsachen ins Auge zu sehen.« »Also«, stellte Sally fest, »Tatsache ist, dass wir tun müssen, was Ashley will, und wir wissen noch nicht, was das ist. »Sie ist meine Tochter. Ich denke, wenn ich sie um etwas bitte, dann wird sie es verdammt noch mal auch tun«, erwiderte Scott steif und mit einem verärgerten Unterton. »Du bist ihr Vater. Sie ist nicht dein Eigentum«, wies ihn Sally zu Recht. Es herrschte betretenes Schweigen im Raum, das erst gebrochen wurde, als jeder von ihnen erkannte, wie unbehaglich ihnen zumutebar. »Wir sollten herausfinden, was Ashley will. Das mag ja politisch korrekt sein, aber in meinen Augen wäre das nur lasch und unentschieden«, meinte Scott. »Ich denke, wir müssen aggressiv vorgehen, zumindest bis wir uns ein besseres Bild davon machen können, womit wir es zu tun haben.« Wieder herrschte Schweigen. »Ich stimme Scott zu«, erklärte Hope unvermittelt. Sally fuhr zu ihr herum und sah sie erstaunt an. »Ich denke, wir sollten...« »Ja, ich weiß nicht, die Initiative ergreifen«, fuhr Hope fort. »Zumindest bis zu einem gewissen Grad.« »Und was schlagt ihr beide dann vor?« »Wir sollten«, sagte Scott langsam, »ein bisschen mehr über Michael O'Connell in Erfahrung bringen, während wir Ashley seinem unmittelbaren Zugriff entziehen. »Wir sollten tun, was in unserer Macht steht, jeder von uns. Vielleicht sollte einer von uns den Mann unter die Lupe nehmen.« Sally hob die Hand. »Wir sollten einen Profi hinzuziehen. Ich kenne ein, zwei Privatdetektive, die sich ständig mit solchen Ermittlungen befassen. Sind außerdem nicht teuer.« »Gut«, stimmt es Gott zu. »Engagiere du ein, und dann sehen wir, womit er aufwarten kann. In der Zwischenzeit müssen wir Ashley aus O'Connells physischer Reichweite schaffen. Sie nach Hause holen. Das erscheint mir kindisch und feige«, bannte Sally ein. »Aber es scheint dennoch sinnvoll. Vielleicht braucht sie im Moment jemanden, der ein bisschen auf sie aufpasst.« Scott und Sally funkelten sich an, als erlebten sie diese Situation nicht zum ersten Mal. »Meine Mutter«, schlug Hope vor. »Deine Mutter?« »Ja. Ashley hat sich immer gut mit ihr verstanden, und sie lebt in einer Kleinstadt, in der ein Fremder, der seltsame Fragen stellt, nicht unbemerkt bleibt. Es wäre nicht leicht, für O'Connell ihr dahin nachzufolgen. Es ist weit genug weg, aber nicht zu weit, und ich bezweifle, dass er herausfindet, wo sie ist.« »Aber ihr Studium«, zögerte Sally. »Von einem verpassten Semester geht die Welt nicht unter«, erklärte Hope kurz angebunden. »Das sehe ich genauso«, »stimmt es Gott ein.« »Also gut, wir haben einen Plan. Jetzt müssen wir nur noch Ashley dafür gewinnen.« Michael O'Connell hörte auf seinem iPod die Rolling Stones. Als Mick Jagger »All your love is just sweet addiction« sang, tanzte er fast die Straße entlang, ohne auf die Passanten zu achten, die ihn anstarrten, als er mit den Füßen den Rhythmus des Schlagzeugs auf dem Bürgersteig stampfte. Er ließ sich von den Klängen inspirieren und stellte sich vor, welcher Takt zu seinem nächsten Schritt am besten passte, den er mit Ashley unternehmen würde. »Etwas, womit sie nicht rechnete«, dachte er, »etwas, das ihr eindringlich vor Augen führte, wie hautnah er immer bei ihr war.« Er glaubte nicht, dass sie das bis jetzt wirklich begriffen hatte. Bis jetzt noch nicht. Er hatte für ihre Wohnung gewartet, bis er sah, dass alle Lichter gelöscht waren, und er wusste, dass sie sich schlafen gelegt hatte. Ashley verstand auch nicht, um wie viel leichter es war, im Dunkeln zu sehen. Eine Lampe macht nur einen bestimmten Ausschnitt sichtbar. Es war viel klüger, Gestalten und Bewegungen im Schatten der Nacht zu erkennen. Die besten Raubtiere, rief sich O'Connell ins Gedächtnis, waren nachtaktiv. Der Song war zu Ende, und er blieb auf dem Bürgersteig stehen. Auf der anderen Straßenseite sah er ein kleines Programmkino, in dem ein französischer Film mit dem Titel »Need the Grab« lief. Er glitt wieder in den Schatten und beobachtete die Leute, die aus dem Kino kamen. Wie erwartet waren es vor allem junge Paare. Sie schienen beschwingt und hatten nicht diesen typischen Ausdruck. Ich habe gerade etwas Bedeutungsvolles gesehen, wie so viele, wenn sie aus einem dieser cineasten Kinos kamen. Sein Blick fiel auf ein junges Paar, das Arm in Arm lachend auf den Bürgersteig trat. Die beiden irritierten ihn augenblicklich. Er merkte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte, und er ließ ihn nicht aus den Augen, als sie auf dem Bürgersteig gegenüber ein Neonlicht passierten. Er presste die Zähne zusammen und hatte einen scharfen Geschmack auf der Zunge. Es war nichts Bemerkenswertes an dem Paar, und dennoch brachten die beiden ihn vollkommen in Rage. Er sah, wie sich die junge Frau an den Jungen schmiegte. Seinen Arm nahm und mit ihrem verschränkte, sodass sie wie eine einzige Gestalt im Gleichschritt die Straße hinunterliefen. Ein Moment der öffentlichen Intimität. O'Connell beschleunigte seine eigenen Schritte und lief auf seiner Straßenseite neben den beiden her, sodass er sie aus größerer Nähe betrachten konnte, während sich in ihm blanke Wut zusammenbraute. Sie rieben im Gehen ihre Schultern aneinander und neigten sich einander zu. O'Connell sah, dass sie abwechselnd lachten, lächelten und sich angeregt unterhielten. Er glaubte nicht, dass sie schon lange zusammen waren. Ihre Körpersprache, ihre Bewegungen, ihre Gesten, die Art, wie sie einander zuhörten und lachten, verriet die Aufregung des Neuen. Erstes Werben und Kennenlernen. Er sah, wie das Mädchen den Arm des Jungen stärker umfasste, und er zog den Schluss, dass sie schon miteinander geschlafen hatten. Wahrscheinlich aber erst einmal. Bei jeder Berührung, jeder Zärtlichkeit, jedem Moment der Erkundung sprühten Funken. Alles war verheißungsvoll. Er spürte einen abgründigen Hass. Es fiel O'Connell nicht schwer, sich auszumalen, wie sie den Rest der Nacht verbringen würden. Es war schon spät. Also würden sie nicht erst noch bei Starbucks für einen Kaffee oder bei Baskin-Robin für ein, zwei Kugeln Eishalt machen, auch wenn sie vor beiden stehen bleiben und so tun würden, als dächten sie ernsthaft darüber nach, wo sie sich doch in Wahrheit nur gegenseitig verschlingen wollten. Der Junge plauderte wahrscheinlich weiter über Filme, über Bücher, über irgendwelche Seminare an seinem College, und das Mädchen hörte zu, warf gelegentlich ein Wort ein, während sie die ganze Zeit mehr darauf hörte, was für ein Mensch er war und was er ihr bedeuten könnte. Der Junge brauchte nicht mehr Ermutigung als den Druck an seinem Arm. Sie werden lachend in die Wohnung gehen. Er lächelte. Aber nicht heute Nacht. Er lief schneller und hielt sich auf gleicher Höhe wie das Paar, ließ die beiden von seiner Straßenseite aus nicht mehr aus den Augen. Als an einer Kreuzung die Fußgängerampel auf Gelb schaltete, war er im Nu auf dem Zebrastreifen und begab sich mit gesenktem Kopf und gebeugten Schultern direkt auf ihre Seite. Sie bewegten sich nun auf ihn zu, so dass sie sich wie zwei Schiffe im Kanal jeden Moment kreuzen mussten, ziemlich dicht nebeneinander, aber jedes in seiner Fahrrinne. O'Connell schätzte den Abstand und rechnete ihn hoch, während er registrierte, dass sie immer noch ins Gespräch vertieft waren und ihre Umgebung nur halb wahrnahmen. Genau in diesem Moment, als O'Connell nur noch knapp einen Meter von dem Paar entfernt war, machte er einen Schlenker zur Seite, so dass er fest gegen die Schulter des Jungen stieß. Der Aufprall tat ihm gut, und er drehte sich abrupt zu dem Pärchen um und brüllte, »Ey, was soll das? Passt gefälligst auf, wo ihr langlauft!« Das Paar drehte sich halb in O'Connells Richtung. »Hey, tut mir leid,« entschuldigte sich der Junge, »meine Schuld, tut mir leid.« Nach einem kurzen Blick in O'Connells Richtung ging sie weiter. »Arschloch!« sagte O'Connell laut genug, dass sie es hören mussten, wobei er sich jedoch schnell abwendete, als wäre nichts gewesen. Sie hatten ihn nur vage zu sehen bekommen. Der Junge fuhr, das Mädchen immer noch am Arm, herum und wollte wohl etwas erwidern, überlegte es sich aber anders. Er wollte nichts tun oder sagen, was ihm die Stimmung verdarb, und wandte sich ab. O'Connell zählte langsam bis drei, so dass das Paar, das ihm jetzt wieder den Rücken kehrte, etwas Abstand gewann. Dann ging er erneut los und folgte den beiden. Es hupte plötzlich, so dass das Mädchen über die Schulter blickte und ihn sah. Er registrierte den Schrecken in ihrem Gesicht. »Perfekt«, dachte er. »Lauft ein paar Schritte und verdaut den Schock. Fragt euch, ob es eine Bedrohung gibt.« Kaum hatte er den Bürgersteig erreicht und sah, dass das Mädchen hastig mit dem Jungen sprach, duckte O'Connell sich in einen abgedunkelten Winkel an einer Ladenfront, so dass er aus ihrem Blickfeld verschwand. Dabei hätte er am liebsten laut gelacht. Wieder zählte er. Eins, zwei, drei. Genug Zeit für den Jungen, sich anzuhören, was das Mädchen zu sagen hatte, und stehen zu bleiben. Vier, Fünf, sechs. Er blieb, wo er war, und drehte sich zu den Schatten und Lichtstreifen der Neonleuchten um. Sieben, acht, neun. Der Junge blickte angestrengt in die dunkle Nacht, sah ihn aber nicht. Zehn, elf, zwölf. Er drehte sich wieder zu seinem Mädchen um. Dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Ein zweiter Blick, nur um sicher zu gehen. Sechzehn, siebzehn, achtzehn. Ein letzter, unsicherer Blick über die Schulter zur Beruhigung. O'Connell trat aus dem Schatten und sah, dass das Pärchen jetzt schneller ging und bereits den halben Block zurückgelegt hatte. Er folgte ihn rasch, diesmal erneut auf der anderen Straßenseite, wo er in Laufschritt überging, bis er wieder auf ihrer Höhe war. Auch diesmal entdeckte ihn das Mädchen zuerst. Er malte sich aus, wie er die Angst in die Glieder fuhr. Auf der anderen Straßenseite stolperte das Mädchen und drehte sich dabei halb in seine Richtung. O'Connell starrte sie an, sodass sie seine bohrenden Blicke trafen, als sie den Kopf in seine Richtung wendete. In seinen Augen stand pure Wut. Jetzt drehte sich auch der Junge zu ihm um. Doch damit hatte O'Connell gerechnet, und so lief er urplötzlich voraus, bis er das Ende des Häuserblocks erreicht hatte. Sein unvorhersehbares Verhalten machte ihm mächtig Spaß. Damit konnten sie nicht gerechnet haben, und er wusste, dass es sie ziemlich verwirren musste. Die junge Frau und der junge Mann hinter ihm würden jetzt gemeinsam überlegen, ob sie weiter in die Richtung ihrer Wohnung gehen oder umkehren und eine andere Route einschlagen sollten. Wieder trat er in einen Schatten und verschnaufte. Er sah sich kurz um und stellte fest, dass er eine Seitenstraße mit kleinen Mehrfamilienhäusern im Rücken hatte. Ähnlich wie die, in der Ashley wohnte. Mit Bäumen gesäumt, deren Äste sich gespenstisch in die nächtliche Beleuchtung reckten. Jede noch so kleine Lücke am Rand war zugeparkt, und aus den Häusereingängen drang fahles Licht. Er schlüpfte aus seinem Schatten und lief die Straße zügig ein Stück hinunter. Nach etwas mehr als einem halben Block duckte er sich wieder in einen Schatten und wartete. An der Ecke stand eine Laterne, und er nahm an, dass die beiden auf dem Weg zu ihrer Wohnung durch den Lichtkegel kommen würden. Er hatte sich nicht getäuscht. Er sah, wie das Pärchen um die Ecke kam und einen Moment lang stehen blieb, bevor es eilig weiterlief. »Sie haben Angst«, dachte er, »können nicht sagen, ob sie in Sicherheit sind, fühlen sich aber schon ein wenig beruhigter.« Er drückte sich von der Wand ab, beugte die Schultern vor und marschierte forsch schräg über die Straße, um sich ihnen in den Weg zu stellen. Sie sahen ihn fast im selben Moment. Das Mädchen keuchte, und der Junge, ganz Gentleman, schob sie ein wenig hinter sich, um O'Connell die Stirn zu bieten. Der Beschützer ballte die Faust und ging wie ein Boxer, der auf das Klingelzeichen wartet in Stellung. »Aus dem Weg«, forderte der Jüngere mit erhobener, aufgeregter Stimme. Das Mädchen gab einen erstickten Laut von sich. »Was wollen Sie?«, herrschte er O'Connell an und hielt die Stellung zwischen der Bedrohung und dem Mädchen. O'Connell blieb stehen und sah den Jungen an. »Wie meinen Sie das?«, fragte er. »Bleiben Sie, wo Sie sind«, rief der Junge. »Entspann dich, Kumpel«, meinte O'Connell. »Wo liegt das Problem?« »Wieso sind Sie uns gefolgt?« Die Frage kam von dem Mädchen, und ihre Stimme klang vor Panik schrill. »Euch gefolgt?«, echote O'Connell. »Was redest du da?« Der Junge hatte die Hände weiter zur Faust geballt, doch er wirkte erstaunt, ja, verwirrt. »Ihr seid ja übergeschnappt«, erklärte O'Connell. Damit lief er rasch an ihnen vorbei. »Ihr habt sie ja nicht mehr alle«, schickte er hinterher. »Lassen Sie uns in Ruhe«, forderte der Junge. »Nicht sehr überzeugend«, wie O'Connell fand. Als er ein halbes Dutzend Schritte an ihnen vorbei war, blieb er stehen und drehte sich um. Wie erwartet, klammerten sie sich immer noch aneinander und starrten ihm in Abwehrstellung hinterher. »Ihr zwei habt Glück gehabt«, sagte O'Connell. »Sie sahen ihn ungläubig an.« »Wisst ihr, dass ihr heute Nacht um ein Haar gestorben wärt?« Ohne ihm die Gelegenheit, zu einer Antwort zu geben, wirbelte er herum und ging so schnell er konnte, ohne zu rennen, von einem Schatten zum nächsten. Das junge Paar ließ er stehen. »Fertig zu sein«, sie runzelte die Stirn. »Das ist wohl richtig. Aber woher wollen Sie wissen, dass Michael O'Connell sie nicht fertig gemacht hat?« Ich wusste auf diese Frage nichts zu erwidern, doch der unterkühlte Ton war mir nicht entgangen. »Sie haben mir verraten, dass jemand stirbt. Sie meinen doch wohl nicht, dass es dabei um Ashley ging.« Meine Frage stand eine Weile zwischen uns im Raum, bevor sie endlich antwortete. »Sie war am meisten gefährdet.« »Ja«, erwiderte ich, »aber sie unterbrach mich. « »Und ich nehme an, Sie glauben, O'Connell bereits zu durchschauen.« »Nein, nicht wirklich, noch lange nicht. Aber ich denke an die nächsten Schritte, die ich unternehmen sollte, und dabei musste ich die anderen im Blick behalten.« Sie schwieg, während sie mit ihrem Glas Eistier spielte und wieder den Kopf zum Fenster wandte, um hinaus zu starren. »Ich denke oft an sie«, sagte sie. »Ich kann nicht anders.« Sie griff nach einer Schachtel Papiertaschentücher. Ihr standen die Tränen in den Augenwinkeln, doch sie lächelte schwach. Sie atmete einmal langsam tief durch. »Haben Sie darüber nachgedacht, wieso Verbrechen so niederschmetternd sein können?« fragte sie unvermittelt. Ich wusste, dass sie die Frage selbst beantworten würde. »Weil Sie so unerwartet kommen. Weil Sie gänzlich außerhalb der Routine unseres Lebens liegen. Wir werden davon überrumpelt. Es betrifft uns ganz unmittelbar. Es berührt das Existenzielle.« »Ja, das ist sicher richtig.« Sie starrte mich an. »Ein Geschichtsprofessor an einem snobistischen, liberalen College. Eine Kleinstadtanwältin, die sich auf wenig komplizierte Scheidungen und kleinere Immobilientransaktionen spezialisiert. Eine Schulpsychologin und Fußballtrainerin und eine junge Kunststudentin, die in einer Traumwelt lebt. »Was hatten Sie der Herausforderung entgegenzusetzen?« »Gute Frage.« »Was?« »Das müssen Sie begreifen«, erklärte sie. »Nicht nur das, was Sie planten und was Sie in die Tat umsetzten, sondern auch, woher Sie die Kraft und die intellektuellen Einsichten nahmen.« »In Ordnung«, sagte ich zögernd, »denn am Ende zahlen Sie einen hohen Preis.« Ich sagte nichts. Sie beendete das Schweigen. »Im Nachhinein sieht es immer so einfach aus. Aber wenn man mittendrin steckt, ist alles ziemlich verworren und nie so sauber und eindeutig, wie wir es gerne hätten.« Je mehr Scott las, desto entsetzter war er. Direkt am Morgen nach dem höchst unbefriedigenden Treffen mit Sally und Hope hatte er sich, wie es sich für einen Akademiker gehörte, in das Studium der Phänomene gestürzt, für die Michael O'Connell stand. Er hatte sich in die Niederungen der städtischen Bücherei begeben und Literatur zu zwanghaften und obsessiven Verhaltensstörungen herausgesucht. Auf seinem Tisch in der Ecke des Lesesaals stapelten sich Bücher, Magazine und Zeitungen. Eine drückende Schwere lastete auf dem Raum, und Scott hatte plötzlich das Gefühl, als bekäme er kaum Luft. In einem Anflug von Panik schlug sein Herz so schnell, als wollte es zerspringen. Was er an diesem Vormittag in sich aufgenommen hatte, war eine Litanei der Verzweiflung. Es war ein Exkurs in den Tod. Immer und immer wieder hatte er von dieser Frau hier und jener Frau dort, von jung bis alt, gelesen, die für einen Mann zur ungezügelten Obsession geworden war. Sie alle hatten gelitten. Die meisten waren ermordet. Selbst die Überlebenden waren für immer gezeichnet. Dabei schien es keinen Unterschied zu machen, wo die Frauen lebten, im Norden oder Süden, in den Vereinigten Staaten oder irgendeinem anderen Land. Einige waren noch jung, Studentinnen wie Ashley. Andere waren älter. Reich, arm, gebildet oder unterprivilegiert, das alles spielte keine Rolle. Ein paar von ihnen waren mit ihren Stalkern einmal verheiratet gewesen. Andere Kolleginnen, wieder andere Klassenkameraden. Einige waren Liebhaber gewesen. Sie hatten nichts unversucht gelassen, hatten sich an die Behörden gewandt, ihre Familie, Freunde und alle möglichen anderen Menschen bei ihrem verzweifelten Versuch, sich von dieser unerwünschten, gnadenlos-obsessiven Aufmerksamkeit zu befreien, um Hilfe gebeten. Er las unbeirrbare Begierde. Alle hatten sie vergeblich Hilfe gesucht. Sie wurden erschossen, erstochen, zusammengeschlagen. Einige hatten überlebt, die Mehrheit nicht. Manchmal starben zusammen mit ihnen auch Kinder. Manchmal ließen Kollegen oder Nachbarn ihr Leben. Ein Kollateralschaden der Wut. Scott schauderte unter der Informationsflut. Ihm wurde schwindelig, wenn er daran dachte, in was für einer Falle Ashley saß. Seite um Seite, in jedem Buch und jedem Artikel war Liebe der einzige gemeinsame Nenner. Natürlich war ihm klar, dass es nicht um echte Liebe ging. Es war vielmehr etwas zutiefst Perverses, das aus dem düstersten Winkel einer kranken, männlichen Vorstellungskraft rührte. Es war etwas, das seinen Platz in forensischer Psychiatrie verdiente, nicht auf Valentins Postkarten. Doch die Art Liebe, über die er las, schien in jedem dieser Fälle hartnäckig Fuß gefasst zu haben. Und das machte ihn noch mehr zu schaffen. Scott griff sich ein Buch nach dem nächsten, las eine Geschichte, eine Tragödie nach der anderen, in der Hoffnung, dass wenigstens eine ihm sagte, wo ein Ausweg lag. Er überflog die Seiten, die er hastig weiterblätterte, bis er ein Buch weglegte und sich gleich das nächste vornahm und dort mit wachsender Sorge von vorne nach der Antwort suchte. Als Historiker, als Akademiker glaubte er, dass die Lösung irgendwo in einem Abschnitt stand. Er lebte in einer Welt der Vernunft, der klar gegliederten Argumente. Irgendwo in dieser Welt musste Hilfe zu finden sein. Je mehr er sich das einredete, desto klarer wurde ihm, dass eine Suche fruchtlos war. Scott stand auf, indem er den schweren Eichenstuhl so heftig vom Tisch zurückschob, dass er zu Boden krachte und wie ein Schuss die Stille des Raumes zerriss. Er fühlte mit einem Schlag, wie in seinem Rücken alle Augen auf ihn gerichtet waren. Doch er taumelte von seinem Tisch wie ein Verwundeter, schwindelig, eine Hand an der Brust. In diesem Moment empfand er nur noch Panik. Mit einer fahrigen Bewegung deutete er auf all seine Recherchen, und als er merkte, dass ihm die Kehle zugeschnürt war, drehte er sich um und ließ sämtliche Papiere liegen. Er rannte mitten durch die Kartothek, an der Auskunftsstelle und den Bibliothekaren vorbei, die ihn schockiert beobachteten. Noch keiner von ihnen hatte jemanden gesehen, den das bloße gedruckte Wort in solcher Angst versetzte. Einer versuchte, ihm etwas hinterherzurufen, doch Scott hörte ihn nicht mehr, als er in den Wolken verhangenen Novembernachmittag hinausstürmte. Dabei war die Luft weniger eisig als dieses Gefühl in seiner Brust. Er wusste nur eins, dass er Ashley so schnell wie möglich aus der Schusslinie holen musste. Auch Sallys Tag begann mit Entscheidungen, die sie für absolut vernünftig hielt. Für sie stand als erstes auf der Geschäftsordnung, sich ein Bild davon zu machen, was für eine Persönlichkeit sich durch ihre Tochter in ihr Leben eingeschlichen hatte. Dass er sich mit Computern auskannte und jeden von ihnen durch seine Manipulation empfindlich geschädigt hatte, schien nur offensichtlich. Sie verwarf den spontanen Gedanken, mit sämtlichen Informationen zur Polizei zu gehen, weil sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht sicher war, ob die viel mehr tun würde, als ihr geduldig zuzuhören. Aber auch, weil sie fürchtete, die Integrität ihrer Anwalt-Klienten-Beziehung zu belasten. Vorerst, dachte sie, war es keine gute Idee, die Polizei einzuschalten. Ihr wurde Angst und Bange bei dem Gedanken, dass O'Connell, falls er wirklich hinter allem stand, wovon sie noch nicht hundertprozentig überzeugt war, dass dieser Mensch über ein derart feines Sensorium verfügte. Das war gefährlich. Er schien zu wissen, wie er Menschen auch ohne Fäuste oder Waffen verletzen konnte. Auf eine Art und Weise, die schwer zu fassen war. Das machte ihr Angst. Die Vorstellung, dass er wusste, wie er sie ins Unglück stürzen konnte, ließ sie erstarren. Andererseits, rief sie sich ins Gedächtnis, war O'Connell ihnen nicht wirklich gewachsen. Genauer gesagt, war er ihr nicht gewachsen. Bei Scott war sie sich da nicht so sicher. Die jahrelange Arbeit in den kultivierten Kreisen einer kleinen philosophischen Fakultät hatte ihm die kantige Zähigkeit genommen, die sie zu Beginn ihrer Ehe angezogen hatte. Zu einer Zeit, als so etwas nicht gut angesehen war, entschied er sich für den Krieg, und er hatte sich mit einer Entschlossenheit ins Studium gestürzt, die sie unwiderstehlich fand. Nachdem er seinen Doktor gemacht, nachdem sie geheiratet und Ashley bekommen hatten und sie selbst begann, Jura zu studieren, hatte sie registriert, dass er weicher geworden war. Als ob die bevorstehenden mittleren Jahre sich nicht nur in seiner Taille, sondern auch seiner Haltung niedergeschlagen hätten. »Also gut, Mr. O'Connell«, sagte sie laut, »Sie haben sich mit der falschen Familie angelegt. Jetzt werden Sie ein paar kleine Überraschungen erleben.« Sie drehte sich um, warf sich in einen Sessel und griff nach dem Telefon. Sie fand die gewünschte Nummer in ihrem Verteiler und tippte sie schnell ein. Sie brachte sogar die nötige Geduld auf, als eine Sekretärin sie in die Warteschleife verwies. Als sie am anderen Ende die vertraute Stimme hörte, fühlte sie sich gleich besser. »Murphy am Apparat, was kann ich für Sie tun, Frau Anwältin?« »Hallo, Matthew«, begrüßte ihn Sally, »ich habe ein Problem.« »Na ja, Mrs. Freeman Richards, das ist der einzige Grund auf der Welt, weswegen die Leute diese Nummer wählen. Wozu sollten Sie sich sonst an einen Privatdetektiv wenden?« »Also, was darf's diesmal sein?« »Sagen Sie nicht, in Ihrer hübschen kleinen Stadt liegt ein Scheidungsfall an. Gestaltet sich vielleicht ein klitzekleines bisschen fieser als gedacht?« Sally sah Matthew Murphy vor ihrem geistigen Auge an seinem Schreibtisch. Er hatte sein Büro in einem etwas schmuddeligen alten Gebäude in Springfield, ein paar Häuserblocks vom Bundesgerichtshof entfernt am Rande einer ziemlich heruntergekommenen Gegend. Murphy schätzte vermutlich die Anonymität, die ihm diese Umgebung verschaffte. Ins Auge fallender Protz war seine Sache nicht. »Nein, kein Scheidungsfall, Matthew.« Sie hatte ein paar bedeutend exklusivere Privatdetektive anrufen können. Doch Murphy verfügte über eine weitaus schillerndere Vergangenheit und eine harte Gangart, die sich in diesem Fall als nützlich erweisen konnte. Außerdem hoffte sie, dass die Gefahr, am Bezirksgericht für Geschwätz zu sorgen, beträchtlich geringer war, wenn sich jemanden von auswärts anheuerte. »Was anderes, Frau Anwältin?« »Dann geht es, wie soll ich sagen, um etwas Heikleres?« Er besaß offenbar die Fähigkeit, aus den wenigen Worten, die sie ausgesprochen hatte, eine Menge herauszulesen. »Wie gut sind Ihre Beziehungen in der Gegend von Boston?« fragte sie. »Ich hab da immer noch ein paar Freunde,« erwiderte er. »Welcher Art?« Er lachte, bevor er antwortete. »Na ja, ein paar Freunde auf beiden Seiten der Linie, an der sich die Geister scheiden, Frau Anwältin. Ein paar weniger freundliche Zeitgenossen, die sich gerne ein kleines Zubrot verdienen, und ein paar von den Jungs, die sie gerne hinter Gitter bringen würden.« Murphy war zwanzig Jahre lang bei der Mordkommission der State Police gewesen, bevor er sich vorzeitig pensionieren ließ und seine eigene Detektei aufmachte. Gerüchten zufolge war seine Abfindung Teil eines Deals gewesen, der ihm auferlegte, über ein paar Aktivitäten eines Drogendezernats in Worcester, auf die er in Verbindung mit einer Mordserie im Drogenmilieu gestoßen war, den Mund zu halten. Eine fragwürdige Arena, wenn auch vielleicht nur dem Ruf nach, und Murphy war mit allem Pomp und Trara in den Ruhestand entlassen worden, während möglicherweise die Alternative entweder eine Anklage gegen ihn oder auch eine halbautomatische Waffe in der Hand eines Latino gewesen wäre. »Können Sie für mich eine Sache in Boston auf den Grund gehen?« »Ich bin mit ein paar anderen Fällen ziemlich eingedeckt«, erwiderte er. »Um was für eine Sache geht's denn?« Sally holte Tiefluft. »Etwas Persönliches. Betrifft ein Mitglied meiner Familie.« Es trat eine kurze Pause ein, bevor er sagte, »Nun, Frau Anwältin, das erklärt wohl, weshalb Sie ein altes Schlachtrost hier draußen anrufen, statt einen von diesen Lackaffen aus dem Kader des FBI oder der Kripo in den höheren Gefilden, in denen Sie Ihre Kanzlei betreiben. Was genau kann ich demnach für Sie tun?« Meine Tochter hatte sich mit einem jungen Mann in Boston eingelassen. »Und Sie mögen den Kerl nicht besonders.« Gelinde gesagt. Er beteuert ihr unentwegt seine Liebe, lässt sie nicht in Ruhe, hat irgendeinen Mist mit dem Computer gedreht, der sie ihren Job gekostet hat. Dann hat er ihr das postgraduierten Studium zerstört. Vielleicht noch mehr. Hängt ihr wahrscheinlich ständig an den Fersen. Hängt möglicherweise auch hinter einigem Ärger, den ich, mein Ex und eine Freundin von mir haben. Wieder was mit dem Computer. Was für Ärger. Hat sich an meinen Konten zu schaffen gemacht. Ein paar anonyme Beschwerden vom Stapel gelassen, kurz gesagt eine Menge Unheil angerichtet. Sally fand, dass sie den Schaden, den O'Connell Ihnen verursacht hatte, ziemlich untertrieb. Dieser Kerl verfügt demnach über ein paar ausgeprägte Fertigkeiten. Wie wollen wir ihn nennen? Ex-Freund? Nichts dagegen, auch wenn sie offenbar nur ein einziges Date gehabt haben. Der macht das alles nur wegen, was, einem One-Night-Stand? Sieht so aus. Murphy schwieg einen Moment, und Sallys Zuversicht geriet ein wenig ins Schwanken. Okay, hab verstanden. Wie man es auch dreht und wendet, der Typ scheint ein übler Bursche zu sein. Haben Sie Erfahrung auf dem Gebiet? Mit obsessiven Typen? Wieder herrschte Schweigen, und Sally fühlte sich zunehmend unbehaglich. »Allerdings, Frau Anwältin, allerdings«, sagte er langsam, »mir sind schon ein paar Typen über den Weg gelaufen, die mehr oder weniger dem entsprechen, was Sie beschreiben. Damals bei der Mordkommission.« Bei diesem Stichwort bekam Sally einen trockenen Mund. Hopes Mutter hatte im Garten die Blätter zusammengehakt und war gerade ins Haus gekommen, als das Telefon klingelte. Auf dem Display erkannte sie die Nummer ihrer Tochter. Wie immer griff sie mit einem Anflug von Unsicherheit nach dem Hörer. »Hallo, Liebling«, meldete sich Catherine Frazier. »Das ist eine Überraschung. Wir haben eine Ewigkeit nicht telefoniert.« »Hallo, Mutter«, sagte Hope ein wenig schuldbewusst, »ich hatte mit dem College und dem Team so viel zu tun, und die Zeit verging wie im Flug. Wie geht's dir?« »Wie soll's mir schon gehen?« »Gut«, antwortete Catherine, »ich igle mich für den Winter ein. Die Leute hier meinen alle, dieses Jahr wird er lang.« Hope atmete einmal tief durch. Zwischen ihrer Mutter und ihr herrschte stets eine unterschwellige Spannung. Obgleich nach außen hin freundlich im Umgang, kam es ihr so vor, als gäbe es zwischen ihnen einen Knoten, der sich immer fester zuzog, während er ein Segel straff hielt, das in heftigen Böen flatterte. Catherine Frazier war in Vermin verwachsen und grenzenlos liberal in ihren politischen Ansichten, bis auf einen einzigen Punkt. Den entscheidenden für ihre Tochter. Sie war eine treue Anhängerin der katholischen Kirche im kleinen Städtchen Patne, nicht weit vom benachbarten Brattleboro, ebenso bekannt für seine Ex-Hippies wie für sein Granolamüsli. Sie war eine Frau, die nach dem Tod ihres Mannes nie wieder ans Heiraten gedacht hatte und jetzt glücklich und zufrieden allein am Waldrand lebte. Sie hegte nach wie vor beträchtliche Zweifel an der Beziehung ihrer Tochter zu Sally. Auch wenn sie ihre Vorbehalte in einem Bundesstaat, der gleichgeschlechtliche Ehen willkommen hieß, für sich behielt, so betete sie doch jeden Sonntagmorgen um eine Eingebung, die ihr begreiflich machte, was ihre Beziehung über die Jahre belastet hatte. Früher hatte sie die Sache zuweilen im Beichtstuhl zur Sprache gebracht, doch sie war es leid, gelobt, seist du Maria und Vaterunser zu beten, die ihr kaum Erleichterung verschafften. Nach Hobbes Ansicht rührten die Spannungen daher, dass sie nicht »normal« war und ihrer Mutter keine Enkelkinder schenken konnte. Und ob sie nun miteinander redeten oder ob Schweigen zwischen ihnen herrschte, die Spannungen nahmen in jedem Fall zu, denn das entscheidende Thema klammerten sie aus. »Ich muss dich um einen Gefallen bitten«, begann Hope. »Jederzeit, Liebes«, erwiderte Catherine. Hope wusste, dass das gelogen war. Es hatte schon Gelegenheiten gegeben, bei denen ihre Mutter ihr durchaus eine Bitte abgeschlagen hätte. »Es geht um Ashley«, erklärte Hope. »Sie muss für eine Weile aus Boston raus.« »Aber was ist denn passiert? Sie ist doch nicht etwa krank, oder? Es hat keinen Unfall gegeben?« »Nein, nicht direkt.« »Braucht sie Geld? Ich hab mehr als genug und ich helfe gern aus.« »Nein, Mutter, ich will's dir erklären.« »Aber was ist mit ihrem Studium?« »Das wird sie ein Weilchen auf Eis legen müssen.« »Liebes, das klingt sehr verwirrend. Wo liegt das Problem?« Hope holte tief Luft und platzte heraus. »Es geht um einen Mann.« Als Gott an diesem Abend versuchte, Ashley auf dem Handy anzurufen, hörte er nur »Kein Anschluss unter dieser Nummer«, was ihn augenblicklich in Panik versetzte. Er rief sie auf dem Festnetztelefon an, und als sie sich meldete, überkam ihn eine weitere Woge der Beklemmung. Er konzentrierte sich darauf, sich die Angst nicht anmerken zu lassen. »Hey, Ash«, begrüßte er sie forsch. »Wie geht's? Wie steht's?« Ashley ihrerseits wusste nicht recht, was sie antworten sollte. Sie konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass sie beobachtet und dass jedes Wort, das sie sagte, abgehört wurde. Sie zögerte jedes Mal, wenn sie ihre Wohnung verließ, fühlte sich draußen auf der Straße nicht sicher, sah misstrauisch in jede Sackgasse und jeden verschatteten Winkel. Gewöhnliche Großstadtgeräusche, mit denen sie sonst so vertraut war, dröhnten ihr schrill in den Ohren. Sie entschloss sich zu einer Halbwahrheit. Sie wollte ihren Vater nicht ängstigen. »Geht so«, sagte sie. »Ist nur alles eine blöde Situation.« »Hast du noch mal von O'Connell gehört?« Sie antwortete nur indirekt, indem sie meinte, »Dad, ich muss ein paar Schritte unternehmen.« »Ja«, stimmte er etwas hastig zu. »Unbedingt.« »Ich hab das Handy abgemeldet«, berichtete sie, was die Durchsage erklärte. »Ja, und diese Leitung musst du auch abmelden. Um ehrlich zu sein, musst du wohl einiges mehr tun, als wir geahnt haben.« »Ich muss umziehen«, sagte sie verdrießlich. »Ich mag diese Wohnung, aber ich glaube«, führte Scott den Satz behutsam weiter, »dass du mehr tun musst, als einfach nur umzuziehen.« Ashley antwortete nicht sofort. »Und wir müssen noch ein paar Schritte unternehmen«, fuhr er fort. »Wie meinst du das?« platzte Ashley heraus. Scott holte tief Luft und wechselte in den nüchternsten, selbstverständlichsten akademischen Ton, als ginge es darum, die Fehler im Referat eines fortgeschrittenen Studenten aufzuzeigen. Ich habe ein bisschen gelesen und recherchiert. Ohne übereilte Schlüsse ziehen zu wollen, fürchte ich, dass O'Connell fähig ist, und ja, noch aggressiver zu werden als bisher. »Aggressiv? Das ist ein Euphemismus. Meinst du, er könnte mir was antun?« »Anderen wurde unter ähnlichen Umständen etwas angetan. Ich will damit nur sagen, dass wir Vorkehrungen treffen sollten.« Wieder herrschte Schweigen, bevor sie reagierte. »Was schlägst du vor?« »Ich denke, du musst verschwinden. Das heißt Boston verlassen, dich für eine Weile an einem sicheren Ort verstecken. Und wenn O'Connell endlich weitergezogen ist, kannst du wieder ein normales Leben führen. Woher nimmst du den Optimismus, dass er tatsächlich weiterzieht? Wir verfügen über Mittel und Wege, Ashley. Und wenn du Boston für immer verlassen, wenn du, sagen wir, nach L.A., Chicago oder Miami ziehen musst, dann lässt sich auch das machen. Du bist noch jung, Ashley. Du hast noch viel Zeit, um deine Pläne zu verwirklichen. Ich denke nur, wir müssen ein paar drastische Schritte unternehmen, damit O'Connell dich nicht finden kann.« Ashley merkte, wie Wut in ihr hochstieg. »Er hat kein Recht dazu!« sagte sie mit erhobener Stimme. »Wieso gerade ich? Was habe ich denn Schlimmes getan? Wieso muss er ausgerechnet mein Leben verpfuschen?« Scott gab seiner Tochter Zeit, Dampf abzulassen, bevor er antwortete. Diese Methode war ein Relikt aus ihrer Kindheit. Er hatte schon früh begriffen, dass Ashley am ehesten zu sich kam, nachdem sie sich ordentlich aufgeplustert und ausgetobt hatte. Danach war sie zugänglich und für vernünftige Argumente halbwegs zu haben. Die Tricks seines Vaters. Er hat nicht das Recht. Er ist lediglich dazu in der Lage. Also sollten wir versuchen, ein paar Schachzüge zu machen, die er nicht voraussehen kann. Und das Erste ist nun mal, dich außer Reichweite zu bringen. Wieder spürte Scott, wie Ashley am anderen Ende der Leitung die Situation abwog. Er wusste nicht, dass vieles von dem, was er sagte, auch ihr schon in den Sinn gekommen war. Dennoch war sein Vorschlag deprimierend, und Ashley merkte, dass ihr Tränen in den Augen standen. Das alles war vollkommen ungerecht. Als sie sich wieder meldete, schwang Resignation in ihrer Stimme mit. »Einverstanden, Dad«, erklärte sie. »Es wird Zeit, dass Ashley verschwindet.« »Sie haben also einen Privatdetektiv engagiert?« »Ja, einen äußerst kompetenten und versierten.« »Das leuchtet ein. So oder ähnlich hätte wohl jedes halbwegs gebildete, finanziell unabhängige Elternpaar reagiert.« »Ein Experten ins Boot holen.« »Ich denke, ich sollte mich mit ihm unterhalten. Er hat sicher für Sally eine Art Bericht verfasst. Das machen Privatdetektive doch immer am Ende, oder?« »Der müsste doch aufzutreiben sein.« »Ja.« »Sie haben recht,« bestätigte sie. »Es gab einen Bericht, einen vorläufigen Bericht. Ich habe die Kopie, die Sally bekam.« »Und?« »Wie wäre es, wenn Sie zuerst mit Matthew Murphy reden würden. Und danach gebe ich Ihnen den Bericht, falls Sie dann noch darauf zurückgreifen wollen.« »Sie könnten mir einige Mühe ersparen,« sagte ich. »Vielleicht,« erwiderte sie. »Aber ich weiß nicht, ob es wirklich meine Aufgabe ist, Ihnen Zeit und Mühe zu ersparen. Außerdem denke ich, dass sein Besuch bei dem Privatdetektiv, wie soll ich mich ausdrücken, eine lehrreiche Erfahrung für Sie ist.« Sie lächelte, wenn auch freudlos, und ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass sie sich irgendwie über mich lustig machte. Ich stand auf, um zu gehen, und zuckte die Achseln. Als sie mein enttäuschtes Gesicht sah, seufzte sie. »Manchmal geht es um Eindrücke,« sagte sie unvermittelt. »Sie erfahren etwas, sie sehen etwas, und sie hören etwas. Es hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck bei Ihnen. An einem Punkt war es auch so bei Scott, Sally, Hope und Ashley. Eine Reihe von Ereignissen oder Momenten, die sich häuften und nach und nach zu einer Vorstellung davon verschmolzen, wie die Zukunft für Sie aussehen könnte. Gehen Sie zu dem Privatdetektiv,« sagte sie in entschiedendem Ton. »Das wird Ihnen unendlich weiterhelfen. Und wenn Sie es dann noch für nötig halten, gebe ich Ihnen den Bericht.« Kleiner Ganova war Matthew Murphys erster Gedanke. Er starrte auf das wenig eindrucksvolle Vorstrafenregister von Michael O'Connell, das sein Leben geringfügiger Gesetzesverstöße offenbarte, ein bisschen Kreditkartenbetrug, der, wie Murphy vermutete, darin bestand, geklaute Karten zu benutzen, ein Autodiebstahl als Teenager, eine Körperverletzung, die nach einer Kneipenprügelei aussah und aus der O'Connell als Sieger hervorgegangen war. Für die diversen leichten Straftaten, deren O'Connell angeklagt war, hatte er nie mehr als Bewährungsstrafen bekommen, auch wenn O'Connell einmal fünf Monate in einem Distriktgefängnis eingesessen hatte, weil er die bescheidene Kaution nicht aufbringen konnte. Genauso lange brauchte sein Pflichtverteidiger, um die Anklage wegen tätlichen Angriffs auf einfache Körperverletzung herunterzudrücken. Eine Geld- und eine Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung hatte es dafür gegeben, wie Murphy dem Register entnahm. Er merkte sich vor, den Bewährungshelfer anzurufen, auch wenn er bezweifelte, dass ihm der Mann von großer Hilfe sein würde. Diese Leute verbringen den Großteil ihrer Zeit mit den bedeutsameren Kriminellen, und dazu zählte O'Connell, zumindest in den Augen des Rechtssystems, nicht. Natürlich konnte man das, was er bis jetzt an Informationen zusammengetragen hatte, auch von einer etwas anderen Warte sehen. O'Connell machte, was er wollte. Er ließ sich nur nicht erwischen. Murphy schüttelte den Kopf. Nicht gerade ein Top-Krimineller, dachte er. Er betrachtete erneut den Stapel Papiere auf seinem Schoß. Fünf Monate im Bezirksgefängnis. Für einen Kleinkriminellen wie O'Connell nicht mehr als eine Unannehmlichkeit. Gerade genug Zeit, um von den erfahreneren Insassen den einen oder anderen wertvollen Rat aufzuschnappen, wenn man Augen und Ohren aufsperrte und den harten Kerlen nicht in die Quere kam. Kriminalität erforderte nach Murphys Erfahrung, wie jeder höhere Abschluss, einiges an Studium. Er hatte ein Verbrecherfoto in Schwarz-Weiß von O'Connell vor sich. »War das der Beginn deiner Karriere?« fragte er ihn in Gedanken. Er wagte es zu bezweifeln. Diese fünf Monate waren nur ein bisschen Examsbiffelei. Er tippte, dass O'Connell da bereits eine Menge wusste. Der Kriminalbeamte der State Police, der ihm die Knastpapiere besorgt hatte, kam an O'Connells Jugendstrafregister nicht heran. Das machte Murphy hellhörig. Er hatte keine Ahnung, was er da schon angestellt hatte. Immerhin bezeugten die Ausdrucke, die er vor sich hatte, nur eine geringe Gewaltbereitschaft. Das beruhigte ihn. »Einfach nur ein schlimmer Finger«, dachte er. »Keiner mit einer neun Millimeter in der Tasche.« Ein wenig verriet die Polizeiakte ihm schon. O'Connell war im Wohnwagenmilieu an der Küste von New Hampshire aufgewachsen. Viel Kindheit dürfte es wohl nicht gegeben haben. Kein heimeliges weißes Schindelhaus mit gedecktem Apfelkuchen im Ofen, während die Kinder im Vorgarten Touch-Football spielen. Wahrscheinlich ging es in seiner Kindheit eher darum, Schlägen auszuweichen. Gute Schulzeugnisse für die Zeit, die er da war. Offenbar klafften da ein paar Lücken. Ein paar Ausflüge in den Jugendstrafvollzug, spekulierte er, hat trotzdem die Highschool geschafft. Würde wetten, du hast den Schulpsychologen ein intensives Trainingsprogramm geliefert. Intelligent genug, um es ins örtliche Community College zu schaffen. Abgebrochen. Wiedergekommen. Nicht zu Ende gebracht. Zeugnisse von der UMass Boston, der staatlichen Universität in Boston. Geschickt im Umgang mit Werkzeug. Ein recht versierter Mechaniker. Hat offenbar dieselbe Begabung genutzt, um Computertechnik zu lernen. Eine Menge Arbeit, die da auf ihn zukam, dachte Murphy, falls Sally Freeman Richards das wünschte. Er wusste mehr oder weniger im Voraus, was er finden würde. Missbrauch durch den Vater, betrunkene Mutter oder vielleicht vom Vater verlassen und eine verführerische Mutter, Scheidung, Hilfsarbeiter und andere Jobs im Niedriglohnsektor und Samstagabends zu viel Gewalt nach zu viel Bier. Es war ein strahlender, vielversprechender Nachmittag, als Matthew Murphy vor Michael O'Connells schmuddeligem Mehrfamilienhaus parkte. Zwischen den heruntergekommenen Mietshäusern war ein Streifen Himmel zu sehen, und an der Ecke konnte er von vorne das CITGO-Logo über dem Fenwaypark erkennen. Er sah einmal nach links und einmal nach rechts die Straße entlang und zuckte die Achseln. Nicht anders als viele Straßen in Boston, registrierte er. Eine Mischung aus jungen Leuten auf dem Weg nach oben und alten Leuten auf dem Abstieg. Dazwischen ein paar vom Schlag O'Connells, die hier Zwischenstation machten, auf dem steilen Weg bergab. Es war eine Kleinigkeit gewesen, mithilfe eines Freundes bei der State Police O'Connells Namen durchlaufen zu lassen und auf diese Weise an das Register zu kommen, das auf den Knien liegen hatte, einschließlich der spärlichen Informationen zu seinem Hintergrund und den aktenkundigen Adressen. Jetzt brauchte er vorerst nur noch ein gutes Foto von der Zielperson. Auf dem Beifahrersitz lag eine moderne Digitalkamera mit Teleobjektiv, das wichtigste Werkzeug des Privatdetektivs. Murphy war Mitte fünfzig, in der Lebensphase, in der die Angst vor dem Altwerden beginnt. Er war kinderlos, geschieden. Was er am meisten vermisste, waren die Jahre als junger Mann im engen Uniformkragen auf dem Massachusetts Turnpike hinter dem Lenkrad eines Streifenwagens, als er routinemäßig im Akkord arbeitete und seinen Kreislauf mit Kaffee und Adrenalin hochpeitschte. Er vermisste auch seine Zeit bei der Mordkommission. Doch er war klug genug, um zu begreifen, dass er sich zu viele Feinde gemacht hatte, um dort das Pensionsalter zu erreichen. Er schmunzelte. Sein ganzes Leben lang hatte er gewusst, wie man den Kopf im letzten Moment aus der Schlinge zieht. Als er nach einem Jahr State Police bei einer Verfolgungsjagd seinen Streifenwagen zu Schrott fuhr, hatte er nur ein paar Kratzer davon getragen, während für die reichen, betrunkenen Kids in Daddys BMW, die er gejagt hatte, jede Hilfe zu spät kam. Bei einer mitternächtlichen Schießerei mit einem bis zur Besinnungslosigkeit vollgekoksten Drogendealer hatte der Mann das Magazin einer neun Millimeter in seine Richtung leer geballert und damit die Hauswand hinter ihm perforiert. Die einzige Kugel, die er selbst mit geschlossenen Augen auf den Mann abgefeuert hatte, war ein Volltreffer in die Brust gewesen. Er hatte sich bei so vielen Situationen retten können, dass er sich nicht einmal mehr an alle erinnern konnte, einschließlich einer Begegnung mit einem mehrfachen Mörder, der ein Schlachtmesser in der einen Hand und ein neunjähriges Mädchen an der anderen hielt, während die Leiche seiner Exfrau zu seinen Füßen lag und die seiner Schwiegermutter in einer Blutlache auf dem Küchenboden. Für die Festnahme hatte Murphy eine Auszeichnung bekommen. Eine Belobigung wie auch eine Drohung seitens des Mörders, der schwor, ihn sich als nächstes vorzuknüpfen, falls er je wieder auf freien Fuß kommen sollte, was nicht allzu wahrscheinlich war. Für Matthew Murphy war die Anzahl an Drohungen, die er auf sich gezogen hatte, ein präziser Gradmesser für seine Leistung. Es waren zu viele, um sie zu zählen. Michael O'Connell war bestenfalls nur lästig. Er atmete tief durch und überflog noch einmal die Unterlagen auf der Suche nach Anzeichen dafür, wie man den Karl einschüchtern konnte. Das jedenfalls war die grobe Richtung, die er Sally Freeman Richards vorschlagen würde. Er würde dem Burschen, flankiert von ein paar alten Kumpeln bei der State Police, nach deren Dienstschluss einen nächtlichen Besuch abstatten. Inoffiziell, aber doch mit so viel Drohpotenzial wie möglich, und da brachten sie einiges auf. Sie würden ihn sich ein bisschen zur Brust nehmen und ihm anschließend die einstweilige richterliche Verfügung präsentieren. O'Connell sollte dann dämmern, dass er sich mit seiner Verfolgung von Freeman Richards Tochter weit mehr Ärger einhandelte, als die Sache wert war. Und er sollte keinen Zweifel daran hegen, dass der Ärger in diesem Fall den Namen Matthew Murphy trug. Er grinste. Das sollte die Sache wohl regeln. Zu seiner Zeit hatte er es mit ein paar richtig ausgerasteten Stalkern zu tun gehabt. Typen, auf die eine Drohung mit vorgehaltener Waffe wenig Eindruck gemacht hätte. Pitbulls, die durch einen Feuersturm laufen würden, um an die Person heranzukommen, von der sie besessen waren. Doch O'Connell schien im Grunde nur ein kleiner Ganove zu sein, und mit dem Schlag kannte er sich nun wirklich aus. Was er allerdings nach allem, was er über Michael O'Connell gelesen hatte, nicht begreifen konnte, war, wieso dieses miese kleine Stück Dreck glaubte, Leuten wie Sally Freeman Richards und ihrer Tochter Ärger machen zu können. Murphy schüttelte den Kopf. Er hatte schon mehr als einen Mordfall gehabt, bei dem ein verlassener Freund oder Ehemann an einer armen Frau, die nichts weiter getan hatte, als ihren Willen durchzusetzen, seine Wut ausgelassen hatte. Murphy fühlte sich mit jedem, der sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu lösen hoffte, automatisch solidarisch. Dabei blieb ihm allerdings ein Rätsel, woher diese Leidenschaft kam. Bei den Fällen, die er im Lauf der Jahre bearbeitet hatte, war er zu dem Schluss gekommen, dass möglicherweise Liebe der dümmste Grund ist, um seine Freiheit, seine Zukunft und in manchen Fällen sogar sein Leben wegzuwerfen. Murphy blickte erneut zur Haustür hinüber. »Na komm schon, Kleiner«, sagte er laut, »lass dich mal anschauen. Ich hab meine Zeit nicht gestohlen.« Wie auf Kommando bewegte sich etwas am Eingang zu O'Connells Mehrfamilienhaus, und als Murphy sich vorbeugte, um besser zu sehen, erkannte er auf Anhieb das Gesicht von dem drei Jahre alten Polizeifoto wieder. Er schnappte sich die Kamera und richtete sie auf O'Connells Gesicht. Zu seiner Überraschung blieb O'Connell einen Moment stehen und schaute fast in seine Richtung. Blitzschnell machte er ein halbes Dutzend Schnappschüsse hintereinander. »Hab dich«, freute er sich laut und grinste. »Hast mir die Sache leicht gemacht.« Dabei bedachte Murphy allerdings nicht, dass dasselbe umgekehrt galt. Der Anruf war für Scott ein leichtes gewesen, auch wenn dies anschließend ein bisschen Organisation nach sich zog. Er hatte den Football-Trainer in seinem Büro erreicht, wo er gerade mit dem für die Abwehr zuständigen Mitarbeiter die Spielpläne durchging. Scott war dem Mann verschiedentlich bei geselligen Anlässen begegnet, und er legte Wert darauf, so viele Spiele wie möglich zu sehen. »Coach Warner? Scott Freeman?« »Scott! Schön von Ihnen zu hören. Bin allerdings im Moment ziemlich beschäftigt. Mit einer ungeheuer raffiniert ausgeklügelten Abwehrstrategie, die den Feind vollkommen aus dem Konzept bringen soll, sodass nur noch ein einziges Häufchen kleinmütige Stümper übrig bleibt?«, fragte Scott. Der Trainer lachte. »Sie sagen es. Wir geben uns erst zufrieden, wenn der Gegner dem Nervenzusammenbruch nahe ist. Aber deswegen rufen Sie nicht an. Ich wollte Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Ein bisschen Muskelkraft.« »Muskelkraft haben wir reichlich. Allerdings auch Seminare und Training. Die Jungs sind ziemlich eingespannt.« »Wie sieht's denn mit Sonntag aus? Ich brauch zwei, vielleicht drei Jungs. Nur ein paar schwere Sachen zu heben, wofür ich sie großzügig und bar bezahlen würde.« »Sonntag? Was würde gehen? Was sind das für schwere Sachen?« »Es geht um den Auszug meiner Tochter aus ihrer kleinen Wohnung in Boston. Und ich muss ihre Sachen einlagern. Und zwar möglichst schnell.« »Endlich mal eine Aufgabe, der wir schlichten Football-Typen uns gewachsen fühlen«, entgegnete der Trainer lachend. »Geht klar. Ich höre heut beim Training mal nach, ob's Freiwillige gibt, und schick sie morgen bei Ihnen vorbei.« Die drei jungen Männer, die sich am nächsten Morgen in seinem Büro blicken ließen, waren durchweg kräftig gewachsen und erpicht darauf, ein bisschen was nebenbei zu verdienen. Scott erklärte ihn kurz und bündig, dass es darum ging, am Sonntagmorgen einen Kleintransporter zu leihen, nach Boston zu fahren, alles in Kartons zu packen und zu einem Speditionslager außerhalb der Stadt zu bringen, mit dem er bereits alles geregelt hätte. »Das muss sofort passieren«, sagte Scott. »Lieber gestern als heute.« »Wieso so eilig?«, fragte einer der Jungs. Scott hatte mit der Frage gerechnet und sich eine Antwort zurechtgelegt. Meine Tochter hat in Boston mit dem Graduiertenstudium angefangen. Vor einiger Zeit hatte sie sich um ein Auslandsstipendium beworben. Niemand hatte mehr damit gerechnet, dass etwas dabei rauskommt, aber siehe da, dieser Tage kam der positive Bescheid. Allerdings zeitlich gebunden. Kurz gesagt geht sie für ein halbes bis dreiviertel Jahr nach Florenz, um die Kunst der Renaissance zu studieren. Sie muss in wenigen Tagen im Flieger sitzen, und ich habe keine Lust, länger als nötig die Miete zu zahlen. Die Kaution kann ich mir, wie es aussieht, sowieso abschminken. Naja, was soll's.« Seufzte er und setzte sich dabei gehörig in Szene. »Wenn man auf Märtyrer und geköpfte Propheten steht, dann ist man da wohl genau richtig. Hab allerdings das Gefühl, dass Begriffe wie Job oder Karriere für meine Tochter derzeit Fremdwörter sind.« Darüber mussten die jungen Leute lachen, da sie diese Einstellung durchaus teilten. Sie trafen alle Vorkehrungen, und Scott verabredete sich für Sonntagmorgen mit ihnen. Er hegte die vage, wenn auch nicht aus der Luft gegriffene Vermutung, dass sich jemand Bestimmtes, so er denn die drei Möbelpacker sah, lebhaft für die Geschichte interessieren würde, die Scott mit Bedacht ausgestreut hatte. Ashley fühlte sich ein bisschen lächerlich. Sie hatte Sachen für eine Woche in ihren Matchbeutel gestopft und Kleider für eine weitere Woche in einen Koffer mit Rädern gepackt. Tags zuvor war der Zusteller von Federal Express mit einem Paket von ihrem Vater an ihrer Tür erschienen. Es enthielt zwei Reiseführer zu italienischen Städten, ein englisch-italienisches Wörterbuch sowie drei große Bildbände über die Kunst der Renaissance. Zwei davon besaß sie bereits. Außerdem fand sie in dem Päckchen ein von seinem eigenen College herausgegebenes Handbuch mit dem Titel »Wegweiser zum Auslandsstudium«. Er hatte einen kurzen Brief verfasst, für den er mit dem Computer den ehrfurchtgebietenden Briefkopf des fiktiven »Institute for the Study of Renaissance Art« entworfen hatte, und er sie zu dem Studienprogramm willkommen hieß sowie eine Kontaktadresse für ihre Ankunft in Rom enthielt. Die war sogar echt. Sie gehörte einem Professor der Universität von Bologna, dem Scott einmal auf einer Historikerkonferenz begegnet war und der, wie er wusste, gerade ein Sabbatjahr in Afrika verbrachte. Er glaubte nicht, dass Michael O'Connell ihn würde auftreiben können. Und selbst wenn, die Mischung aus Fiktion und Wirklichkeit würde ihn zumindest verwirren. Das war, fand Scott, ein kluger Schachzug. Diesen Brief sollte Ashley wie aus Versehen in ihrer Wohnung liegen lassen. Seine weiteren Instruktionen an sie waren detailliert und, wie sie fand, ein wenig zu viel des Guten, doch sie hatte ihm versprochen, sie genau zu befolgen. Nichts von dem, was er sich überlegt hatte, war wirklich falsch, sondern durchaus folgerichtig, denn wenn sie ihr Ziel erreichen wollten, mussten sie zu einigen Täuschungsmanövern greifen. Einer der Reiseführer sollte in einer Außentasche ihrer Tasche stecken, und zwar so, dass der Titel herausragte und jemand, der zufällig an diesem Gepäckstück vorbeilief, ihn nicht übersehen konnte. Die anderen Bücher sollte sie in der Wohnung zurücklassen, damit sie mit den übrigen Sachen verpackt würden, wobei Scott ihr allerdings einschärfte, sie an einer auffälligen Stelle auf ihrem Schreibtisch oder Nachtschrank zu deponieren. Bevor sie ihr Telefon abmeldete, sollte sie sich ein Taxi rufen. Wenn es eintraf, sollte sie ihre Wohnung abschließen und den Schlüssel auf den Türsturz legen, wo die Football-Möbelpacker ihn leicht finden würden. Ashley sah sich in der kleinen Wohnung um, die für sie so etwas wie ein Zuhause gewesen war. Die Poster an den Wänden, die Topfpflanzen, der schmuddelig-orangefarbene Duschvorhang waren ihr erstes persönliches Eigentum gewesen, und sie war erstaunt, wie sehr sie plötzlich an den einfachsten Dingen hing. Manchmal hatte sie das Gefühl, noch nicht so recht zu wissen, wer sie war und was für ein Mensch sie werden wollte. Doch diese Wohnung war so etwas wie ein erster Schritt in diese Richtung gewesen. »Verfluchter Hund«, sagte sie laut und ersparte sich, den Namen auszusprechen. Sie betrachtete den handschriftlichen Zettel ihres Vaters. »Na schön«, dachte sie. »Bringen wir's zu Ende.« Dann ging sie zum Telefon und rief sich ein Taxi. Nervös wartete sie im Flur hinter der Haustür, bis der Wagen kam. So wie ihr Vater geraten hatte, trug sie eine Sonnenbrille und eine Strickmütze auf dem Kopf und hatte den Kragen ihrer Jacke hochgeschlagen. »Du musst wie jemand aussehen, der nicht erkannt werden und abhauen will«, hatte er geschrieben. Sie war sich nicht sicher, ob sie ein Stück auf der Bühne aufführte oder sich vernünftig benahm. Als das Taxi vor ihrem Gebäude hielt, trat sie eilig durch die Tür und legte den Schlüssel an die vereinbarte Stelle. Dann stürzte sie mit gesenktem Kopf, ohne nach rechts und links zu gucken, so hastig und verstohlen nach draußen, wie sie konnte, während sie davon ausging, dass Michael O'Connell irgendwo stand und sie sah. Es war früher Nachmittag, und die blendende Sonne warf ihre Strahlen zwischen die Schatten der schmalen Nebenstraßen. Sie schwang ihren Koffer und die Reisetasche auf den Sitz und stürzte hinterher. »Logan«, sagte sie, »International Abflugterminal«. Dann zog sie den Kopf ein und machte sich klein, als wollte sie sich verstecken. Am Flughafen gab sie dem Fahrer ein bescheidenes Trinkgeld und erklärte betont »Italien, ich fliege nach Florenz, ich studiere im Ausland«. Ob er allerdings ein einziges Wort verstanden hatte, konnte sie nicht sagen. Sie rollte ihr Gepäck in die Abflughalle und durchquerte sie zum Takt der startenden und landenden Jets über der Hafenbucht. Bei den verschiedenen Reihen, die sich am Check-in gebildet hatten, herrschte eine gewisse Hektik. Ein aufgeregtes Schnattern in allen möglichen Sprachen hing in der Luft. Sie blickte zum Ausgang, dann drehte sie sich abrupt nach rechts und steuerte die Fahrstühle an, wo sie auf eine Menschentraube stieß, die mit einem Ehrlingesflug aus Shannon eingetroffen war, allesamt Rotschöpfe mit weißer Haut, die schnell und mit Akzent munter durcheinanderredeten. Sie trugen die nicht zu übersehenden grün-weißen Streifen von Celtic und waren auf dem Weg zu einer großen Familienfeier in South Boston. Ashley fand an der Rückseite des Aufzugs ein bisschen Platz und öffnete hastig ihre Tasche. Sie stopfte ihre Strickmütze, die Fleecejacke und Sonnenbrille hinein und zog eine rotbraune Baseballkappe des Boston College sowie einen braunen Ledermantel heraus. Blitzschnell kleidete sie sich um und war dankbar dafür, dass die Mitfahrenden sich offenbar nichts dabei dachten. In dem dritten Stock stieg sie Richtung Parkhauszugang aus. Auf dem grauen, düsteren Parkgelände, wo es nach Öl stank und von quietschenden Reifen auf den kreisrunden Rampen widerhallte, lief sie zügig zu den Inland-Terminals hinüber. Dann folgte sie den Schildern zur Busverbindung Richtung U-Bahn-Station. Im U-Bahn-Abteil befand sich nur ein halbes Dutzend Menschen und Michael O'Connell war nicht darunter. Es bestand keine Gefahr, dass er ihr folgte. Jetzt nicht mehr. Allmählich kam bei ihr sowas wie freudige Erregung auf und ein berauschendes Gefühl der Freiheit. Ihr Herz schlug höher und ihr wurde bewusst, dass sie lächelte. Vermutlich zum ersten Mal seit Tagen. Dennoch hielt Ashley sich streng an die Instruktionen ihres Vaters und räumte innerlich ein, sie mögen verrückt sein, aber sie scheinen zu funktionieren. Sie stieg in der Congress Street aus und lief, immer noch mit ihrem doppelten Gepäck, die wenigen Häuserblocks bis zum Kindermuseum. Hinter der Eingangstür gab es eine Stelle, an der sie ihre Taschen aufgeben und ein Einbahnticket lösen konnte. Dann begab sie sich in das verschlungene Labyrinth des Museums und wanderte vom Legoraum zum naturwissenschaftlichen Teil, wo sie ein Heer von kichernden, lebhaften Kindern mit ihren Eltern oder Lehrern umgab. Als sie inmitten des aufgeregten, fröhlichen Lärms verharrte, begriff sie plötzlich die Logik ihres Vaters. Trotz der verwinkelten Anlage, der Treppen und Rutschen, hätte sich O'Connell an diesem Ort nicht verstecken können. Man hätte ihm sofort angesehen, dass er hier nicht hingehörte, wohingegen Ashley problemlos als Kindergärtnerin oder Babysitter durchging, die sich mühsam ihren Weg durch die Menge der Besucher bahnte. Sie sah auf die Uhr und hielt sich weiterhin an den Plan. Exakt um 16 Uhr holte sie ihr Gepäck wieder ab und stieg unverzüglich in eines der Taxis, die draußen warteten. Diesmal suchte sie sorgsam die Straße nach Michael O'Connell ab. Das Museum lag in einem ehemaligen Lagerhausviertel und die breite Straße war in beide Richtungen gut zu überschauen. Sie erkannte, wie genial sie den Schauplatz ausgesucht hatten. Kein Versteck, keine dunklen Gassen, Bäume oder schattigen Winkel. Ashley lächelte zufrieden und bat den Fahrer, sie zur Peter Pan Bushaltestelle zu bringen. Der Mann murrte, das sei eine zu kurze Strecke, aber das war ihr egal. Zum ersten Mal seit Tagen war sie befreit von dem Gefühl, beobachtet zu werden. Als sich das Taxi seinen Weg durch das südliche Boston bahnte, summte sie sogar leise vor sich hin. Für einen Bus, der in weniger als zehn Minuten abfahren sollte, kaufte sie einen Fahrschein nach Montreal. Er machte Station in Brattleboro, Vermont, bevor er nach Kanada weiterfuhr. Sie würde lediglich ein gutes Stück vor ihrem gebuchten Reiseziel aussteigen. Und sie freute sich darauf, Catherine wiederzusehen. Als sie in den Bus stieg, schlug ihr ein Gestank nach Abgasen und Schmieröl entgegen. Es war bereits dunkel und grelle Neonstreifen glitzerten an der silbrigen Karosserie des Busses. Ganz hinten fand sie ein Fensterplatz. Ein Moment lang starrte sie in das zunehmende Dunkel und staunte, dass sie sich nicht unsicher fühlte, sondern beinahe frei. Und als der Fahrer die Tür schloss und knirschend die Gänge einlegte, um rückwärts aus der Parkbucht zu fahren, schloss sie die Augen und lauschte auf den Rhythmus des Motors, während sie zügig durch die Straßen des Stadtzentrums Richtung Highway fuhren. Es war früher Abend, doch kaum hatten sie die City hinter sich gelassen, fiel Ashley in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Die Sonne schien unbarmherzig. Es war einer dieser Tage, an denen sich die stehende, aufgeheizte Luft zwischen den Hügeln staute, als sich ein paar Häuserblocks vor Matthew Murphys Büro anhielt. Über dem Bürgersteig hing ein Schleier flirrender, warmer Luft. In vielen älteren Städten Neuenglands sieht man leicht, wo in der Zeit der Rekonstruktion nach dem Bürgerkrieg das Geld ausgegangen war, wo die Politiker nur auf Stimmenfang aus waren und wenig Gegenleistung erbrachten. Nur ein Häuserblock von den gehobenen Geschäftshäusern entfernt wirkt alles deutlich schäbiger, heruntergekommener. Es ist noch kein richtiger Verfall, so wie ein Zahn von innen her fault, sondern eher eine Art Resignation. Der Straßenzug, in dem ich sein Büro zu finden hoffte, war vielleicht noch eine Spur ärmlicher als einige andere. An der Ecke warb eine dunkle, höhlenartige Bar unter einer Neon-Reklame von Budweiser Bier auf einem handbeschrifteten Schild mit »Oben ohne, rund um die Uhr«. Gegenüber lag eine kleine Bodega, in deren Regalen sich Chips, Früchte, Malzgetränk und Lebensmittel in Dosen stapelten, während die Ladentür eine Flagge von Honduras zierte. Die übrigen Gebäude reiten sich in das Einerlei der Klinkerbauten ein, wie sie in jeder Großstadt allgegenwärtig sind. Ein Streifenwagen fuhr langsam an mir vorbei. Ich fand den Eingang zu Murphys Gebäude etwa in der Mitte des Blocks. Es war ein unauffälliger Bau mit einem einzigen Fahrstuhl neben einem Schild, auf dem über zwei Geschosse verteilt vier Büros ausgewiesen waren. Murphy hatte seins gegenüber einer Außenstelle des Sozialamts. Neben seiner Tür hing ein billiges schwarzes Holzschild mit seinem Namen und darunter in goldenen Lettern sein Gewerbe. Vertrauliche Ermittlungen jeglicher Art. Ich wollte die Tür mit der Hand aufdrücken, doch sie war verschlossen. Ich versuchte es noch ein paar Mal, dann klopfte ich laut. Es kam keine Antwort. Ich klopfte wieder und fluchte ein paar Mal leise. Als ich zurücktrat und bei dem Gedanken, dass ich einen ganzen Tag damit vergeudet hatte, hierherzufahren und den Kopf schüttelte, ging gegenüber die Tür des Sozialamts auf, und eine Frau im mittleren Alter erschien mit einem Stapel Akten auf dem Arm. Als sie mich sah, seufzte sie und sagte prompt, »da ist keiner mehr.« »Sind die umgezogen?« »Wenn Sie es so nennen wollen«, erwiderte sie, »hat in der Zeitung gestanden.« Ich sah sie erstaunt an, und sie runzelte die Stirn. »Sie haben geschäftlich mit Mr. Murphy zu tun?« »Ich hätte ein paar Fragen an ihn,« erklärte ich. »Nu ja«, meinte sie steif. »Ich kann Ihnen seine neue Adresse nennen. Ist nur ein paar Straßen weiter.« »Großartig«, sagte ich. »Wo ungefähr?« Sie zuckte die Achseln. »Auf dem Friedhof Riverview.« Er ermahnte sich zur Ruhe. Das fiel Michael O'Connell schwer. Gewöhnlich funktionierte er besser mit einer gewissen Wut im Bauch, die sein Urteilsvermögen inspirierte und ihn mit sicherem Instinkt in eine Richtung trieb, die ihm Befriedigung verschaffte. Eine Schlägerei, eine Beleidigung, eine Obszönität, diese alles waren Gelegenheiten, die er fast genauso genoss, wie Pläne zu schmieden. Es gab nicht viel, das so reizvoll war, wie vorauszusagen, was jemand als nächstes tun würde und dann demjenigen dabei zuzusehen, wie er es tat. Er hatte Ashley beobachtet, als sie aus ihrem Gebäude in das Taxi gestürmt war, und hatte sich das Unternehmen sowie die Nummer gemerkt. Er war nicht überrascht, dass sie weg wollte. Wegzulaufen war bei Leuten wie Ashley und ihrer Familie die natürlichste Reaktion, sagte er sich. Er hielt sie für Feiglinge. Er rief beim Fahrdienstleiter der Taxizentrale an, gab dem Mann die Nummer des Wagens durch und erklärte, er habe eine Brille auf dem Bürgersteig gefunden, die der jungen Dame offenbar heruntergefallen sei. Ob er sie ihr irgendwie zurückgeben könne. Der Fahrdienstleiter hatte einen Moment gezögert, während er die Liste seiner Funkrufe durchging. »Ähm, ich glaube, da ist nichts zu machen.« »Wieso nicht?« hatte O'Connell gefragt. »Die Fahrt ging zum Flughafen Logan, internationales Abflugterminal«, lautete die Antwort. »Schmeißen Sie sie weg, oder bringen Sie sie zu so einer Sammelstelle von der Caritas.« »Na ja«, sagte O'Connell, damit es locker klang. »Da wird jemand nicht allzu viel von den Sehenswürdigkeiten haben, wo immer die Dame ihren Urlaub verbringt.« »Pech für Sie«, meinte der Fahrdienstleiter. Das war stark untertrieben, fand Michael O'Connell, während er innerlich kochte. Jetzt war er einen halben Block von ihrer Wohnung entfernt auf dem Posten und sah drei jungen Männern dabei zu, wie sie Kartons aus ihrem Gebäude trugen. Auf der Straße parkte in zweiter Reihe ein mittelgroßer Kleintransporter, und sie hatten es offenbar eilig, den Job zu erledigen und abzuhauen. Wieder schärfte O'Connell sich ein, Ruhe zu bewahren. Er machte ein paar Lockerungsübungen mit den Schultern, deren Muskeln sich verspannt hatten, und ballte ein halbes Dutzend Mal die Fäuste, um sie zu entkrampfen. Dann schlenderte er gemächlich die Straße entlang bis zu der Stelle, an der die drei beschäftigt waren. Einer der Jungs trug zwei Bücherkästen, auf denen er zusätzlich eine Lampe balancierte, als O'Connell an den Eingangsstufen erschien. Der Karl schwankte ein wenig unter dem Gewicht. »Hey, geht's rein oder raus?«, fragte O'Connell. »Es ist ein Auszug,«, erwiderte der Junge. »Warte, ich nimm dir was ab,« bot O'Connell ein und schnappte sich die Lampe, bevor sie auf den Bürgersteig fiel. Er war wie elektrisiert, als er die Finger um den Metallfuß legte, als berührte er nicht nur einen Gegenstand, der Ashley gehörte, sondern ihre Haut. Er merkte, wie er die Lampe streichelte, und erinnerte sich genau, wo sie in der Wohnung auf dem Nachttisch gestanden hatte. Er sah im Geiste vor sich, wie sie einen Lichtkegel über ihre Kurven warf. Sein Atem beschleunigte sich, und er hatte fast einen Anflug von Schwindel, als er sie dem Möbelpacker wiedergab. »Danke,« antwortete der Junge und zwängte das Utensil respektlos in eine Lücke im Laster. »Bleiben nur noch der verfluchte Schreibtisch, das Bett und ein, zwei Läufer, dann wär's geschafft.« O'Connell schluckte schwer und deutete auf eine rosa Tagesdecke. Er wußte noch genau, wie er sie in jener Nacht mit den Füßen weggeschoben hatte, bevor er sich über sie beugte. »Das sind nicht eure Sachen?« »Nein«, der Junge streckte den Rücken. »Wir machen den Umzug für die Tochter eines Professors, werden ziemlich gut bezahlt.« »Nicht schlecht«, sagte O'Connell langsam, als habe er an jedem Wort zu kauen. Er hatte große Mühe, sich den Anschein beiläufiger Neugier zu geben. »Das muss das Mädchen sein, das auf dem zweiten Stock wohnt. Ich wohne da drüben.« Er deutete vage auf ein paar Gebäude. »Die ist ziemlich sexy. Geht sie aus Boston weg?« »Florenz, Italien«, sagt der Mann, »hat ein Auslandsstipendium bekommen.« »Nicht schlecht, alle Achtung. Kannst du laut sagen.« »Na ja, dann noch viel Spaß mit dem Zeug.« O'Connell winkte und schlenderte davon. Er überquerte die Straße und fand einen Baumstamm, an den er sich lehnen konnte. Er atmete hastig und tat nichts gegen den eisigen Druck, der sich in ihm aufbaute. Er sah zu, wie Ashleys Möbel Stück für Stück im Kleinlaster verschwanden, und fragte sich, ob das, was er da sah, vielleicht nur Einbildung war. Er fühlte sich wie vor einer Kinoleinwand, auf der alles real zu sein scheint, es aber nicht ist. Eine Taxifahrt zum internationalen Flughafen Logan. Ein Trio College-Studenten, die an einem stillen Sonntagmorgen Ashleys Sachen packten. Ein Privatdetektiv mit einer Adresse in Springfield, der gegenüber seinem eigenen Wohnhaus parkte und ihn fotografierte. Michael O'Connell wusste, dass das irgendwie zusammenpasste. Er konnte sich nur noch nicht vorstellen, wie. Nur über eines war er sich sicher. Falls Ashleys Leute glaubten, sie könnten sie mit einem Flugzeugticket aus seiner Reichweite schaffen, dann lagen sie gründlich falsch. Damit machten sie die Sache für ihn nur noch bedeutend interessanter. Er würde sie finden, und wenn er dafür nach Italien fliegen musste. Niemand bestiehlt mich, flüsterte er. Niemand nimmt mir weg, was mir gehört. Catherine Fraser zog die Fleecejacke ein wenig enger um sich und sah zu, wie ihr Atem kleine Dampfkringel bildete. Die Luft war schon jetzt empfindlich kalt und kündete von noch strengeren Nächten. So ist Vermont nun mal, dachte sie. Es warnt einen vor dem, was kommt, vorausgesetzt, man achtet darauf. Ein kalter Geschmack dunklen Himmels auf den Lippen und ein taubes Gefühl in den Wangen. Über ihr das Knarren in den Bäumen und morgen früh eine hauchdünne Eisschicht auf den Teichen. In den kommenden Tagen wird es Schauer geben. Sie nahm sich vor, nachzusehen, wie viel Brennholz sie hinter dem Haus gestapelt hatte. Sie wünschte sich, Menschen so gut deuten zu können wie das Wetter. Der Bus aus Boston hatte ein wenig Verspätung, und statt drinnen bei der Kegelbahn oder im Restaurant zu warten, war sie ins Freie hergetreten. Grelles Licht machte sie seltsam nervös. Sie fühlte sich im Schatten und im Nebel wohler. Sie freute sich auf das Wiedersehen mit Ashley, auch wenn sie, wie immer, ein wenig hilflos überlegte, als was sie ihren Besuch vorstellen sollte. Ashley war nicht ihre Enkeltochter und auch keine Nichte. Sie gehörte nicht durch Adoption zur Familie, auch wenn das der Sache am Nächsten kam. Vermonter mischten sich normalerweise nicht in andere Leute Privatangelegenheiten ein, sondern hielten es mit der alten Weisheit von Neuengland. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Trotzdem würden die Frauen ihrer Kirche und die Leute hinter der Theke des Gemischtwarenladens oder im Haushaltswarengeschäft oder auch sonst überall, wo man sie seit Ewigkeiten kannte, ihre Fragen stellen. Hier oben hatten sie alle feine Antennen für die kleinsten Anzeichen von Scheinheiligkeit. Und die Tatsache, dass sie die Tochter der Lebensgefährtin von Hope bei sich zu Hause willkommen hieß, während sie diese Beziehung nicht gutheißen konnte, mochte für Zündstoff sorgen. Catherine legte den Kopf zurück und ließ den Blick über den schwarzen Baldachin schweifen. Sie fragte sich, ob man so viele widersprüchliche Gefühle in sich vereinen konnte, wie es Sterne am Himmel gab. Ashley war noch ein Kind gewesen, als sie in Catherines Leben trat. Sie dachte an ihre erste Begegnung und mußte unwillkürlich schmunzeln. Ich hatte zu viele Sachen an, erinnerte sie sich. Es war heiß, aber ich trug einen wollenen Rock und Pullover. Wie dumm von mir! Ich muß auf sie gewirkt haben, als wäre ich hundert Jahre alt. Catherine war steif, ja, aber witzig förmlich gewesen und hatte der Elfjährigen die Hand hingestreckt, als Ashley ihr vorgestellt wurde. Doch das Kind hatte sie vom ersten Moment an bezaubert. Und so rührte der Waffenstillstand mit ihrer eigenen Tochter sowie der höfliche Anschein, den sie gegenüber deren Lebenspartnerin, sie hasste das Wort, es klang so geschäftsmäßig, warte, entscheidend von ihrer Zuneigung zu Ashley her. Sie hatte wilde Kindergeburtstage und entsetzlich nasse Fußballspiele besucht, und Ashley bei einer Highschool-Theater Aufführung als Julia bewundert. Auch wenn sie es gehasst hatte, sie auf der Bühne sterben zu sehen. Sie hatte abends auf ihrer Bettkante gesessen, als mit Ashleys erstem Freund Schluss war und die fünfzehnjährige sich die Augen ausheulte, und sie war in rasantem Tempo, viel schneller als sonst, gefahren, um Ashley in ihrem Abschlussballkleid zu fotografieren. Sie hatte Ashley gepflegt, als sie die Grippe hatte und Sally bei Gericht eingespannt war. Sie hatte neben ihr auf dem Boden geschlafen und die ganze Nacht auf ihren Atem gelauscht. Sie hatte Ashley gastlich aufgenommen, als sie mit voller Campingausrüstung und ein paar Collegefreunden bei ihr aufgetaucht war, um auf dem Weg in die Green Mountains Halt zu machen. Ein paar Mal hatte sie Ashley in Boston zum Dinner eingeladen, und in besonders glücklicher Erinnerung hatte sie ihren Ausflug in die Metropole, als sie überdachte Tribünenplätze im Fenway-Stadion ergattert hatten. Catherine war unter irgendeinem Vorwand in die Stadt gefahren, obwohl sie in Wahrheit nur Ashley wiedersehen wollte. Sie scharrte mit den Füßen im Schotter des Parkplatzes und wartete auf den Bus, während sie denken musste, dass ihr das Leben zwar die Enkelkinder versagt hatte, die sie sich gewünscht und mit denen sie gerechnet hatte, dass sie mit Ashley dafür aber vom Schicksal gesegnet war. Von dem Moment an, als das Kind schüchtern zu ihr hoch geblinzelt und sie gefragt hatte, »Möchtest du mein Zimmer sehen? Vielleicht können wir ein Buch zusammenlesen«, hatte sie das Gefühl gehabt, mit der Kleinen in eine andere Welt einzutauchen, in der die Enttäuschungen und Schwierigkeiten, die sie mit Hope durchstand, nichts zu suchen hatten. »Verflucht noch mal«, sagte Catherine laut, »kann ein Bus so viel Verspätung haben?« In diesem Moment hörte sie das Schnauben eines großen Dieselmotors, der abbremste, um in eine Kurve zu gehen, und sie sah, wie die Scheinwerfer ins Dunkel des Parkplatzes schnitten. Sie trat eilig vor und dreckte die Arme bereits zum Gruß über den Kopf. Sallys Sekretärin meldete sich über die Gegensprechanlage. »Ich habe ein Mr. Murphy am Telefon. Er sagt, er hätte Informationen für Sie.« »Stellen Sie durch«, sagte Sally. »Hallo, Mr. Murphy, lassen Sie hören.« »Na ja«, vermeldete er in einem weltverdrossenen, zynischen Ton. »Nicht so viel, wie ich noch rauskriegen kann und werde, wenn Sie wollen, dass ich weitermache. Aber ich hatte mir gedacht, dass Sie lieber früher als später den neuesten Stand der Dinge erfahren wollen, wenn man bedenkt, dass diese Ermittlung für Sie von, hm, persönlichem Interesse ist. Das sehen Sie richtig. Wollen Sie zuerst das Fazit oder die Details? Erzählen Sie mir einfach, was Sie herausgebracht haben.« »Also, ich denke, Sie müssen sich nicht die allergrößten Sorgen machen. Natürlich haben Sie Grund zur Sorge, dass Sie mich da bitte nicht falsch verstehen, aber ich will's mal so sagen. Ich hab schon Schlimmeres gesehen.« Sally fühlte eine Woge der Erleichterung. »Okay, das ist gut. Wie wär's, wenn Sie mir alles erzählen würden?« »Na ja, er hat ein Vorstrafenregister. Kein wirklich langes und keins bei dem einem überall rote Lämpchen aufleuchten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber bedenklich genug.« »Gewaltdelikte?« »Auch, aber nichts allzu Ernstes. Schlägereien, sowas in der Art. Seiner Akte nach sind keine Waffen im Spiel. Das ist schon mal gut. Natürlich kann es auch einfach heißen, dass er sich nicht hat erwischen lassen.« »Hören Sie«, fuhr Murphy fort, »dieser O'Connell ist ein übler Bursche. Aber ich denke, wir haben es mit einem Leichtgewicht zu tun. Ich meine, ich hab diesen Typus schon tausendmal gesehen. Und wenn wir ihm zeigen, dass wir keinen Spaß verstehen, knickt so jemand sehr schnell ein. Wenn Sie das Geld aufbringen wollen, kann ich ihm zusammen mit ein paar alten Kumpeln einen kleinen Besuch abstatten und ihm eine Heidenangst einjagen. Ihm stecken, dass er sich mit den falschen Leuten anlegt, dass auf Dauer eine andere Lebenseinstellung seiner Gesundheit vielleicht nicht schaden würde.« »Sie meinen ihm drohen?« »Nein, Ma'am. Und ich würde auf keinen Fall zu Gewaltanwendungen raten.« Murphy legte eine Pause ein, damit die Worte Wirkung zeigten und Sally Zeit hatte, zu begreifen, dass er das genaue Gegenteil meinte. Denn das wäre eine Straftat. Und Sie, als jemand, der bei Gericht tätig ist, würden mich niemals damit beauftragen, gegen jemanden tätlich zu werden. Ich meine vielmehr, dass man ihn einschüchtern könnte. Darum geht es, ums Einschüchtern. Alles ganz streng im Rahmen des Gesetzes. So, wie Sie und ich das Gesetz verstehen. Wir wollen nur sicherstellen, dass er sich gut überlegt, was er tut. Das klingt in der Tat überzeugend. Das würde ich gerne übernehmen. Kostet sie auch nicht zu viel. Nur das übliche Tagegeld und die Reisespesen für mich. Und eine kleine Aufwandsentschädigung für meine Begleiter.« »Also«, sagte Sally in bewusst zögerlichem Ton, »ich bin mir nicht sicher, ob ich mich mit dem Gedanken anfreunden kann, noch jemand anderen zu involvieren. Selbst bei Freunden, auf deren Diskretion bei solchen Angelegenheiten sie sich verlassen können. Besonders, wenn es um einen Staatspolizisten geht, der zu einem späteren Zeitpunkt womöglich gezwungen sein könnte, wahrheitsgemäß vor Gericht auszusagen. Ich versuche nur, vorausschauend zu entscheiden,« fügte sie hinzu, »künftige Eventualitäten mit einzubeziehen. Wir sollten uns keine offenen Flanken erlauben.« Murphy war im Laufe der Jahre zu der Überzeugung gelangt, dass allen Anwälten das Verständnis dafür abging, die Grenze zwischen dem zu sehen, was sich tagtäglich auf der Straße abspielte, und dem, was anschließend von ganz und gar vernünftigen, kühl denkenden Menschen vor Gericht beschrieben wurde. Fast keiner von ihnen ist in der Lage, diesen Unterschied zu erkennen. Zuweilen ein blutiger Unterschied. Er seufzte in sich hinein. »Da sagen Sie was, Frau Anwältin. Aber ich denke, ich kann diese, nun ja, diese Vorkehrungen alleine treffen, ohne jemanden zu involvieren, der derzeit im Polizeidienst tätig ist, falls es das ist, worauf Sie hinaus wollen.« »Das wäre klug.« »Dann soll machen Sie einen Plan, Mr. Murphy, und das ist unser Ausgangspunkt.« »Ich melde mich«, sagte er. Während sie noch den Hörer am Ohr hielt, war die Leitung tot. Sally lehnte sich in ihrem Sessel zurück und fühlte sich zugleich ebenso verunsichert wie beruhigt, was, wie sie wusste, vollkommen unvereinbar war. Es war ein typischer städtischer Friedhof, der in eine vernachlässigte Gegend gelegt worden war, mit einem schwarzen, schmiedeeisernen Zaun rundherum. Ich ließ den Blick von einem grauen Grabstein zum nächsten wandern, von einer Reihe zur anderen, und ging die Namen durch. Den Hügel aufwärts nahm sie an Statur zu. Auf schlichte Granitplatten folgten aufwendige Formen und Gestalten. Auch die eingemeißelten Inschriften wurden länger. Zum Andenken an die geliebte Frau und Mutter oder den hingebungsvollen Vater. Nach allem, was ich über Matthew Murphy erfahren hatte, glaubte ich nicht, dass er unter Posaunengeln begraben lag. Ich lief systematisch die Reihen auf und ab und merkte bald, wie mir das Hemd am Rücken klebte und ein dünner Schweißfilm auf der Stirn stand. Als ich gerade aufgeben wollte, entdeckte ich einen unscheinbaren Stein mit dem Namen Matthew Thomas Murphy über seinen Lebensdaten. Nichts weiter. Ich schrieb mir die Daten auf und blieb einen Moment lang stehen. »Was ist passiert?« fragte ich laut. Nicht einmal ein Lufthauch oder eine Geistervision gab Antwort. Im nächsten Moment wurde mir mit einigem Ärger klar, wer mir auf die Frage Auskunft geben konnte. Ein paar Häuserblocks vom Friedhof entfernt gab es eine Tankstelle und ein Münztelefon. Ich steckte ein paar Münzen ein und wählte ihre Nummer. Als sie sich meldete, nannte ich nicht meinen Namen. »Sie haben mich belogen,« sagte ich gereizt. Sie schwieg und ich hörte, wie sie tief Luft holte. »Inwiefern?« fragte sie. »Lügen ist ein starkes Wort.« »Sie haben mir gesagt, ich soll zu Murphy gehen und mit ihm reden. Und jetzt finde ich ihn nicht in seinem Bürosinnen auf dem Friedhof, wo er fraß für Maden und Regenwürmer ist. Das klingt mir doch ziemlich nach einer Lüge. Was zum Teufel soll das Ganze?« Wieder schwieg sie und wog ihre Worte vorsichtig ab. »Aber was haben sie gesehen?« erkundigte sie sich. »Ich habe einen Grab gesehen, mit einem billigen Stein.« »Dann haben sie nicht genug gesehen,« stellte sie fest. »Was soll's denn da noch zu sehen geben?« Wollte ich gerne wissen. Mit einem Schlag war ihre Stimme kalt, distanziert, beinahe winterlich. »Schauen Sie genauer hin.« »Viel genauer.« »Hätte ich sie ohne Grund dahin geschickt?« »Sie sehen einen Granitstein mit einem Namen und Daten.« »Ich sehe eine Geschichte.« Dann legte sie auf. Er ging davon aus, dass ein zusätzlicher Tag, den er in Michael O'Connell investierte, mehr als angemessen war. Es gab eine Reihe bedeutend schwierigerer Fälle, um die sich Matthew Murphy kümmern musste. Er hatte Fotos von heimlichen Affären zu liefern, Belege für Steuerhinterziehung zu überprüfen, Leute zu beschatten, Leute zu stellen, Leute zu befragen. Er wusste, dass Sally Freeman Richards nicht zu den betuchteren Anwälten in der Gegend zählte. Bei ihr stand kein BMW oder Mercedes-Limousine vor dem Haus, und ihm war klar, dass seine bescheidene Rechnung einen Anstandsrabatt ausweisen würde. Vielleicht war die Gelegenheit, dem Dreckskerl einen gehörigen Denkzettel zu verpassen, zehn Prozent wert. Wann hatte er denn schon mal Gelegenheit, wie in den guten alten Zeiten, einen Typen in die Mangel zu nehmen? Es ging doch nichts über das Vergnügen, den harten Burschen herauszukehren und die alte Pumpe mit einem ordentlichen Adrenalinstoß ordentlich auf Trab zu bringen, dachte er. Er stellte den Wagen zwei Häuserblocks von O'Connells Wohnung entfernt in einem Parkhaus ab, wo er mehrere Decks hochgefahren war, bis er sich unbeobachtet fühlen konnte. Dann öffnete er seinen Kofferraum. Jeweils in einem eigenen Matchbeutel hielt er eine Reihe von Waffen bereit. In der langen roten Tasche befand sich ein vollautomatisches Gewehr, ein Colt AR-15 mit einem 22 Schuss Bananenmagazin. Das gute Stück diente ihm dazu, schnell und zügig den Rückzug anzutreten, wenn es richtig großen Ärger gab, denn die wurde mit jedem Problem fertig. In der kleineren gelben hatte er eine Automatik 380 in einem Schulterhalfter. In einer dritten, schwarzen, verbarg sich ein Revolver 357 mit 15 Zentimeter langem Lauf und Teflonbeschichteten Geschossen, die man Cop-Killer nannte, weil sie durch die bei den meisten Polizeieinheiten üblichen kugelsicheren Westen drangen. Für den anstehenden Auftrag hielt er die 380er für die richtige Wahl. Er konnte noch nicht sagen, ob es genügen würde, sie O'Connell zu zeigen, wozu er nur die Anzugjacke offen zu tragen brauchte. Matthew Murphy war in allen Einschüchterungsmethoden versiert. Er zog sich das Schulterhalfter über, schlüpfte in ein paar dünne Lederhandschuhe und übte ein-, zweimal das altvertraute schnelle Ziehen der Waffe. Als Murphy sich davon überzeugt hatte, dass er noch über die alte Geschicklichkeit verfügte, machte er sich auf den Weg. Eine leichte Brise wirbelte den Dreck zu seinen Füßen auf. Es herrschte noch gerade genügend Tageslicht, um gegenüber O'Connells Gebäude die passende dunkle Stelle zu finden, und als er sich mit dem Rücken an eine Ziegelwand schmiegte, flackerten die ersten Straßenlaternen auf. Zwar hoffte er, dass es nicht zu lange dauern würde, doch er war ein geduldiger Mann und ans Warten gewöhnt. Scott hatte das dringende Bedürfnis, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Auf dem Anrufbeantworter war bereits eine Nachricht von Ashley, die seinen labyrinthischen Anweisungen gefolgt und sicher bei Catherine in Vermont gelandet war. Bei der Entwicklung der letzten Tage konnte er überaus zufrieden sein. Die Footballjungs waren zurückgekehrt, nachdem sie Ashleys Sachen in Medford eingelagert hatten. Dabei hatte Scott erfahren, dass, wie vermutet, ein Mann, dessen Beschreibung auf O'Connell passte, tatsächlich Fragen gestellt und mit einer offensichtlich erfundenen Geschichte verbremt hatte, bevor er weitergezogen war. Doch seine Erkundigungen waren ins Leere gestoßen. Er würde einem Phantom nachjagen. Die Auskünfte würden im Sande verlaufen. »Damit hast du wohl nicht gerechnet, Scheiß Karl«, triumphierte Scott laut. Er stand im kleinen Wohnzimmer seines Hauses und legte auf dem abgewetzten Orientteppich ein Tänzchen hin. Im nächsten Moment griff er nach der Fernbedienung seiner Stereoanlage und drückte so lange auf die Knöpfe, bis Jimi Hendrix mit Purple Haze aus den Lautsprechern donnerte. Als Ashleys klein gewesen war, hatte er ihr den altertümlichen Ausdruck beigebracht, eine Kesse Sohle aufs Parkett zu legen. Und so kam sie damals, wenn er bei der Arbeit war, und fragte, »Können wir eine Kesse Sohle aufs Parkett legen?« Dann brachte er ihr zu seiner Sechziger-Jahre-Musik die alten Modetänze »The Frag«, »The Swim« und den »FSF« bei, die für seinen Geschmack als Erwachsener zu den lächerlichsten Bewegungen gehörten, die sich das Gehirn des Homophaber seit Menschen Gedenken hatten ausdenken können. Dann kicherte sie jedes Mal und armte ihn nach, bis sie mit kindlichen Lachanfällen zu Boden fiel. Doch selbst dann besaß Ashleys noch eine Anmut, die ihn in Erstaunen versetzte. Nie war etwas Unbeholfenes oder Häuptes an ihren Schritten. Für ihn war es immer Ballett gewesen. Er wusste, dass er einfach hingerissen war, so wie es Väter nun einmal mit ihren Töchtern erging, doch er hatte seine Wahrnehmung einer kritischen akademischen Prüfung unterzogen, die ihn darin bestärkte, dass nichts jemals so schön sein konnte wie sein Kind. Scott atmete aus. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Michael O'Connell sie jemals in Vermont vermuten sollte. Jetzt, dachte Scott, mussten sie nur noch einige Zeit verstreichen lassen, in einer anderen Stadt ihr weiteres Studium neu organisieren und Ashle einfach da anknüpfen lassen, wo sie aufgehört hatte. Ein kleiner Rückschlag, vielleicht ein verlorenes halbes Jahr, um größere Probleme abzuwenden. Scott hob den Kopf und sah sich im Wohnzimmer um. Er fühlte sich plötzlich allein und wünschte sich, es wäre jemand bei ihm, mit dem er seine Hochstimmung hätte teilen können. Keine seiner Eroberungen aus jüngster Zeit, mit denen er Essen und auch schon mal ins Bett ging, erfüllte diesen Zweck. Seine eigentlichen Freunde am College waren eingefleischte Akademiker, und er glaubte nicht, dass auch nur einer von ihnen ihm hätte nachempfinden können, was er durchlebte. Nicht eine Sekunde. Er runzelte die Stirn. Der einzige Mensch, dem er sich wirklich mitgeteilt hatte, war Sally gewesen. Und sie würde er jetzt nicht anrufen. Nicht in diesem Moment. Tiefste Verbitterung wallte einen Moment lang in ihm auf. Sie hatte ihn verlassen, um mit Hope zusammenzuziehen. Es war ein klarer Schnitt gewesen. Von einem Moment zum anderen. Taschen und Koffer, die gepackt in der Diele standen, während er um die richtigen Worte rang, obwohl er wusste, dass es die nicht gab. Er hatte gewusst, dass sie unglücklich war. Er hatte gewusst, dass sie sich unerfüllt fühlte und dass Zweifel an ihr nagten. Doch er hatte angenommen, dass Singe mit ihrer Karriere zusammen oder mit einer Art Midlife-Crisis oder auch nur mit der Langeweile der selbstgenügsamen, liberalen, akademischen Welt, in der sie sich zusammen eingerichtet hatten. Das alles war nachvollziehbar. Man konnte darüber diskutieren, es einordnen und begreifen. Völlig unbegreiflich war ihm dagegen, dass alles, was einmal gegolten hatte, mit einem Mal eine Lüge sein sollte. Ein Moment lang stellte er sich Sally mit Hope im Bett vor. Was kann sie ihr geben, das ich ihr nicht geben konnte? fragte er sich und merkte im selben Augenblick, dass dies eine überaus gefährliche Frage war und er die Antwort darauf lieber nicht wissen wollte. Er schüttelte den Kopf. Die Ehe war eine Lüge gewesen, dachte er. Sämtliche Liebesbeteuerungen und der Wunsch fürs Leben zusammenzubleiben waren gelogen. Das einzig Wahre, das aus alldem hervorgegangen war, das war Ashley. Und selbst da war er sich letztlich nicht sicher. Hat sie mich geliebt, als wir sie empfangen haben? Hat sie mich geliebt, als sie mit ihr schwanger war? Wusste Sally bei Ashleys Geburt, dass sie sich selbst etwas vorgemacht hatte? Oder kam das ganz plötzlich? Oder hat sie es die ganze Zeit gewusst und es nur nicht wahrhaben wollen? Er senkte den Kopf und überließ sich der Flut von Bildern, die ihn bedrängten. Wie Ashley am Strand spielt, wie Ashley in den Kindergarten geht, wie Ashley ihm zum Vatertag eine Karte über und über mit Blumen bemalt. Die klebte immer noch an der Wand in seinem Büro. Wusste es Sally während all dieser Momente? Zu Weihnachten und an Geburtstagen, bei Halloween-Kinderfesten und beim Ostereiersuchen? Er wusste es nicht. Doch er wusste, dass der Waffenstillstand, der nach der Scheidung zwischen ihnen herrschte, ebenfalls eine Lüge war, wenn auch eine wichtige, um Ashley zu schützen. Sie hatten von Anfang an erkannt, dass sie die Verletzlichste von ihnen war, dass sie am meisten zu verlieren hatte. Scott und Sally war in all den Tagen, Monaten und Jahren das, was auf dem Spielstand längst abhandengekommen. Er wiederholte in Gedanken den Satz. Sie ist jetzt in Sicherheit. Scott ging zu einem Schränkchen und holte eine Flasche Scotch heraus. Er goss sich etwas davon in ein Glas, nahm einen Schluck, ließ die bittere, bernsteinfarbene Flüssigkeit langsam die Kehle hinunterlaufen und erhob das Glas zu einem spöttischen, einsamen Trinkspruch. »Auf uns«, sagte er, »Auf uns alle, was immer das bedeuten mag.« Auch Michael O'Connell dachte an Liebe. Er stand an einem Tresen und hatte ein Gläschen Schnaps in einen Krug Bier gekippt und leerte ihn in einem Zug, um die Sinne abzustumpfen. Er merkte, wie er innerlich kochte, und ihm wurde klar, dass keine Droge und kein Drink die Spannung dämpfen konnte, die sich in ihm staute. So viel er auch trinken mochte, war er zu einer widerwärtigen Nüchternheit verdammt. Er starrte auf den Krug, der vor ihm auf dem Tresen stand, schloss die Augen und ließ die blanke Wut an seinen Herz wenden und seinen Fantasien scheppernd wiederheilen. Er hasste es, ausmanövriert, kaltgestellt oder für dumm verkauft zu werden. Folglich stand die Bestrafung der Menschen, die ihm das angetan hatten, auf seiner Tagesordnung ganz oben. Wie hatte er nur glauben können, die bescheidenen Internetprobleme, die er ihnen bereitet hatte, würden genügen? Ashleys Familie, das wußte er jetzt, brauchte wohl eine Reihe weitaus ernsterer Lektionen. Sie hatten ihn um etwas betrogen, das sie ihm schuldig waren. Je mehr O'Connell innerlich kochte, wenn er an die Beleidigung dachte, die sie ihm zugefügt hatten, desto mehr malte er sich Ashley aus. Er dachte an ihr rotblondes Haar, das ihr weich und vollkommen um die Schultern fiel. In seiner Vorstellung konnte er jede Einzelheit ihres Gesichts nachzeichnen und wie ein Künstler mit allen Schatten modellieren. Besonders das Lächeln, das sie ihm schenkte. Und die Augen mit diesem einladenden Blick. Seine Gedanken blitten ihren Körper hinab, verweilten an jeder Kurve, die Sinnlichkeit ihrer Brüste, dem sanften Schwung ihrer Hüfte. Er sah im Geist ihre Beine neben sich ausgestreckt. Und während er in das schwummrige Licht der Bar starrte, merkte er, wie ihn seine Fantasien erregten. Er rutschte auf seinem Barhocker hin und her und dachte daran, was für eine ideale Frau Ashleys war. Aber andererseits auch wieder nicht, weil sie diesen Schlag ins Gesicht gegen ihn ausgeheckt hatte, diesen Hieb gegen sein Herz. Während der Alkohol seine Emotionen entfesselte, spürte er, wie die Antwort lauten musste. Keine Zärtlichkeiten, kein tastendes Erkunden, dachte er kalt. Tu ihr weh, so wie sie dir wehgetan hat. Nur so konnte er ihr ganz und gar begreiflich machen, wie sehr er sie liebte. Wieder rückte er sich auf seinem Sitz zurecht. Er war jetzt vollends entbrannt. Einmal hatte er in einem Roman gelesen, dass die Krieger gewisser afrikanischer Stämme sexuell erregt in die Schlacht gezogen waren, um sich, den Schild in der einen Hand, den Speer in der anderen und eine Erektion zwischen den Beinen, auf den Feind zu stürzen. Das gefiel ihm. Er gab sich keine Mühe, die Wölbung in seiner Hose zu kaschieren, als er sein leeres Glas wegschob und von seinem Hocker aufstand. Ein Moment lang hoffte er sogar, dass jemand hinstarren und eine Bemerkung fallen lassen würde. Er wünschte sich in dieser Sekunde nicht so sehr wie eine Prügelei. Doch niemand beachtete ihn. Ein wenig enttäuscht durchquerte er den Raum und trat auf die Straße. Es war Nacht geworden und eine eisige Kälte schlug ihm ins Gesicht. Das bewirkte allerdings wenig, um seine Fantasie abzukühlen. Er stellte sich vor, wie er sich über Ashley beugte, in sie hineinstieß und jede Höhlung, jede Spalte, jeden Zentimeter ihres Körpers für seine eigene Lust ausschöpfte. Er hörte die Laute, die sie von sich gab, und ihm war es gleich, ob sie dabei vor Begierde stöhnte und schrie, oder ob sie vor Schmerz zu schluchzen begann. Liebe und Verletzung, dachte er. Eine Zärtlichkeit und eine Ohrfeige war letztlich dasselbe. Trotz der Kälte öffnete er die Jacke und knöpfte sich das Hemd auf, um sich die kühle Luft über den Körper streichen zu lassen, während er im Gehen den Kopf zurückwarf und gierig Atem holte. Die Kälte richtete gegen das brennende Verlangen nichts aus. Liebe ist wie eine Krankheit, dachte er. Ashley war ein Virus, der sich ungehemmt in seiner Blutbahn ausbreitete. In dieser Sekunde begriff er, dass er nie wieder ohne sie sein würde. Nicht für eine Sekunde seines Lebens. Während er weiter lief, wurde ihm klar, dass er seine Liebe zu Ashley nur unter Kontrolle bringen konnte, indem er Ashley unter seine Kontrolle brachte. Noch nie war ihm etwas so klar gewesen. Michael O'Connell bog um die Ecke in die Straße ein, in der seine Wohnung lag, während in seinem Kopf die Bilder aus Lust und Gewalt in einer gefährlichen Mischung aus Blut und Begierde brodelten. Und so war er nicht so aufmerksam wie sonst, als er hinter sich eine leise Stimme hörte. »Komm mit, O'Connell. Reden wir ein paar Takte.« Er fühlte einen eisernen Griff an seinem Oberarm. Matthew Murphy hatte O'Connell mühelos erkannt, als er durch den Lichtkegel einer Straßenlaterne lief. Er war aus dem Schatten gehuscht und im nächsten Moment hinter ihm gewesen. Murphy war in diesen Methoden versiert, und sein in 25 Jahren Polizeidienst geschulter Instinkt sagte ihm, dass O'Connell ein Neuling war, wenn es um schwere Delikte ging. »Wer zum Teufel sind Sie?«, stammelte O'Connell. »Ich bin dein beschissenster Albtraum, du Arschloch, und jetzt mach schon die Tür auf und lass uns hübsch, still und leise in deine Bruchbude raufgehen, damit ich dir auf halbwegs manierliche Art stecken kann, was Sache ist und wo's für dich lang geht, ohne dass ich gleich Hackfleisch oder Schlimmeres aus dir mache.« »Und das willst du doch nicht, O'Connell, oder?« »Wie nennen dich deine Freunde? O.C.? Oder vielleicht einfach nur Mike?« »Hä?« O'Connell wollte sich aus dem Schraubstock winden. Doch das verstärkte nur den Druck, und so gab er auf. Bevor er antworten konnte, ließ Murphy eine zweite Kanonade fragenlos. »Vielleicht hat Michael O'Connell ja keine Freunde, folglich auch keinen Spitznamen. Weißt du was, Mikey Boy? Ich lass mir selbst was einfallen, während wir hochgehen. Denn glaub mir, du wirst dir wünschen, mich zum Freund zu haben, und zwar mehr, als du dir jemals irgendetwas auf der Welt gewünscht hast. Im Moment, Mikey Boy, gibt es absolut nichts Wichtigeres für dich, als dafür zu sorgen, dass ich dein Freund bleibe. Geht das in deinen Schädel?« O'Connell stöhnte vor Schmerz, als er versuchte, sich weit genug umzudrehen, um Murphy ins Blickfeld zu bekommen. Doch der ehemalige Bulle hielt sich genau hinter ihm und flüsterte ihm ins Ohr, ohne den Druck auf seinen Arm und in den unteren Rücken auch nur einen Moment zu lockern, während er ihn vorwärts schob. »Rein mit dir. Die Treppe hoch, ab in deine Wohnung, Mikey Boy, damit wir in aller Ruhe reden können.« Und so stolperte O'Connell im unnachgiebigen Griff von Matthew Murphy durch die Haustür und zum zweiten Stock hinauf, ohne dass der beißende Spott an seinem Ohr auch nur einen Moment verstummte. Als sie O'Connells Tür erreichten, packte Murphy noch fester zu, und der alte Hase spürte, wie sein Opfer vor Schmerz zusammenzuckte. »Und noch was, Mikey Boy. Wenn wir Freunde sein sollen, dann darfst du mich nicht wütend machen. Dann solltest du alles daran setzen, dass ich nicht die Beherrschung verliere. Sonst zwingst du mich vielleicht, etwas zu tun, das du hinterher bereust, wenn du noch Gelegenheit hast, etwas zu bereuen, was ich sehr bezweifeln möchte. Verstehst du? Und jetzt hübsch langsam die Tür auf, wenn ich bitten darf.« Als O'Connell es geschafft hatte, den Schlüssel aus seiner Tasche zu holen und ins Schloss zu stecken, warf Murphy einen Blick in den Flur und sah die nachbarliche Katzenmenagerie in die Ecke flitzen. Eine buckelte sogar und frauchte in O'Connells Richtung. »Nicht allzu beliebt hier in der Gegend, was, Mikey Boy?« stellte Murphy fest und verdrehte dem jungen Mann erneut den Arm. »Hast du was gegen Katzen? Haben die was gegen dich?« »Wir verstehen uns nicht besonders,« stöhnte O'Connell. »Ich bin nicht überrascht,« sagte Murphy und schubste den Jüngeren hinterhältig, sodass er in die Wohnung taumelte. O'Connell stolperte über einen fadenscheinigen Teppich am Boden, stürzte nach vorn und schlug unsanft gegen eine Wand. Er wollte sich umdrehen und endlich den ersten Blick auf Murphy werfen. Doch der Detektiv war für einen Mann im mittleren Alter erstaunlich agil. Er beugte sich wie ein spöttisch grinsendes mittelalterliches Fabelwesen an einer Kirche über ihn und durchbohrte ihn mit seinem bösen Blick. O'Connell strampelte, um sich wenigstens in eine halbsitzende Position aufzurichten, und starrte den ehemaligen Kripobeamten an. »Das gefällt dir nicht besonders, weh, Mikey Boy? Bist es nicht gewöhnt, dich rumschubsen zu lassen, was?« O'Connell sagte nichts. Er versuchte immer noch, die Situation richtig einzuschätzen, und er wusste genug, um den Mund zu halten. Murphy nutzte diesen Moment, um langsam das Jackett zurückzuziehen, sodass die 38er im Schulterhalfter zum Vorschein kam. »Ich hab einen Freund mitgebracht, Mikey Boy, wie du siehst.« Der junge Mann stöhnte, wieder auf und blickte abwechselnd von der Waffe zu ihrem Besitzer. Murphy griff rasch in seine Jacke und zog die Automatik. Das war zwar nicht geplant, doch etwas von O'Connells trotzigem Blick sagte ihm, dass er die Sache beschleunigen sollte. Mit einer raschen Bewegung schob er eine Ladung in die Kammer und legte den Daumen an den Sicherheitshebel. Langsam senkte er die Pistole, bis sich die Mündung in O'Connells Stirn zwischen den Augen drückte. »Leck mich«, schnaubte der Jüngere. Murphy presste ihm das Eisen an die Nasenwurzel, fest genug, dass es wehtat, aber nicht so fest, dass sie brach. »Falsche Wortwahl«, erklärte er. Dann beugte er sich hinunter, packte mit der linken O'Connells Wangen und drückte sie fest zwischen den Fingern. »Und ich dachte, wir würden Freunde werden.« O'Connell starrte den ehemaligen Kripo-Mann weiter unverwandt an, und Murphy schlug sein Kopf mit einer abrupten Bewegung gegen die Wand. »Ein bisschen mehr Höflichkeit, wenn ich bitten darf«, sagte er kalt. »Ein wenig kultiviertes Benehmen. Macht alles entschieden leichter.« Dann packte er O'Connell an der Jacke und zog ihn hoch, ohne die Handfeuerwaffe von ihrem Platz zu nehmen. Murphy manövrierte den Jüngeren rückwärts und stieß ihn so heftig auf einen Stuhl, dass er damit beinahe umgekippt wäre und sich nur knapp halten konnte. »Dabei bin ich noch nicht mal richtig ungemütlich geworden, Mikey Boy. Keineswegs. Wir sind gerade erst dabei, uns ein bisschen kennenzulernen.« »Sie sind kein Kopf, oder?« fragte O'Connell. »Du hast mit Cops Bekanntschaft gemacht, nicht wahr, Mikey Boy? Du hast nicht nur einmal einem Kopf gegenüber gesessen. Habe ich recht?« O'Connell nickte. »Also da sagst du hundertprozentig die Scheiß-Wahrheit,« sagte Murphy lächelnd. Er hatte mit der Frage gerechnet. »Du solltest dir wünschen, ich wär ein Kopf. Ich meine, du solltest zu dem Gott, von dem du vielleicht annimmst, der würde dich hören, in diesem Moment ein Stoßgebet schicken. Bitte mach, dass er ein Kopf ist. Denn Cops, na ja, die haben Vorschriften, Mikey Boy. Vorschriften und Regeln. Aber ich nicht. Ich mach dir entschieden mehr Ärger. Ganz entschieden mehr. Ich bin Privatdetektiv.« O'Connell schnaubte verächtlich, und Murphy schlug ihm ins Gesicht. Das Geräusch seiner flachen Hand auf O'Connells Wange halte in der Wohnung wieder. Murphy lächelte. »Dir müsste ich das doch eigentlich nicht erklären. Dir doch nicht. Jemandem mit deinem Durchblick, Mikey Boy. Aber okay, ein kleiner Diskussionsbeitrag. Lass dir ein paar Sachen erklären. Erstens. Ich war mal Kopf. Hab mehr als zwanzig Jahre damit zugebracht, Leute zusammenzuscheißen, die um einiges taffer waren als du. Die meisten von den taffen Jungs sitzen jetzt im Knast und verfluchen mich. Oder aber sie sind tot und verschwenden nicht mehr allzu viele Gedanken an meine Wenigkeit, weil sie im Jenseits mit größeren Problemen zu kämpfen haben. Zweitens habe ich eine ordentliche, uneingeschränkte Befugnis vom Bundesstaat Massachusetts wie auch der Regierung der Vereinigten Staaten, diese Waffe zu tragen. Und weißt du, worauf diese beiden Kleinigkeiten hinauslaufen?« O'Connell antwortete nicht, und Murphy schlug ihm wieder ins Gesicht. »Scheiße«, rutschte es O'Connell heraus. »Wenn ich dir eine Frage stelle, Mikey Boy, dann hab doch bitte die Güte, mir zu antworten.« Er zog die Hand zurück, und O'Connell sagte, »Ich weiß nicht. Worauf laufen sie hinaus?« Murphy grinste. »Ich meine, ich habe Freunde. Richtig gute Freunde. Nicht so wie unser kleines Freundschaftsspielchen hier, sondern echte Kumpel, die mir mehr als einen Gefallen schulden, weil ich ihnen in all den Jahren mehr als einmal den Arsch gerettet habe. Die sind jederzeit bereit, ihn sich für mich aufzureißen, und die glauben mir alles, was ich ihnen über unser kleines Treffen heute Abend erzähle. Egal, was passiert, geben die keinen Pfifferling für einen Dreckskerl wie dich. Und wenn ich denen erzähle, dass du mit einem Messer oder mit sonst einer Waffe auf mich losgegangen bist, die ich dir in die leblose Hand stecke, und wenn ich denen sage, es sei einfach dein verdammtes Pech gewesen, dass ich dir deinen armen kleinen Hintern wegpusten musste, dann glauben die mir aufs Wort? Die werden mich sogar dazu beglückwünschen, dass ich ein bisschen aufgeräumt habe, bevor du noch mehr Ärger machen konntest. Die werden das unter Verbrechensvorbeugung abbuchen. Also, das ist ungefähr die Situation, in der du dich im Moment befindest, Mikey Boy. Mit anderen Worten, ich kann so ziemlich alles tun, was ich verdammt noch mal will, und du bist absolut machtlos dagegen. Ist das klar? O'Connell zögerte, nickte aber, als er sah, wie Murphy zum nächsten Schlag ausholte. Gut, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, wie es so schön heißt. O'Connell schmeckte etwas Blut auf seinen Lippen. Ich will es besser noch mal wiederholen, damit es keine Missverständnisse gibt. Mir steht es frei zu tun, was ich für richtig halte, einschließlich der Möglichkeit, dich auf dem direktesten Weg ins Jenseits zu befördern, oder genauer gesagt, in die Hölle. Hast du das kapiert, Mikey Boy? Ich denke schon, erwiderte O'Connell. Murphy fing an, um den Stuhl herumzuwandern. Dabei berührte der Lauf seiner Waffe die ganze Zeit O'Connell an irgendeiner Stelle, klopfte ihm schmerzhaft auf den Kopf oder drückte in die Höhlung zwischen seinem Hals und der Schulter. Ziemlich schäbige Bleibe, muss ich sagen, Mikey Boy. Ziemlich runtergekommen. Drecksloch. Murphy starrte quer durch den Raum und sah einen Laptop auf dem Tisch. Er nahm sich vor, ein paar von O'Connells Sicherungsdisketten mitzunehmen. Bis dahin lief es mehr oder weniger so, wie Murphy es vorausgesehen hatte. O'Connell war so berechenbar, wie er vermutet hatte. Er spürte das Unbehagen des jungen Mannes. Er wusste, dass er Unschlüssigkeit und Zweifel auslöste, indem er ihm mit der Waffe auf dem Kopf herumpochte. Bei allen Konfrontationen, dachte Murphy, gelangt man bei der Befragung an einen Punkt, an dem man die Identität der Zielperson schlichtweg unter die eigene Kontrolle bekommt und sie sich gefügig macht. Wir sind auf dem richtigen Weg, dachte Murphy. Wir machen eindeutig Fortschritte. Kein tolles Leben, was, Mikey Boy? Ich meine, sieht man nicht gerade nach einer rosigen Zukunft aus. Mir genügt. Na schön. Aber wie kommst du auch nur für einen Moment auf die Idee, Ashley Freeman würde sie gerne mit dir teilen? O'Connell schwieg, und Murphy versetzte ihn mit der freien Hand von hinten einen Hieb. Beantworte gefälligst meine Frage, Arschloch! Ich liebe sie, sagte O'Connell, und sie liebt mich. Murphy schlug ihn wieder. Da bin ich anderer Meinung, du mieses Stück Dreck, du Abschaum aus der Gosse! Aus O'Connells Ohr kam ein dünnes Rinnsal Blut. Die Frau hat klasse, Mikey Boy. Im Unterschied zu dir hat sie Zukunftschancen. Sie kommt aus einer gut situierten Familie, sie ist gebildet und hat Großes vor. Du dagegen kommst aus der Scheiße. Murphy unterstrich die letzten Worte mit ein paar kräftigen Ohrfeigen. Und du wirst in der Scheiße enden. Ja, was denn wohl? Knast? Oder glaubst du wirklich, du schaffst es, draußen zu bleiben? Ich bin sauber. Ich hab kein Gesetz übertreten. Nein. Die wiederholten Schläge zeigten Wirkung. O'Connells Stimme kippte ein wenig, und Murphy glaubte, ein gewisses Beben herauszuhören. Tatsächlich! Soll ich mir dich mal etwas genauer unter die Lupe nehmen? Murphy war wieder beim Ausgangspunkt angelangt, und noch einmal klopfte er O'Connell mit dem Pistolenlauf auf den Nasenrücken, um auf eine Antwort zu pochen. Nein, dachte ich mir. Er packte O'Connell am Kinn und verdrehte es schmerzhaft. Er sah einen Anflug von Tränen in seinen Augenwinkeln. Aber, Mikey, meinst du nicht, du solltest mich ein bisschen höflicher bitten, mich aus deinem Leben rauszuhalten? Bitte halten Sie sich aus meinem Leben raus, sagte O'Connell ruhig und langsam. Also das würde ich ja gerne. Wenn ich mir die ganze Sache sozusagen objektiv anschaue, meinst du nicht auch, dass es da wirklich das Allerbeste für dich wäre, absolut sicherzustellen, dass du mich nie im Leben wieder siehst? Dass dieses kleine Plauderstündchen mit absoluter Gewissheit das letzte Mal ist, dass wir uns begegnen? Habe ich recht? Ja. O'Connell wusste nicht recht, welche Frage er eigentlich beantwortete. Er wusste nur, dass er nicht noch einmal geschlagen werden wollte. Und obwohl er nicht glaubte, dass der Mann, der vor ihm stand, ihn erschießen würde, hätte er es nicht beschwören können. Du musst mich aber erst mal davon überzeugen, nicht wahr? Ja. Murphy lächelte. Dann klopfte er O'Connell leicht auf den Kopf. Damit wir uns auch richtig verstehen, sagte Murphy. Wir sind hier so traut beisammen, um zwischen uns von Mann zu Mann so was wie eine einstweilige Verfügung auszuhandeln. Genauso, als wären wir damit vor Gericht gegangen. Nur, dass unsere scheiß Abmachung für immer gilt, kapiert? Du weißt genau, worin eine Bedingung besteht. Halt dich von ihr fern. Kein Kontakt. Allerdings ist unsere Verfügung eine Art Sonderregelung. Nur zwischen dir und mir, Mikey Boy. Und nicht so ein windelweicher Wisch, den ein alter Furz von einem Richter ausgestellt hat und um den du dich ein Scheißdreck scherst. Unsere Abmachung ist garantiert bindend. Mit diesen letzten Worten rammte Murphy O'Connell die Faust in die Wange und streckte ihn zu Boden. Murphy war, die Automatik in der Hand bereits über ihm, bevor der junge Mann auch nur einen Gedanken fassen konnte. Vielleicht sollte ich nicht länger meine Zeit mit dir verplempern, sondern die Sache gleich zu Ende bringen, sinnierte er. Es klickte, als Murphy seine Waffe mit dem Daumen entsicherte. Er hielt die Linke hoch, als wollte er sich vor der spritzenden, blutigen Gehirnsmasse schützen. Mach mir die Entscheidung leichter, sagte Murphy. So oder so, Mikey Boy. Aber gib mir einen triftigen Grund. O'Connell versuchte, sich vom Pistolenlauf wegzudrehen. Doch der Ex-Polizist drückte ihn mit seinem Gewicht zu Boden. Bitte, flehte er plötzlich. Bitte, ich lasse ihn in Ruhe, ich verspreche's, ich lasse ihn in Ruhe. Schon mal ein Anfang, Arschloch, und weiter? Ich werde mich nie mehr bei ihr blicken lassen. Ich verschwinde aus ihrem Leben, ich halte mich fern, was soll ich noch sagen? O'Connell fing beinahe zu schluchzen an. Es klang mit jedem Wort erbärmlicher. Ich muss darüber nachdenken, Mikey Boy. Murphy senkte die vorgehaltene Hand und zog die Waffe von O'Connells Gesicht zurück. Keine Bewegung, ich seh mich nur ein bisschen um. Er ging zu dem billigen Tisch hinüber, auf dem der Computer stand. Dort lagen ein paar unbeschriftete, wiederverwendbare Disketten verstreut. Murphy schnappte sie sich und steckte sie in die Jackentasche. Dann drehte er sich wieder zu dem jungen Mann um, der immer noch am Boden lag. Hast du da deine Ashley-Datei drin? Fuschst du damit im Leben von Leuten herum, die zehn Klassen besser sind als du? O'Connell nickte nur, und Murphy grinste. Ich glaube nicht, erklärte er energisch. Jetzt nicht mehr. Im selben Moment ging der Griff seiner Waffe auf die Tastatur nieder. Ups, sagte er, als das Plastik zersplitterte. Zwei weitere Schläge auf den Bildschirm sowie das Touchpad, und der Laptop war ein Trümmerhaufen. O'Connell sah zu, ohne ein Wort zu sagen. Mit dem Pistolenlauf stocherte Murphy in den Bruchstücken herum. Ich glaube, wir hätten es denn eigentlich, Mikey Boy. Er kam zu O'Connell zurück und baute sich über ihm auf. Ich möchte, dass du dir was merkst, sagte er mit Nachdruck. Was? Fragte O'Connell. Seine Augen waren wie erwartet Tränen nass. Ich kann dich jederzeit finden. Ich stöber dich jederzeit auf, egal in welchem Rattenloch du dich verkriechst. Der Jüngere nickte nur stumm. Murphy sah ihn mit einem durchbohrenden Blick an, um festzustellen, ob er in seinem Gesicht noch eine Spur von Auflehnung entdecken konnte. Irgendetwas anderes als Gefügigkeit. Als er sich vom Gegenteil überzeugt hatte, lächelte er. Gut, du hast heute Abend eine Menge gelernt, Mikey Boy. Eine richtige Lektion. War doch gar nicht so schwer, oder? Unser kleines Plauderstündchen war mir ein echtes Vergnügen. Dir doch sicher auch. Vielleicht doch nicht. Aber da wäre noch eine Sache. Blitzschnell kniete er sich hin und drückte O'Connell erneut fest zu Boden. Mit derselben Bewegung stieß er ihm den Lauf der Automatik in den Mund, sodass er gegen seine Zähne knallte. Er sah den Ausdruck der Panik in den Augen des jungen Mannes. Genau das, was er bezweckte. Peng! machte er ruhig. Dann zog er die Waffe langsam heraus und stand auf, grinste ihm noch nicht. Dann ging er ihn noch einmal zu und ging. Die kühle Nachtluft schlug Murphy entgegen und er hätte am liebsten den Kopf zurückgelegt und laut gelacht. Er steckte die Automatik 380 wieder in sein Schulterhalfter, strich das Jackett darüber glatt, um präsentabel auszusehen, und setzte sich in Bewegung. Zügig, doch ohne Hast, ging er die Straße entlang und genoss die Dunkelheit, die Stadt und das Gefühl des Erfolgs. Er überlegte, wie lange er nach Springfield zurückbrauchen würde und ob es noch für ein spätes Abendessen reichte. Nach wenigen Schritten fing er an, vor sich hin zu summen. Er hatte Recht behalten. Die Gelegenheit, sich einen Dreckscarl wie O'Connell vorzuknöpfen, war die zehn Prozent Nachlasswert, die es Sally Freeman Richards gewähren wollte. Das war doch wirklich nicht schwer, sagte er in Gedanken. Es war ein befriedigendes Gefühl zu wissen, dass er noch immer die alten Tricks drauf hatte, und er fühlte sich viel jünger. Gleich am Morgen würde er einen kleinen Bericht zusammenstellen, der allerdings die Teile aussparte, bei denen die Automatik eine entscheidende Rolle gespielt hatte. Den würde er zusammen mit seiner Rechnung an Sally schicken und ihr seine abschließende Einschätzung mitteilen, dass sie sich um Michael O'Connell nie wieder Gedanken machen müsse. Murphy hielt sich zugute, ziemlich genau sagen zu können, was Angst bei schwachen Menschen ausrichten kann. O'Connell spürte einen pochenden Schmerz im Ohr, und ihm brannte die Wange. Er rechnete damit, dass ein, zwei Zähne locker waren, da er Blut auf der Zunge schmeckte. Seine Glieder waren steif, als er sich vom Boden hochrappelte, doch er ging sofort zum Fenster und sah gerade noch, wie der ehemalige Kripoman um die Ecke lief. Michael O'Connell wischte sich mit der Hand übers Gesicht und dachte, Das war doch nicht wirklich schwer, oder? Er wusste, dass man einen Polizisten am besten dadurch überzeugte, indem er die Prügel einsteckte. Das mochte schmerzhaft oder peinlich sein, besonders wenn es sich dabei um einen alten Knaben handelte, mit dem er spielenfertig geworden wäre, hätte der nicht eine Knarre und er selbst keine gehabt. Dann lächelte er, leckte sich die Lippen und ließ sich den salzigen Geschmack auf der Zunge zergehen. Allerdings hatte er an diesem Abend eine Menge gelernt, genau wie Matthew Murphy ihm bescheinigt hatte. Vor allem aber hatte er erfahren, dass Ashley keineswegs zu einem graduierten Studium im Ausland war, denn wieso sollte ihre Familie ihm dieses Großmaul von einem Ex-Kopf an den Hals hetzen, um ihn einzuschüchtern, wenn ihn tausende Meilen von Ashley trennten? Nein, das ergab nicht den geringsten Sinn. Das machten sie nur, weil sie in der Nähe war, viel näher, als er vermutet hatte. In Reichweite? Er schätzte ja. O'Connell atmete einmal heftig durch die Nase ein. Er wußte zwar nicht, wo sie war, doch früher oder später würde er es herausbekommen. Die Zeit spielte für ihn keine Rolle mehr. Das Einzige, was zählte, war Ashley. Das Gebäude der News Republican stand auf einem Grundstück, das an den Bahnhof angrenzte, mit einem deprimierenden Blick auf den Interstate Highway, Parkplätze und leere Flächen, auf denen sich der Unrat türmte. Es war nicht vollkommen verwahrlost, sondern hatte nur ausgedient. Überall Maschendrahtzäune, durch die Luft wirbelnder Müll, Graffiti-strotzende Autobahnunterführungen. Das Gebäude der Zeitung war ein vierstöckiger, rechtwinkliger Bau. Ein Klotz aus Ziegeln und Schlackenstein. Es erinnerte eher an ein Waffenarsenal oder eine Festung als eine Redaktion. Drinnen beherbergte das Gebäude mit dem kuriosen Namen »The Mork«, einen kleinen Raum voller Computer. Eine hilfsbereite junge Frau hatte mir gezeigt, wie man auf die Dateien zugreifen konnte, und so brauchte ich nicht lange, bis ich die Artikel über Matthew Murphys letzten Tag, oder besser gesagt, seine letzten Minuten fand. Die Schlagzeile auf der Titelseite lautete »Ex-Kripo-Beamter getötet«. Es gab zwei Untertitel. »Leiche in Nebenstraße gefunden« und »Polizei spricht von Hinrichtung«. Ich füllte mehrere Seiten in meinem Notizbuch mit Einzelheiten aus der Flut von Meldungen dieses Tages, wie auch aus einigen Folgeberichten der anschließenden Ausgaben. Offenbar gab es endlos viele Tatverdächtige. Murphy war während seiner Zeit bei der Polizei an einer Reihe spektakulärer Fälle beteiligt gewesen und hatte sich auch nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst als Privatdetektiv mit beängstigender Regelmäßigkeit Feinde gemacht. Ich jegte wenig Zweifel daran, dass seine Ermordung ebenso bei der Kripo von Springfield wie bei der Mordkommission der State Police, die den Fall zweifellos übernommen hatte, oberste Priorität genossen hatte. Der zuständige Staatsanwalt dürfte unter enormem Druck gestanden haben, da Polizisten Morde über eine Karriere entscheiden können. Jeder bei der Polizei hat wahrscheinlich mitmischen wollen. Wenn einer von ihnen getötet wird, stirbt immer auch ein kleiner Teil von ihnen. Allerdings erwiesen sich die Berichte, die ich las, als ziemlich dünn und endeten nicht so, wie erwartet. Irgendwann wiederholten sich die Meldungen. Es gab keine Verhaftung, keinen Anklagebeschluss des großen geschworenen Gerichts, der mit Getöse verkündet worden wäre. Kein Strafprozess wurde anberaumt. Es war eine Geschichte, bei der das dramatische Ende sich in nichts auflöste. Ich schob mich vom Computer zurück und starrte nach meiner letzten Suchanfrage auf ein Fenster mit der Auskunft und habe keine weiteren Einträge gefunden. Da kann etwas nicht stimmen, dachte ich. Jemand hatte Murphy brutal ermordet und es musste eine Verbindung zu Ashley geben. Auf irgendeine Weise. Aber ich konnte sie nicht sehen. Um den Download zu beschleunigen, wurde dieses Hörbuch in mehrere Abschnitte unterteilt. Dies ist das Ende des ersten Abschnitts, aber noch nicht das Ende des gesamten Hörbuchs. Um zum Ende des nächsten Abschnitts zu gelangen, überprüfen Sie bitte Ihre Bibliothek. Auf Wiederhören bei Audible Audible, clever lesen, einfach Zeit sparen Dieses Audiobook wird Ihnen präsentiert von Audible Audible, clever lesen, einfach Zeit sparen Die Kanzleiassistentin klopfte an Sallies offene Tür und hielt ihr einen Eilbrief entgegen. »Der ist gerade für Sie gekommen«, sagte sie. »Ich weiß nicht, von wem. Soll ich mich darum kümmern?« »Nein, ich mach das schon. Ich weiß, was es ist.« Sally dankte ihrer Mitarbeiterin, nahm den Umschlag und schloss die Tür hinter sich. Sie lächelte. Murphy war ein übertrieben vorsichtiger Mann, dachte sie. Sie nahm an, dass er für die etwas heiklere Korrespondenz eine Reihe Postfächer unterhielt. Deutlich sichtbare Briefköpfe und Absender waren für jemanden in seinem Gewerbe nicht unbedingt hilfreich. Er hatte sie vor einigen Tagen während seiner Rückkehr aus Boston von unterwegs aus angerufen. »Ich denke, Ihr Problem lässt sich nie wieder blicken, Mrs. Freeman Richards.« Sie war zu Hause gewesen und hatte Hope gegenüber gesessen. Beide hatten sie gelesen. Hope war in Dickens' Geschichte zweier Städte versunken, während sie selbst liegen gebliebene Teile der letzten Sonntagsausgabe der New York Times überflogen hatte. »Das sind gute Neuigkeiten, Mr. Murphy. Ich bin hoch erfreut, das zu hören. Was genau führt Sie zu diesem Schluss?« Es fiel ihr leicht, in Ihren gewohnten, vernünftigen Anwaltston zu wechseln. »Nun ja, ich weiß nicht, wie genau Sie das wissen wollen. Jedenfalls ist unser gemeinsamer Freund...« Er lachte bei dem Wort. »Na, jedenfalls haben wir uns unterhalten. Es war ein gutes Gespräch, eine ausführliche Diskussion über das Für und Wider seiner, sagen wir mal, Verhaltensweise. Und am Ende des vorhersehbaren Gesprächsverlaufs räumte Mr. O'Connell ein, dass es in der Tat ein erhebliches Problem darstellen könnte, Ashley weiter nachzustellen. Ihm wurde zur entsprechenden Einsicht verholfen, und er hat sich unzweideutig dahingehend geäußert, sich unverzüglich aus ihrem Leben zu entfernen. Und Sie haben es ihm abgenommen? Ich hatte guten Grund, ihm zu glauben, Miss Freeman Richards. Seine Aufrichtigkeit war offensichtlich. Sally hatte geschwiegen, um zwischen den Zeilen von Murphys Ausführungen zu lesen. Und niemand wurde verletzt, hatte sie sich erkundigt. Nicht dauerhaft, wenn man davon absieht, dass Mr. O'Connell jetzt vielleicht an gebrochenem Herzen leidet, aber das bezweifle ich. Allerdings hat sich ihm die Erkenntnis tief eingegraben, dass es äußerst leichtsinnig wäre, mit seinem Verhalten fortzufahren. Und nachdem ich ihm einige harte Fakten vor Augen geführt, beziehungsweise unter die Nase gerieben oder in sonstiger Form nahegebracht habe, hat er sich zwar erst einmal ein bisschen die Zähne daran ausgebissen, sie aber am Ende geschluckt. Notgedrungen. Ich denke nicht, dass Sie weitere Einzelheiten zu hören wünschen, Miss Freeman Richards. Möglicherweise würden Sie ihnen ein bisschen Unbehagen bereiten. Sally fand, dass ihr Gespräch von einer erlesenen Höflichkeit war. So, als müssten die harten Ohren einer Dame der viktorianischen Gesellschaft geschont werden, damit sie nicht ableichte und ihr in einem Anfall von Melancholie die Sinne schwanden. Nein, vermutlich nicht, dachte ich mir. Ich schicke Ihnen morgen oder übermorgen einen detaillierten Bericht. Und sollte Ihnen irgendetwas Verdächtiges auffallen, rufen Sie mich bitte an, Tag und Nacht, und ich werde mich darum kümmern. Ich meine, es ist nie vollkommen auszuschließen, dass Mr. O'Connell es sich noch mal anders überlegt. Aber ich wage es zu bezweifeln. Er scheint mir ein schwacher Mensch zu sein, Miss Freeman Richards. Ein ganz kleiner Mann. Und damit meine ich nicht seine Körpergröße. Aber ich glaube, der ist jetzt hundertprozentig aus Ihrem Leben verschwunden. Sollten Sie in Zukunft mal investigativen Bedarf haben, hoffe ich, dass Sie auf mich zurückkommen. Sally war ein wenig erstaunt darüber, wie Murphy O'Connell sah. Seine Beschreibung deckte sich nicht ganz mit ihren eigenen Schlussfolgerungen. Doch es war beruhigend zu hören, und so schob sie etwaige Ungereimtheiten nur allzu gerne beiseite. Natürlich, Mr. Murphy. Wie es aussieht, haben Sie die Dinge genau so geregelt, wie ich gehofft hatte. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, das zu hören. Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite, Ma'am. Sie legte auf und sagte zu Hope, »Also, das war's.« »Was war's?« »Ich habe dem Mistkall ein Privatdetektiv rübergeschickt, den ich kenne. Und wie vermutet, ist er gegenüber einem erheblich stärkeren und bedeutend härteren und erfahreneren Mann ganz schnell eingeknickt. Typen wie der sind von Grund auf feige. Man braucht ihnen nur klarzumachen, dass man sich nichts gefallen lässt, und schon ziehen sie den Schwanz ein und verschwinden.« »Meinst du?« zögerte Hope. »Ich weiß nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass der Karl dafür zu entschlossen ist, auch wenn ich verflucht noch mal nicht weiß, wieso. Und ich halte ihn auch für ein bisschen fähiger als du. Vergiss nicht, in was für einen Ärger er uns alle allein mit seinem simplen Computerzugang hineingeritten hat.« »Hör mal, Hope«, hatte Sally entgegnet, »wir haben versucht, fair mit ihm zu verhandeln. Wir haben ihm die Chance gegeben, abzuhauen, oder? Wir haben ihm sogar eine stattliche Summe dafür bezahlt. Hätten wir noch fairer sein können? Hätten wir noch direkter sein können? Ich weiß nicht. Wir haben doch die ganze Zeit mit offenen Karten gespielt, oder? Ja, nehme ich an. Und er hat es nicht kapiert, oder? Er wollte uns allen Schwierigkeiten machen. Diese kleine Lektion hat ihm nun gezeigt, dass mit uns nicht zu spaßen ist. So oder so, es ist vorbei.« Äußerlich schüttelte Hope zwar nicht den Kopf, doch sie hegte ihre Zweifel. Sally hatte das in ihren Augen gesehen und wollte ansetzen, etwas zu sagen, überlegte es sich aber und schwieg. »Nun ja, das war's jedenfalls«, meinte sie nach einer Weile. Und es klang wie ein abschließendes Urteil, wenn auch ein wenig irritiert, dass Hope sie nicht stärker unterstützte. Sally nahm den Brief von Murphy und setzte sich an ihren Schreibtisch, um noch einmal die Unterhaltung mit Hope Revue passieren zu lassen. Ihr kam der seltsame Gedanke, dass sie mit vertauschten Rollen spielten. Hope, die jünger und oft auch eigensinniger war, hätte zufrieden sein müssen. Und nicht Sally. Sally riss die Lasche auf und ließ den Inhalt auf den Schreibtisch fallen. Es handelte sich um ein Begleitschreiben, einen Stapel zusammengehefteter Papiere, einige Fotos und eine Reihe Computerdisketten. Bei den Fotos handelte es sich um Aufnahmen, die von Michael O'Connell vor seinem Wohnhaus gemacht worden waren. Unter den Papieren befand sich sein bescheidenes Vorstrafenregister und das wenige, was Murphy hinsichtlich seiner Arbeitsverhältnisse und schulischen Laufbahn hatte ausgraben können. Außerdem ein paar Informationen über seine Familie, einschließlich der Anschrift seiner Mutter und seines Vaters. Einem Vermerk zufolge war die Mutter verstorben. An den Computerdisketten klebte ein gelber Zettel auf dem Stand. Sie sind verschlüsselt. Wahrscheinlich kann sie ein Experte ohne Probleme öffnen. Vermutlich erhalten sie Informationen über ihre Tochter. Vielleicht Fotos. Ich habe sie aus O.C.'s Wohnung mitgenommen, aber ich nehme an, dass er davon noch Kopien hat. Ich wusste nicht, ob sie zusätzliches Geld investieren wollten, um sie professionell untersuchen zu lassen. Der Computer, den er benutzt, wurde während unseres Treffens versehentlich zerstört, sodass sämtliche Informationen auf der Festplatte höchstwahrscheinlich vernichtet sind. In seinem Begleitbrief beschrieb Murphy kurz, wie er vor seinem Wohnhaus auf O'Connell gewartet hatte, ohne jedoch Einzelheiten über ihr Gespräch preiszugeben. Außerdem war die Rechnung für seine Dienste beigelegt, die einen kleinen Nachlass enthielt. Sally griff augenblicklich zu ihrem Scheckbuch, um zu begleichen, was sie Murphy schuldig war. Zusammen mit einer Notiz, auf der nur stand, »Danke für Ihre Hilfe, wir melden uns bei Ihnen, falls weitere Maßnahmen erforderlich sind«, steckte sie beides in ein unbeschriftetes Kuvert. Das gesamte Material, einschließlich der Computerdisketten, packte sie in einen braunen Umschlag, auf den sie in großen Lettern »Ashleys Mistkarl« schrieb. Mit einem Gefühl der Erleichterung ging sie zu ihrem Aktenschrank und schob den Umschlag ganz hinten in die unterste Schublade, wo er hoffentlich in ein paar Jahren in Vergessenheit geraten würde. Im Spätherbst ist nachmittags das Licht am Rande der Green Mountains von einer Klarheit, in der alle Gegenstände schärfere Konturen annehmen, bevor der Tag zunehmend früher verblasst. Catherine stand am Fenster vor ihrem Küchenspülstein und beobachtete Ashley links von ihr. Das Mädchen saß draußen hinter dem Haus, gehüllt in eine leuchtend gelbe Fließjacke, am Rande einer gepflasterten Veranda. Hinter ihr erstreckte sich eine Weide, die bis zum Waldrand führte. Am Vortag waren sie nach Battleboro gefahren und hatten Papier, eine Staffelei sowie Pinsel und Wasserfarben besorgt, und Ashley war jetzt in ein eigenes Gemälde vertieft, auf dem sie die letzten Lichtstrahlen einzufangen versuchte, die langsam über die Hügelketten wanderten und in den Kiefernzweigen verweilten. Catherine versuchte, Ashleys Körpersprache zu deuten. Sie signalisierte sowohl freudige Erregung wie auch Frustration. Sie war entspannt. Sie genoss den Moment, in dem sie den Pinsel in der Hand hielt und sah, wie sich die Farben vor ihren Augen entfalteten. Catherine kam plötzlich der Gedanke, dass die junge Frau und ihr Gemälde den gleichen Vorgang durchmachten. Sie nahmen Gestalt an. Nachdem Ashley mit dem Bus eingetroffen war, hatten sie den größten Teil des Abends damit verbracht, zusammen Tee zu trinken und darüber zu reden, was passiert war. Catherine hatte mit einer Mischung aus ungläubigem Staunen und wachsendem Unbehagen zugehört. Sie blickte aus dem Fenster und beobachtete, wie Ashley einen langen, blassblauen Streifen Wasserfarbenhimmel auftrug. »Es ist nicht richtig«, sagte sie laut. Sie merkte, wie ihr die Angst hochkroch, Ashley könnte sich, so ihr diffuses Gefühl, von O'Connell irgendwie infizieren lassen. Sie fürchtete, das Mädchen könnte sich am Ende wegen der Verhaltensweise eines einzigen Mannes gegen alle Männer wenden. Catherine hielt sich am Rand des Spülsteins fest. Sie sah sich außerstande, die düstere Vorstellung ganz zu Ende zu denken. Sie wollte sich den Wunsch nicht eingestehen, möge Ashley nicht werden wie Hope. Als sie merkte, wie sich diese Wolke über ihre Stimmung legte, war sie wütend auf sich, denn sie liebte ihre Tochter. Hope war intelligent, Hope war schön, Hope hatte Charme. Hope war für andere eine Quelle der Inspiration. Hope holte aus den jungen Leuten, mit denen sie arbeitete und die sie trainierte, das Beste heraus. Hope hatte alles, was sich eine Mutter an ihrer Tochter nur wünschen konnte, mit einer einzigen Ausnahme. Und die türmte sich wie ein Berg vor Catherine auf, den sie nicht überwinden konnte. Während sie durchs Fenster ihre, ja, was, Nichte, Adoptivenkelinn, betrachtete, kam sie über ihre Ängste nicht hinweg. Was Catherine in diesem Moment nicht erkannte, war die Tatsache, dass sie sich mit den vollkommen falschen Ängsten plagte. Wie ist Murphy gestorben? Wollte ich wissen. Wie? Das ist doch wohl nicht schwer zu erraten. Eine Kugel. Vielleicht ein Kandelaber, wie in »Alle Mörder sind schon da«. Was weiß ich? Erwiderte sie. Nein, wie tatsächlich? Die Frage sollte besser lauten, warum? meinte sie. Eines wüsste ich gerne, fuhr sie plötzlich fort. Hat man wegen des Mordes an Murphy überhaupt irgendjemanden verhaftet? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe das Gefühl, dass Sie an der falschen Stelle nach Antworten suchen. Niemand wurde verhaftet. Das spricht Bände, oder? Sie wollen, dass ich irgendein Kripo-Beamter oder auch ein Staatsanwalt, dass einer von uns Ihnen sagt, »Also, Murphy wurde von, Sie wissen schon, ermordet, aber für einen Haftbefehl hatten wir nicht genügend Beweise gegen ihn in der Hand. Das wäre natürlich sehr angenehm und einfach. Ein sauberer Schnitt?« Sie hielt inne. Aber ich habe Ihnen nie eine einfache Geschichte versprochen. Das stimmte. »Können Sie so kreativ denken wie Scott, Sally, Hope und Ashley?« »Ja«, antwortete ich ein wenig vorschnell. »Gut«, sagte sie etwas verächtlich. »Leichter gesagt als getan.« Ich ersparte mir eine Entgegnung. »Aber verraten Sie mir eins. Gilt das auch im Vergleich zu Michael O'Connell?« Von der Mitte der Longfellow Bridge aus konnte er den Charles hinauf bis nach Cambridge sehen. So früh am Morgen war es kalt und frisch, doch mitten auf dem Fluß schnellten Boote dahin, deren Ruder im Gleichtakt durch das tiefblaue Wasser pflügten und an der ruhigen Oberfläche kleine Strudel bildeten. Überall sonst polierte die aufgehende Sonne das Wasser zu Spiegelblanz. Er hörte, wie die Mannschaften zum Takt der Befehle des Steuermanns in Synkopen ächzten. Besonders gefiel ihm, wie der Kleinste das Tempo vorgab, wie das schwächste Glied die Kräftigeren beherrschte. Der Geringste war der Wichtigste. Er sah als Einziger, wohin sie fuhren, und er saß am Steuer. O'Connell behagte der Gedanke, dass er zwar körperlich stark genug war, das Boot voranzubringen, zugleich aber schlau genug für das Ruder im Achtersteven. O'Connell schlenderte gern über die Brücke, wenn er ein vertracktes Problem zu lösen hatte. Auf der Fahrbahn toste der Verkehr, während die Passanten auf dem Fußweg zügig zur Arbeit liefen. Unter ihm strömte das Wasser Richtung Meer, und in der Ferne tauchten U-Bahnen voller Pendler aus ihren Schächten auf. O'Connell hatte das Gefühl, als sei er der Einzige, der stillstand und sich die Zeit nehmen konnte, sich ganz und gar auf das Dilemma zu konzentrieren, mit dem er sich konfrontiert sah. »Eigentlich sind es zwei«, dachte er, »Ashley und der ehemalige Cop Murphy.« Ihm war klar, dass der Weg zu Ashley entweder über Scott oder über Sally führte. Er musste nur herausfinden, über wen von beiden, und er war zuversichtlich, dass ihm das gelingen würde. Dabei stand ihm allerdings der Ex-Cop im Wege. Der war ein ernstes Problem. Er leckte sich die Lippen, schmeckte immer noch das Blut auf der Zunge, spürte die Schwellung, wo er ihn geschlagen hatte. Doch die blauen Flecken und Striemen verblassten schneller als seine Erinnerung. Sobald sich O'Connell auch nur in die Nähe der Eltern wagte, würden sie den Privatdetektiv auf ihn hetzen, und er konnte nicht mit Sicherheit sagen, wie gefährlich der ihm werden mochte. Wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, wie er ihm angedroht hatte. O'Connell rief sich eine simple Tatsache ins Gedächtnis. Hinsichtlich Ashley und ihrer Familie musste er derjenige sein, der die Macht besaß. Falls Gewalt unumgänglich war, dann musste sie von ihm ausgehen. Murphy brachte diesen Grundsatz ins Wanken, und das gefiel ihm nicht. Er streckte die Hände aus und hielt sich an der reichlich verzierten Beton-Balustrade fest. Wut war wie eine Droge, die ihn in Wellen überschwemmte und alles, was er sah, in ein Kaleidoskop der Emotionen verwandelte. Einen Augenblick lang starrte er auf den dunklen Fluss zu seinen Füßen und bezweifelte, dass die eiskalte Wassertemperatur dicht am Gefrierpunkt ihn hätte abkühlen können. Er atmete langsam aus, um seinen Zorn in den Griff zu bekommen. Es gefiel ihm, wenn er rot sah. Doch es durfte nicht zu seinem eigenen Schaden sein. Er schaffte sich ein, Konzentrier dich. Raste nicht aus. Ganz oben auf seiner Tagesordnung stand die Aufgabe, Murphy von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Das war vermutlich nicht weiter schwierig. Vielleicht ein bisschen riskant, aber nicht unmöglich. Nicht so leicht wie das, was er mit ein paar Hieben via Computer gegen Scott und Sally und Hope ausgerichtet hatte, damit sie begriffen, mit wem sie es zu tun hatten. Aber auf keinen Fall außerhalb seiner Reichweite. Michael O'Connell blickte übers Wasser und sah, wie eine der Rudermannschaften eine Pause einlegte. Der Bootsrumpf hatte so viel Schwung, dass er weiter durchs Wasser glitt, während die Männer sich entspannt über ihre Ruder beugten und die Blätter im Wasser hinter sich herzogen. Er fand es schön, wie das Boot sozusagen durch die Erinnerung an die Muskelkraft der Mannschaft von selbst weiterschwamm. Es schnitt wie eine Rasierklinge in den Fluss. Ähnlich wie er selbst. Er verbrachte einen großen Teil des Tages und den frühen Abend damit vor dem Gebäude, in dem Murphy seine Detektei unterhielt, Wache zu halten. Als er es zum ersten Mal vor Augen hatte, war er hoch erfreut gewesen, denn es war ein schäbiger Bau ohne die üblichen modernen Sicherheitsvorkehrungen, die ihm sein Vorhaben erschwert hätten. O'Connell grinste. Spätestens von nun an sollte er sich dies zur ersten Regel machen, dachte er. Wende die Schwäche der anderen immer zu deiner Stärke. Er hatte sich drei verschiedene Stellen für seine Überwachung ausgesucht. Seinen Wagen, etwa in der Mitte des Häuserblocks geparkt, einen spanischen Lebensmittelladen an der Ecke und einen Lesesaal der Christian Science fast unmittelbar gegenüber dem Gebäude. Einen einzigen kritischen Moment hatte es gegeben, als er letzteren Posten verließ und Murphy just in dem Moment aus der Haustür trat. Wie jeder Ermittler besaß er einen ausgeprägten Sicherheitsinstinkt und hatte sofort nach rechts und nach links sowie auf die andere Straßenseite gespäht. O'Connell hatte eine Sekunde lang die kalte Angst gepackt, dass er ihn entdeckt haben könnte. Im selben Moment hatte er gewusst, dass Murphy ihn erkennen würde, falls er versucht hätte, sich zu verstecken oder wegzugucken. Also hatte er sich gezwungen, einfach die Straße entlang zu schlendern. Er hatte lediglich die Schultern ein wenig eingezogen und das Gesicht kaum merklich weggedreht, damit sein Profil nicht zu sehen war und sich nicht ein einziges Mal umgedreht, sondern nur seinen Kragen schützend hochgeschlagen, bis er die Tür zur Bodega erreichte. Kaum war er drin, war er allerdings zur Seite getreten und hatte aus dem Fenster geschaut, um festzustellen, was Murphy machte. Dann lachte er leise. Der Detektiv ging ahnungslos vorbei. Als hätte er sich von nichts und niemandem auf der Welt zu fürchten, dachte O'Connell, während er den offenbar unbekümmerten Murphy zügigen Schritts Richtung Parkplatz laufen sah. Vielleicht ist das auch nur die Arroganz eines Kerls, der glaubt, dass ihm niemand was anhaben kann, dachte er. Ob man jemanden wiedererkennt, hängt entscheidend vom Kontext ab. Wenn man damit rechnet, jemandem zu begegnen, erkennt man ihn auch. Wenn nicht, dann nicht. Dann wird man quasi unsichtbar. Murphy würde niemals auf den Gedanken kommen, dass O'Connell den Detektiv so leicht bis zu seinem Arbeitsplatz zurückverfolgen könnte. Ebenso wenig würde Murphy damit rechnen, dass Michael O'Connell seine Privatanschrift einschließlich Telefonnummer in der Tasche hatte. Murphy würde sich auch nicht träumen lassen, dass O'Connell, nachdem er ihn geohrfeigt hatte, ihm bis nach West Massachusetts folgen würde. Das alles konnte der Mann nicht ahnen, dachte O'Connell. Und deshalb konnte er mich nicht sehen, auch wenn ich keine zwanzig Meter von ihm entfernt stand. Er dachte, er wäre fertig mit mir. O'Connell kehrte zu seinem Wagen zurück, wo er wartete und das Gebäude beobachtete. Er nahm sich die Zeit zu notieren, wann die anderen wenigen Büroangestellten in dem Haus Feierabend machten. Eine davon war vermutlich Murphys Sekretärin. Er sah zu, wie die Frau, genau wie zuvor, der Detektiv Richtung Parkplatz eilte. Kein netter Zug, dachte er, dass er es der Frau überlässt, für einen Hungerlohn abends dicht zu machen. Besonders, wenn sie nicht die Kunst beherrscht, Türen wirklich sicher zu verschließen. Wenig später drehte er den Zündschlüssel und fuhr langsam aus seiner Parklücke, um seine Abfahrt genau auf ihre abzustimmen. Binnen 48 Stunden hatte er genügend Informationen für seinen nächsten Schritt zusammen, der es ihm ermöglichen würde, Ashley wieder ungehindert zu folgen. Er wusste jetzt einigermaßen, wann jeweils die anderen Büros in Murphys Gebäude schlossen. Er wusste, dass der Leiter der sozialen Beratungsstelle gegenüber Murphys Laden als letzter ging und die Haustür mit nur einem einzigen Schlüssel abschloss. Über Murphys Sekretärin wusste er nicht viel, doch das eine oder andere hatte er immerhin in Erfahrung bringen können. Sie war Anfang sechzig und verwitwet. Sie war alleinstehend, eine unscheinbare Frau mit einem unscheinbaren Leben, in dem ihr einzig zwei Möpse Gesellschaft leisteten, die Mr. Big und Beauty hießen. Sie liebte die Hunde. O'Connell war der Frau in einem Stop-and-Shop-Supermarkt gefolgt. Es war nicht schwer gewesen, sie in eine Unterhaltung zu verwickeln, als sie vor dem Hundefutter stehen blieb. Entschuldigen Sie bitte, vielleicht können Sie mir helfen. Meine Freundin hat gerade einen kleinen Hund übernommen und ich wollte ihm was richtig Erlesenes zu fressen kaufen, aber es gibt einfach zu viele Sorten. Verstehen Sie viel von Hunden? Er ging davon aus, dass sie nach ihrer kleinen Plauderei denken würde. Was für ein höflicher junger Mann. Michael O'Connell hatte sein Wagen zwei Häuserblocks von Murphys Gebäude entfernt, in entgegengesetzter Richtung von dem Parkplatz abgestellt, den offenbar alle im Haus benutzten. Es war Viertel vor fünf, und er hatte alles, was er brauchte, in einer billigen Sporttasche zusammengepackt und im Kofferraum verstaut. Er atmete langsam ein und aus, um sich wie ein Schwimmer vor dem Besteigen des Startblocks zu beruhigen. Ein einziger prekärer Moment. Der Rest war höchstwahrscheinlich ein Kinderspiel. O'Connell stieg aus, vergewisserte sich noch einmal, dass seine Parkuhr bis zum Anschlag gefüllt war, und lief zügig hinüber. An der Ecke blieb er stehen und wartete, bis sich die ersten abendlichen Schatten über die Straße sinkten. In den ersten Novembertagen wird es in New England am Abend schnell dunkel, und es ist von einem Moment zum anderen Nacht. In dieser Zeit des Übergangs fühlte er sich zu Hause. Jetzt ging es nur noch darum, ins Haus zu kommen, ohne dass ihn jemand bemerkte, insbesondere nicht Murphy oder seine Sekretärin. Er holte noch einmal tief Luft, konzentrierte sich auf Ashley, rief sich ins Gedächtnis, dass er ihr nach diesem Abend sehr viel näher sein würde, und lief zügig weiter. Hinter ihm ging plötzlich eine Lampe an. Er hielt sich für unsichtbar. Niemand wusste oder ahnte, dass er hier war. Als er die Haustür erreichte, sah er, dass der Eingangsbereich menschenleer war. In einer Sekunde war er drin. Er hörte ein leises Rauschen, als der Fahrstuhl herunterkam. Augenblicklich durchquerte er den Flur und trat auf die Treppe des Notausgangs, wo er genau in dem Moment, als der Lift unten war, die Tür hinter sich schloss. Er drückte sich an die Wand und versuchte, sich die Leute jenseits der Stahltür vorzustellen. Er glaubte, Stimmen zu hören. Während ihm der Schweiß in die Achselhüllen trat, glaubte er, Murphys unverwechselbare Stimme und die seiner Sekretärin zu erkennen. »Muss diese Möpse füttern,« sagte er sich. »Sie ist spät dran.« Er hörte, wie die Haustür zufiel. O'Connell sah auf die Uhr. »Komm schon,« flüsterte er. »Feierabend.« »Leiter der Beratungsstelle, du bist dran.« Er drückte sich wieder an die Wand und wartete. Das Treppenhaus war nicht gerade das ideale Versteck, doch er wusste, dass es an diesem Abend seinen Zweck erfüllen würde. Wieder ein Zeichen, dass es ihm bestimmt war, mit Ashley zusammen zu sein. »Wir sind füreinander geschaffen.« Er mäßigte seinen schnellen Atem und schloss die Augen, um sich ganz seiner Obsession hinzugeben und im Gedanken an Ashley geduldig auszuharren. Im Lauf seines Lebens war O'Connell schon in einer Reihe Geschäfte, das eine oder andere Haus und mehr als eine Fabrik eingebrochen, wenn sich dort niemand mehr aufhielt. Er vertraute auf sein Können, während er auf der kalten Steintreppe saß und wartete. Er hatte sich für den Fall, dass ihn jemand dort entdeckte, nicht einmal eine Ausrede zurechtgelegt. Er wusste, dass er dort sicher war. Er wusste, dass ihn die Liebe beschützte. Es war schon fast sieben, als er zum letzten Mal das Knarren des Fahrstuhls hörte. Er hielt den Atem an und neigte sich in die Richtung, aus der die Geräusche kamen. Mit einem Schlag saß er im Dunkeln. Der Büroleiter hatte am Hauptschalter neben dem Fahrstuhl das Licht gelöscht. Er hörte, wie die Haustür aufging und zufiel. Dann ein einziges Klicken im einzigen Schloss. Er sah auf die Uhr, deren Ziffernblatt gerade noch hell genug leuchtete, dass er die Zeit erkennen konnte. Er wartete noch eine Viertelstunde, bevor er durch die Tür des Treppenhauses wieder in den Eingangsflur trat. Er war beinahe erstaunt, wie leicht alles ging. Durch die Glastür warf er einen vorsichtigen Blick auf die menschenleere Straße. Dann drehte er an dem Einriegelschloss und verließ das Haus. Rasch war er wieder an seinem Wagen und holte die Tasche aus dem Kofferraum. In wenigen Minuten war er wieder zurück im Gebäude. Als erstes griff er in die Tasche und zog mehrere Paar OP-Handschuhe heraus, die er übereinander anzog. Ein mehrfacher Schutz. Dann holte er eine Sprühdose mit einem Desinfektionsmittel auf Ammoniak-Basis heraus und besprühte gründlich den Hebel des Regelschlosses, den er angefasst hatte. Als das erledigt war, machte er die Tür wieder zu. Genau so verfuhr er mit der Klinke der Tür zum Treppenhaus und jeder anderen Stelle, die er vielleicht mit den Händen berührt hatte. Dann ging er die Treppe zum zweiten Stock hinauf und holte unterwegs eine kleine Taschenlampe heraus. Er hatte sich die Mühe gemacht, die Vorderseite mit rotem Klebeband zu dimmen. Zwar hatte er auf diese Weise nur halb so viel Licht, doch das war durch ein Fenster praktisch nicht zu sehen. Er nahm sich die Zeit, auf dem Flur nach Sicherheitsvorrichtungen zu suchen, fand jedoch keine. Michael O'Connell schüttelte den Kopf. Er hätte gedacht, dass Murphy einen sichereren Arbeitsplatz gewählt hätte. Doch Infrarotkameras und Videoüberwachung kosteten Geld. Dieses Gebäude bot ihm wahrscheinlich eine äußerst niedrige Miete, und darin lag sein Reiz. Er schmunzelte. Davon einmal abgesehen, was war hier schon zu holen? Kein Bargeld, keine Juwelen, keine Kunst, keine tragbaren elektronischen Geräte. Jeder Gauner, der auf sich hielt, konnte Lohnenderes finden. Was sag ich, dachte O'Connell, in der Bodega an der Ecke lagen wahrscheinlich um die tausend Mäuse in der Kasse und eine nützliche Kaliber 12 auf dem Fach darunter. Das war ein weitaus einträglicheres Zielobjekt. Allerdings schwebte ihm ja auch nicht wie irgendeinem Fixer ein Bruch im Tante-Emma-Laden vor. O'Connell sah sich um. Was war, in diesem Gebäude zu holen? Er grinste wieder. Informationen. Der Schlüssel zum Erfolg seines kleinen nächtlichen Abenteuers lag in der Tatsache, dass niemand vermuten würde, wonach er suchte. O'Connell ließ sich Zeit damit, die Tür zu Murphys Büro aufzubrechen, und als er schließlich eintrat, war er auf der Hut vor möglichen weiteren Sicherheitsvorkehrungen, wie einem Bewegungsmelder oder einer Alarmanlage. Als ihn Stille begrüßte, konnte er sein Glück kaum fassen. Zunächst sah er sich vorsichtig im Büro um und verschaffte sich einen Überblick. Wieder hätte er lachen können. Das Büro verfügte über ein schäbiges Wartezimmer mit einem einfachen Schreibtisch für die Sekretärin und einem billigen, klumpigen Sofa und Sessel, sowie einen weiteren kleinen Raum, in dem Murphy seine Geschäfte tätigte. Dieses lag hinter einer solideren Tür mit mehr als nur einem Einfachschloss. O'Connell hatte schon die Hand am Knauf, überlegte es sich aber anders. Das knausrige Arschloch hat höchstwahrscheinlich seine ganzen Sicherheitsvorrichtungen, soweit er sie für nötig hält, da drinnen konzentriert. Er drehte sich um, und sein Blick fiel auf den Schreibtisch der Sekretärin. Sie hatte ihren eigenen Computer. Er setzte sich auf einen Stuhl und fuhr den PC hoch. Nach der Eingangsseite wurden die Zugangsdaten mit dem Passwort abgefragt. Er holte tief Luft und tippte nacheinander die Namen ihrer Hunde ein. Dann versuchte er es mit verschiedenen Kombinationen, doch keine passte. Er überlegte sich andere Möglichkeiten, bevor er grinsend Mops-Liebhaber eingab. Der Rechner sirrte, und nach wenigen Sekunden hatte O'Connell, wie er annahm, die Mehrzahl von Murphys Falldateien vor der Nase. Er scrollte die Liste herunter und stieß auf Ashley Freeman. Er kämpfte gegen den Drang an, diese Datei augenblicklich zu öffnen. Vorfreude ist die beste Freude, dachte er. Dann ging er jeden anderen Fall auf dem PC der Sekretärin durch und verweilte mehr als einmal bei den provokanten Digitalfotos, die bei einigen der Fälle abgespeichert waren. Sorgfältig machte er sich daran, eine um die andere Datei auf den Mitgebrachten des Ketten zu speichern. Er glaubte nicht, dass er auf diese Weise alles in die Finger bekam, was der ehemalige Krepo-Beamte auf seinem eigenen Computer hatte. Zweifellos behielt Murphy sich den Zugang zu besonders brisantem Material selbst vor. Doch für seine Zwecke hatte O'Connell mehr als genug. Er brauchte ein paar Stunden, bis er fertig war. Als er aufstand, waren seine Glieder steif und er streckte sich. Er ließ sich auf den Boden fallen, um rasch hintereinander ein paar Liegestütze zu absolvieren, die seine Muskeln entspannten. Dann ging er zu Murphys Bürotür hinüber. Er griff in seine Tasche und zog eine kleine Brechstange heraus. Er unternahm ein paar halbherzige Versuche, bei denen er die Oberfläche verkratzte und das Holz einkarbte, bevor er aufgab. Schließlich kehrte er zum Schreibtisch der Sekretärin zurück, brach die Schubladen auf, zerwühlte den Inhalt, verstreute Papiere, Druckerpatronen und Bleistifte auf dem Boden. Er fand ein gerammtes Bild von den Möpsen, ließ es fallen und zerbrach das Glas. Als er das Gefühl hatte, genügend Unordnung hinterlassen zu haben, verließ er das Büro und schloss die Tür hinter sich. Kaum hatte das Schloss eingeschnappt, brach er es mit der Brechstange auf. Danach musste der Türpfosten dran lauben, sodass die Holzsplitter flogen. Am Ende ließ er die Tür angelehnt. Als nächstes stürmte er mit derselben Brachialgewalt das Büro der Beratungsstelle gegenüber. Drinnen brachte er rasch die Schubladen und Schränke durcheinander und breitete so viel Bürokram wie möglich auf dem Boden aus. Dann ging er wieder die Treppe hinunter und knöpfte sich die Kanzlei des Anwalts vor. Auch hier riß er den Inhalt aus den Aktenschränken und warf ihn hinunter. Er brach den Schreibtisch des Juristen auf, fand mehrere hundert Dollar in Bar, die er sich in die Tasche stopfte. Er wollte gerade gehen, als ihm der Gedanke kam, wenigstens einen gezielten Schlag gegen den Schreibtisch der Hilfskraft zu landen. Sie würde sich sonst als Außenseiter fühlen, wenn es sie nicht wie die anderen traf, dachte er grinsend. Doch als er sah, was zuunterst in der letzten Schublade lag, blieb er reglos stehen. »Also wozu braucht wohl ein braves Mädchen wie du so ein Ding?«, flüsterte er. Es war eine Halbautomatik, Kaliber 25. Diese Waffenart war klein, leicht zu verstecken, recht beliebt bei Auftragskillern und Meuchelmördern, weil sie schon an und für sich sehr leise mit einem selbst gebastelten Schalldämpfer aber so gut wie gar nicht zu hören war. Wenn man Expansionsgeschosse in den neuen Schussladestreifen einlegte, dann war sie den meisten Aufgaben durchaus gewachsen. Eine Damenpistole, es sei denn, in der Hand eines Experten. »Die nehmen wir besser mit,« sagte er leise. »Hast du dafür einen Waffenschein? Hast du sie bei der Polizei von Springfield registrieren lassen, Schätzchen? Ich vermute nicht. Eine niedliche, kleine Straßenknarre, habe ich recht?« Michael O'Connell steckte die Waffe in die Tasche. »Eine äußerst ergiebige Nacht,« dachte er, als er das Chaos betrachtete, das er angerichtet hatte. »Am Morgen würde der Leiter der Beratungsstelle die Polizei holen. Ein Kripo-Beamter würde die Aussage aufnehmen. Er würde ihnen allen sagen, sie sollten eine Bestandsaufnahme von den Dingen machen, die gestohlen waren. Dann würden sie zu dem Schluss kommen, dass ein unausgegorener Junkie eingebrochen war, um Kasse zu machen und dann randaliert hatte, nachdem er feststellen musste, wie wenig in dem Haus zu holen war. Alle würden den Tag damit zubringen, Ordnung zu machen, Handwerker zu holen, die den Schaden an den Türen reparierten und neue Schlösser einbauten. Für alle wäre es nichts weiter als eine Unannehmlichkeit, was auch für den Anwalt und seine Geliebte galt, die ihrerseits ganz bestimmt nicht den Verlust ihrer illegalen Waffe melden würde. Nur Matthew Murphy würde sich auf die Schulter klopfen, weil seine zusätzlichen Schlösser und die schwere Tür zu seinem Büro seinen Arbeitsplatz vor dem Schicksal der anderen bewahrt hatte. Er würde sich vergewissern, dass nichts gestohlen war, und wahrscheinlich sogar darauf verzichten, den Schaden seiner Versicherung zu melden. Er würde lediglich seiner Sekretärin einen neuen Rahmen für ihre Hundefotos kaufen. »Einen billigen obendrein«, tippte O'Connell, als er auf die Straße trat. Der Hauptkommissar für die Bezirksstaatsanwaltschaft Hampton County war ein schmächtiger Mann Anfang vierzig, mit Schildpadbrille und schütterem, dunkelblonden Haar, das er auf ein waffnende Weise langtrog. Er legte die Füße auf seinen Schreibtisch und wippte mit seinem Sessel zurück, während er mich aufmerksam musterte. Er hatte eine unangenehme Art, eine Mischung aus freundlicher Höflichkeit und gereiztem Unterton. Demnach führt sie Mr. Murphys Tod und unsere Unfähigkeit, die Ermittlungen mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abzuschließen, zu uns. »Ja«, sagte ich, »denn ich nehme zwar an, dass sich eine Reihe von Instanzen mit dem Fall befasst hat, doch wenn eine davon einer Verhaftung nahe gekommen wäre, dann hätte es bei Ihnen gelegen, die übrigen Schritte zu veranlassen.« »Korrekt«, bestätigte er, »und wir haben keine Anklage erhoben.« Aber sie hatten einen Verdächtigen. Er schüttelte den Kopf. »Plural«, »Verdächtige«, da lag ja, kurz gesagt, das Problem. »Wie das?« »Zu viele Feinde.« »Zu viele, denen sein Tod nicht nur gelegen kam, sondern eine ganze Reihe Leute, die sich aufrichtig darüber freuen mussten.« Murphy wurde umgebracht, seine Leiche wie ein Stück Müll in eine schmale Gasse geworfen. Und wir sind sicher, dass das Ereignis nicht nur von einer Person in diesem Bundesstaat begossen wurde. Aber Sie konnten den Kreis doch sicher einengen. »Ja, einigermaßen. Aber denken Sie ja nicht, dass die Leute, die wir als Tatverdächtige geführt haben, die geringste Neigung gezeigt hätten, der Polizei zu helfen. Wir hoffen immer noch, dass irgendjemandem irgendwo, vielleicht in einem Gefängnis oder in einer Bar etwas herausrutscht, was uns in die Lage versetzt, uns auf ein oder zwei Täter zu konzentrieren. Aber bis zu dem glücklichen Moment bleibt der Mord am ehemaligen Kripo-Beamten Murphy ein ungeklärter Fall. Aber Sie müssen doch irgendwelche konkreten Spuren haben.« Der Hauptkommissar seufzte, nahm die Füße von seinem Schreibtisch und schwang herum. »Haben Sie Mr. Murphy gekannt?« »Nein.« »Er war nicht unbedingt jemand, den die Leute mochten,« erklärte er und schüttelte den Kopf. »Er war eher jemand, der die Gratwanderung liebte, juristisch gesprochen. Bis wir Näheres über den Hintergrund in Erfahrung bringen, können wir nicht wissen, von welcher Seite des Grates der Mord ausging. Einmal von dem abgesehen, was die Leiche uns verrät. Und das war nicht viel. Aber immerhin etwas. Der Mord lässt auf einen Profi schließen. Der Hauptkommissar stand auf, trat hinter mich und legte mir den Zeigefinger auf den Hinterkopf. »Peng! Peng!«, sagte er. Zwei Schüsse in den Kopf. Kaliber 25, mit Schalldämpfer vermutlich. Es handelte sich wahrscheinlich um Expansionsgeschosse. Beide Kugeln hatten weiche Spitzen und waren stark deformiert, als man sie entfernte, sodass ein ballistischer Abgleich unmöglich ist. Dann wurde die Leiche in eine schmale Gasse gezarrt und hinter Mülltonnen geschoben, wo sie unentdeckt blieb, bis am nächsten Morgen die Müllabfuhr kam. Derjenige, der ihn erschossen hat, besaß die Fähigkeit, sich Murphy unbemerkt zu nähern. Sehr wenige verwertbare Indizien. Nicht einmal eine abgeworfene Patronenhülse, was die Vermutung weiter erhärtet, dass wir es mit einem geübten Killer zu tun haben, der sich die Mühe machte, sie aufzulesen, bevor er verschwand. In der Nacht, in der er getötet wurde, regnete es ziemlich stark, was den Tatort zusätzlich in Mitleidenschaft zog. Keine Zeugen, keine offensichtlichen Spuren. Von Anfang an ein sehr schwieriger Fall, ohne dass uns jemand die Richtung zeigen konnte. Er lief einen Bogen und ließ sich diesmal auf der Ecke seines Schreibtisches nieder. Er lächelte, doch es hatte etwas von einem Barracuda. Was war das nun für ein Mord? Rache? Hat da jemand eine alte Rechnung beglichen? Vielleicht war es auch schlicht ein Raubüberfall. Seine Brieftasche war leergeräumt, aber die Kreditkarten noch da. Schon seltsam, nicht wahr? Er schwieg einen Moment, bevor er fragte. Und Ihr Interesse an dem Fall? Woher kommt das? Murphy hatte am Rande mit einem Fall zu tun, den ich recherchiere. Ich überlegte mir genau, was ich sagte. Einer unserer Kommissare hat jeden Klienten unter die Lupe genommen, den er je hatte. Der hat sich jeden, wirklich jeden Fall angesehen, an dem Murphy irgendwann mal gearbeitet hatte. Für welchen interessieren Sie sich? Ashley Freeman, erklärte ich vorsichtig. Der Hauptkommissar schüttelte den Kopf. Das ist wirklich interessant. Ich hätte gedacht, da ist nicht viel zu holen. Das war einer seiner kleineren Jobs, in den er vielleicht ein paar Tage investiert hat, nicht mehr. Und soviel ich weiß, einige Zeit vor seiner Ermordung zu Ende gebracht hat. Nein. Der Mann, der Murphy erledigt hat, gehörte entweder zu einem der Drogenringe, die er in seiner Zeit bei der Polizei mit hochgehen lassen hat. Oder es war einer von den Typen im organisierten Verbrechen, dem er als Privatdetektiv auf der Spur war. Oder auch einer der Polizisten, die in unschönen Scheidungsverfahren steckten. Das sind alles geeignetere Tatverdächtige. Ich nickte. Aber wissen Sie, was mich an diesem Fall wirklich fasziniert? Was denn? Fragte ich. Als wir anfingen, unter jedem Stein und hinter jedem Vorhang nachzusehen, kam es uns so vor, als hätte uns jeder, den wir befragten, irgendwie erwartet. Erwartet? Aber was ist daran so ungewöhnlich? Der Hauptkommissar lächelte erneut. Murphy hat sich immer sehr um Vertraulichkeit bemüht. Schließlich liegt es in der Natur seines Gewerbes. Er behielt alles für sich. Er war verschwiegen. Gab nichts Preis, ließ sich nicht in die Karten schauen. Die einzige Person, die auch nur eine vage Ahnung davon hatte, womit er seine Tage zubrachte, war seine Sekretärin. Sie erledigte den ganzen Schriftverkehr, die Rechnungen sowie Aktenführung. Und die konnte ihn nicht weiterhelfen? Sie hatte keine Ahnung. Nicht den blassesten Schimmer. Aber darum ging es gar nicht. Er schwieg und sah mich eindringlich an, bevor er fortfuhr. Wie konnten also all diese Leute wissen, dass wir uns mit ihnen befassten? Sicher konnten einige Zielpersonen, auf die er angesetzt war, gar nicht anders, als früher oder später zu merken, dass er in ihrem Leben herumschnüffelte. Aber das galt sicher nur für einen relativ kleinen Prozentsatz. Und um die ging es nicht. Ich sag es noch mal. Die Leute wussten es. Und zwar alle. Als wir bei ihnen auf der Matte standen, hatten sie nur auf uns gewartet und sich wasserdichte Alibis verschafft. Das stinkt. Das stinkt zum Himmel. Und da liegt der Hase am Pfeffer, nicht wahr? Ich stand auf. »Sind Sie an einem echten Krimi interessiert?« fragte der Hauptkommissar, während er mir die Hand schüttelte und hinter seinen Schreibtisch zurückkehrte. »Nun, dann lösen Sie dieses Rätsel für mich.« Auch wenn ich den Mund hielt, wusste ich im selben Moment die Antwort. Hope hasste die Ruhe. Sie merkte, dass sie rastlos das letzte Training der Saison absolvierte und sich auf den Winter vorbereitete. Sie war ständig gereizt, aber nicht in der Lage, ihre Gefühle einzuordnen. Sie stellte fest, dass sie die Pfade des Campus entlang hetzte, obwohl eigentlich keine Eile geboten war. Sie erlebte, wie sie plötzlich eine trockene Kehle bekam, wie sie sich die Lippen lecken musste oder eine schwere Zunge hatte, so dass sie literweise Wasser trank. Mitten in einem Gespräch stellte sie fest, dass sie von dem, was gesagt worden war, nicht viel mitbekommen hatte. Die Angst hatte sie im Griff. Und während ein Tag um den anderen verging, ohne dass etwas Schlimmes passierte, malte sie sich aus, wie anderswo ungleich Schrecklicheres geschah. Nicht einen einzigen Moment lang glaubte sie daran, dass Michael O'Connell aus ihrer aller Leben verschwunden war. Scott hatte sich, soweit sie es beurteilen konnte, mit Feuereifer in seine Lehrtätigkeit gestürzt. Sally hatte sich wieder ihren anstehenden Scheidungsfällen und Geschäftsaufgaben gewidmet, während sie sich zufrieden auf die Schulter klopfte, weil sie selbst eine Lösung gefunden und die Sache zu einem guten Ende geführt hatte. Und Hope und Sally hatten sich wieder in die Detente ihres Kalten Krieges geflüchtet, die ihre Beziehung kennzeichnete. Auch der letzte Rest an Zärtlichkeit war verflogen. Es gab nie eine Liebkosung, ein Kompliment oder ein Lachen, und schon gar nicht eine Berührung, die zum Sex einlud. Man hätte meinen können, sie seien zu Nonnen geworden, die unter einem Dach zusammenlebten, die zwar das Bett miteinander teilten, aber mit irgendeinem Ideal im Jenseits vermehlt waren. Hope fragte sich, ob Sallys letzte Monate mit Scott genauso verlaufen waren. Oder hatte sie den Schein gewahrt und mit ihm geschlafen? Hatte Leidenschaft vorgetäuscht? Ihm Essen gekocht? Den Haushalt versorgt und mit ihm geplaudert, während sie immer wieder zu unmöglichen Zeiten verschwand, um sich mit Hope zu treffen und ihr zu sagen, Ihr Herz gehörte ihr? In der Ferne hörte Hope Stimmen von den Spielfeldern. Nachspielzeit, dachte sie. Nur noch ein Spiel. Zwei bis zum Halbfinale. Sie konnte sich kaum auf die Spiele konzentrieren, sondern steckte in einem Orast an Gefühlen. Zu Ashley, zu Michael O'Connor, zu ihrer Mutter und vor allem zu Sally, um die sich alles zu einer einzigen Aussichtslosigkeit zusammenbraute. Im Gehen dachte sie daran, wie sie Sally kennengelernt hatte. So einfach sollte Liebe immer sein. Man trifft sich bei der Eröffnung einer Kunstgalerie. Man redet. Man macht einen Scherz und hört den anderen lachen. Man beschließt noch, auf ein Glas zusammenzubleiben. Dann lädt man sich zum Essen ein. Noch einmal mitten am Tag. Schließlich eine zarte Berührung der Hand. Ein Flüstern. Ein Blick. Und alles geht seinen Gang. So wie es Hope vom ersten Moment vorausgesehen hatte. Liebe, dachte sie. Michael O'Connor fantasierte ständig davon, während Hope das Wort seit Wochen nicht mehr in den Mund genommen hatte. Vielleicht sogar seit Monaten. Ashley hatte ihr erzählt, dass er behauptete, er liebte sie. Nichts von seinem Verhalten, da zweifelte Hope kein Moment, hatte auch nur das Geringste mit Liebe zu tun. Sie zog die Schultern ein. Er ist weg, sagte sie sich. Sally sagt, er ist weg. Scott sagt, er ist weg. Ashley glaubt, er ist weg. Hope glaubt es nicht. Umgekehrt konnte sie nicht einen einzigen konkreten Anhaltspunkt dafür finden, dass er zurückgekehrt war. Sie hörte Stimmen und sie sah, wie die Mädchen ihrer Mannschaft winkten, ihre Runden liefen und miteinander plauderten, sich schließlich in der Mitte des Spielfelds zusammenscharrten. Sie griff nach der Pfeife an der Kordel um ihren Hals, beschloss jedoch, ihnen noch ein, zwei Minuten ihren Spaß zu lassen. Die Zeit, in der sie jung waren, ging so schnell vorbei. Sie sollten jede Minute genießen. Nur wußte sie ebenso gut, dass junge Leute das niemals begreifen würden. Sie seufzte, ließ die Pfeife und beschloss täglich mit ihrer Mutter und mit Ashley zu telefonieren, um sicher zu sein, dass alles in Ordnung war. Sie fragte sich, wieso Scott und Sally es nicht auch so hielten. Sally starrte auf die Schlagzeile der Spätausgabe und merkte, wie ihr das Blut aus dem Gesicht wich. Sie verschlang jedes Wort des Artikels, las ihn noch einmal, prägte sich Einzelheiten ein. Ex-Cop ermordet auf der Straße gefunden. Als sie das Blatt weglegte, merkte sie, dass sie Druckerschwärze an den Händen hatte. Erstaunt betrachtete sie ihre Finger, bis ihr bewusst wurde, wie ihr bei der Lektüre der Schweiß ausgebrochen war, so dass die Farbe an ihrer Haut haftete. Mord oder Hinrichtung? Die Worte halten in ihrem Bewusstsein nach und ließen sich nicht verdrängen. Die Polizei überprüft eine mögliche Verbindung zum organisierten Verbrechen. Das Erste, was sie sich einhämmerte, war, das hat nichts mit Ashley zu tun. Sie wankte zurück, als hätte ihr jemand einen Schlag in den Magen versetzt. Es hat entschieden, mit Ashley zu tun. Ihr erstes Bedürfnis war, jemanden anzurufen. Als Anwältin kannte sie zahlreiche Kollegen mit einem guten Draht zur Bezirksanwaltschaft. Einer von ihnen musste doch genaueres wissen. Insider-Informationen, die ihr ein besseres Bild verschafften. Mit einer Hand griff sie nach ihrem Rolodex, mit der anderen nach dem Telefon. Dann zögerte sie. Sally, was machst du da? Sie atmete tief durch. Hol dir nicht freiwillig Leute ins Haus, die dein Leben unter die Lupe nehmen. Jeder Staatsanwalt, der auch nur am Rande mit dem Mord an Murphy zu tun hatte, würde ihr bedeutend mehr Fragen stellen als Auskünfte geben. Mit diesem Anruf würde sie sich und ihre Probleme mit einer Situation vermengen, aus der sie sich lieber raushielt. Sally hustete. Sie hatte Murphy vorgeschickt, damit er sich Michael O'Connell vorknöpfte. Er hatte ihr einen Erfolgsbericht geschickt. Problem gelöst. Alle in Sicherheit. Ashley könne wieder ein normales Leben führen. Und wenig später ist Murphy tot. Sie konnte keinen Sinn darin sehen. Es war, als hätte man einen berühmten Mathematiker, einen Einstein vor sich, der zwei plus zwei gleich fünf an die Tafel schreibt, und niemand stellt es richtig. Sie schnappte sich die Zeitung und las jedes Wort zum dritten Mal durch. Nichts ließ darauf schließen, dass Michael O'Connell irgendetwas damit zu tun hatte. Es schien das Werk eines Profis zu sein. Offensichtlich ging es auf das Konto von ein paar wirklich üblen Burschen, den Murphy in die Quere gekommen war. Dieser Mord überstieg die Fähigkeiten eines Mechanikers. Computerfreaks, Gelegenheitsstudenten und Kleinkriminellen von der Sorte Michael O'Connells, redete Sally sich trotzig ein. Das hatte nicht das Geringste mit ihnen zu tun, und es wäre ein Fehler, etwas anderes zu vermuten. Sie lehnte sich auf ihrem Schreibtischsessel zurück und atmete schwer. Nein, wir sind alle in Sicherheit. Das ist Zufall. Sein Tod hatte nichts mit ihrer Situation zu tun. Schließlich war ihre Wahl auf Murphy gefallen, weil er bereit war, hier und da das Gesetz etwas großzügiger auszulegen. Und bei all den anderen Fällen war er zweifellos noch ganz anders zur Sache gegangen. Und hatte sich überall Feinde gemacht. Einer davon hatte sich schließlich gerecht. Das musste es sein. Sie atmete langsam aus. Nein, das eigentliche Problem bestand darin, dass die Drohungen, mit denen Murphy O'Connell in Schach gehalten hatte, sich nunmehr in nichts aufgelöst hatten. Das war die größte Gefahr, der sie sich gegenüber sahen. Natürlich setzte dies voraus, dass Michael O'Connell von Murphys Ermordung wusste und darin seine Chance erkannte. Unhaltbare Spekulationen, sagte sie sich. Dennoch griff sie nach dem Telefon. Sie hasste das. Sie hasste den Gedanken, dass es so aussehen musste, als hätte sie bei ihrem Teil der Abmachung versagt. Doch ihr war klar, dass sie dennoch ihren Ex-Mann anrufen musste. Sally wählte Scotts Nummer und merkte, wie sie erneut zu schwitzen begann. »Hast du die Zeitung gelesen?« fragte Sally unvermittelt. Als Scott Sallys Stimme in der Leitung hörte, war er zunächst irritiert. »Die New York Times?« fragte er kurz angebunden zurück, obwohl er wusste, dass sie ein anderes Blatt meinte. Es war genau die falsche Antwort, und Sally hätte ihn dafür erwürgen können. »Nein, das Lokalblatt.« »Nein. Wieso?« »Es gibt eine Meldung auf der Titelseite über den Mord an einem ehemaligen Kripo-Beamten in Springfield.« »Ja. Bestimmt ein tragischer Fall. Und?« »Es ist der Privatdetektiv, den ich zu Michael O'Connell geschickt habe, während du Ashley aus Boston geschleust hast. Er hat sein Ding durchgezogen, kurz nachdem du ihr Verschwinden arrangiert hast.« »Sein Ding?« »Ich habe nicht dazu viele Fragen gestellt, und er war auch nicht sonderlich gesprächig. Aus offensichtlichen Gründen. Scott zögerte. »Und was genau hat das mit uns und Ashley zu tun?« Sallys Antwort kam prompt. »Wahrscheinlich nichts, vermutlich reiner Zufall, wohl nur ein unglückliches Zusammentreffen von Ereignissen. Der Detektiv hat mir berichtet, er hätte sich mit O'Connell getroffen, und wir hätten nichts mehr von ihm zu befürchten. Und dann wird er plötzlich ermordet. Das beunruhigt mich ein bisschen. Ich kann nicht sagen, ob es einen Zusammenhang gibt, aber ich dachte, du solltest es zumindest wissen. Ich meine, es verändert möglicherweise die Situation. Irgendwie. »Willst du demnach«, fragte Scott im wohlmodulierten Vorlesungston, »willst du damit sagen, wir hätten ein Problem?« »Verdammt, ich dachte, wir hätten unter die ganze Sache einen Schlussstrich gezogen. Ich dachte, wir hätten ihn Mistkal ein für alle Mal hinter uns gelassen.« »Ich weiß nicht. Haben wir ein Problem?« »Ich glaube eigentlich nicht. Ich wollte dich nur über etwas in Kenntnis setzen, das möglicherweise von Bedeutung ist.« »Hör mal, Ashley ist noch oben in Vermont, gesund und wohlbehalten bei Hobbes Mutter. Mir scheint, unser nächster Schritt besteht darin, sie für ein neues Graduiertenstudium einzuschreiben. Vielleicht unten in New York oder auch an der Westküste in San Francisco, wo sie noch nie war. Ich weiß, dass sie an Boston hängt, aber wir waren uns daran einig, dass sie einen neuen Anfang machen muss. Also verbringt sie ein bisschen Zeit in Vermont, sie zu, wie sich die Blätter verfärben und zugeschneit werden, und fängt im Frühjahrssemester wieder an. Ende der Geschichte. Wir sollten in diese Richtung weiterarbeiten und uns nicht ständig irgendein Schrecken einjagen lassen.« Sally biss die Zähne zusammen. Sie hasste solche Belehrungen. »Chimäre«, sagte sie. »Wie bitte? Ein mythologisches Untier von entsetzlichen Ausmaßen, das es in Wahrheit gar nie gab.« »Ja und?« »So kann man die Sache auch sehen, unter dem akademischen Blickwinkel«, erklärte Sally, um Scott zu irritieren. »Das hätte sie eigentlich unterlassen sollen, tat es aber doch. Gescheiterte Beziehungen bringen Verhaltenszwänge mit sich. Und darum handelte es sich hier.« »Nun ja, vielleicht. Wie auch immer, wir sollten an die Zukunft denken. Wir müssen Ashleys Universitätszeugnisse abholen, damit sie sich erneut an graduierten Schulen bewerben kann, selbst wenn es zunächst nur eine Gasthörerschaft wäre. Am besten erledigt das einer von uns und nicht sie. Und wir lassen die Zeugnisse an uns schicken und nicht nach Vermont. »Das übernehme ich, mit der Büroadresse.« Sally legte auf und war wie immer betroffen, wie gut sie ihren Ex-Mann kannte. Er hatte sich über die Jahre nicht geändert, nicht seit ihrer ersten Begegnung und nicht durch irgendetwas, das seitdem geschehen war. Er war so vorhersehbar wie eh und je. Sie saß immer noch an ihrem Schreibtisch. Sie blickte aus dem Fenster und sah, dass die Dunkelheit das letzte Licht des Tages geschluckt hatte und sogar die Schatten schwarz geworden waren. Michael O'Connell beobachtete von seinem Posten unter einer ausladenden Eiche keinen halben Häuserblock von Sally und Hope's Haus entfernt, wie dieselben Schatten länger wurden. Er fühlte sich innerlich beschwingt, als wäre mit den Händen zu greifen, wie viel näher er Ashleys war. Er sah, wie in beiden Straßenrichtungen die Lichter angingen. Ein paar Minuten schwang sich ein Wagen herauf, dessen Scheinwerfer über die Rasenflächen strich. Er sah, wie in den Küchen gearbeitet, wie das Abendessen gerichtet wurde und wie der metallische Schimmer der Fernseher durch die Fenster drang. Mir bleibt nur wenig Zeit. Er glaubte allerdings auch nicht, dass er viel brauchte. Sally und Hope wohnten an einer älteren, kurvenreichen Straße. Hier herrschte eine seltsame architektonische Mischung aus einigen neueren Ranchhäusern, die sich unter die stattlichen viktorianischen Villen aus der Jahrhundertwende mischten. Es war ein eigenartiges Viertel, mit seinen Alleen und dem soliden Mittelstandsflair ziemlich begehrt. Dort lebten vornehmlich Ärzte, Anwälte, Professoren. Eine Menge Rasen und Hecken und kleine Garten- und Halloween-Partys. Nicht eins der Viertel, in denen die Leute viel in die Sicherheitstechnik und die neuesten Schutzsysteme investierten. O'Connell huschte schnell die Straße entlang. Er wusste, dass Sally gewöhnlich erst spät aus der Kanzlei kam und Hope Fußballtraining hatte, bis es zu dunkel war, um den Ball zu erkennen. Somit brauchten sie beide noch eine Weile. Er tastete sich von einem Baumstamm zum anderen weiter und schlüpfte ohne zu zögern in die dunklen Schatten neben ihrem Gebäude. Hinter der Einfahrt befand sich ein alter Holzzaun mit einem Zugang zum rückwärtigen Garten. Als im Nachbarhaus die Lichter in der Küche anging, wartete er einen Moment eng an die Außenwand geschmiegt. Das Haus war auf einer kleinen Anhebung errichtet, sodass sich der Hauptwohntrakt oberhalb seines Kopfes befand. Doch wie viele ältere Häuser verfügte es über einen großen, so gut wie nie genutzten Keller, zu dem eine alte Tür mit angefaultem Holzrahmen führte. Er brauchte keine zehn Sekunden, um sie aufzustemmen. Er ließ die Tür hinter sich angelehnt und holte seine rot verklebte Taschenlampe heraus. Bei dem Gedanken, dass er nur wenige Meter von diesem feuchtkalten Raum, in dem er stand, etwas finden würde, das ihm sagte, wo genau Ashley sich jetzt befand, holte er Tiefluft. Ein Brief mit Absender, eine Telefonrechnung, Kreditkartenauszüge, ein Zettel mit ihrem Namen an der Kühlschranktür. Aufgeregt leckte er sich die Lippen, während seine Hände vor Spannung fast zitterten. Der Einbruch in Murphys Büro war nichts Besonderes gewesen. Ein Etappensieg auf dem Weg zu Ashley. Er fand, dass er umsichtig und professionell vorgegangen war. Dieser Einbruch hier war etwas anderes. Dies war ein Liebesdienst. Er blieb einen Moment stehen, um die abgestandene Kellerluft einzuatmen. Wenn sie nur wüsste, was ich alles auf mich nehmen musste, um sie zu finden und uns zusammenzubringen, dachte er, dann würde sie begreifen, wieso wir füreinander bestimmt sind. Irgendwann einmal, malte er sich aus, würde er ihr sagen können, dass er prügelbezogen, Gesetze gebrochen, seine Sicherheit und Freiheit aufs Spiel gesetzt hatte. Alles nur für sie. Wenn sie mich danach nicht lieben kann, war sein nächster Gedanke, dann hat sie nicht verdient, irgendjemanden zu lieben. Er fühlte ein Zucken, einen Muskelkrampf quer durch seinen Körper, und er musste sich anstrengen, um ihn unter Kontrolle zu bekommen. Er merkte, wie sein Atem flach und stockend wurde. Eine Sekunde lang mahnte er sich, die Ruhe zu bewahren. Er malte sich Sally aus. Hope. Scott, und dabei stieg die blanke Wut in ihm auf. Die eng verflochtenen Gefühle von Liebe und Hass waren nicht mehr auseinanderzuhalten. Als er wieder einigermaßen ruhig geworden war, machte er sich vorsichtig auf den Weg durch den Keller, bis er an eine wackelige Treppe kam, die ihn nach oben in den Wohnbereich führte. Er war nicht sicher, wonach genau er zu suchen hatte. Er wusste nur, dass es, was immer es war, in greifbarer Nähe sein musste. Er schob die Tür auf dem oberen Treppenabsatz auf und nahm augenblicklich an, dass er sich in einer Art Speisekammer im Anschluss an die Küche befand. Er wollte die Taschenlampe so schnell wie möglich ausschalten. Selbst mit der dämpfenden, roten Verklebung war ihr Schimmer viel eher dazu angetan, einen neugierigen Nachbarn auf den Plan zu rufen als die Deckenlampe. Er sah eine Reihe Schalter an der Wand und erwischte mit dem ersten das Licht in der Küche. Mit einem Lächeln knipste Michael O'Connell die Taschenlampe aus. »Bleib von den Fenstern weg«, schärfte er sich ein, »und fang an zu suchen.« »Es ist hier, irgendwo, alles, was du wissen musst.« »Ich merke es ganz deutlich.« »Ich komme, Ashley.« Er machte noch einen Schritt, als ein tiefes, bissiges Knurren aus dem Dunkel der Eingangsstile kam. Ich denke, wie bei den meisten Menschen ist das, was mir Angst macht, entscheidend von Hollywood geprägt, das uns mit außerirdischen Vampiren, Monstern und Serienmördern überfüttert. Dazu kommen diese brenzligen, unvorhersehbaren Momente im Leben, wenn der andere Wagen bei Rot über die Ampel fährt und man in Panik auf die Bremse tritt. Aber eine tiefe, lähmende Angst kommt aus der Unsicherheit. Sie nagt an der Widerstandskraft. Sie gibt keine Ruhe und ist stets gegenwärtig. Als ich der jungen Frau gegenüber saß, sah ich jedes Fältchen, das die Angst in ihr Gesicht eingegraben und sie vorzeitig altern lassen hatte. Jeden nervösen Tick, ihre Hände, die sie ständig rieb, das Augenlid, das unablässig zuckte, bis hin zum Beben in ihrer Stimme, das deutlicher zu hören war als die Worte, die sie flüsterte. »Ich hätte mich nicht auf ein Treffen mit Ihnen einlassen sollen«, sagte sie. »Manchmal ist es weniger die Angst zu sterben, als die Angst weiterzuleben.« Sie legte beide Hände um eine Tasse heißen Tee und hob sie langsam an die Lippen. Draußen war es unbarmherzig heiß, und jeder andere im Café des Einkaufszentrums trank etwas Eisgekühltes. Doch sie schien die Hitze nicht wahrzunehmen. »Ich weiß das zu schätzen«, antwortete ich. »Ich werde nicht viel von Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Ich möchte nur eine Sache bestätigt haben. Ich muss los. Ich kann nicht bleiben. Ich darf nicht mit Ihnen gesehen werden. Meine Schwester hat die Kinder, und ich kann sie nicht so lange bei ihr lassen. Wir ziehen um. Nächste Woche nach...« Sie hielt inne und schüttelte den Kopf. »Nein, ich werde Ihnen nicht sagen, wohin wir ziehen. Das verstehen Sie doch.« Sie beugte sich ein wenig vor, und ich konnte eine dünne, lange, weiße Narbe nahe an ihrem Haaransatz sehen. »Natürlich. Es geht auch ganz schnell«, versuchte ich, sie zu beruhigen. »Ihr Mann war Poliskeptan, und Sie haben Matthew Murphy im Laufe Ihres Scheidungsverfahrens angeheuert, nicht wahr?« »Ja, mein Exmann hat einen Teil seines Einkommens verschoben und mich und die drei Kinder betrogen. Ich wollte, dass Murphy herausfindet, wo er das Geld gelassen hatte. Meine Anwältin meinte, Murphy wäre gut in sowas.« Ihr Ex war ein Tatverdächtiger im Mordfall Murphy, richtig? »Ja, die Beamten der State Police haben ihn mehrmals befragt. Sie haben auch mit mir gesprochen.« Sie schüttelte den Kopf und fügte dann hinzu. »Ich war sein Alibi.« »Wie das?« »In der Nacht, in der Murphy ermordet wurde, tauchte mein Exmann ziemlich früh am Tag bei mir zu Hause auf. Er hatte getrunken, er war in einer ausgesprochen miesen Stimmung, selbstmordgefährdet. Bestand darauf reinzukommen, die Kinder zu sehen. Ich habe ihn nicht dazu bringen können, zu gehen.« »Hatten Sie denn keine einstweilige Verfügung?« »Doch, ein Annäherungsverbot. Zu allen Tageszeiten hundert Meter Abstand, so hieß es in der richterlichen Verfügung. Hat mächtig viel gebracht. Er ist eins neunzig groß und fast hundertzwanzig Kilo schwer, und er kennt jeden Kopf weit und breit. Alles Kumpel von ihm. Was soll ich denn machen? Mich ihm entgegenstellen? Er hat gemacht, was er wollte. Tut mir leid. Das Alibi. Na, jedenfalls begann er zu trinken. Dann mich zu verprügeln. Dann, stundenlang, bis zur Bewusstlosigkeit. Wenn er am nächsten Morgen aufwachte, hat er sich entschuldigt. Gesagt, es würde nie wieder vorkommen. Ist es auch nicht. Eine ganze Woche lang. Und das haben Sie den Beamten von der State Police erzählt? Wollte ich nicht. Ich wünschte, ich hätte den Mumm gehabt, ihn zu sagen. Aber sicher war er es. Er hat mir gesagt, er wäre es gewesen. Auf diese Weise wäre ich ihn ein für alle Mal losgeworden. Aber das habe ich nicht fertiggebracht. Ich zögerte. Was mich interessieren würde, ich weiß, was Sie interessiert. Sie griff sich an die Stirn und strich mit dem Finger den schmalen Grat der Narbe entlang. Als er mich mit der Faust schlug, hat mich sein Ring vom Fitchburg State College, da haben wir uns kennengelernt, übel erwischt. Hat mir dieses Andenken an ihn eingebracht. Sie wollen wissen, wie er von Murphy erfahren hat, nicht wahr? Ich nickte. Während eines Streits hat er es mir auf den Kopf zugesagt, hat mich angebrüllt. Du hast tatsächlich geglaubt, ich wäre zu blöd, um dahinter zu kommen, dass du ein Privatschnüffler angeheuert hast? Ich sah, wie ihr Tränen in die Augen stiegen. Er bekam einen anonymen Brief, einen einfachen, braunen Umschlag, mit einer Kopie von allem, was Murphy über ihn rausgefunden hatte. All die vertraulichen Sachen, die nur meiner Anwältin und mich etwas angingen. Irgendwo in Worcester abgestempelt. Ich kenne niemanden in der Stadt. Wer sollte so etwas an meinen Ex schicken? Das hat mich zwei Zähne gekostet, die er mir ausgeschlagen hat. Es hätte Murphy das Leben gekostet, wenn ich nur das Glück gehabt hätte, dass mein Ex-Mann ihn mit einer Pistole aufgelauert hätte und nicht jemand anders. Vielleicht hat es ja Murphy das Leben gekostet. Vielleicht hat ja jemand anders auch so einen braunen Umschlag bekommen. Wer weiß. Ich hätte mir so gewünscht, dass es mein Ex-Mann gewesen wäre. Hätte alles so viel leichter gemacht. Sie schob ihren Stuhl vom Tisch zurück. Ich muss los. Mit gesenktem Kopf und gebeugten Schultern sah sie in alle Richtungen und drehte sich um. Dann trat sie aus der Tür des Cafés und hastete durch die Mall, indem sie den Passanten auswich, als ob die Angst ihr unaufhörlich im Nacken säße und ihr unzählige Gefahren ins Ohr flüsterte. Ich sah ihr nach und fragte mich, ob ich gerade Ashleys Zukunft vor mir gesehen hatte. Hope stand auf dem kurzen Ziegelstein gepflasterten Gehweg zu ihrer Haustür, als die Scheinwerfer von Sallys Auto über den Rasen glitten. Unschlüssig, was sie tun sollte, wartete sie. Früher einmal wäre sie zu Sallys Wagen gegangen, um sie mit einer Umarmung zu begrüßen. Doch jetzt war sie sich nicht einmal sicher, ob sie stehen bleiben sollte, um mit ihr zusammen ins Haus zu gehen. Sie schob ihre Füße unentschlossen über den Boden und starrte in die Dunkelheit über dem Viertel. Hope hatte das Gefühl, dass sie beide sich angewöhnt hatten, immer später nach Hause zu kommen, so dass das Schweigen, das sie im Laufe des Abends erwartete, weniger Zeit hatte, sie niederzudrücken. »Hey«, sagte sie, als sie hörte, wie Sally die Wagentür zuschlug. »Hey«, grüßte Sally mit einer erschöpften Stimme zurück. »Harter Tag«, Sally kam langsam über den Rasen zu ihr herüber. »Ja«, bemerkte sie kryptisch, »lass uns drinnen darüber reden.« Hope nickte und ging die Eingangsstufen hoch. Sie steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete die Haustür. Im Haus war es pechschwarz, und sie hatte das Gefühl, als strömte die Nacht wie ein dunkler, gefährlicher Sog direkt an ihr vorbei ins Haus. Hope blieb in der Eingangsdiele stehen und wußte schlagartig, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Sie schnappte nach Luft. »Nameless«, rief sie. Die Deckenlampe ging an, und Sally stand neben ihr. »Nameless«, rief Hope ihr noch einmal zu. »Dann«, »oh mein Gott«. Hope ließ ihren Rucksack auf dem Boden fallen und trat vor. Die Angst hatte alle anderen Emotionen überwältigt, und in ihrem Körper überschlugen sich Frieren, Hitzewallungen und kalte Schweißausbrüche. »Nameless«, brüllte sie wieder. Sie hörte die Panik in ihrer eigenen Stimme. Hinter ihr machte Sally die Lampen an, sodass Wohnzimmer, Flur und das Fernsehzimmer im Erdgeschoss in hellem Licht erstrahlten. Und zuletzt die Küche. Der Hund lag reglos auf dem Boden ausgestreckt. Hope stieß ein Stöhnen aus, das aus einem tiefen Winkel ihres Bewusstseins kam, den sie nicht kannte. Sie warf sich auf Nameless' Körper. Sie grub die Hände in sein Fell, versuchte irgendwo Wärme zu spüren und drückte ihr Ohr an seine Brust, um aus seinen Herzschlag zu hören. Hinter ihr stand Sally wie erstarrt in der Tür. »Ist er?« Hope stöhnte inzwischen blind vor Tränen noch einmal auf. Doch im selben Moment fasste sie unter den Körper des Hundes und hob ihn mit einer einzigen Bewegung auf. Sie drehte sich zu Sally um und ohne ein Wort zu sagen rannten sie beide zurück durch die Dunkelheit. Sally fuhr schnell, schneller als je zuvor, um über den Highway die Tierklinik in Springfield zu erreichen. Bei ihrem Slalom durch den Verkehr erreichte die Tachonadel beinahe 160 Stundenkilometer, und sie hörte, wie Hope sagte, »Schon gut, du kannst langsamer fahren.« Hope hätte genauso etwas anderes sagen können, doch Sally verstand nur, dass sie den Kopf tief über die Schnauze des Hundes gesenkt hatte, sodass sie schwer zu hören war. Für die letzten Kilometer brauchten sie nur wenige Minuten, und als sie durch die trüben Straßen der Innenstadt fuhren, sah sich Sally außerstande etwas zu sagen, sondern horchte nur gebannt auf das untröstliche Schluchzen vom Rücksitz, das ihr wie Messerschnitte in die Eingeweide fuhr. Sie sah das rot-weiße Notaufnahmeschild und hielt vor dem Eingang. Das Quietschen der Reifen schreckte die diensthabende Schwester an der Pforte hinter der Schiebetür auf. Hope hatte nameless noch keine zwei Meter weit gebracht, da hatte die Schwester ihn schon auf eine Trage gelegt. Bis Sally den Wagen geparkt hatte und hereingekommen war, saß Hope schon zusammengekauert, den Kopf in die Hände gestützt im Wartezimmer. Als Sally sich neben sie setzte, sah sie kaum auf. »Ich hoffe, es ist«, fing Sally an, ohne weiter zu sprechen. »Er ist tot. Ich weiß es«, sagte Hope. »Ich habe keinen Herzschlag gehört, keinen Puls gefühlt. Er hat nicht geatmet. Er war alt, aber wir hätten nicht hierher rasen sollen. Es passiert einfach. Man wird alt, und es passiert.« Sally saß da und sah zur Wand ihr gegenüber hoch. Sie rechnete jeden Moment damit, dass der Tierarzt herauskam und Hope mitteilte, was sie bereits wusste. Doch zu Sallys Überraschung vergingen fünf Minuten, dann zehn. Nach zwanzig Minuten warteten sie immer noch. Nach einer halben Stunde kam ein großer junger Mann in weißem Laborkittel über der blassgrünen Krankenhauskleidung. »Miss Fraser«, sagte er in einem ruhigen, wohlgesetzten Ton, der, wie Sally augenblicklich erkannte, von der Übung im Überbringen schlechter Nachrichten kam. Er sah Hope an. »Ja«, ihre Stimme zitterte. »Es tut mir leid«, begann er langsam. »Wir haben versucht, ihn wiederzubeleben, aber er war...« Stieg sie Richtung Parkhauszugang aus. Auf dem grauen, düsteren Parkgelände, wo es nach Öl stank und von quietschenden Reifen auf den kreisrunden Rampen wiederhalte, lief sie zügig zu den Inland-Terminals hinüber. Dann folgte sie den Schildern zur Busverbindung Richtung U-Bahn-Station. Im U-Bahn-Abteil befand sich nur ein halbes Dutzend Menschen, und Michael O'Connell war nicht darunter. Es bestand keine Gefahr, dass er ihr folgte. Jetzt nicht mehr. Allmählich kam bei ihr so was wie freudige Erregung auf und ein berauschendes Gefühl der Freiheit. Ihr Herz schlug höher, und ihr wurde bewusst, dass sie lächelte. Vermutlich zum ersten Mal seit Tagen. Dennoch hielt Ashley sich streng an die Instruktionen ihres Vaters und räumte innerlich ein, sie mögen verrückt sein, aber sie scheinen zu funktionieren. Sie stieg in der Congress Street aus und lief, immer noch mit ihrem doppelten Gepäck, die wenigen Häuserblocks bis zum Kindermuseum. Hinter der Eingangstür gab es eine Stelle, an der sie ihre Taschen aufgeben und ein Einbahnticket lösen konnte. Dann begab sie sich in das verschlungene Labyrinth des Museums und wanderte vom Legoraum zum naturwissenschaftlichen Teil, wo sie ein Heer von kichernden, lebhaften Kindern mit ihren Eltern oder Lehrern umgab. Als sie inmitten des aufgeregten, fröhlichen Lärms verharrte, begriff sie plötzlich die Logik ihres Vaters. Trotz der verwinkelten Anlage, der Treppen und Rutschen, hätte sich O'Connell an diesem Ort nicht verstecken können. Man hätte ihm sofort angesehen, dass er hier nicht hingehörte, wohingegen Ashley problemlos als Kindergärtnerin oder Babysitter durchging, die sich mühsam ihren Weg durch die Menge der Besucher bahnte. Sie sah auf die Uhr und hielt sich weiterhin an den Plan. Exakt um 16 Uhr holte sie ihr Gepäck wieder ab und stieg unverzüglich in eines der Taxis, die draußen warteten. Diesmal suchte sie sorgsam die Straße nach Michael O'Connell ab. Das Museum lag in einem ehemaligen Lagerhausviertel und die breite Straße war in beide Richtungen gut zu überschauen. Sie erkannte, wie genial sie den Schauplatz ausgesucht hatten. Kein Versteck, keine dunklen Gassen, Bäume oder schattigen Winkel. Ashley lächelte zufrieden und bat den Fahrer, sie zur Peter Pan Bushaltestelle zu bringen. Der Mann murrte, das sei eine zu kurze Strecke, aber das war ihr egal. Zum ersten Mal seit Tagen war sie befreit von dem Gefühl, beobachtet zu werden. Als sich das Taxi seinen Weg durch das südliche Boston bahnte, summte sie sogar leise vor sich hin. Für einen Bus, der in weniger als zehn Minuten abfahren sollte, kaufte sie einen Fahrschein nach Montreal. Er machte Station in Brattleboro, Vermont, bevor er nach Kanada weiterfuhr. Sie würde lediglich ein gutes Stück vor ihrem gebuchten Reiseziel aussteigen. Und sie freute sich darauf, Catherine wiederzusehen. Als sie in den Bus stieg, schlug ihr ein Gestank nach Abgasen und Schmieröl entgegen. Es war bereits dunkel, und grelle Neonstreifen glitzerten an der silbrigen Karosserie des Busses. Ganz hinten fand sie ein Fensterplatz. Ein Moment lang starrte sie in das zunehmende Dunkel und staunte, dass sie sich nicht unsicher fühlte, sondern beinahe frei. Und als der Fahrer die Tür schloss und knirschend die Gänge einlegte, um rückwärts aus der Parkbucht zu fahren, schloss sie die Augen und lauschte auf den Rhythmus des Motors, während sie zügig durch die Straßen des Stadtzentrums Richtung Highway fuhren. Es war früher Abend, doch kaum hatten sie die City hinter sich gelassen, fiel Ashley in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Die Sonne schien unbarmherzig. Es war einer dieser Tage, an denen sich die stehende, aufgeheizte Luft zwischen den Hügeln staute, als sich ein paar Häuserblocks vor Matthew Murphys Büro anhielt. Über dem Bürgersteig hing ein Schleier flirrender, warmer Luft. In vielen älteren Städten Neuenglands sieht man leicht, wo in der Zeit der Rekonstruktion nach dem Bürgerkrieg das Geld ausgegangen war, wo die Politiker nur auf Stimmenfang aus waren und wenig Gegenleistung erbrachten. Nur ein Häuserblock von den gehobenen Geschäftshäusern entfernt wirkt alles deutlich schäbiger, heruntergekommener. Es ist noch kein richtiger Verfall, so wie ein Zahn von innen her fault, sondern eher eine Art Resignation. Der Straßenzug, in dem ich sein Büro zu finden hoffte, war vielleicht noch eine Spur ärmlicher als einige andere. An der Ecke warb eine dunkle, höhlenartige Bar unter einer Neon-Reklame von Budweiser-Bier auf einem handbeschrifteten Schild mit »Oben ohne, rund um die Uhr«. Gegenüber lag eine kleine Bodega, in deren Regalen sich Chips, Früchte, Malzgetränk und Lebensmittel in Dosen stapelten, während die Ladentür eine Flagge von Honduras zierte. Die übrigen Gebäude reiten sich in das Einerlei der Klinkerbauten ein, wie sie in jeder Großstadt allgegenwärtig sind. Ein Streifenwagen fuhr langsam an mir vorbei. Ich fand den Eingang zu Murphys Gebäude etwa in der Mitte des Blocks. Es war ein unauffälliger Bau mit einem einzigen Fahrstuhl neben einem Schild, auf dem über zwei Geschosse verteilt vier Büros ausgewiesen waren. Murphy hatte seins gegenüber einer Außenstelle des Sozialamts. Neben seiner Tür hing ein billiges schwarzes Holzschild mit seinem Namen und darunter in goldenen Lettern sein Gewerbe. Vertrauliche Ermittlungen jeglicher Art. Ich wollte die Tür mit der Hand aufdrücken, doch sie war verschlossen. Ich versuchte es noch ein paar Mal, dann klopfte ich laut. Es kam keine Antwort. Ich klopfte wieder und fluchte ein paar Mal leise. Als ich zurücktrat und bei dem Gedanken, dass ich einen ganzen Tag damit vergeudet hatte, hierher zu fahren, den Kopf schüttelte, ging gegenüber die Tür des Sozialamts auf, und eine Frau im mittleren Alter erschien mit einem Stapel Akten auf dem Arm. Als sie mich sah, seufzte sie und sagte prompt, »da ist keiner mehr.« »Sind die umgezogen?« »Wenn Sie es so nennen wollen«, erwiderte sie, »hat in der Zeitung gestanden.« Ich sah sie erstaunt an, und sie runzelte die Stirn. »Sie haben geschäftlich mit Mr. Murphy zu tun?« »Ich hätte ein paar Fragen an ihn«, erklärte ich. »Nu ja«, meinte sie steif. »Ich kann Ihnen seine neue Adresse nennen. Ist nur ein paar Straßen weiter.« »Großartig«, sagte ich. »Wo ungefähr?« Sie zuckte die Achseln. »Auf dem Friedhof Riverview.« »Meint, weil wir unseren eigenen Augen nicht trauen, glauben wir nicht oft, das Gewitter würde vorüberziehen, obwohl es sich deutlich zusammenbraut? Der Damm unter der Flut würde schon halten. Und so erfasst sie uns. Nicht wahr?« Sie holte noch einmal tief Luft und wandte sich wieder zum Fenster, um hinauszustarren. »Und wenn sie uns erfasst hat, werden wir dann ertrinken?« »Michael, ich vermisse dich. Ich liebe dich. Komm und rette mich.« Er hörte, wie Ashley mit ihm sprach, fast so, als säße sie neben ihm auf dem Beifahrersitz. Er wiederholte die Worte immer wieder und veränderte den Tonfall. Einmal flehentlich und verzweifelt, dann wieder sexy und einladend. Die Worte waren wie Liebkusungen. O'Connell war auf einer Mission. Wie ein Soldat, der ein vermientes Gelände durchquert, oder ein Rettungsschwimmer, der in turbulente Gewässer taucht, hielt er weiter Kurs nach Norden, überquerte die Grenze nach Vermont, unaufhaltsam Ashley entgegen. Im Dunkeln tastete er mit den Fingern über die Bisswunden an seinem Handrücken und Unterarm. Das Blut aus der Wunde an der Wade hatte er mit einer Mullbinde aus dem billigen Verbandskasten im Handschuhfach stillen können. Er hatte wirklich verdammtes Glück gehabt, dass der Hund nicht seine Achillessehne zerfetzt hatte. Seine Jeans war zerrissen und wahrscheinlich blutverkrustet. Am Morgen musste er sich eine neue besorgen. Doch alles in allem war es ein großer Erfolg. O'Connell griff nach oben und schaltete die Innenbeleuchtung ein. Er wusste, dass er keine anderthalb Stunden mehr von Ashley entfernt war, selbst für den Fall, dass er sich auf den Landstraßen zu Catherine Fraziers Haus einmal verfahren sollte. Er lächelte innerlich und hörte wieder Ashley nach sich rufen. »Michael, ich vermisse dich. Ich liebe dich. Komm und rette mich.« Er kannte sie besser als sie sich selbst. Er öffnete das Fenster ein Spaltbreit und ließ frische Luft herein, um sich ein wenig abzukühlen. O'Connell wusste, dass es zwei Ashleys gab. Die eine war diejenige, die versucht hatte, ihn loszuwerden, die so wütend, so verängstigt und so ausweichend war. Diese Ashleys gehört zu Scott, Sally und dieser abartigen Hope. Bei dem Gedanken an sie runzelte er die Stirn. Ihre Beziehung war krankhaft, pervers, und er wusste, dass Ashleys entschieden besser dran sein würde, wenn er sie befreit hatte. Die wahre Ashleys war die Frau, die ihm am Tisch gegenüber gesessen hatte, die mit ihm getrunken und über seine Witze gelacht hatte. Atemberaubend, wie sie sich auf ihn eingelassen hatte. Die wahre Ashleys hatte sich physisch und emotional viel tiefer mit ihm verbunden, als er je für möglich gehalten hatte. Die wahre Ashleys hatte ihn, wenn auch nur kurz, in ihr Leben aufgenommen, und es war seine Pflicht, diesen Menschen wiederzufinden. Er würde sie befreien. O'Connell wusste, dass die Ashleys, die ihre Eltern und Stiefmutter für die echte Ashleys hielten, nur ein Schatten ihrer selbst war. Die Studentin, Künstlerin und Museumsdrohne Ashleys war eine Fiktion, eine Ausgeburt dieser liberalen Mittelschicht-Schmachtlappen, die nur einen Abklatsch von sich selbst haben wollten, damit sie einmal ein ähnlich albernes, unbedeutsames Leben führen würde wie sie. Die wahre Ashleys wartete darauf, dass er wie der Märchenprinz kam und ihr eine andere Welt zeigte. Das war die Frau, die sich nach Abenteuer sehnte, nach einem Dasein im Grenzbereich. Bonnie und Clyde, eine Ashleys, die er, jenseits der üblichen Regeln, an seiner Seite haben würde. Dass sie zögerte, ja, vor der Freiheit, die er ihr anbot, sogar zurückschreckte, war nicht weiter verwunderlich. Das aufregende Dasein, das er ihr brachte, muss sie zunächst ängstigen. Er musste es ihr zeigen. Michael O'Connell lächelte. Er war zuversichtlich. Es mochte nicht leicht werden. Wahrscheinlich würde es ein bisschen knifflig. Doch früher oder später würden ihr die Augen geöffnet werden. Unter einer Auffallung von Erregung gab O'Connell Vollgas, sodass der Wagen einen Satz nach vorne machte. In Sekundenschnelle war er auf die linke Spur ausgeschert und holte alles aus dem Wagen heraus. Er wusste, dass ihn niemand aufhalten konnte. Nicht in dieser Nacht. Nicht mehr weit, dachte er. Ganz bestimmt nicht mehr weit. Hope hüllte ihre Trauer in die Schatten der Nacht. Auf dem Nachhauseweg hatte sie Sally fahren lassen. Hobes Schweigen schien bleich, gespenstisch. Als wäre sie nicht ganz sie selbst. Sally besaß so viel Takt, schweigend am Lenkrad zu sitzen und Hope ihren Gedanken zu überlassen. Sie hatte ein wenig Schuldgefühle, dass es ihr nicht so schlecht ging, wie es eigentlich angebracht gewesen wäre. Doch sie bestürmten ganz andere Gedanken. So schrecklich der Verlust von Nameless auch sein mochte, sie beschäftigte vor allem, wie er gestorben war und was das zu bedeuten hatte. Sie hatte das dringende Bedürfnis, etwas zu unternehmen, während sie versuchte, sich einen Reim darauf zu machen, was an diesem Abend tatsächlich vorgefallen war. Auf ihrer Einfahrt kam der Wagen knirschen zum Stehen und Sally sagte, »Es tut mir so leid, Hope. Ich weiß, was er dir bedeutet hat.« Hope hatte das Gefühl, als hörte sie seit Monaten die ersten mitfühlenden Worte von ihrer Lebensgefährtin. Sie holte tief Luft, stand wortlos auf und lief über den Rasen, wobei sie das abgefallene Laub mit den Füßen aufwirbelte. Sie blieb an der Eingangstür stehen und nahm sich eine Sekunde, um sie zu untersuchen, bevor sie sich zu Sally umdrehte. »Hier ist er nicht rein,« stellte sie mit einem tiefen Seufzer fest. »Es sei denn, derjenige kann ein Schloss knacken, was vermutlich der Fall ist. Doch hier draußen hätte ihn irgendjemand, ein Nachbar oder Lieferant gesehen.« Sally war jetzt bei ihr. »Hinterm Haus, durch den Keller. Oder durch eins der Seitenfenster.« Hope nickte. »Ich schau hinten nach. Sieh du dir die Fenster an, besonders drüben bei der Bibliothek.« Hope brauchte nicht lange, bis sie den zersplitterten Türrahmen gefunden hatte. Ein Moment lang stand sie nur da und starrte die Holzsplitter auf dem Zementboden an. »Sally! Hier unten!« Eine einzige nackte Glühbirne an der Decke warf seltsame Schatten in die muffigen Ecken des alten Kellers. Hope erinnerte sich, dass Ashley in jüngeren Jahren immer Angst gehabt hatte, allein hinunterzugehen, um die Wäsche zu erledigen, als ob sich in den Ecken und Spinnweben Trolle oder Gespenster versteckten. Sie hatte bei diesen Gelegenheiten Nameless zur Verstärkung mitgenommen. Selbst noch als Teenager, als Ashley wusste, dass sie viel zu aufgeklärt war, um an solchen Unsinn zu glauben, nahm sie alle ihre zu engen Jeans und die knapp geschnittene Unterwäsche, die ihre Mutter nicht sehen durfte, schnappte sich einen Hundekuchen und hielt Nameless die Kellertür auf. Das Tier trabte dann eifrig die Treppe hinunter und machte genügend Radau, um lauernde Dämonen zu verschrecken. Dann wartete er bereits auf Ashley, indem er da saß und in freudiger Erwartung mit dem Schwanz Halbmonde auf den Kellerboden fegte. Als Sally die Treppe herunterkam, drehte Hope sich um. »Hier ist er eingebrochen!« Sally betrachtete die Splitter und nickte. Sie trat beiseite und Hope ging an ihr vorbei. »Dann ist er die Treppe hoch. Wahrscheinlich hat er eine von diesen Minitaschenlampen. Von da in die Küche. Da muss ihn Nameless gehört oder gerochen haben,« vermutete Sally. Hope holte Tiefluft. Nameless hat immer in der Eingangstile auf uns gewartet, also hat er auf Geräusche hinter ihm reagiert und gewusst, dass es keiner von uns, auch nicht Ashley, sein kann. Hope sah sich in der Küche um. »Hier hat er gekämpft,« sagte sie leise. »Bis zuletzt,« dachte sie. Sie sah den alten Hund vor sich, wie er die grauen Nackenhaare aufstellte und die Zähne fletschte. Sein Zuhause. Seine Familie. Niemand käme an ihm vorbei, auch wenn er schon sehr schwache Augen hatte und nur noch wenig hören konnte. Jedenfalls nicht, ohne dass er einen Preis dafür zahlte. Sie schluckte wieder ein paar Tränen herunter und hockte sich auf den Boden, um sich die Stelle genauer anzusehen. »Siehst du,« meinte sie nach einer Weile, »genau hier.« Sally blickte nach unten. »Was ist das?« »Blut. Muss Blut sein und nicht das von Nameless.« »Du hast vermutlich recht,« sagte Sally, und in mitfühlenderem Ton. »Braver Hund.« »Aber wonach hat dieser Einbrecher gesucht?« Diesmal schnappte Sally nach Luft. »Das war er,« erklärte sie ruhig. »Er?« »Du meinst...« »Der Mist, Karl.« »O'Connor.« »Aber ich dachte, du hast doch gesagt, den werden wir los.« »Der Privatdetektiv hat dir doch gesagt...« »Der Privatdetektiv, Murphy, wurde ermordet.« »Gestern.« Hope riss die Augen auf. »Ich wollte es dir sagen, als sie nach Hause kamen.« »Ermordet? Wie? Wo?« »Auf einer Straße in Springfield.« »Wie eine Hinrichtung, so ähnlich stand es in der Zeitung.« »Was zum Teufel soll man unter Hinrichtung verstehen?« fragte Hope mit erhobener Stimme. »Das soll heißen, jemand hat sich von hinten angeschlichen und ihm zwei kleinkalibrige Kugeln ins Gehirn gejagt.« Sally klang kalt, als sie hinter den Einzelheiten ihrer Angst verbarg. »Du meinst, das war er? Wieso?« »Ich weiß nicht. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt eine Menge Leute, die Murphy hassten. Jeder von denen, die anderen interessieren uns nicht. Ich meine, glaubst du...« Hope starrte auf die Blutspritze am Boden. »In Springfield könnte es demnach auch jemand anders gewesen sein. Aber du meinst, dieser Einbruch hier war... Wer sonst?« »Na ja, eben ein ganz gewöhnlicher Bruch. Wäre schließlich nicht das erste Mal in dieser Gegend.« »Es ist trotzdem ziemlich ungewöhnlich. Und selbst wenn es einen Einbruch gibt, sind es gewöhnlich nur Jugendliche. Das hier sieht mir nach was anderem aus. Kannst du feststellen, dass etwas gestohlen wurde?« »Nein. Wer könnte es sonst noch gewesen sein?« »Falls es so Connell war, bedeutet das, dass er wieder hinter Ashley her ist.« »Offensichtlich.« »Aber wieso hier?« »Fragte Hope schließlich.« Sally schauderte. »Er hat nach Informationen gesucht.« »Aber ich dachte, Scott hätte diese Geschichte erfunden und sie dem Mistkall verkauft. Du weißt schon, Italien, das Stipendium, Kunst der Renaissance, längst über alle Berge...« Sally schüttelte den Kopf. »Wir wissen es nicht«, entgegnete sie kalt. »Wir haben keine Ahnung, was O'Connell weiß oder was er denkt oder was er erfahren hat. Oder was er getan hat. Wir wissen nur, dass Murphy ermordet und Nameless erwürgt wurde. War es bei beiden derselbe? Wir tappen im Dunkeln.« Sie seufzte, ballte die Fäuste und schlug sich frustriert gegen die Stirn. »Wir können keine auch nur halbwegs sicheren Schlüsse ziehen.« Hope starrte auf den Boden und glaubte, neben der Tür zum Wohnzimmer ein, zwei weitere Bluttropfen entdeckt zu haben. »Sehen wir uns erst mal um und versuchen, seine Spur zu verfolgen.« Sally schloss die Augen und lehnte sich einen Moment mit dem Rücken an die Wand. Sie gab einen langen Stoßseufzer von sich. »Wenigstens gibt es hier nichts, was ihm verraten würde, wo sie ist. Darauf habe ich wirklich geachtet.« Sie öffnete die Augen und fuhr fort. »Und Nameless, weißt du, so wie er mit ihm gekämpft hat, das hat den Scheißkarl wahrscheinlich rechtzeitig in die Flucht geschlagen.« Hope nickte, auch wenn sie innerlich keineswegs so sicher war. »Sehen wir uns einfach um.« Ein anderer Blutspritzer fand sich im Flur zur Kleinbibliothek und im Fernsehzimmer. Hope suchte hier nach verräterischen Anzeichen dafür, dass O'Connell in diesem Raum gewesen war. Als ihr Blick aufs Telefon fiel, schnappte sie nach Luft und machte einen Schritt nach vorn. »Sally«, sagte sie ruhig. »Sieh mal.« Mehrere rote Flecken klebten am Telefon. »Aber das ist doch nur das Telefon«, fing Sally an. Dann sah sie, dass die Nachrichtenanzeige rot blinkte. Sie drückte die Wiedergabetaste. Ashleys fröhliche Stimme erfüllte den Raum. »Hi, Mom und hi, Hope. Ich vermisse euch, aber ich genieße es hier bei Catherine. Wir wollten essen gehen und ich wollte nur wissen, ob ich in den nächsten Tagen mal kurz vorbeischauen kann. Catherine würde mir ihren Wagen leihen, wisst ihr, und ich könnte mir ein paar wärmere Sachen holen. »Tagsüber ist es wunderschön in Wimmer und, aber nachts wird es ganz schön kalt, und ich brauche einen Parka und vielleicht auch Stiefel. Jedenfalls war das so eine Idee. Ich melde mich später wieder. Hab euch lieb.« »Oh mein Gott«, platzte Sally heraus. »Oh nein.« »Er weiß es«, sagte Hope. »Er weiß es mit Sicherheit.« Sally fuhr heftig zurück und wirbelte herum. Ihr Gesicht war völlig verzarrt, und vor Angst war ihr eiskalt. »Das ist nicht alles«, erklärte Hope leise. Sally folgte ihrem Blick zum Bücherregal. Das zweite Fach war voller Familienfotoalben. Von Hope und Sally, von Nameless und von ihnen allen mit Ashley. Darunter war auch eine anmutige Aufnahme von Ashley im Profil, beim Wandern in den Green Mountains, als gerade die Sonne untergeht. Ein besonders glücklicher Schnappschuss. Das Bild gehörte zu ihren Lieblingsfotos, da es sie genau im Übergang vom Kind zur Erwachsenen, von der Zahnspange und knochigen Knien zu Grazie und Schönheit einfing. Das Bild stand normalerweise in der Mitte des Fachs. Es war nicht mehr da. Sally wirkte und griff nach dem Telefon. Sie wählte Catherines Nummer und stand hilflos da, als es immer wieder klingelte, ohne dass jemand abnahm. Scott hatte an diesem Abend beschlossen, zu einem der anderen nahegelegenen Colleges zu fahren und sich den Vortrag eines Verfassungsrechtlers von Harvard anzuhören, der im Rahmen einer Veranstaltungsreihe stattfand. Es war dabei um die Geschichte und Entwicklung des Rechts durch ordentliche Verfahren gegangen, eine wirklich lebendige Präsentation. Er fühlte sich geistig angeregt, und als er auf dem Nachhauseweg anhielt, um sich in einem chinesischen Restaurant Huhn mit Eiernudeln, Beef und Erbsen zu besorgen, freute sich Scott darauf, den übrigen Abend allein mit seinen studentischen Referaten zu verbringen. Er merkte sich vor, im Lauf des Abends Ashley anzurufen, nur um zu sehen, ob alles in Ordnung war und ob er ihr Geld schicken sollte. Ihm war unbehaglich bei dem Gedanken, dass Catherine für sie aufkommen sollte. Er wollte eine angemessene finanzielle Übereinkunft treffen. Zumal er nicht recht wusste, wie lange Ashley dort bleiben musste. Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Dennoch wollte er nicht, dass sie Catherine zur Last fiel. Er wusste nicht, ob Catherine wohlhabend war. Sie war sich nur ein-, zweimal bei dankenswerter Weise kurzen und überaus höflichen Gelegenheiten begegnet. Zumindest wusste er, dass sie Ashley gern hatte. Ein eindeutiges Plus in seinen Augen. Das chinesische Essen fing gerade an, durch die Papiertüte zu tropfen, als er zur Tür hereinkam und das Telefon klingeln hörte. Er warf die Mahlzeit auf die Küchentheke und griff nach dem Hörer. »Ja, hallo?« fragte er knapp. »Scott, er ist hier gewesen. Er hat Nameless getötet, und jetzt weiß er, wo Ashley ist, und ich kann sie am Telefon nicht erreichen.« Sallys Worte überschlugen sich. »Sally, beruhige dich«, sagte er, »eins nach dem anderen.« Er hörte seine eigene Stimme, bedächtig, vernünftig. Innerlich fühlte er dagegen, wie sich sein Herzschlag, sein Atem beschleunigte und sich alles um ihn zu drehen begann, als befände er sich im freien Fall aus einem düsteren, windgepeitschten Himmel. Ashley und Catherine schlenderten, je ein Becher Kaffee in der Hand, durch Battleboro langsam Richtung Catherines Wagen und sahen sich unterwegs die Schaufensterauslagen an. Von Künstlerbedarf über Haushaltswaren und Sportausrüstungen bis zu Büchern. Ashley fühlte sich an das College-Städtchen erinnert, in dem sie aufgewachsen war. Ein Ort, geprägt von den Jahreszeiten und einem gemächlichen Lebensrhythmus. In einer Stadt, die sich allergrößte Mühe gab, jedem Standpunkt gerecht zu werden, schien es keinen Grund zu geben, sich nicht heimisch oder gar bedroht zu fühlen. Von der Stadt hinaus aufs Land, wo Catherines Haus zwischen Hügeln und Feldern, abgeschieden von den Nachbarn, in die Hügel und Felder eingebettet lag, waren es mit dem Auto zwanzig Minuten. Catherine ließ Ashley fahren, weil sie, wie sie sagte, nachts nicht mehr halb so gut sehen könne wie früher einmal, auch wenn Ashley den Verdacht hegte, dass sie nur ihren Latte Macchiato in Ruhe genießen wollte. Ashley freute sich, dass Catherine so freimütig über ein Gebrechen sprach. Catherine hatte einen unerbittlichen Zug an sich. Sie ließ nicht zu, dass irgendeine der üblichen Altersbeschwerden sie bei irgendetwas das Zitat beeinträchtigte, solange sie nur ordentlich darüber wettern konnte. Unterwegs deutete Catherine auf die Straße vor ihnen. »Pass auf, dass du kein Reh erwischst! Schlecht für das Reh, schlecht für den Wagen! Schlecht für uns!« Ashley ging folgsam mit dem Tempo herunter und warf einen Blick in den Rückspiegel. Sie sah, wie ein Scheinwerferpaar schnell näher kam. »Das scheint es jemand eilig zu haben!« Sie trat einmal kurz auf die Bremse, um sicherzustellen, dass der Wagen hinter ihnen ihre Rücklichter sah. »Du lieber Gott!« platzte sie heraus. Der Wagen hinter ihnen war mit quietschenden Reifen unmittelbar bis knapp an ihre Stoßstange herangebraust. »Was zum Teufel sollen das werden?« brüllte Ashley. »Hey, hau ab!« »Ruhig bleiben«, sagte Catherine in kühlem Ton. Doch sie hatte die Fingernägel in den Sitz gekrallt. »Lass das!« rief Ashley, als der Fahrer hinter ihnen plötzlich das Fernlicht anmachte, sodass es viel zu hell in ihrem Wagen wurde. »Verdammt noch mal, was treibst du da?« Sie konnte nicht sehen, wer in dem Fahrzeug saß. Sie legte die Hände fest um das Lenkrad und fuhr weiter die einsame Landstraße entlang. »Lass ihn vorbei!« Catherine bemühte sich, die Panik zu unterdrücken. Sie versuchte, sich umzudrehen und hinter ihnen etwas zu erkennen, doch das Fernlicht blendete und der Sitzgurt engte sie ein. »Fahr an der nächstbesten Stelle rechts ran. Gleich wird die Straße etwas breiter.« Sie versuchte, die Ruhe zu bewahren, während sie fieberhaft überlegte. Catherine kannte die Straßen in ihrer Gegend gut. Sie versuchte, vorauszudenken und sich vorzustellen, wie viel Platz sie hatten. Ashley versuchte, schneller zu fahren, um etwas Abstand zu gewinnen, doch die Straße war zu schmal und kurvig. Das Auto hinter ihnen beschleunigte und blieb gleich auf. Sie drosselte erneut das Tempo. »Was zum Teufel will der von uns?« schrie sie wieder. »Nicht anhalten«, sagte Catherine. »Egal, was du machst, halte ja nicht an!« »Sein Scheiß, Karl!« »Und wenn er auffährt«, fragte Ashley, nur um nicht laut zu schreien, »tritt einfach genug auf die Bremse, damit er an uns vorbeifahren muss. Falls er uns rammt, fahr weiter. Die Straße gabelt sich in anderthalb Kilometer nach rechts. Da können wir drehen und in die Stadt zurückkehren. Auf dem Weg liegt die Feuerwehr und vielleicht stoßen wir auch auf die Polizei.« Ashley brummte zustimmend. Catherine verschwieg Ashley, dass das nahegelegene Brattleboro zwar eine Polizeibereitschaft rund um die Uhr haben mochte, die Gemeinde sich aber nach zehn Uhr abends auf die State Police oder Freiwillige verließ, die über Funk gerufen werden mussten. Sie wollte auf die Uhr sehen, wagte aber nicht, die Haltegriffe loszulassen. »Da vorn rechts«, rief Catherine. Sie wusste, dass in etwa vierhundert Metern eine Parkbucht kam, die gerade groß genug war, dass ein Bus darauf wenden konnte. »Fahr dahin«, Ashley nickte und trat wieder aufs Gas. Das Fahrzeug hinter ihnen machte ebenfalls einen Satz und heftete sich an Ashley, als sie auf einen kleinen Schotterplatz neben der Straße fuhr. Sie versuchte so plötzlich auszuschwenken, dass dem Fahrer hinter ihnen nichts anderes übrig blieb, als vorbeizufahren. Aber es kam anders. Beide Frauen hörten das Kreischen der Bremsen und das Quietschen der Reifen auf Asphalt. »Halt dich fest«, schrie Ashley. Beide wappneten sich für den Aufprall und Ashley trat geräuschvoll auf die Bremse. Im Nu waren sie in eine Staubwolke gehüllt und hörten, wie der Schotter gegen ihr Chassis und in die angrenzenden Bäume prasselte. Als der Wagen über den lockeren Boden schlitterte, hielt sich Catherine eine Hand vors Gesicht und Ashley presste sich gegen die Rücklehne. Ashley versuchte gegenzulenken, so wie sie es von ihrem Vater gelernt hatte, und die Kontrolle über das Fahrzeug zu gewinnen, bevor sie in die Böschung fuhr. Für einen Moment brach das Heck aus, doch Ashley warf das Steuer herum und fing es gerade noch ab. Sie sah auf und rechnete damit, den anderen Wagen vorbeirasen zu sehen, doch da war nichts. Ihr eigenes Fahrzeug kam schlingernd und stockend zum Stehen, und Ashley erwartete, während sie herumwirbelten, die Scheinwerfer und die Kollision. Catherine schlug auf dem Beifahrersitz gegen die Lehne und dann mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, sodass sie vor Schmerz aufstöhnte. »Halt dich fest!« brüllte sie wieder und horchte auf das nächste Krachen. Doch stattdessen herrschte Stille. Scott hörte das vergebliche Klingeln und wusste, dass niemand abnehmen würde. Als erstes schärfte er sich ein, nicht allzu viel hineinzuinterpretieren, wenn niemand ans Telefon ging. Wahrscheinlich waren sie nur essen gegangen und noch nicht wieder zurück. Ashley war ein Nachtlicht, rief er sich ins Gedächtnis, und hatte Catherine vermutlich dazu verdonnert, mit ihr zu einer Spätvorstellung ins Kino zu gehen oder auf einen Drink in die Bar. Es gab dutzende Gründe, weshalb sie noch unterwegs sein konnten. »Nur keine Panik«, wiederholte er für sich. Ohne einen vernünftigen Grund in Panik zu geraten, nützte niemandem und würde nur Ashley irritieren, wenn sie sie schließlich erreichten. Und auch Catherine beunruhigen, da sie sich nicht gerne nachsagen ließ, einer Situation nicht gewachsen zu sein. Er holte Tiefluft und rief seiner Ex-Frau zurück. »Sally, Sie melden sich immer noch nicht. Ich glaube, sie ist ein Gefahrsgott. Das glaube ich wirklich. Wieso? Wieso diesmal?« Bei Sally hatte sich eine perverse Gleichung im Kopf festgesetzt. Toter Hund mal toter Detektiv, geteilt durch zersplitterte Türpfosten, mal das fehlende Foto, hoch zwei. Und die Rechnung geht auf. Stattdessen sagte sie nur, »Hör zu, es sind ein paar Dinge passiert. Ich kann dir das jetzt nicht alles erzählen, aber...« »Wieso nicht?« fragte Scott so pedantisch, wie es nur ging. »Weil«, entgegnete Sally mit zusammengebissenen Zähnen, »Jede Sekunde, die wir verlieren, sich als...« Sie brachte den Satz nicht zu Ende. Ein Moment lang schwiegen sie beide, und es taten sich Abgründe zwischen ihnen auf. »Hol mir mal Hope an den Apparat«, bat Scott überraschend. Sally wusste nicht, was sie sagen sollte. »Sie ist hier, aber gib sie mir einfach.« Er hörte Geräusche, als der Hörer von einer Hand zur anderen wechselte. Dann meldete sich Hope. »Scott?« »Ich komm auch nicht durch, nicht mal zum Anrufbeantworter.« »Sie hat keinen.« »Sie hält mehr davon, dass die Leute es noch mal versuchen.« »Glaubst du, ja?« »Allerdings.« »Sollten wir die Polizei holen?« fragte Scott. Hope überlegte. »Das mach ich. Ich kenn die meisten Cops da oben, verdammt, mit ein paar von denen bin ich in dieselbe Klasse gegangen. Ich kann einen dazu bringen, raufzufahren und nach dem Rechten zu sehen. Geht das, ohne dass es zu viel Aufsehens macht?« »Ja, ich kann einfach sagen, dass ich meine Mutter nicht erreiche und sie schon älter ist. Die kennen sie alle und es ist bestimmt kein Problem für sie.« »In Ordnung, tu das.« »Stimmt es Scott zu.« »Und sag Sally, ich mach mich auf den Weg. Wenn du Catherine erreichst, sag ihr, dass ich eine Wegbeschreibung brauche.« Während Hope mit Scott sprach, sah sie, wie bleich Sally war und dass sie die Hände zitterten. Noch nie hatte sie Sally derart in Panik gesehen, was Hope fast ebenso durcheinander brachte wie die Nacht, die sie von allen Seiten umschloss. Catherine fand als erste wieder Worte. »Alles in Ordnung, Ashley?« Ashley nickte, da ihre Lippen zu trocken waren und es ihr immer noch die Kehle zuschnürte und sie ihrer Stimme nicht traute. Immerhin merkte sie, wie ihr rasender Herzschlag sich normalisierte. »Mir fehlt nichts. Und dir?« Kleiner Schlag auf den Kopf, weiter nichts. »Sollen wir ins Krankenhaus?« »Nein, geht schon.« »Auch wenn ich mich offenbar von oben bis unten mit meinem Sechs-Dollar-Becher Kaffee begossen habe.« Catherine löste ihren Sicherheitsgurt und öffnete ihre Tür. »Ich brauche Luft«, erklärte sie in bemüht forschem Ton. Ashley schaltete den Motor aus. Auch sie trat in die Nacht. »Was ist passiert? Ich meine, was sollte das Ganze?« Catherine starrte die Straße zurück und wandte sich dann in die Richtung um, in die sie gefahren waren. »Hast du den Mistkerl vorbeifahren sehen?« »Nein.« »Also ich habe auch nicht gesehen, wo er abgeblieben ist.« »Würste zu gerne, wo er hin ist.« »Hoffentlich hat sie ihn in die Bäume geschleudert oder über irgendeine Klippe.« Ashley schüttelte den Kopf. »Ich habe versucht, die Kontrolle zu behalten. Hast du auch verdammt gut hinbekommen«, sagte Catherine. Catherine, die inzwischen wieder so normal sprechen konnte, dass es Ashley beruhigte. »Das war reif für die Formel 1. Die Jungs haben dir nichts voraus, Ashley, wenn ich dir das so sagen darf. Ziemlich heitle Situation, absolut gemeistert. Wir sind immer noch da, und mein hübscher, beinahe neuer Wagen hat nicht mal eine Schramme.« Auch wenn ihr nach wie vor die Angst in den Knochen steckte, musste Ashley schmunzeln. »Mein Vater hat mich früher nach Lime Rock in Connecticut mitgenommen und mit seinem alten Porsche die Rennstrecke für uns gebucht. Ich habe ne Menge von ihm gelernt. Naja, vielleicht nicht gerade der klassische Vater-Tochter-Ausflug, aber immerhin etwas, das sich als nützlich erwiesen hat.« Ashley holte Tiefluft. »Catherine, ist dir sowas schon jemals zuvor passiert?« Die ältere Frau stand am Straßenrand und suchte das Dunkel ab. »Nein, ich meine, es kann schon mal vorkommen, dass man eine von diesen schmalen, gewundenen Straßen entlang tuckert und irgend so ein jugendlicher Hitzkopf wird ungeduldig und brettert auf gut Glück an einem vorbei. Aber der Kerl hier hatte was anderes im Sinn.« Sie stiegen wieder in den Wagen und schnallten sich an. Ashley zögerte. Dann brach aus ihr heraus. »Ich frage mich, ob... Du weißt schon, der Mist-Karl, der mich verfolgt...« Catherine zuckte zurück. »Du meinst der junge Mann, wegen dem du Boston verlassen hast?« »Ja, keine Ahnung.« Catherine schnaubte. »Ashley, Schätzchen, er weiß nicht, dass du hier bist. Er weiß nicht, wo ich wohne, und es ist ziemlich schwer, uns am Ende der Welt zu finden. Außerdem glaube ich, wenn du jetzt nur noch durchs Leben gehst und über die Schulter siehst und alles, was irgendwie aus dem Rahmen fällt, diesem Mist Karl O'Connell zuschreibst oder wie der heißt, dann hast du nicht viel vom Leben.« Ashley nickte. Sie wollte sich gut zureden lassen, versuchte sich selbst Mut zu machen. Doch die überzeugende Wirkung blieb aus. »Und außerdem behauptet der junge Mann, dass er dich liebt, Ashley, Schätzchen.« »Liebt.« »Ich sehe beim besten Willen nicht, was das mit Liebe zu tun haben soll, wenn uns jemand von der Straße drängt.« Wieder schwieg Ashley, obwohl sie glaubte, die Antwort auf diese Frage zu kennen. Den Rest der Fahrt verbrachten sie weitgehend schweigend. Zu Catherines Haus führte eine lange Schotter-Einfahrt hinauf. In ihren vier Wänden war sie für sich, während sie außerhalb davon gern mit anderen zu tun hatte. Ashley starrte auf das dunkle Haus. Es stammte aus dem frühen 18. Jahrhundert und war eine ehemalige Farm. Catherine witzelte gerne darüber, sie habe die Leitungen und die Küche erneuern lassen, aber nicht die Gespenster. Ashley starrte die weißen Holzschindelwände an und wünschte, sie hätten daran gedacht, drinnen ein paar Lampen anzulassen. Catherine dagegen war es gewöhnt, von der Dunkelheit begrüßt zu werden, und so stieg sie energisch aus dem Wagen. »Verflixt und zugenäht«, sagte sie plötzlich. »Ich höre das Telefon klingeln.« Sie stöhnte laut vernehmlich auf und seufzte. »Ganz schön spät für Anrufe.« Sie ignorierte die Nacht und im Vertrauen darauf, dass sie jede Unebenheit auf dem Weg zur Haustür kannte, stürmte sie an Ashley vorbei. Catherine schloss grundsätzlich nicht ab, und so war sie augenblicklich im Haus, knipste das Licht an und hatte ihm nur das alte Telefon mit Wählscheibe erreicht, das im Wohnzimmer stand. »Ja? Wer ist da?« »Mutter.« »Hope, wie schön, aber du rufst spät an. Mutter, ist bei euch alles in Ordnung?« »Ja, ja, wieso?« »Ist Ashley bei dir? Ist die okay?« »Natürlich, Liebes. Sie ist hier neben mir.« »Was ist los?« »Er weiß Bescheid. Er kann schon auf dem Weg zu euch sein.« Catherine schnappte nach Luft, verlor aber nicht die Nerven. »Ganz hoch, Liebes. Eins nach dem anderen.« Während sie dies sagte, drehte sie sich zu Ashley um, die wie erstarrt im Türrahmen verharrte. Hope wollte etwas sagen, doch Catherine hörte kaum zu. Zum ersten Mal stand Ashley die blanke Angst ins Gesicht geschrieben. Scott holte alles aus einem kleinen Wagen heraus, der spielend 170 Stundenkilometer erreichte. Während er die Nacht mit ihren verschwommenen Schatten, den stattlichen Kiefern und der schwarzen Hügelkette in der Ferne vorbeiziehen sah, hörte er den Motor des Porsche röhren. Die Strecke von Scots zu Catherines Haus, für die man normalerweise rund zwei Stunden brauchte, wollte er in der Hälfte der Zeit schaffen. Er konnte nicht sagen, ob das schnell genug war. Er wusste nicht, was vor sich ging. Er wusste nicht, was O'Connell im Schilde führte und womit in dieser Nacht noch zu rechnen war. Ihm stand nur eine vage, monströse Gefahr unmittelbar vor Augen, und er war entschlossen, sich zwischen die Bedrohung und seine Tochter zu werfen. Unterwegs überwältigte ihn eine Flut an Bildern aus ihrer Vergangenheit, während er die Hände um das Lenkrad krallte. Ihm packte ein eisiges, lähmendes Gefühl, und er konnte sich nur schwer gegen den Eindruck wehren, dass er immer noch zu langsam fuhr und Sekunden zu spät kommen würde, um das Unglück zu verhindern. Und so stieg er mit dem rechten Fuß aufs Gaspedal, ohne sich um irgendetwas zu scheren, außer dem Bedürfnis, so schnell wie möglich voranzukommen. Catherine legte auf und drehte sich zu Ashley um. Sie sprach leise, doch mit fester Stimme und überaus ruhig. Sie wählte ihre Worte mit Bedacht, sodass sie geradezu altertümlich wirkten. Die Konzentration auf das, was sie sagte, half ihr, die wachsende Panik zu bezwingen. Sie atmete langsam ein und rief sich ins Gedächtnis, dass sie zu einer Generation gehörte, die schon ganz andere Schlachten ausgefochten hatte und mit diesem O'Connell wohl fertig werden sollte. Und so legte sie die Entschlossenheit eines Roosevelt in ihre Worte. Ashley, Schätzchen, es sieht so aus, als ob dieser junge Mann, der sich auf so unbekömmliche Weise zu dir hingezogen fühlt, herausgefunden hat, dass du nicht in Europa bist, sondern hier bei mir. Ashley nickte, ohne ein Wort über die Lippen zu bringen. Ich denke, es wird das Klügste sein, wenn du nach oben in dein Zimmer gehst und die Tür abschließt. Halte das Telefon bereit. Wie ich von Haupt erfahre, ist dein Vater schon hierher unterwegs, und sie hat auch vor, die Sache der hiesigen Polizei zu melden. Ashley machte einen Schritt Richtung Treppe, blieb dann aber stehen. »Catherine, was hast du vor? Vielleicht sollten wir schleunigst ins Auto zurück und nichts wie weg von hier.« Catherine lächelte. »Also, mir erscheint es nicht sinnvoll, uns diesem Karl noch einmal auf der Straße auszusetzen. Er hatte es, wie ich vermute, vorhin schon auf uns abgesehen. Nein, das hier ist mein Zuhause. Und deins. Falls der Kerl dir Böses will, dann stellen wir uns ihm am besten hier, auf vertrautem Terrain. »In diesem Fall lasse ich dich nicht allein,« erklärte Ashley in einer Anwandlung aufgesetzter Zuversicht. »Dann bleiben wir eben beide hier sitzen und warten zusammen.« Catherine schüttelte den Kopf. »Ashley, Schätzchen, es ist wirklich lieb von dir, das anzubieten. Aber ich werde mich wesentlich wohler in meiner Haut fühlen, wenn ich hier warte und weiß, dass du dich oben eingeschlossen hast und außer Reichweite bist. Außerdem müsste die Polizei jeden Moment hier sein, also lass uns umsichtig und vernünftig sein. Vernünftig heißt im Moment, dass du bitte tust, worum ich dich gebeten habe.« Ashley wollte protestieren, doch Catherine winkte ab. »Ashley, lass mich mein Zuhause bitte so verteidigen, wie ich es für richtig halte.« Catherines unzweideutige Sprache verfehlte nicht ihre Wirkung. Ashley nickte. »In Ordnung. Ich warte oben. Aber wenn ich irgendetwas höre, das mir nicht gefällt, bin ich unten.« Sie hatte keine Ahnung, was sie mit »irgendetwas, das mir nicht gefällt« meinte. Catherine sah Ashley die Treppe hinauf huschen. Sie blieb stehen, bis sie hörte, wie Ashley den altmodischen Schlüssel in ihrer Zimmertür drehte. Dann ging sie zu dem hölzernen Einbauschrank neben dem großen offenen Kamin. Hinter den gestapelten Scheiten klemmte in einem Lederfutteral die Schrotflinte ihres verstorbenen Mannes. Seit Jahren hatte sie sie nicht mehr hervorgeholt und ebenso lange nicht mehr gereinigt. Sie war auch keineswegs sicher, dass das halbe Dutzend Patronen, die lose am Boden des Kastens rollten, noch abgefeuert werden konnten. Die Chancen, schätzte Catherine, standen eins zu eins, dass die Waffe, wenn sie einen Schuss abgab, in ihren Händen explodierte. Trotzdem war es eine große, einschüchternde Flinte mit einem gähnenden Loch am Ende des Laufs, und Catherine hoffte, das reichte. Sie nahm das Gewehr heraus und ließ sich schwer in einen Ohrensessel neben dem Kamin fallen. Sie legte alle sechs Patronen ein, spannte den Hahn und wartete, die Waffe quer über dem Schoß. Das Gewehr war ölig, und als sie sich die Finger an der Hose abwischte, hinterließen sie schwarze Striemen. Auch wenn sie nicht viel von Waffen verstand, wusste sie zumindest, wie man eine Flinte entsicherte. Als Catherine draußen unmittelbar hinter den Fenstern die ersten Geräusche hörte, die sich der Haustür näherten, legte sie die Hand auf den Kolben. Sie starrte weiter aus dem Fenster, und ich konnte mir vorstellen, dass sie dem einen oder anderen Gedanken nachhing, als sie sich abrupt wieder zu mir umdrehte und fragte, »Haben Sie sich schon mal vorstellen können, dass Sie in der Lage wären, jemanden zu töten?« Als ich nicht gleich etwas entgegnete, schüttelte sie den Kopf. »Keine Antwort ist auch eine Antwort. Vielleicht fällt Ihnen eher etwas auf die Frage ein, wie wir den Tod romantisieren. Ich verstehe nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen,« sagte ich vorsichtig. »Überlegen Sie mal, wie vielfältig wir uns in Formen und Gewalt ausdrücken. Im Fernsehen, im Kino, Videospiele für Kinder. Denken Sie an all die Studien, wonach das durchschnittliche Kind wie viele Tode zu sehen bekommt. Viele tausend. In der Realität aber stellen wir fest, dass wir ziemlich hilflos reagieren, wenn wir uns tatsächlich einer lebensbedrohlichen Aggression gegenübersehen. Ich ließ ihr Zeit, vom Fenster wegzutreten und durchs Zimmer zu mir zurückzukommen, um wieder stumm ihren Platz einzunehmen. »Wir reden uns ein,« sagte sie nach einer Weile. »Im Moment der größten Gefahr wüssten wir genau, was wir zu tun haben. In Wahrheit ist es ganz anders. Wir machen Fehler. Wir schätzen eine Situation falsch ein. Unsere sämtlichen Schwächen überwältigen uns auf einmal. Wir bringen nicht fertig, wozu wir uns für fähig gehalten hatten. Es übersteigt unsere Kräfte.« »Und Ashley?« Sie schüttelte den Kopf. »Schon mal daran gedacht, wie Angst uns lähmen kann?« Catherine holte ein einziges Mal Tiefluft und setzte die Flinte an die Schulter, während sie auf die Geräusche von draußen horchte. Sie zählte im Stillen die Schritte. Vom Fenster bis zur Hausecke, an den in Reih und Glied aufgestellten Dumentöpfen vorbei, bis zur Tür. »Er wird es zuerst mit der Haustür versuchen,« sagte sie sich. Auch wenn sich ihre Zunge geschwollen anfühlte, rief sie heiser, »Kommen Sie nur herein, Mr. O'Connell!« Sie brauchte nicht hinzuzufügen, »ich habe sie schon erwartet.« Einen Moment lang herrschte Stille, und Catherine horchte auf ihren eigenen schweren Atem, den ihr rasender Herzschlag beinahe übertönte. Sie hielt das Gewehr weiterhin in Anschlag und versuchte, sich zu beruhigen, während sie auf die Haustür zielte. In ihrem ganzen Leben hatte sie noch nie auf irgendetwas geschossen. Nicht einmal zur Übung hatte sie je eine Waffe abgefeuert. Sie war in einem Arzthaushalt groß geworden. Hobes Vater dagegen hatte seine Kindheit auf einer Farm verbracht und als Unteroffizier bei der Marineinfanterie im Koreakrieg gedient. Nicht zum ersten Mal wünschte sie sich, er wäre jetzt an ihrer Seite. Nach ein, zwei Sekunden hörte sie, wie die Haustür aufging und jemand in die Diele trat. »Hier drin, Mr. O'Connell!« brachte sie mit rauer Stimme heraus. Mit festem Schritt kam O'Connell um die Ecke und stand in der Tür. Catherine zielte augenblicklich auf ihn, genau auf die Brust. »Hände hoch!« Ihr fiel nichts anderes ein. »Und rühren Sie sich nicht von der Stelle!« Michael O'Connell stand weder still noch hob er die Hände. Stattdessen trat er ein Stück vor und deutete auf die Waffe. »Sie wollen auf mich schießen?« »Wenn Sie mich zwingen?« »Und was«, fing er an, während er den Blick durchs Zimmer schweifen ließ, als wollte er sich jeden Gegenstand, jede Farbe, jede Form, jeden Winkel einprägen. »Was würde Sie dazu zwingen?« Er sagte das, als wäre es ein Scherz. »Ich denke, die Antwort wollen Sie nicht wirklich hören,« erwiderte sie schlagfertig. O'Connell schüttelte den Kopf, als verstünde er zwar, sei aber anderer Meinung. »Nein«, entgegnete er und kam noch ein Stückchen weiter heran. »Genau das muss ich wissen.« Er lächelte. »Werden Sie schießen, wenn ich etwas sage, das Ihnen nicht gefällt? Wenn ich nicht stehen bleibe? Wenn ich näher komme? Oder wenn ich zurücktrete?« »Was bringt Sie dazu, abzudrücken?« »Sie wollen es wissen, ja? Meinetwegen. Finden Sie es raus?« O'Connell machte wieder einen Schritt auf sie zu. »Das reicht, und die Hände hoch, wenn ich bitten darf.« Catherine brachte die Worte so ruhig heraus, wie sie konnte, und hoffte, dass sie entschlossen klang. Doch ihre Stimme war flach und dünn, vielleicht auch zum ersten Mal wirklich alt. O'Connell schien die Entfernung zwischen ihnen abzuschätzen. »Catherine, richtig?« »Catherine Frazier.« »Sie sind Hobes Mutter, nicht wahr?« Sie nickte. »Darf ich Sie Catherine nennen, oder hätten Sie es lieber förmlich? Ich möchte nicht unhöflich sein.« »Sie können mich nennen, wie Sie wollen, denn Sie werden nicht lange bleiben.« »Na ja, Catherine, nein, ich hab's mir anders überlegt. Ich ziehe Mrs. Frazier vor.« Er nickte wieder mit einem Gesicht, als hätte sie einen Witz gemacht. »Nun ja, Mrs. Frazier, ich hab auch nicht vor, lange zu bleiben. Ich möchte nur mit Ashley sprechen.« »Sie ist nicht da.« Er schüttelte den Kopf und grinste. »Mrs. Frazier, Sie stamm bestimmt aus gutem Hause und haben später Ihrer eigenen Tochter beigebracht, dass es Unrecht ist, zu lügen. Besonders einem Menschen direkt ins Gesicht. Das macht den anderen wütend. Und wer wütend ist, na ja, der tut schreckliche Dinge, nicht wahr?« Catherine zielte weiter auf O'Connell. Sie strengte sich an, ihren Atem in den Griff zu bekommen und schluckte. »Sind Sie zu schrecklichen Dingen fähig, Mr. O'Connell? Denn in diesem Fall sollte ich am besten gleich jetzt auf Sie schießen und den Abend traurig enden lassen.« »Traurig für Sie.« Catherine wußte nicht, ob sie nur blöffte. Sie konzentrierte sich mit aller Macht auf den Mann vor ihren Augen und war kaum in der Lage, etwas anderes als ihn und die kurze Entfernung, die sie beide trennte, zu sehen. Sie merkte, wie ihr der Schweiß die Arme herunterlief und fragte sich, wieso O'Connell eigentlich nicht nervös war. Er schien gegen den Anblick einer Waffe immun zu sein. Sie hatte das irritierende Gefühl, dass er sich amüsierte. »Wozu ich in der Lage bin und wozu Sie?« »Das sind interessante Fragen, nicht wahr, Mrs. Fraser?« Catherine holte Luft und kniff die Augen zusammen, als zielte sie. O'Connell schlenderte unbeeindruckt durchs Zimmer und machte sich mit seinem Zuschnitt vertraut. »Faszinierende Fragen, Mr. O'Connell. Aber jetzt wird es Zeit für Sie zu gehen, solange Sie noch am Leben sind. Gehen Sie und kommen Sie nie wieder. Und vor allem lassen Sie Ashley in Ruhe.« Auch wenn O'Connell grinste, entging Catherine nicht, wie er seine Umgebung inspizierte. Sie sah, dass sich hinter seinem Grinsen etwas derart düsteres, beunruhigendes verbarg, dass sie sich keine Vorstellung davon machen konnte. Als er das Wort ergriff, sprach er mit gedämpfter Stimme. »Sie ist ganz in der Nähe, nicht wahr? Ich merke das. Sie ist hier ganz in der Nähe. Catherine sagte nichts. »Ich glaube, Mrs. Fraser, Sie haben etwas nicht begriffen. Und das wäre...« »Ich liebe Ashley. Sie und ich sind füreinander geschaffen.« »Sie irren, Mr. O'Connell.« »Wir sind ein Paar. Wir passen zueinander wie Topf und Deckel, Mrs. Fraser.« »Ich glaube nicht, Mr. O'Connell.« »Ich werde tun, was nötig ist, Mrs. Fraser.« »Das glaube ich Ihnen. Dasselbe gilt für andere.« Das war das Mutigste, zu dem sie sich in diesem Moment aufschwingen konnte. Er schwieg und musterte sie von oben bis unten. Sie nahm an, dass er kräftig, muskulös und geschmeidig war. Wahrscheinlich war er so schnell wie Hope, nur sehr viel stärker. Falls er es darauf anlegte und die wenigen Schritte wagte, die ihn von ihr trennten, wäre es eine Sache von Sekunden. Sie saß. Sie war wehrlos. Einzig die uralte Schrotflinte konnte ihn davon abhalten zu tun, wozu er gekommen war. Mit einem Schlag fühlte sie sich schrecklich alt. Als trübte sich ihre Sehkraft. Als hörte sie nur noch schwer und könne sich nur noch langsam bewegen. Er schien mit einer einzigen Ausnahme in jeder Hinsicht im Vorteil zu sein. Und dabei hatte sie keine Ahnung, ob er unter der Jacke oder in der Hosentasche eine Waffe bei sich trug. Eine Pistole. Ein Messer. Sie keuchte. »Ich glaube, dass Sie nicht begreifen, Mrs. Fraser. Ich werde Ashley immer lieben. Und die Vorstellung, dass Sie oder Ihre Eltern oder sonst irgendjemand mich von ihr fernhalten könnte, ist ziemlich lachhaft. Nicht an diesem Abend, nicht in meinem Haus. Heute Abend werden Sie sich schön umdrehen und gehen. Andernfalls werden Sie dank meiner Schrotflinte hier mit den Füßen zuerst hinausgetragen.« Er schwieg wieder und grinste. »Eine alte Vogelflinte. Mit so kleinkalibriger Munition, dass sie kaum mehr anrichtet als ein Luftgewehr. Möchten Sie es ausprobieren?« »Nein«, erwiderte er langsam. »Ich glaube nicht.« Sie sagte nichts, während O'Connell intensiv über etwas nachzudenken schien. »Verraten Sie mir doch bitte eins, Mrs. Fraser. Wenn wir uns schon mal so nett unterhalten, wieso glauben Sie eigentlich, dass ich für Ashley nicht der Richtige bin? Sehe ich nicht gut genug aus? Bin ich nicht intelligent genug? Wieso sollte ich Sie nicht lieben dürfen? Was wissen Sie denn schon über mich? Wer würde Sie Ihrer Meinung nach wohl mehr lieben als ich? Könnte es nicht sein, dass ich das Beste bin, das hier je passiert ist? Das bezweifle ich, Mr. O'Connell. Glauben Sie nicht an Liebe auf den ersten Blick, Mrs. Fraser? Wieso ist für Sie eine Liebe akzeptabel und die andere nicht? Dies traf sie an einem neuralgischen Punkt, doch sie hielt den Mund. O'Connell zögerte. Dann straffte er sich. »Ashley!« brüllte er. »Ashley!« »Ich weiß, dass du mich hören kannst. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Ich werde immer für dich da sein.« Seine Worte halten durchs Haus. O'Connell wandte sich wieder Catherine zu. »Haben Sie die Polizei gerufen, Mrs. Fraser?« Sie antwortete nicht. Sie antwortete nicht. »Ich denke schon«, sagte er ruhig. »Aber welches Gesetz habe ich hier heute Abend eigentlich übertreten?« »Ich will es Ihnen sagen.« »Keins«, er wies auf die Flinte. »Was nicht alle von sich sagen können.« Sie packte. Sie packte den Kolben fester und drückte den Finger an den Abzug. »Ja, nicht zögern«, schärfte sie sich ein. »Ja, keine Panik.« Plötzlich schien die vertraute Welt ihres Heims, ihres Wohnzimmers, inmitten ihrer Andenken und Bilder ihr fremd zu sein. Sie wollte etwas sagen, das sie irgendwie an die Normalität erinnerte. »Schieß«, brüllte eine Stimme tief in ihrem Innern, »erschieß ihn, bevor ihr euch alle umbringt!« In dieser Sekunde der Unentschlossenheit flüsterte O'Connell, »Gar nicht so leicht, jemanden zu töten, nicht wahr?« »Es ist eine Sache zu sagen. Stehen bleiben oder ich schieße. Und eine ganz andere ist auch wirklich zu tun. Denken Sie mal drüber nach. »Schönen Abend noch, Miss Fraser. Wir sehen uns wieder. Ich komme zurück.« »Erschieß ihn, erschieß ihn, töte ihn!« Während sie noch versuchte, die Stimme in ihrem Kopf zu verstehen, drehte O'Connell sich um und war atemberaubend schnell aus ihrem Gesichtskreis verschwunden. Sie schnappte nach Luft. Wie ein Gespenst. Eben noch stand er vor ihr, dann war er weg. Sie hörte seine Schritte auf den Holzdielen im Flur, dann das Öffnen und Zuschlagen der Eingangstür. Catherine atmete langsam aus und sackte auf dem Sessel zurück. Ihre Finger schienen an der Flinte festgeschweißt, und es kostete sie einige Willenskraft, sie zu lösen. Langsam ließ sie die Waffe sinken. Sie fühlte sich plötzlich so müde und erschöpft wie seit Jahren nicht mehr. Ihr zitterten die Hände. Ihr stiegen die Tränen in die Augen, und sie hatte Mühe, genügend Luft in die Lungen zu bekommen. Sie entsann sich in einen ähnlichen Moment vor vielen Jahren im Krankenhaus, als ihr die Hand ihres Mannes aus ihrer glitt und er einfach so dahin gegangen war. Dasselbe Gefühl der Hilflosigkeit wie damals. Sie wollte Ashley rufen, brachte aber keinen Ton heraus. Sie wollte aufstehen und die Haustür abschließen. Doch sie war wie erstarrt. Wir haben keine Chance. Catherine blieb einige Minuten im Sessel sitzen. Sie hätte nicht sagen können, wie lange. Sie regte sich erst wieder und hatte sich halbwegs unter Kontrolle, als blinkende rot-blaue Lichter den Raum erfüllten. Wie Stromstöße durchzuckten Ashley die Gedanken. Sie hatte hinter der verschlossenen Schlafzimmertür gekauert und gehört, dass Catherine und O'Connell miteinander redeten. Auch wenn sie nicht verstehen konnte, was. Nur die Worte, die O'Connell gerufen hatte, waren ihr wie Speere ins Bewusstsein gedrungen. Und sie war vor Angst wie erstarrt. Als sie die Haustür zuschlagen hörte, blieb sie auf dem Boden hinter dem Bett hocken, ein Kissen an die Brust gedrückt, das Gesicht darin vergraben. An der Stelle, an der sie mit den Zähnen ins Kissen gebissen hatte, um nicht zu schreien, war es feucht. Sie merkte, wie ihr Tränen über die Wange liefen, und sie hatte entsetzliche Angst. Die Angst wiederum machte ihr Angst. Sie schämte sich dafür, dass sie Catherine mit Michael O'Connell allein gelassen hatte, auch wenn die Ältere darauf bestanden hatte. Die Frage, wieso kann er mich nicht endlich in Ruhe lassen, hatte sie lange hinter sich gelassen, und sie wusste, dass sie sich in einer viel hoffnungsloseren Lage befand, als sie sich je hatte träumen lassen. »Ashley?« Catherines Stimme drang durch die Wand und ihre Ängste. »Ja?« wirkte sie zur Antwort hervor. »Die Polizei ist da, du kannst runterkommen.« Als sie das Zimmer verließ und vom obersten Treppenabsatz hinunterschaute, sah sie Catherine mit einem Polizisten in mittlerem Alter mit Mogi the Bearhut. Er hatte Notizblock und Stift in der Hand und schüttelte den Kopf. »Ich verstehe, Mrs. Fraser.« Der Beamte sprach ein wenig schwerfällig, und Ashley sah deutlich die Frustration in Catherines Gesicht. »Aber ich kann nicht eine detaillierte Meldung über jemanden machen, den Sie selbst in Ihr Haus eingeladen haben, nur weil er eine zwanghafte Zuneigung zu Miss Freeman hegt. »Guten Abend, Miss Freeman. Wenn Sie vielleicht runterkommen könnten.« Ashley folgte seiner Bitte. »Also, hat der Kerl Sie geschlagen oder bedroht?« Catherine schnaubte. »Jedes Wort von diesem Mann war eine Drohung, Sergeant Connors. Nicht einmal so sehr durch das, was er gesagt hat, sondern wie.« Der Polizist wandte sich an Ashley. »Sie waren oben, Miss. Demnach können Sie nichts bezeugen.« Ashley nickte. »Abgesehen davon, dass er hier war, hat er Ihnen demnach nichts getan, nicht wahr, Miss?« »Nein«, sagte Ashley. Es klang hilflos. Er schüttelte den Kopf und klappte den Notizblock zu, als er sich wieder an Catherine wandte. »Sie hätten sagen müssen, Mrs. Frazier, er hätte Sie geschlagen und Sie in Todesangst versetzt. Es hätte irgendeinen physischen Kontakt geben müssen. Dann hätten wir etwas in der Hand. Sie hätten sagen können, er hätte eine Waffe gezückt. Wenigstens, dass er das Haus unbefugt betreten hat. Aber wir können schlecht jemanden verhaften, bloß weil er Ihnen sagt, dass er Miss Freeman liebt.« Der Beamte grinste und versuchte, einen kleinen Scherz zu machen. »Ich meine, ich möchte wetten, dass jeder Junge sich in Miss Freeman verliebt.« Catherine stampfte mit dem Fuß auf. »Das hat doch alles keinen Sinn. Wollen Sie damit sagen, es gibt nichts, was Sie für uns tun können?« »Nicht, bis wir uns sicher sein können, dass eine kriminelle Handlung stattgefunden hat.« »Was ist mit Stalking? Das ist eine kriminelle Handlung.« »Ja, aber das hat hier heute Abend nicht stattgefunden, oder? Wenn Sie allerdings beweisen können, dass es ein solches Handlungsmuster gibt, dann sollten Sie Miss Freeman überreden, zu einem Richter zu gehen und eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Das bedeutet dann, dass wir den Kerl, wenn er sich ihr auf hundert Meter nähert, festnehmen können. Wir hätten Munition, um es mal so zu sagen. Ansonsten...« Er sah Ashley an. »Sie haben keine solche Verfügung, zum Beispiel in Boston, wo Sie leben.« Sie schüttelte den Kopf. »Na ja, Sie sollten darüber nachdenken.« »Natürlich...« »Natürlich was?« hackte Catherine nach. »Na ja, ich will ja nicht spekulieren. Was?« »Sie müssen auf der Hut sein. Schließlich wollen Sie ihn nicht zu irgendwelchen Kurzschlusshandlungen provozieren. Manchmal kann eine Verfügung mehr Schaden anrichten, als sie Gutes bewirkt. Wenden Sie sich am besten an einen Fachmann, Miss Freeman.« »Wir wenden uns doch gerade an Fachleute.« fiel ihm Catherine ins Wort. »Gehört das hier nicht zu Ihrem Beruf?« Ich dachte mehr an jemanden, der sich in diesen Familienangelegenheiten auskennt. Catherine schüttelte den Kopf, war aber klug genug, nichts zu entgegnen. Es wäre nur von Nachteil gewesen, einen örtlichen Polizisten zu beleidigen. »Falls er wiederkommt, Mrs. Frazier, rufen Sie die Nebenstelle an und ich schicke Ihnen jemanden vorbei. Tag und Nacht. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Wenn er weiß, dass ein Kopf nach dem Rechten schaut, wird er sich nicht viel herausnehmen. Das ist auch schon alles, was ich Ihnen anbieten kann.« Der Mann steckte mit einer übertriebenen Geste den Stift und den Notizblock in die Hemdtasche, machte Kehrt und ging zur Tür. Er blieb noch einmal stehen, und Ashley hatte den Eindruck, als wäre er ein wenig verlegen. »Und sind sozusagen die Hände gebunden,« erklärte er. »Ich werde über diesen Einsatz einen Bericht schreiben. Nur für den Fall, dass Sie sich wegen einer Verfügung an einen Richter wenden.« Catherine schnaubte noch einmal verächtlich. »Na, wenn das nicht beruhigend ist,« sagte sie wütend, »dann haben wir ja nichts mehr zu fürchten. Das ist genauso, als würden Sie sagen, das ganze Haus müsste erst abgebrannt sein, bevor wir die Feuerwehr rufen dürfen.« »Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen, wirklich, Mrs. Frasier. Und ich weiß, dass diese Dinge heikel sind. Aber wie gesagt, rufen Sie uns an, wenn er sich wieder blicken lässt. Wir kommen sofort raus.« Plötzlich hob der Polizist den Kopf und horchte. »Du liebe Güte!«, meinte er. »Da hat's aber jemand mächtig eilig.« Catherine und Ashley neigten sich ein wenig vor und lauschten auf das ferne Geräusch eines aufheulenden Motors. Ashley erkannte es sofort wieder. Während sie dastanden, kam es näher, wurde lauter, und sie alle sahen, wie die Scheinwerfer durch die Baumgruppen unweit des Hauses blitzten. »Das ist mein Vater!«, sagte Ashley. Sie hätte wenigstens so etwas wie Erleichterung empfinden müssen und ein Gefühl der Sicherheit, da er wissen würde, was sie am besten tun sollten. Doch diese Gefühle stellten sich nicht ein. »Ich widme mich ausgiebig dem Studium der Angst«, erklärte sie. »Die psychologischen Reaktionen, der psychische Stress. Ich habe psychiatrische Lehrbücher und soziologische Abhandlungen gelesen. Ich lese Bücher darüber, wie Menschen auf die unterschiedlichsten schwierigen Situationen reagieren. Ich mache mir Notizen, gehe zu Vorträgen. Was sich gerade bietet, um das Ganze besser zu verstehen.« Wieder wandte sie sich ab und starrte aus dem Fenster auf die harmlose Vorstattumgebung hinter der Scheibe. »Das hier hat eigentlich nicht viel von einer Klinik«, sagte ich. »Es wirkt alles so ruhig und friedlich.« Sie schüttelte den Kopf. »Alles Illusion. Die Angst nimmt an verschiedenen Orten unterschiedliche Formen an. Es hängt alles daran, was wir, im Unterschied zu dem, was dann wirklich passiert, für die nächsten Sekunden befürchten.« Und Michael O'Connell? Ein bitteres Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Haben Sie sich schon mal gefragt, wie es kommt, dass manche Menschen einfach instinktiv wissen, wie man Angst und Schrecken verbreitet?« Der Auftragskiller, der sexuelle Psychopath, der religiöse Fanatiker, die haben das sozusagen im Blut. Er gehörte zu dieser Kategorie. Es kommt mir so vor, als hingen diese Leute weniger am Leben als zum Beispiel Ashley und ihre Familie. Die normalen emotionalen Bindungen und Hemmungen, die für uns alle selbstverständlich sind, waren bei O'Connell nicht vorhanden. Er hatte sie durch etwas wirklich Irritierendes ersetzt. Nämlich? Er liebte das, was er war. Catherine stand draußen und starrte in den sternenübersäten, mitternächtlichen Himmel. Es war so kalt, dass sie ihren Atem sehen konnte, doch sie fröstelte weit mehr von dem, was geschehen war. Wenn sie einen Ort auf der Welt für sicher gehalten hatte, dann ihr eigenes Zuhause, auf einem Grund und Boden, den sie seit so vielen Jahren in guten wie in schlechten Zeiten bewohnte und auf dem sie jeden Baum, jeden Strauch kannte und wo tausend Erinnerungen erwachten, wenn die Dachrinnen unter einer Brise schepperten. Hier hatte sie Wurzeln geschlagen. Doch in dieser Nacht war die Sicherheit ihres Hauses in dem Moment untergraben, als sie O'Connell sagen hörte, ich komme zurück. Catherine wandte sich zum Haus um. Plötzlich schien es ihr zu kalt, um draußen stehen zu bleiben und zu überlegen, was sie machen sollte, was sie ein wenig überraschte. Sie hatte schon oft und zu allen Jahreszeiten so unter dem Himmel von Vermont gestanden und über die unterschiedlichsten Fragen nachgedacht. Doch in dieser Nacht brachte der schwarze Himmel keine Klarheit, sondern nur eisige Kälte, die ihr den Rücken hinunter kroch, sodass sie zitterte. Ihr kam der schreckliche Gedanke, dass Michael O'Connell den Frost gar nicht bemerkte. Seine Obsession hielt ihn warm. Sie betrachtete die Baumreihe an der Grundstücksgrenze und darüber hinaus, über das flache Gelände neben ihrem Haus, wo ihr Mann mit einem geliehenen Traktor ein Stück eingeebnet hatte, um darauf Sportrasen einzusehen und zwei Torpfosten zu setzen. Alles als Geschenk zu Hobbes elftem Geburtstag. Gewöhnlich rief der Anblick des Minispielfelds viele glückliche Erinnerungen wach, die Catherine tröstlich fand. In dieser Nacht jedoch wanderte ihr Blick an dem verblichenen weißen Pfosten vorbei. Sie stellte sich vor, dass O'Connell irgendwo dort draußen lau hatte und sie aus sicherer Entfernung beobachtete. Catherine biss die Zähne zusammen und ging wieder ins Haus, nachdem sie an der Tür noch einmal stehen geblieben war und in einer eindeutig obszönen Geste die Hand gehoben hatte. Für alle Fälle, dachte sie. Es war längst nach Mitternacht, doch sie hatten noch eine Menge zu packen. Ihre eigene Tasche war fertig, doch Ashley, die immer noch vollkommen fertig war, brauchte länger. Scott saß, die alte Schrotflinte, neben sich auf dem Tisch in der Küche und trank schwarzen Kaffee. Er strich mit dem Finger den Lauf entlang und dachte, dass sie weitaus besser dran wären, wenn Catherine einfach abgedrückt hätte. Sie hätten sich für den Rest der Nacht mit der örtlichen Polizei und einem Corona herumschlagen müssen und Catherine einen Anwalt besorgt, obwohl sie vermutlich nicht einmal festgenommen worden wäre. Wenn sie den Bastard einfach erschossen hätte, als er durch die Tür kam, stellte er sich vor, dann wäre kurz danach eher eingetroffen und hätte geholfen, die Dinge in Ordnung zu bringen. Binnen Tagen hätten sie wieder ein normales Leben führen können. Er hörte, wie Catherine zur Haustür herein und in die Küche kam. »Ich denke, ich leiste dir Gesellschaft«, erklärte sie und goss sich selbst eine Tasse ein. »Es wird eine lange Nacht«, sagte Scott. »Ist es schon?« »Ist Ashley soweit?« »Braucht noch eine Minute«, meinte Catherine. »Sie packt nur das Nötigste.« »Sie ist ganz schön mitgenommen«, Catherine nickte. »Hach, das kannst du dir nicht verübeln. Ich bin auch noch ganz schön durcheinander. Du überspielst es besser. Hab mehr Erfahrung.« »Ich wünschte«, begann er, brachte den Satz aber nicht zu Ende. Catherine verzog den Mundwinkel zu einem schiefen Grinsen. »Ich weiß, was du dir wünschst. Ich wünschte, du hättest ihn geradewegs zur Hölle geschickt.« Sie nickte. »Ich auch. Im Nachhinein.« Keiner von beiden sprach aus, was sie beide dachten. O'Connell vor der Mündung einer Schusswaffe zu haben, war eine Gelegenheit gewesen, wie sie sich wahrscheinlich kein zweites Mal bieten würde. So schnell ihm der Gedanke kam, so schnell verbannte Scott ihn aus seinem Kopf. Der aufgeklärte, rationale Mensch in ihm erklärte entschieden, dass Gewalt nie die Antwort sein konnte. Doch ebenso schnell stellte sich die Gegenfrage ein. »Wieso eigentlich nicht?« Ashley kam und blieb im Türrahmen stehen. »Also«, sagte sie, »ich bin soweit.« Sie starrte ihren Vater und Catherine an. »Seid ihr sicher, dass es das Beste ist, wegzufahren?« »Wir sind hier draußen ziemlich isoliert, Schätzchen«, erwiderte Catherine behutsam. »Und es ist wirklich nicht leicht, vorherzusagen, was Mr. O'Connell als nächstes tut.« »Es ist nicht fair«, meinte Ashley. »Catherine und mir gegenüber und auch allen anderen gegenüber.« »Ich denke, es geht hier längst nicht mehr um Fairness«, sagte Scott. »Es geht vor allem um unsere Sicherheit«, warf Catherine in sanftem Ton ein. »Besser übervorsichtig als zu wenig.« Ashley ballte die Fäuste und kämpfte gegen die Tränen an. »Lasst uns einfach gehen«, schlug Scott vor. »Sieh mal, wenigstens wird sich deine Mutter ganz entschieden besser fühlen, wenn du nach Hause kommst.« »Hope auch.« »Und Catherine möchte ganz gewiss nicht allein hier oben bleiben und sich mit dem Scheißkall rumschlagen, wenn er herausgefunden hat, dass wir dich weggeschafft haben.« »Auch wenn ich mich das nächste Mal, glaube ich, nicht lange mit Smalltalk aufhalten werde«, erklärte Catherine steif. Dabei deutete sie auf die Flinte, sodass Scott und Ashley beide schmunzelten. »Catherine«, sagte Ashley, während sie sich die Augen wischte, »du würdest einen tollen Profikiller abgeben.« Catherine lächelte. »Danke, Schätzchen, das nehme ich als Kompliment.« Scott stand auf. »Ist jedem klar, wie das heute Nacht laufen soll?« Ashley und Catherine nickten beide. »Auch wenn's mir ein bisschen übertrieben vorkommt«, fügte Catherine hinzu. »Lieber Vorsicht als nachsehen. Wir gehen besser davon aus, dass er das Anwesen beobachtet, meint ihr nicht, und dass er versuchen wird, uns zu folgen, und dass wir nicht wissen, worauf er noch verfällt. Immerhin hat er euch heute Nacht schon einmal von der Straße abgedrängt.« »Falls er das war«, gab Ashley zu bedenken. »Wir konnten den Karl nicht ein einziges Mal richtig sehen, oder seinen Wagen. Es leuchtet mir nicht ein. Wieso sollte er uns zuerst fast umbringen wollen, um als nächstes in der Diele zu stehen und zu brüllen, dass er mich liebt?« Scott schüttelte den Kopf. Er begriff es genauso wenig. »Wie auch immer, wir geben ihm was zu beißen, falls er uns observiert.« Er sammelte das Gepäck ein und stellte es an der Haustür auf. Catherine löschte sämtliche Lichter. Scott ließ die beiden Frauen in der Diele zurück und trat in die Nacht. Als er das Dunkel absuchte, fühlte er sich plötzlich an die Zeit erinnert, als er selbst in Ashleys Alter war und in Vietnam mit dem Fernglas in den Dschungel spähte, wenn endlich einmal die Haubitzen hinter ihm schwiegen, wenn ihm der feuchte, muffige Geruch der prall gefüllten Sandsäcke, an die er sich lehnte, in die Nase stieg und er sich fragte, ob sie in diesem Moment vom undurchdringlichen Dickicht aus beobachtet wurden. Scott glitt hinters Lenkrad seines Porsche und fuhr rückwärts neben Catherines kleinen Kombi mit Vierradantrieb. Er ließ den Motor laufen und stieg aus, nachdem er die Kofferraumhaube entriegelt hatte. Dann beugte er sich in Catherines Auto und warf den Motor an. Er öffnete bei beiden Wagen die Beifahrertür und kurbelte jeweils die Rücklehne so weit herunter, wie es ging. Dann ging Scott wieder ins Haus und holte das Gepäck. Catherines Tasche packte er in sein Porsche und Ashleys in Catherines Fahrzeug. Er klappte bei beiden den Kofferraum zu, ließ jedoch alle vier Türen offen. Mit wenigen Schritten war er wieder an der Haustür. »Seid ihr so weit?« Beide Frauen nickten. »Dann los, schnell!« Alle drei bewegten sie sich in einem einzigen Knäuel. Ashleys glitt auf den Beifahrersitz des Porsche und Catherine hinters Lenkrad ihres eigenen Wagens. Sobald sie saß, tauchte Ashleys ab, sodass sie von draußen nicht mehr zu sehen war. Ihr Haar hatte sie unter einer eng anliegenden dunkelblauen Strickmütze versteckt. Scott lief herum und schlug sämtliche Türen zu, bevor er auf seinen eigenen Sitz sprang. Er machte Catherines Zeichen mit dem Siegesdaumen und sie gab so kräftig Gas, dass der Schotter spritzte. Scott schwenkte dicht hinter ihr her auf die Straße. »Jetzt Tempo, was das Zeug hält«, dachte er. Doch Catherine stand bereits auf dem Gaspedal, und so rasten sie dicht an dicht Richtung Highway. Scott sah in den Rückspiegel, um hinter ihnen nach Scheinwerfern zu suchen. Die vielen Kurven verstellten allerdings die Sicht. »Wir haben Vollmond«, dachte Scott. »Wenn ich in dieser Nacht jemanden verfolgen wollte, führe ich ohne Licht.« Neben ihm drückte sich Ashleys an den flachen Sitz. Er beschleunigte und blieb dicht hinter Catherine. Sie wollte zu einer Stelle, die sie kannte, kurz vor der Highway-Auffahrt. Es war eine Drive-In-Bank mit einem kleinen Parkplatz dahinter. Als sie vor sich die Abzweigung entdeckte, wartete sie mit dem Blinken bis zur letzten Sekunde und riss das Steuer herum. Beim Abschwenken in die zweispurige Einfahrt hörte sie kurz die Reifen quietschen. Sie fuhr sofort bis ans hintere Ende, wo es keine Beleuchtung gab. Dort hielt sie an und holte Luft. Scott fuhr neben ihr heran, sprang heraus und rannte zur Ecke des Gebäudes. Ein einziger Wagen fuhr auf der Hauptstraße vorbei, dann folgte ein zweiter. Bei keinem konnte er den Fahrer erkennen. Doch keins der Fahrzeuge drosselte das Tempo. Vielmehr passierten sie beide die Abfahrt. Keines von beiden bog zum Highway ab. Auch sonst ließ nichts darauf schließen, dass die Fahrer zögerten oder jemanden suchten. Er wartete, bis ein weiteres Fahrzeug vorbeikam, was fast eine Minute dauerte. Dann kehrte er zu den beiden Frauen zurück. »Alles klar, Zeit zum Tauschen«, sagte er. »Er ist nirgends zu sehen.« Wortlos glitt Ashley aus dem Porsche und duckte sich auf den Beifahrersitz des Kombi, wo sie sich in eine alte Wolldecke wickelte. Catherine nickte, legte den Gang ein und fuhr zur Highway-Einfahrt Richtung Süden. Scott folgte ihr dicht. Doch statt ebenfalls die Auffahrt nach Süden zu nehmen, hielt er an der Landstraße an. Er sah den Rücklichtern des kleinen Wagens hinterher. Er wartete, fest entschlossen, sich jeden Wagen gut anzusehen, der Catherine nach Süden folgte. Außer ihm war niemand weit und breit. Er zählte bis dreißig, trat heftig aufs Gas und lenkte den Porsche mit quietschenden Reifen auf die Auffahrt nach Norden. Am Ende der Auffahrt fuhr er schon rund 150 Stundenkilometer. Er sah, dass ihm auf der rechten Spur ein Sattelschlepper den Weg versperrte. Doch statt zu bremsen, gab er Gas und überholte den LKW auf der Standspur. Der Fahrer hinter ihm hupte gewaltig und blinkte mit allem, was er hatte. Scott ignorierte ihn und konzentrierte sich auf die nächstbeste Gelegenheit zu einer illegalen Wendemöglichkeit, links von ihm. Er hoffte, dass nicht irgendwo die Polizei auf ihn lauerte. Sein Fernlicht fiel auf ein Schild mit der Aufschrift »Nur für autorisierte Fahrzeuge«, und er trat auf die Bremse. Mit ein und derselben Bewegung knipste er alle Lichter aus. Der Porsche halperte auf den unbefestigten Mittelstreifen und setzte ein-, zweimal mit dem Chassis auf, als er von der Autobahn nach Norden auf die südliche wechselte. Ein rascher Blick sagte ihm, dass sie leer war. Indem er kräftig beschleunigte, warf er den Porsche wieder auf den Highway und machte die Scheinwaffe an. Auf der Mittellinie leuchteten kurz die roten Augen eines Rehs. Er holte tief Luft. »Das mach mir erst mal nach«, sagte er in Gedanken. Er schätzte, dass er kaum zehn Minuten brauchen würde, um wieder hinter Catherine und Ashley zu sein, nachdem er sich auf dem Weg bis dahin jeden Wagen angesehen hatte. Anschließend würde er sie bis nach Hause begleiten. Er presste die Lippen zusammen. »Ich hab noch ein paar Tricks auf Lager«, dachte er. Er spürte, wie der Motor vor Geschwindigkeit brummte. Und zum ersten Mal in dieser Nacht kam in ihm das Gefühl auf, die Situation einigermaßen unter Kontrolle zu haben. Allerdings war er klug genug, um zu wissen, dass dieses Gefühl wahrscheinlich nicht von Dauer sein würde. Nach so viel Anspannung brauchten sie alle so dringend ein bisschen Schlaf, dass sie am nächsten Tag erst spät zusammenkamen. Besonders Ashley hatte, als sie gehört hatte, wie Nameless gestorben war, im Bett noch bitter geweint, bevor sie in einen tiefen, doch wenig erholsamen Schlaf gesunken war, den Träume mit schwarzen Todesbildern quälten. Mehr als einmal schrie sie auf, sodass entweder Hope oder Sally an ihre Tür gelaufen kam, um wie nach einem kleinen Kind zu sehen. Scott war zum College zurückgefahren. Er hatte sich anderthalb Stunden Schlaf in seinem Schreibtischsessel gegönnt, bevor er mit dem Gefühl erwachte, dass der ganze Tag missraten würde. Auf der Herrentoilette, wo er sich notdürftig wusch, brachte er ein paar Sekunden damit zu, sich im Spiegel zu mustern. »Geschichte«, dachte er, »befasst sich mit Männern und Frauen, die sich außergewöhnlichen Ereignissen gegenübersehen.« Es geht dabei letztlich um den Mut des Einen, die Feigheit des Anderen, die Weltsicht eines Dritten und das Versagen des Vierten. Es geht um Emotionen und Psychologie, die sich so oder so ausagierten. In ihm stieg eine kalte Übelkeit hoch, als ihn die Frage bedrängte, ob er sein ganzes Berufsleben damit zugebracht hatte, zu studieren, was andere taten, ohne zu lernen, wie er selbst zu handeln hatte. Michael O'Connell, so glaubte er, war nichts weiter als ein kurzer Moment in seiner eigenen Lebensgeschichte. Doch seine Handlungsweise in den nächsten paar Tagen würde ihn für den Rest seiner Tage prägen. Sally kämpfte mit der blanken Wut. Sie hatte das Gefühl, dass alles, was sie bis jetzt versucht hatten, vergeblich gewesen war. Sie waren zunächst vernünftig, höflich gewesen. Sie hatten es mit Einschüchterung probiert, mit Täuschung, mit Flucht. Doch sämtliche Strategien, die sie eingesetzt hatten, waren ins Leere gelaufen. Ihr eigenes Leben war völlig durcheinandergeraten. Ihre Privatsphäre empfindlich verletzt und sie alle miteinander vollkommen aus den gewohnten Gleisen geworfen. Eine Welt aus Angst und Schrecken, dachte sie. Das erwartete sie. Sie saß im Wohnzimmer, allein. Sie merkte, wie sie Grimassen schnitt, den Kopf schüttelte, mit den Händen die Luft zerschnitt, wie sie wütend mit dem Finger zeigte, die Stirn runzelte und bewegt gestikulierte, als sei sie mitten in einer furiosen Auseinandersetzung. Obwohl niemand außer ihr selbst ihre Worte hören konnte, die in ihrem Kopf widerhalten. Oben schlief Ashley noch. Doch Sally hatte vor, sie bald zu wecken. Hope und Catherine machten draußen einen Spaziergang, um irgendwo in einem Restaurant etwas zum Abendessen zu besorgen. Höchstwahrscheinlich diskutierten sie, in was sie da hineingeraten waren. Sie war als Wachposten zurückgeblieben. Sally fühlte, wie sich ihr Puls beschleunigte. Sie befanden sich an einem Scheideweg, ohne dass sie deutlich sehen konnte, worin ihre Wahl bestand. Sie lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen. »Ich hab alles vermasselt«, dachte sie. »Ich hab alles verpfuscht.« Sie seufzte und ging zu ihrem Schreibtisch, auf dem sie alte Sammelalben und Fotos sowie andere Andenken aufbewahrten, die zu schade zum Wegwerfen, aber nicht genug zum Rahmen waren. Sie öffnete eine große Schublade und wühlte in den Stapeln, bis sie fand, was sie suchte. Ein Bild von ihrem Vater und ihrer Mutter. Sie waren beide viel zu jung gestorben, der eine bei einem Unfall, die andere an einem Herz leiden. Sally konnte nicht sagen, wieso sie jetzt das Bedürfnis hatte, die Fotos hervorzuholen, doch sie war von dem Wunsch, ihnen in die Augen zu schauen und ihren Blick auf sich gerichtet zu sehen, beinahe überwältigt. Als könnten die beiden sie beruhigen. Sie hatten sie zurückgelassen. Und sie hatte sich, trotz ihrer Zweifel darüber, wer sie war und was aus ihr einmal werden würde, an Scott geklammert, weil sie ihn für verlässlich hielt. Wahrscheinlich hatte derselbe Instinkt sie zum Jurastudium getrieben. Der eiserne Wille, nie wieder Opfer der Ereignisse zu sein. Bei diesem Gedanken schüttelte sie den Kopf und rief sich ins Gedächtnis, wie albern die Vorstellung war. Jeder konnte zum Opfer werden. Jederzeit. Als dieser widerwärtige Gedanke sich bei ihr einnistete, hörte sie Ashley im oberen Stockwerk. Sie holte Tiefluft. Eins bleibt allerdings wahr. Eine Mutter tut alles, um ihr Kind zu schützen. »Herr Schley, bist du das? Bist du auf?« Einen Moment lang herrschte Schweigen. Dann kam die Antwort nach einem gedehnten Stöhnen. »Ja. Hi, Mom. Ich komm runter. Ich putz mir nur noch die Zähne.« Sie wollte gerade antworten, als das Telefon klingelte. Das Geräusch lief ihr eiskalt über den Rücken. Sie sah auf die Anruferkennung, doch da stand nur »privater Anrufer«. Sally griff nach dem Telefon und biß sich auf die Lippe. »Ja, wer spricht da bitte?« sagte sie und legte so viel Anwaltsfrostlichkeit in ihre Stimme, wie sie konnte. Es kam keine Antwort. »Wer ist da?« fragte sie in scharfem Ton. Es blieb still in der Leitung. Sie hörte nicht einmal jemanden atmen. »Verflucht noch mal, lassen Sie uns in Frieden«, flüsterte sie. Ihre Worte drangen wie Nägel in die Stille, und sie knallte das Telefon auf den Sockel. »Mom, wer war das?« rief Ashley von oben. Sally hörte, wie die Stimme ihrer Tochter einen Moment lang zitterte. »Ach nichts«, rief sie, »nur so'n blöder Werbeanruf für Zeitschriften, Abus.« Kaum waren ihr die Worte über die Lippen gekommen, fragte sie sich, wieso sie es nicht fertiggebracht hatte, die Wahrheit zu sagen. »Kommst du runter?« »Ja, gleich.« Sally hörte, wie die Tür zum Schlafzimmer zufiel. Sie nahm das Telefon und wählte die »Sechs, Neun«. Augenblicklich ertönte eine Ansage. »Die Nummer 413-555-0987 gehört zu einem Münztelefon in Greenfield, Massachusetts.« »Dicht dran«, dachte sie. Keine Stunde Fahrt. Als Michael O'Connell das Münztelefon einhängte, war sein erster Impuls, Richtung Süden zu fahren, wo Ashley, wie er wusste, auf ihn wartete, und die Gunst des Augenblicks zu nutzen. Jedes Wort, das er von Sally gehört hatte, sagte ihm, wie geschwächt sie war. Er lehnte sich zurück, schloss die Augen und stellte sich Ashley vor. Er fühlte, wie ihm das Blut in Wallung kam, als stünde jede Ader und jede Vene unter Strom. Er atmete in flachen Zügen ein, wie ein Schwimmer, der hyperventiliert, bevor er ins Wasser springt. »Sie rechnen damit«, sagte er sich, »dass er ihnen nach Hause folgte.« »Sie werden vorbereitet sein«, überlegte er, »einen Plan aushäcken, damit er nicht nahe an sie herankam, Verteidigungslinien, Mauern aufrichten. »Sie können mich nicht schlagen.« Das war die einfachste, offensichtlichste, unbestreitbare Wahrheit. Wieder atmete er ein. »Sie werden denken, ich wäre zu Ihnen unterwegs.« »Aber wozu die Eile?« »Sollen Sie sich Sorgen machen.« »Sollen Sie sich schlaflose Nächte bereiten.« »Lass Sie bei jedem Geräusch im Dunkeln zusammenzucken.« Wenn Sie ihm dann vor Anspannung und Erschöpfung und Zweifeln nur noch wenig entgegenzusetzen hatten, dann würde er kommen, wenn Sie am wenigsten damit rechneten. O'Connell steppte mit den Füßen auf den Bürgersteig wie ein Tänzer, der seinen Rhythmus findet. »Ich bin selbst dann bei Ihnen, an Ihrer Seite, wenn ich nicht da bin.« Michael O'Connell kam zu dem Schluss, dass er es an diesem Tag nicht eilig hatte. Die Liebe, die ihr zu Ashley empfand, konnte mit der größten Geduld einhergehen. Diesmal verabredete sie sich mit mir um Mitternacht vor der Notaufnahme eines Krankenhauses in Springfield. Als ich sie fragte, wieso um Mitternacht, ließ sie mich wissen, dass sie zwei Nächte die Woche ehrenamtlich Dienst im Krankenhaus leistete und dass sie gewöhnlich ihre Pause in der Geisterstunde einlegte. »Was für eine ehrenamtliche Tätigkeit«, erkundigte ich mich. »Beratung, misshandelte Ehefrauen, beschlagene Kinder, vernachlässigte ältere Menschen, die kommen alle ins Krankenhaus und jemand muss da sein, um sie an die richtigen staatlichen Stellen weiterzuvermitteln, damit sie Hilfe bekommen.« Trotz der Bilder, die sie heraufbeschwur, wirkte ihr Ton kühl und gefasst. »Meine Aufgabe besteht darin, für die herausgebrochenen Zähne, blauen Augen, Rasiermesser, Schnittwunden und gebrochenen Rippen den richtigen Papierkram einzuleiten.« Sie wartete auf mich, während sie eine Zigarette bis zum Filter herunterrauchte und dabei tief inhalierte. Als ich aus dem Schatten des Parkplatzes auf sie zukam, deutete ich auf die Zigarette. »Wusste gar nicht, dass sie rauchen.« »Tue ich auch nicht.« Sie nahm einen weiteren langen Zug. »Nur hier. Zwei Nächte die Woche. Eine Zigarette zur Pause um Mitternacht. Nicht mehr. Wenn ich später heimkomme, werfe ich die restliche Packung weg. Kauf jede Woche eine neue.« Sie lächelte, auch wenn ihr Gesicht teilweise im Schatten lag. »Rauchen ist im Vergleich zu dem, was ich hier zu sehen bekomme, eine lässliche Sünde. Zum Beispiel ein Kind, dem der durchgeknallte Stiefvater systematisch sämtliche Finger gebrochen hat. Oder eine Mutter im achten Monat, die mit einem Metallkleiderbügel geschlagen worden ist. Sowas in der Art. Ganz alltäglich. Ganz normal. Überaus brutal. Einfach die übliche Gemeinheit, die als Leben durchgeht. Schon bemerkenswert, nicht wahr, wie grausam wir zueinander sein können. »Ja.« »Also, was wollen Sie als nächstes wissen?« fragte sie. »Scott, Sally und Hope waren nicht bereit, sich auf eine ungewisse Lage einzulassen, nicht wahr?« Sie schüttelte den Kopf. Eine schrill heulende Krankenwagensirene drang durch die Nacht. Notfälle kündigen sich durch die unterschiedlichsten Geräusche an. Als sie am Abend zusammenkamen, lag Hilflosigkeit in der Luft. Besonders Ashley schien von den Ereignissen wie gelähmt. Sie kauerte mit angewinkelten Beinen in einem Armlehnsessel unter einer Decke und klammerte sich an einen uralten Teddybär, dessen Ohr Nameless einst zerknabbert hatte. Ashley sah sich im Zimmer um, und ihr wurde bewusst, dass sie das Desaster angerichtet hatte, in dem sie sich jetzt befand, auch wenn sie nicht recht sah, womit sie das alles verdient hatte. Längst war die einzige, ein wenig angetrunkene Nacht, in der sie mit Michael O'Connell auf ihrem Bett gelandet war, in weite Ferne gerückt. Ganz zu schweigen von dem Gespräch, bei dem sie seine Einladung zu diesem einen Date angenommen hatte, weil sie fand, dass O'Connell anders war als all die Jungs, die sie vom College her kannte. Jetzt hielt sie sich nur noch für dumm und naiv, und sie hatte nicht die leiseste Ahnung, was sie machen sollte. Als sie aufsah und ihr Blick nacheinander auf Catherine und Hope, ihre Mutter und ihrem Vater ruhte, wurde ihr ebenso bewusst, dass sie auch ihre Familie in Gefahr gebracht hatte. Nicht ganz so wie sich selbst, aber trotzdem. Sie wollte sich entschuldigen, und so machte sie einen Anfang. »Das ist alles meine Schuld«, erklärte sie. Sally reagierte prompt. »Nein, ist es nicht, und wenn du dich selbst quälst, hilft das keinem von uns. Naja, hätte ich nicht...« Scott unterbrach sie. »Das ist ein Fehler gemacht, das hatten wir alles schon, das sollten wir hinter uns lassen. Danach haben wir ihn alle nur noch verschlimmert, indem wir dachten, wir hätten es mit einem vernünftigen Menschen zu tun. Also mag sein, dass du anfangs etwas falsch gemacht hast, Ashley, aber O'Connell hat es geschafft, uns schnell mit reinzuziehen, und wir müssen uns alle vorwerfen lassen, unterschätzt zu haben, wozu der Mann fähig ist. Vorhaltungen und Schuldzuweisungen bringen herzlich wenig. Deine Mutter hat recht. Jetzt kann es einzig und allein darum gehen, was wir als nächstes unternehmen. »Ich glaube es, Scott«, sagte Hope langsam, »das trifft es nicht ganz.« Er sah sie an. »Wie meinst du das?« »Die Frage lautet wohl eher, wie weit wollen wir gehen?« Es herrschte Schweigen im Raum. »Denn«, fuhr Hope fort, und obwohl sie in ruhigem Ton sprach, schwang so etwas wie Autorität in ihren Worten mit. »Wir haben keine rechte Vorstellung davon, wozu O'Connell bereit ist. Es gibt einige Anhaltspunkte dafür, dass er von nichts und niemandem zurückschreckt. Aber wo liegen seine Grenzen? Kennt er überhaupt welche? Ich denke, wir gehen besser davon aus, dass er keine Hemmungen hat.« »Ich wünschte, ich hätte«, rutschte es Catherine heraus, ohne den Satz zu Ende zu sprechen. »Nun ja«, schloss sie kurz und bündig, »Scott weiß, was ich meine.« »Ich denke«, schaltete Sally sich ein, »es ist an der Zeit, auch juristisch gegen ihn vorzugehen.« »Na ja, das hat unser Mann von der Polizei nach meinem kleinen Plausch mit Mr. O'Connell auch gemeint«, bemerkte Catherine trocken. »Du scheinst nicht viel davon zu halten«, sagte Hope. »Ganz richtig«, leise fügte sie hinzu, »wann hat der Staat schon mal geholfen, wenn es darauf ankam?« Scott wandte sich an Sally. »Du bist die Anwältin. Du hast zweifellos beruflich bereits mit solchen Problemen zu tun gehabt. Wie müssen wir vorgehen? Was dürfen wir erwarten?« Sally schwieg und spielte im Kopf verschiedene Möglichkeiten durch, bevor sie antwortete. »Ashley müsste vor Gericht gehen. Ich könnte zwar den Papierkram übernehmen, aber es ist immer ratsamer, sich einen neutralen Rechtsbeistand zu suchen. Sie müsste eine Aussage machen, dass sie ein Opfer von Stalking, von beharrlicher Nachstellung ist, dass sie um ihr seelisches und leibliches Wohl fürchten muss. Sie wird wahrscheinlich beweisen müssen, dass bei O'Connell ein systematisches Verhaltensmuster vorliegt. Doch die meisten Richter zeigen viel Verständnis und sind bereit, auch ohne allzu viel Bestätigung von dritter Seite der Sache Glauben zu schenken. Dann erlässt der Richter eine einstweilige Verfügung, die der Polizei die Handhabe gibt, O'Connell zu verhaften, sobald er sich ihr auf eine bestimmte Distanz nähert. Gewöhnlich werden 30 bis 100 Meter festgesetzt. Darüber hinaus würde der Richter verfügen, dass O'Connell keinerlei Kontakt mit ihr aufnehmen darf, weder telefonisch noch über den Computer. Diese Verfügung sind im Allgemeinen ziemlich umfassend und würden praktisch bedeuten, dass er aus Ashleys Leben verschwindet. Vorausgesetzt, das allerdings ist das große Fragezeichen. Was denn? hakte Ashley nach. Vorausgesetzt, er hält sich an die Verfügung. Und wenn nicht? Naja, dann kann die Polizei eingreifen. Theoretisch könnte er wegen des Verstoßes in Haft genommen werden. Damit wäre er für eine Weile aus dem Verkehr gezogen. Das gängige Strafmaß ist ein halbes Jahr. Allerdings nur, wenn der Richter das Höchstmaß ansetzt. In der Praxis gibt es da eine Menge Kompromisse. Die Richter bringen jemanden nicht gerne für etwas hinter Gitter, was in ihren Augen oft nichts weiter als eine Familienstreitigkeit ist. Sally holte Tiefluft. So sollte es theoretisch laufen. In der Realität gehen die Dinge nie so glatt. Sie sah sich in der Runde um. Ashley erstattet Anzeige und sagt vor Gericht aus. Aber was können wir schon wirklich beweisen? Wir wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er sie den Job gekostet hat. Wir können nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er hinter dem ganzen Ärger steckt, den wir alle hatten. Wir können nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er hier eingebrochen ist. Wir können ihm nicht beweisen, dass er Murphy umgebracht hat, auch wenn er es möglicherweise gewesen ist. Sally atmete nochmals tief ein. Die anderen blieben vollkommen still. Ich habe darüber nachgedacht, fuhr sie fort. Und es ist, weiß Gott, nicht die offensichtlichste Option. Ganz bestimmt nicht. Ich möchte wetten, dass Michael O'Connell mit Verfügungen Erfahrung hat und weiß, wie er damit umgehen muss. Anders gesagt, ich denke, O'Connell hat eine klare Vorstellung davon, womit er durchkommt und womit nicht. Aber wenn wir etwas erreichen wollen, das über eine simple gerichtliche Verfügung hinausgeht, wenn wir bezwecken wollen, dass er tatsächlich einer kriminellen Handlung angeklagt wird, müsste Ashley ihm beweisen können, dass er hinter all dem steckt, was passiert ist. Sie müsste im Gerichtssaal überzeugen und im Kreuzverhör. Darüber hinaus würde sie einen Prozess mit Michael O'Connell unmittelbar in Berührung bringen. Wenn man jemanden eines Verbrechens anklagt, dann bringt das eine sogenannte sekundäre Bindung mit sich. Man geht mit demjenigen eine tiefgreifende Beziehung ein, auch wenn er dank einer Verfügung auf Distanz gehalten wird. Sie müsste ihm vor Gericht gegenüber treten, was, wie ich fürchte, seine Obsession nur noch verstärken würde. Womöglich genießt er es sogar. Aber eines ist sicher. Ashley und O'Connell würden eine dauerhafte Verbindung eingehen. Ich meine, Ashley würde ständig über die Schulter sehen. Es sei denn, sie würde die Flucht ergreifen. An einen ganz anderen Ort gehen. Eine andere Identität annehmen. Und selbst das könnte ihr keine volle Sicherheit geben, falls er sein ganzes Leben dran hängen würde, sie zu finden. Sally war in Fahrt gekommen. Angst zu haben und vor Gericht zu beweisen, dass diese Angst tatsächlich begründet ist, sind zwei Paar Schuhe. Außerdem gibt es noch etwas ganz anderes zu bedenken. Das wäre, fragt es Gott, Was tut er, falls Ashley die Verfügung tatsächlich erwirkt? Wie wütend macht ihn das? Wozu provoziert ihn ein solcher Schritt? Und wie geht es dann weiter? Vielleicht will er sie bestrafen? Oder auch uns? Vielleicht kommt er zu dem Schluss, dass es an der Zeit ist, etwas Drastisches zu unternehmen. Wenn ich dich nicht kriege, dann sollte ich auch kein anderer kriegen. Was meint ihr, worauf das hinauslaufen kann? Sie schwiegen alle, bis Ashley sagte, Ich weiß, worauf das hinausläuft. Niemand wollte näher erläutern, was sie alle verstanden. Doch Ashley sprach es aus, auch wenn ihre Stimme dabei zitterte. Er wird mich umbringen wollen. Scott polterte augenblicklich heraus. Nein, 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 Ashley, so was darfst du nicht sagen, das wissen wir nun wirklich nicht. Er schwieg betreten, als ihm bewusst wurde, wie absolut lächerlich jedes seiner Worte klang. Einen Augenblick lang wurde ihm schwindelig. Ihm war, als ob jede noch so aberwitzige Vorstellung, dass dieser Mann Ashley tatsächlich töten könnte, plausibel klang, und umgekehrt alles, was vernünftig war, auf den Kopf gestellt wurde. Er merkte, wie ihn eises Kälte überkam, und er sprang auf. Falls er uns noch einmal nahe kommt! Die Drohung schien so leer wie alles andere. Was? platzte es aus Ashley heraus. Was wirst du dann tun? In Geschichtsbüchern den Kopf werfen, ihn mit endlosen Vorträgen in die Knie zwingen? Nein, ich werde... Was? Was willst du machen? Und wie? Wie willst du mich sieben Tage die Woche rund um die Uhr bewachen? Sally versuchte, Haltung zu bewahren. Ashley ging sie ruhig dazwischen. Bitte, zähme deine Wut. Wieso? schrie sie. Wieso soll ich nicht wütend sein? Woher nimmt der Scheißkerl das Recht, mein Leben kaputt zu machen? Die Antwort auf diese Frage lag für alle auf der Hand. Was müssen wir demnach tun? fragte sie mit wankender, mühsam beherrschter Stimme. Ich vermute, ich muss weg. Von vorne anfangen. Auf jeden Fall ganz woanders hin. Mich jahrelang verstecken, bis irgendetwas passiert, das es mir ermöglicht, wieder hervorzukriechen. Ein grandioses Such-mich-Fang-mich-Spiel, ja? Ashley versteckt sich und Michael O'Connell sucht sie. Woher will ich jemals wissen, dass ich in Sicherheit bin? Vermutlich, bestätigte Sally, immer noch in einem möglichst gedämpften Ton. Mehr können wir uns nicht erhoffen. Es sei denn, es sei denn was? fragte Scott. Sie wählte ihre Worte mit Bedacht. Wir denken uns einen anderen Plan aus. Wie meinst du das? Wollte Scott wissen. Sally sprach langsam. Ich will damit sagen, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Die eine, den legalen Rahmen auszuschöpfen. Das mag unzureichend sein, aber das steht uns offen. Bei manchen hat es funktioniert, bei anderen nicht. Das Gesetz bringt dem einen Sicherheit, für den anderen kann es tödlich enden. Das Gesetz bietet keine Garantie. Scott lehnte sich vor. Und es gibt eine Alternative? Sally war selbst schockiert, als sie sich sagen hörte, die Alternative wäre, das Problem außerhalb des gesetzlichen Rahmens zu lösen. Und das hieße? Ich denke, erwiderte Sally kalt, die Frage solltest du im Moment noch nicht stellen. Nach dieser Auskunft herrschte beklemmendes Schweigen. Scott starrte Sally, wie ihm schien, eine Ewigkeit an. Noch nie hatte er sie so kühl überlegt gesehen. Wieso nicht? platzte Catherine heraus. Laden wir den Mistkerl doch einfach hierher zum Essen ein und erschießen ihn, sobald er zur Tür hereinkommt. Peng! Ziemliche Schweinerei in der Eingangstil, ein Freiwilliger, der sauber macht, und das war's. Wieder herrschte Stille im Raum. Jeder von ihnen konnte dem Vorschlag durchaus etwas abgewinnen. Nur Sally, die sofort in ihren pragmatischen Juristen-Jargon verfiel, sah die Sache nüchtern. Damit würden wir uns ein Problem vom Hals schaffen, nämlich O'Connell, uns aber unzählige andere aufladen. Scott nickte. Ich denke, ich verstehe, was du meinst, aber fahr fort. Sally hatte tatsächlich ein Lächeln für ihren Ex-Mann und für Catherine übrig. Erstens ist das, was du sagst, ihn einladen und erschießen, vorsätzlicher Mord, selbst wenn er es verdient. In diesem Bundesstaat stehen darauf 25 Jahre bis lebenslänglich, ohne Bewährung. Und die bloße Tatsache, dass wir das miteinander diskutiert haben, macht uns alle zu Mittätern. Das heißt, keiner von uns, auch Ashley nicht, wäre hinterher auf freiem Fuß. Sicher, man könnte es mit einer Schulderlassung versuchen. Nichtigkeitserklärung ist der entsprechende juristische Terminus. Die Geschworenen entscheiden, dass man zu dem Schritt, den man unternommen hat, berechtigt war. Aber das ist sehr selten. Und niemand sollte darauf zählen. Es gibt dabei noch andere Probleme, fügt es Scott hinzu. Würden wir dadurch nicht alle unser Leben ruinieren? Unsere berufliche Laufbahn, das, was wir sind, alles wäre mit einem Schlag zunichte. Und wir wären ein gefundenes Fressen für Court TV oder den National Enquirer. Unser gesamtes Leben würde an die Öffentlichkeit gezerrt. Und selbst wenn wir das auf uns nehmen und es schafften, Ashley da rauszuhalten, würde sie den Rest ihres Lebens damit zubringen, uns im Gefängnis zu besuchen und Hardcopy-Interviews zu verweigern oder ihre Geschichte im Film der Woche von Lifetime Network wiedersehen. Und das würde im Klartext bedeuten, warf Hope ein, die lange geschwiegen hatte, dass O'Connor gewinnt. Auch wenn er tot wäre, selbst dann wäre Ashleys Leben und unseres dazu ruiniert. Und was er gesagt hat, wenn ich sie nicht kriegen kann, treffe am Ende ein, auf eine ziemlich bizarre Art und Weise. Sie wäre für immer stigmatisiert. Katharine schnaubte, als sei sie anderer Meinung, doch in Wahrheit sah sie das ganze Szenario vor sich. Sie schlug heftig die Hände zusammen und sagte ihn nagisch, »Irgendeine Möglichkeit, Michael O'Connor aus Ashleys Leben zu entfernen, bevor Schlimmeres passiert, muss es doch geben!« Scott überlegte fieberhaft. Bei dem Wort »Entfernen« schwirrten ihm alle möglichen Gedanken durch den Kopf. »Ich denke«, sagte er langsam, »ich habe eine Idee.« Die anderen sahen ihn erwartungsvoll an. Er lief ein paar Schritte auf und ab. »Zunächst einmal«, erklärte er mit Bedacht, »habe ich das Gefühl, dass wir den Spieß umdrehen sollten.« »Wie meinst du das?«, fragte Sally. »Ich meine«, antwortete Scott bedächtig, »dass umgekehrt wir dem Stalker beharrlich nachstellen. Das heißt, alles, und ich meine wirklich alles, über den Bastard in Erfahrung bringen, was wir nur können.« »Wozu?«, wollte Hope wissen. »Weil er irgendwo eine Angriffsfläche bieten muss. Und weil er damit am wenigsten rechnen wird.« Katharine nickte nachdrücklich. »Jeder Mensch hatte einen wunden Punkt. Man musste ihn lediglich herausfinden und sich zunutze machen.« »Na schön«, sagte sie, »das ließe sich wohl machen. Aber worauf soll das Ganze hinaus?« Scott wog jedes seiner Worte ab. »Wir können ihn nicht eigenhändig umbringen, aber wir müssen ihn entfernen. Wer kann das für uns tun? Und zwar so, dass wir alle, besonders aber Ashley, vollkommen unbeschadet daraus hervorgehen. Oder sagen wir besser, nahezu unbeschadet, wenn wir es richtig anstellen.« »Ich weiß nicht, wen du meinst«, zweifelte Sally für die Übrigen. »Du hast es eben selbst gesagt, Sally«, erwiderte Scott. »Wer entfernt jemanden für fünf, zehn, zwanzig Jahre oder sogar lebenslänglich aus der Gesellschaft?« »Der Bundesstaat Massachusetts«, Scott nickte, »es geht demnach lediglich darum, einen Weg zu finden, wie wir den Bundesstaat dazu bringen, Michael O'Connell wegzusperren. Die werden das mit Freuden tun, nicht wahr? Wir müssen nur eine Kleinigkeit dazu beisteuern. Und es wäre? Das richtige Verbrechen. »Aber sehen Sie denn nicht, wie genial Scotts Plan war?«, fragte sie. »Ich weiß nicht, ob genial das Wort ist, das mir dazu einfällt,« antwortete ich. »Töricht und riskant kommt mir eher in den Sinn.« Sie schwieg. »Meinetwegen, auf den ersten Blick. Aber ich will Ihnen sagen, was an Scotts Überlegung so einmalig war. Es ging ganz und gar gegen den Strich, oder wie viele unkündbare Geschichtsprofessoren an einem kleinen, renommierten College für Philologie kennen Sie, die zu Kriminellen werden?« Ich erwiderte nichts. »Oder Schulpsychologen, oder Trainerinnen, oder Kleinstadtanwältinnen.« »Und was ist mit der Kunststudentin Ashley?« »Was könnte wohl dieser kleinen, gut situierten Gruppe ferner liegen, als der Beschluss, ein Verbrechen zu begehen?« »Und zu einem Mittel zu greifen, das Gewalt einschließt?« »Trotzdem, ich weiß nicht, wer steht wohl weniger im Verdacht, das Gesetz zu übertreten?« Dank Sally und ihrer juristischen Fachkenntnisse wussten sie besser als irgendjemand sonst, worauf sie sich einließen. Und Scott hatte, aufgrund seiner Ausbildung beim Militär, viel mehr das Zeug dazu, kriminell zu werden, als er sich hatte träumen lassen. Lag für sie nicht das größte Problem in der moralischen Hemmschwelle, die ihr Status in der Gesellschaft mit sich brachte? Ich hätte trotzdem damit gerechnet, dass sie die Polizei holten. Und wer garantiert Ihnen, dass das System zu ihren Gunsten arbeiten würde? Wie oft haben sie denn schon die Morgenzeitung aufgeschlagen und sind Zeuge einer Tragödie geworden, die eine obsessive Liebe ins Rollen brachte? Wie oft haben sie schon den Spruch der Polizei gelesen? Uns waren die Hände gebunden. Trotzdem, sie würden bestimmt nicht wollen, dass man in ihren Grabstein die Worte meißelt, »wenn nur...« Da stimme ich Ihnen zu, aber sie befanden sich in durchaus guter Gesellschaft. Filmstars können ein Lied von Stalkern singen, Sekretärinnen in hektischen Büros, aber auch Leute in Wohnwagenparks oder nichtberufstätige Mütter, Fernsehgrößen. Obsessionen kommen in sämtlichen ökonomischen und gesellschaftlichen Schichten vor. Nur ihre Reaktion auf diese Herausforderung war einmalig. Und was war ihr Ziel? Ashley zu beschützen. Konnte es ein selbstloseres Motiv geben als das? Versetzen Sie sich doch mal in Ihre Lage. Was würden Sie denn tun? Und da stand sie nun im Raum. Die einfachste Frage, auf die es doch keine Antwort gab. Sie holte Tiefluft. In Wahrheit lautete die einzige Frage, ob Sie damit durchkommen würden. Scott war wie elektrisiert. Er betrachtete die Frauen, in deren Mitte er stand, und fing an, fieberhaft Pläne zu schmieden, die ihren Zündstoff von der Wut bezogen, die er für Michael O'Connell empfand. Sally rutschte unbehaglich auf ihrem Sessel hin und her, und er sah, wie die Anwältin in ihr an seinem Vorschlag zu knabbern hatte. Wie sie seine Worte hin und her wendete und seine Ideen zerpflückte. Sie wird bei allem, was ich vorschlage, die Gefahren sehen, dachte er. Er fragte sich, ob sie genauso sehen würde, dass all diese Gefahren geringer waren als die eine große Bedrohung, der sich Ashley ausgesetzt sah. Doch zu seiner Überraschung nickte Sally plötzlich. Was getan werden muss, erklärte sie kalt, das muss getan werden, was auch immer. Dann wandte sie sich an Catherine und Hope. Also, ich denke, wir sind dabei, eine Grenze zu überschreiten, und ihr beide werdet euch vielleicht überlegen wollen, ob ihr etwas damit zu tun haben möchtet. Immerhin ist Ashley Scotts und meine Tochter, wir tragen die Verantwortung. Hope, du bist ihr, zugegeben, eine zweite Mutter gewesen, vielleicht mehr als das, und du, Catherine, ihre einzige richtige Großmutter. Aber trotzdem, ihr seid keine Blutsverwandten und... Halt verdammt noch mal den Mund, knurrte Hope sie an. Augenblicklich herrschte Schweigen im Raum, und Hope hielt es wie Scott nicht länger auf ihrem Sessel. Sie fasste sich und sagte, Weißt du, Ashley hat in guten wie in schlechten Zeiten von dem Tag an zu meinem Leben gehört, an dem wir beide uns begegnet sind. Und selbst wenn die letzten Tage für uns beide nicht die besten waren, und wenn unsere Zukunft ungewiss sein mag, so endet das nichts in meinen Gefühlen zu Ashley. Also zum Teufel mit dir, ich entscheide selbst, wozu ich bereit bin und wozu nicht. Catherine fügte schlicht hinzu, dasselbe gilt für mich. Sally wandte sich in ihrem Sessel. Ich habe alles vermasselt. Was zum Teufel ist nur mit mir los, dachte sie. Hast du eigentlich überhaupt etwas über Liebe begriffen? fragte Hope. Die Frage halte durchs Zimmer. Nachdem das Schweigen sich allzu lange eingenüstet hatte, richtete Hope ihre Konzentration auf Scott. Also, Scott, erzähl du uns ein bisschen genauer, was dir vorschwebt. Scott trat vor. Sally hat recht. Wir sind dabei, eine Grenze zu überschreiten. Von diesem Moment an werden die Dinge doppelt riskant. Plötzlich sah er in allem und jedem ein Risiko. Und er zögerte. Über einen Gesetzesbruch zu reden, ist eine Sache. Es zu tun und das Risiko auf sich zu nehmen, eine ganz andere. Er wandte sich an Ashley. Liebes, sagte er gedehnt, das ist der Moment, in dem du aufstehen und den Raum verlassen solltest. Ich fände es gut, wenn du nach oben gehen und warten würdest, bis Mom oder ich dich runterrufen. Was? Ashley brüllte die Frage beinahe, augenblicklich empört. Das betrifft mich, das ist mein Problem. Und jetzt, wo ihr daran denkt, etwas zu unternehmen, etwas, das mich unmittelbar angeht, da willst du, dass ich gehe? Vergiss es, Dad. Ich lasse mich nicht ausschließen. Wir reden hier immerhin über mein Leben. Wieder herrschte beklommenes Schweigen, bis Sally beipflichtete. Ja, das stimmt, aber hör zu, Liebling, wir müssen die Gewissheit haben, dass du, juristisch gesehen, an dem, was wir tun, vollkommen unbeteiligt bist. Deshalb kannst du an der Planung nicht mitwirken. Wahrscheinlich wirst du etwas tun können, ich weiß es nicht. Aber es wird dann nicht Teil einer kriminellen Konspiration sein. Du musst sowohl vor O'Connell sicher sein, als auch vor der Polizei, falls das, was wir am Ende entscheiden, uns um die Ohren fliegt. Sally sagte das in ihrem kurz angebundenen, effizienten Anwaltstun. Also, stell verdammt noch mal keine Fragen. Tu, was dein Vater sagt. Geh nach oben, warte geduldig und danach mach einfach, worum wir dich bitten, ohne zu fragen, warum. Du behandelst mich wie ein Kind, platzte Ashley heraus. Genau, sagte Sally ruhig. Das lasse ich mir nicht gefallen. Doch, das wirst du. Denn das ist die Bedingung dafür, dass ich weitermache. Das kannst du nicht mit mir machen. Was machen wir denn? Beharrte Sally. Du weißt nicht, was wir tun werden. Willst du etwa sagen, wir hätten nicht das Recht, aus freien Stücken und nach eigenem Gutdünken etwas für unsere Tochter zu tun? Willst du etwa behaupten, wir durften keine Schritte unternehmen, um dir zu helfen? Ich sag ja nur, dass es hier um mein Leben geht. Ja, bestätigte Sally. Das sagtest du bereits. Wir haben es gehört. Und genau deswegen hat dein Vater dich gebeten, den Raum zu verlassen. Ashley funkelte ihre Eltern an und die Tränen standen ihr in den Augen. Sie fühlte sich vollkommen hilflos und ohnmächtig. Sie wollte gerade erneut protestieren, als Hope sie unterbrach. Mutter, es wäre schön, wenn du mit Ashley raufgehen würdest. Was? herrschte Catherine sie an. Mach dich nicht lächerlich. Ich bin kein Kind, dass du herumkommandieren kannst. Ich kommandiere nicht. Hope schwieg einen Moment, bevor sie sagte. Genau betrachtet tue ich es doch. Und ich sage dasselbe zu dir wie Scott und Sally eben zu Ashley. Du wirst gebeten werden, etwas zu tun. Da bin ich mir sicher. Es ist für mich einfach zu schwer, ungewohnte Pfade zu betreten, wenn ich mir die ganze Zeit Sorgen um dich machen muss. So einfach ist es. Na schön, es ist nett von dir, dass du dir Sorgen machst, Schätzchen. Aber ich bin viel zu alt und viel zu eigensinnig, als dass mein eigenes Kind auf mich aufpassen müsste. Ich kann sehr gut für mich selbst entscheiden, verdammt. Das ist es hier gerade. Hope sah ihre Mutter streng an. Wieso willst du nicht begreifen, dass ich, genau wie Sally und Scott durch Ashley, in meinem Handlungsspielraum eingeschränkt bin? Bist du so selbstbezogen, dass du mir nicht gestatten kannst, meinen eigenen Weg zu gehen? Diese Frage ließ Catherine verstummen. Ihr war bewusst, dass genau diese Frage seit vielen Jahren zwischen ihr und ihrer Tochter stand. Jedes Mal hatte sie eingelenkt, selbst wenn Hope nichts davon wusste. Catherine schnaubte und drückte sich ruckartig an die Sessellehne. Wütend über das, was ihre Tochter sagte, und ebenso wütend darüber, dass sie ihr nicht widersprechen konnte. Ein Moment lang kochte sie innerlich. Dann stand sie auf. Ich denke, du irrst, sagte sie. Was mich betrifft. Und du! Damit drehte sie sich zu Sally um. Irrst dich vielleicht in Bezug auf Ashley. Catherine schüttelte den Kopf. Wir sind beide vollkommen in der Lage, alle möglichen Risiken einzugehen. Große Risiken, wenn es sein muss. Aber das hier ist nur der erste Schritt. Und falls sie darauf besteht, dass ich hier und jetzt gehe, dann werde ich das tun. Sie drehte sich zu Ashley um. Das könnte sich noch ändern. Ich hoffe, das wird es auch. Aber für den Augenblick meinetwegen. Komm, Schätzchen, du und ich gehen jetzt nach oben und vertrauen darauf, dass es diesen Herrschaften bald dämmern wird, wie absolut dumm es ist, wenn sie uns ausschließen wollen. Sie nahm Ashley bei der Hand, um sie halb aus dem Sessel zu ziehen. Das passt mir nicht, ganz und gar nicht, erklärte Ashley, und ich halte es für absolut unfair und nicht richtig. Dennoch stand sie auf und trottete hinter Catherine her nach oben. Die drei Zurückgebliebenen sahen ihnen schweigend nach. Danke, Hope, meinte Sally. Das war ein ziemlich kluger Zug. Wir spielen hier nicht Schach, erwiderte Hope. Doch, in gewisser Weise schon, sagt es Gott. Zumindest ab jetzt. Es dauerte zwar eine Weile, aber am Ende hatten sie die vorläufige Aufgabenverteilung zwischen ihnen festgelegt. Ausgehend von dem spärlichen Gerüst an Informationen, die sie Murphys Bericht entnahmen, sollte Scott Michael O'Connells Vergangenheit durchleuchten. Sich sein Zuhause ansehen, nachforschen, wo er aufgewachsen war. So viel wie möglich über O'Connells familiären Hintergrund, seine beruflichen Tätigkeiten, seine Ausbildung in Erfahrung bringen. Scott sollte feststellen, mit wem sie es überhaupt zu tun hatten. Sally sollte sich übers Wochenende mit der juristischen Seite befassen. Sie wussten nicht, welches Verbrechen sie Michael O'Connell unterschieben sollten, zumindest im Augenblick noch nicht, auch wenn sie die Befürchtung hegten, dass es ein Kapitalverbrechen sein musste. Das ganze Gespräch hindurch vermieden sie es, den Begriff Mord in den Mund zu nehmen. Doch er lauerte hinter allem, was sie sagten. Ein Verbrechen aus der Luft zu greifen, erfordert einiges an Planungen, die Sally übernahm. Sie sollte nicht nur herausfinden, welches die geeignetste Straftat war, das heißt, was O'Connell am sichersten und für die längste Zeit aus ihrem Leben verbannen würde, sondern auch, welches sich seitens der Staatsanwaltschaft am leichtesten beweisen ließ, welches am wenigsten verhandlungs- oder kompromissfähig war. Es musste etwas sein, das er nicht von sich weisen und nicht anderen anlasten konnte. Was immer es war, er musste vollkommen allein dastehen. Und sie hatte in Erfahrung zu bringen, unter welchen Voraussetzungen die Staatsanwaltschaft ihm die Tat absolut wasserdicht vor Gericht beweisen konnte. Hope, die, so ihre Vermutung, die einzige von ihnen war, die O'Connell vielleicht nicht sofort wiedererkennen würde, übernahm die Aufgabe, ihn aufzuspüren und zu beschatten. Sie sollte seinen Alltag so gründlich ausspionieren, wie sie konnte. Sie gingen davon aus, dass die nötigen Antworten auf diese Weise zu finden waren. Dabei war schwer zu sagen, wer von ihnen sich der größten Gefahr aussetzte. Wahrscheinlich Hope, dachte Sally, weil sie O'Connell physisch am nächsten kam. Doch Sally wusste, dass sie bereits in dem Moment eine Straftat beging, als sie ihren ersten juristischen Fachtext zur Hand nahm. Scott seinerseits bewegte sich auf dem unsichersten Terrain, da keiner von ihnen ahnen konnte, worauf er sich einließ, sobald er den Namen Michael O'Connell in der Gegend erwähnte, in der er aufgewachsen war. Es wurde beschlossen, dass Catherine und Ashley im Haus bleiben würden. Catherine, die es immer noch bedauerte, O'Connell nicht erschossen zu haben, als sich ihr die Gelegenheit dazu bot, war dafür zuständig, sich für den Fall, dass O'Connell plötzlich an ihrer Haustür stehen sollte, ein System an Schutzvorkehrungen auszudenken. Das war Sallys allergrößte Sorge. Dass er zuschlagen würde, bevor sie handeln konnten. Gegenüber Hope und Scott vermied sie es allerdings, von einem Wettlauf zu sprechen. Sie nahm aber an, dass sie alle das Gleiche dachten. Einen Moment lang beäugte sie mich, als erwartete sie, dass ich etwas sagte. Doch als ich schwieg, fragte sie gerade heraus, »Haben Sie sich schon mal gründlich mit der Vorstellung von perfekten Verbrechen befasst? Ich habe einige Zeit darauf verwendet, mich mit ein paar Fragen auseinanderzusetzen. Was ist Recht? Was ist Unrecht? Was ist gerecht? Was ist ungerecht? Am Ende bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass das perfekte Verbrechen, das wirklich perfekte Verbrechen, nicht nur daran hängt, ob man ungeschoren davonkommt, das wäre die Mindestanforderung, sondern, dass man dabei auch eine tiefgreifende psychische Veränderung auslöst. Es muss eine Erfahrung sein, die das ganze Leben grundlegend verändert. Ein Rembrandt aus dem Louvre zu stehlen, würde dem noch nicht genügen? Nein, das macht einen höchstens reich, und es macht einen allenfalls zu einem Kunsträuber. Nicht viel anders als der kleine Ganove, der im Laden an der Ecke die Knarre schwingt. Ich denke, das Perfekte, vielleicht sollte ich besser sagen, das ideale Verbrechen, ist eher auf der moralischen Ebene angesiedelt. Es macht ein Unrecht gut. Es schafft Gerechtigkeit, statt ihr zuwiderzulaufen. Es öffnet Horizonte. Ich wich auf meinem Stuhl zurück. Mir lagen dutzende Fragen auf der Zunge, doch es erschien mir sinnvoller, sie einfach reden zu lassen. Und noch etwas, fügte sie kalt hinzu. Was denn? Das Verbrechen stellt die Unschuld wieder her. Sie meinen Ashley? Sie lächelte. Natürlich. Das Halbfinale ging ins Elfmeterschießen. Sport, musste sie denken, kennt wahrscheinlich eine ganze Reihe grausamer Enden. Doch das hier war eins der schlimmsten. Hobbes Mannschaft war eindeutig unter Druck geraten, hatte jedoch zu einer Willensstarke gefunden, die ihr half, dem Gegner standzuhalten. Ganz offensichtlich waren die Mädchen erschöpft, und die Anstrengung stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Sie waren alle Schweiß und Dreck verschmiert, und mehr als eine hatte blutige Knie. Die Torhüterin rannte abseits von den anderen nervös hin und her. Hope überlegte, ob sie hingehen und etwas zu ihr sagen sollte, doch dann verstand sie, dass dies ein Moment war, in dem ihre Spielerin auf sich gestellt war. Falls sie das Mädchen beim Training nicht angemessen vorbereitet hatte, dann gab es nichts, womit sie das Defizit jetzt, in der letzten Minute, wegmachen konnte. Sie hatten das Glück nicht auf ihrer Seite. Hobbes fünfte Schützin, ihre Kapitänen, Liga- und Regionalklassenspielerin, die in ihren vier Studienjahren noch keinen Elfmeter verschossen hatte, traf die Querlatte. Und so endete die Saison mit dem hässlichen Geräusch eines Balls, der an Metall abprallt. Einfach so, ungefähr so heftig wie eine Herzattacke. Die Mädchen des gegnerischen Teams kreischten vor ungezügelter Freude und rannten nach vorne, um ihre Torwartern zu umarmen, die während des ganzen Elfmeterschießens kein einziges Mal mit dem Ball in Berührung gekommen war. Hope sah, wie ihre eigene Spielerin auf dem schmutzigen Spielfeld in die Knie ging, bevor sie das Gesicht in die Hände legte und in Tränen ausbrach. Die anderen Mädchen waren nicht weniger am Ende, und Hope spürte, dass ihre eigenen Nerven blank lagen. Dennoch schaffte sie es, ihnen zu sagen, »Lasst eure Mannschaftskameradin da draußen nicht allein. Ihr gewinnt als Team und ihr verliert als Team. Geht zu ihr und erinnert sie daran!« Die Mädchen rannten alle zu ihrer Kapitänin, und Hope fragte sich, woher sie die Energie dazu nahm. Sie war in diesem Moment auf sie alle stolz. Siege, dachte sie, bringen geteilte Freude. Niederlagen erweisen den wahren Charakter. Hope sah zu, wie sich die Mannschaft auf dem Spielfeld versammelte. Sie dachte daran, dass sie in den nächsten Tagen eine weitere Schlacht zu schlagen hatten. Sie fröstelte bei dem Gedanken und zitterte. Dies war das letzte Spiel. Der Winter stand vor der Tür. Es war Zeit, mit dem anderen Spiel zu beginnen. Auch wenn sie es nicht wusste, hatte sie ihren Wagen genau an derselben Stelle schräg gegenüber von O'Connells Haus geparkt wie seinerzeit Matthew Murphy. Sie lehnte sich auf dem Sitz zurück und zog ihre Strickmütze ein wenig tiefer. Abschließend drückte sie eine neue Brille mit Fensterglas auf der Nase zurecht. Sie trug sonst keine Brille, doch sie ging davon aus, dass ein wenig Maskierung nicht schaden konnte. Hope war sich nicht sicher, ob Michael O'Connell sie je gesehen hatte, doch sie vermutete, dass das der Fall war. Wahrscheinlich hatte er mit jedem von ihnen mehr oder weniger dasselbe getan, was sie in diesem Augenblick tat. Sie trug Jeans und einen alten Kulani gegen die Kälte am Spätnachmittag. Auch wenn Hope durchschnittlich fünfzehn Jahre mehr auf dem Buckel hatte als die Studenten in der Gegend, konnte sie doch jung genug aussehen, um als älteres Semester durchzugehen. Verzweifelt darum bemüht, möglichst unauffällig zu wirken, hatte sie ihre Kleider mit derselben Nervosität ausgewählt wie jemand vor einem ersten Date. Sie wollte wie ein Chamäleon, das die Färbung seiner Umgebung annimmt, mit den Straßen von Boston verschmelzen und sich unsichtbar machen. Sie ging davon aus, dass sie sie nach wenigen Minuten entdecken würde, falls sie einfach im Wagen sitzen blieb. »Geh lieber davon aus, dass er alles weiß«, schärfte sie sich ein, »dass er weiß, wie du aussiehst und sich jede Einzelheit deines vier Jahre alten Kleinwagens eingeprägt hat, einschließlich des Kennzeichens.« Hope saß reglos da und konnte den Gedanken nicht loswerden, dass sie für ihn allzu leicht zu erkennen war und eine falsche Brille daher herzlich wenig brachte. Sie betrachtete Murphys Bericht auf ihrem Schoß, warf einen weiteren langen Blick auf O'Connells Foto, das ihm beigefügt war, und fragte sich, ob sie ihn erkennen würde. Da ihr nichts Besseres einfiel, öffnete sie die Tür und trat auf die Straße. Sie warf einen verstullenen Blick auf O'Connells Adresse und wünschte sich, es möge endlich so dunkel werden, dass er in seiner Wohnung Licht machen musste. Dann wurde ihr bewusst, dass er viel eher sie sehen würde, als umgekehrt, wenn sie in seine Richtung starrte. Sie drehte sich um und lief zügig bis ans Ende des Häuserblocks, während sie das Gefühl nicht abschütteln konnte, dass sich ihr ein Augenpaar in den Rücken bohrte. Sie ging um die Ecke und blieb stehen. Was nützte es, seine Wohnung zu observieren, wenn sie sich davonstahl? Sie holte Tiefluft und fühlte sich völlig inkompetent. »Nutzlos, nutzlos«, sagte sie sich. »Geh zurück, finde ein Versteck in einem Durchgang oder hinter einem Baum und warte. Hab so viel Geduld wie er.« Als sie kehrtmachte, erneut um die Ecke lief und den Häuserblock nach einem Versteck absuchte, schüttelte sie gerade den Kopf über ihr Verhalten, als sie O'Connell aus seinem Gebäude kommen sah. Er reckte das Gesicht gen Himmel und grinste, sodass er eine bösartige Unbekümmertheit verströmte, die sie in Rage versetzte. Sie war wütend. Es kam ihr vor, als machte er sich über sie lustig, obwohl natürlich nichts darauf schließen ließ, dass er die geringste Ahnung von ihrer Nähe hatte. Sie huschte zur Seite und versuchte, sich an eine Wand zu drücken, während sie ihn weiter beobachtete und hoffte, dass ihre Blicke sich nicht trafen. Im selben Moment entdeckte sie eine kleine, verhutzelte ältere Frau, die Michael O'Connell auf derselben Straßenseite entgegenkam. Hope bemerkte, dass sich seine Miene verfinsterte, kaum dass er sie entdeckt hatte. Der Ausdruck in seinem Gesicht machte Hope Angst. Es war, als hätte der Mann sich im Bruchteil einer Sekunde verwandelt, von hemdsärmeliger Nonchalance zu geballtem Zorn. Die alte Frau schien der Inbegriff an Harmlosigkeit zu sein. Ihr Gang war quälend langsam. Sie war klein und gedrungen und trug einen schäbigen, schwarzen Mantel, der wahrscheinlich zwanzig Jahre alt war, und dazu eine bunte Strickmütze auf dem Kopf. Mit beiden Händen trug sie schwere, weiße Plastiktüten mit Lebensmitteleinkäufen. Kaum entdeckte die alte Frau Michael O'Connell, sah Hope, wie ihre Augen blitzten und sie ein wenig von ihrer Route abkam, um ihm den Weg zu verstellen. Hope drückte sich auf der anderen Straßenseite eng an einen Baum. Die Frau versuchte, eine Hand zu heben, ohne die Tüte abzusetzen, und drohte ihm mit dem Zeigefinger. »Ich kenne Sie«, sagte sie laut. »Ich weiß, was Sie machen.« »Ein Scheißdreck wissen Sie über mich«, erwiderte O'Connell seinerseits mit erhutender Stimme. »Ich weiß, dass Sie was mit meinen Katzen machen. Ich weiß, dass Sie welche stehlen. Oder schlimmer, Sie sind ein übler, bösartiger Mensch, und ich sollte Sie der Polizei melden.« »Ich habe Ihren verdammten Katzen nichts getan. Vielleicht füttert irgendeine andere verrückte Alte die durch. Vielleicht mögen Sie auch nur den Fraß nicht, den Sie ihnen rausstellen. Vielleicht haben Sie auch irgendwo eine bessere Bleibe gefunden, alte Schlampe. »Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe, und seien Sie lieber froh, dass ich Ihnen nicht das Gesundheitsamt auf den Hals schicke, denn die werden mit absoluter Sicherheit all diese räudigen Viecher einsammeln und einschläfern.« »Sie sind ein grausamer, herzloser Mensch«, versetzte die alte Frau steif. »Gehen Sie mir aus dem Weg und scheren Sie sich zum Teufel«, schnauzte O'Connell und drängte sich an der alten Frau vorbei, um weiter die Straße hinunter zu schlendern. »Ich weiß, was Sie machen«, brüllte die alte Frau ihm noch einmal hinterher. O'Connell drehte sich um und erwiderte ihren wütenden Blick. »Wissen Sie was«, antwortete er kalt, »also Sie können von Glück sagen, wenn ich das, was ich angeblich mit Ihren Katzen mache, nicht eines Tages mit Ihnen mache.« Hope sah, wie die alte Dame nach Luft schnappte und einen Schritt zurück trat, als hätte sie der Schlag getroffen. O'Connell, offensichtlich mit seiner Antwort zufrieden, machte Kehrt und Alte grinsend die Straße entlang. Hope wusste nicht, wo er hin wollte, doch ihr war klar, dass sie ihm folgen sollte. Als sie sich wieder zu der alten Frau umdrehte, die immer noch wie erstarrt auf dem Bürgersteig stand, kam ihr eine Idee. Kaum war Michael O'Connell am Ende des Häuserblocks um die Ecke verschwunden, stürmte Hope zu der Frau. Nach einem letzten Blick auf die Straßenecke winkte sie ihr zu. »Entschuldigen Sie, Ma'am«, rief sie so freundlich, wie sie konnte, aber deutlich genug, um die Dame auf sich aufmerksam zu machen. »Entschuldigen Sie«, die Frau drehte sich misstrauisch zu ihr um. »Ja«, fragte sie vorsichtig. »Tut mir leid«, entschuldigte sich Hope hastig. »Ich war auf der anderen Straßenseite und hab wohl oder übel ihren Wortwechsel mit dem jungen Mann damit angehört.« Die Frau sah Hope weiter vorsichtig an, während Hope behutsam näher trat. Er wirkte sehr unhöflich und respektlos. Die alte Frau zuckte die Achseln und fragte sich offenbar immer noch, was Hope von ihr wollte. Hope holte tief Luft und ließ eine Lüge vom Stapel. »Ich vermisse seit ein paar Tagen meinen Kater, einen richtig süßen Gescheckten mit weißen Vorderpfoten, deshalb nenne ich ihn Zox. Er kommt nicht mehr nach Hause und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, ich werde noch wahnsinnig, ich wohne nur ein, zwei Straßen weiter.« Hope winkte vage in eine Richtung, die praktisch ganz Boston einschloss. »Vielleicht haben sie ihn ja gesehen.« In Wahrheit konnte Hope Katzen nicht besonders leiden. Sie brachten sie zum Niesen und sie mochte nicht, wie die Tiere sie ansahen. »Er ist so ein süßer Fratz. Ich hab ihn schon seit Jahren und es passt einfach nicht zu ihm, so lange wegzubleiben.« Die Lügen kamen ihr glatt über die Lippen. »Ich weiß nicht«, antwortete die alte Frau langsam. »Ich hab ein paar Gescheckte in meiner Sammlung, aber so viel ich weiß, keine neuen. Andererseits«, die Frau wandte den Blick von Hope zu der Stelle, an der Michael O'Connell verschwunden war. Sie fauchte beinahe wie eine ihrer Schützlinge. »Ich kann nicht ausschließen, dass er was Böses mit ihnen gemacht hat.« Hope verzog entsetzt das Gesicht. »Der mag keine Katzen, ja? Was muss man für ein Mensch sein?« Sie brauchte den Satz nicht zu Ende zu führen. Die alte Frau machte einen Schritt zurück und musterte Hope von oben bis unten. »Vielleicht hätten Sie Lust auf eine Tasse Tee und ich zeige Ihnen meine Kinderschar.« Hope nickte und beugte sich herunter, um der Frau die Einkaufstüten abzunehmen. »Ich bin drin«, dachte sie. Es gab ihr das Gefühl, direkt in die Nachbarschaft der Höhle des Löwen eingeladen zu werden. Scott seufzte beim Anblick des hingeklatschten Baus aus verblichenen Schlacken und Ziegelsteinen und stellte sich vor, dass derselbe Architekt, der diese Highschool entworfen hatte, sonst vermutlich Gefängnisse baute. Davor parkte eine Reihe gelber Schulbusse mit laufenden Motoren und erfüllte die Luft mit starkem Dieselgestank. Eine ausgefranste amerikanische Flagge hatte sich um den Mast gewickelt und mit der Fahne von New Hampshire verheddert. Beide flatterten zuckend in der steifen Brise. Seitlich befand sich ein hoher, rostiger Maschendrahtzaun. Auf einem Vordach waren zwei Botschaften zu lesen. »Auf in den Kampf« und »Ab sofort Anmerdung zur Aufnahmeprüfung«. Niemand schien den Schreibfehler bemerkt zu haben. Auf Scott hatte sich eine Kopie von Murphys Bericht in die Jackentasche gestopft. Er enthielt nicht mehr als ein erstes Skelett von O'Connells Vergangenheit. Und Scott war entschlossen, die Knochen mit Fleisch zu füllen. O'Connells Highschool bot so gut wie jeder andere Ansatzpunkt einen logischen Einstieg, auch wenn das, was er hier erfahren wurde, zehn Jahre alt war. Er hatte einen deprimierenden Morgen damit verbracht, die Welt in Augenschein zu nehmen, in der O'Connell aufgewachsen war. Die Küstenregion von New Hampshire ist ein Ort der Widersprüche. Der Atlantik verleiht ihr große Schönheit. Doch die Industrie, die sich überall dort angesiedelt hatte, wo Flüsse sich ins Meer ergossen, war abweisend und herzlos. Eine Verlangs an Schornsteinen und Bahnhöfen, Lagerhäusern und Hüttenwerken, die rund um die Uhr arbeiteten. Es war, als blickte man am helllichten Tage auf eine viel zu alte Stripperin in einem heruntergekommenen Club. Die Gegend, in der Michael O'Connell aufgewachsen war, wurde vom Schiffsbau beherrscht. Riesige Kräne, die tonnenweise Stahl bewegen konnten, ragten in den grauen Himmel. Hier war es im Sommer so heiß wie im Winter kalt, und die Menschen trugen den ganzen Tag über Schutzhelme, Overalls und schwere, ramponierte Stiefel. Die Leute, die auf den Werften arbeiteten, waren stämmig und stetig und ebenso unverzichtbar wie das schwere Gerät, das sie bedienten. Härte galt hier als höchste Tugend. Scott fühlte sich gänzlich fehl am Platze. Als er im Auto saß und die Schülerscharen aus dem Gebäude kommen sah, kam er sich vor wie von einem anderen Stern. In seiner Welt wurden die Studenten auf einen Weg zum Erfolg gebracht, der mit all den Statussymbolen einherging, welche Amerika so gern vorzeigte. Dicke Wagen und Bankkonten, große Häuser. Die Teenager, die er auf ihrem Weg zu den Bussen beobachtete, hegten bescheidenere Träume, vermutete er, und viele von ihnen würden in einer Fabrik mit einem langen Arbeitstag und Stechuhr enden. Wenn ich in dieser Gegend aufwachsen würde, dachte er, würde ich alles daran setzen, hier wegzukommen. Als die vollbeladenen Busse sich langsam auf den Weg machten, stieg er aus und lief schnell zum Schultor hinüber. Ein Wachmann, der in der Nähe stand, wies ihn ans Hauptbüro. Dort standen mehrere Sekretärinnen hinter einer Theke. Er konnte an ihn vorbei den Schuldirektor sehen, der in müdem Ton eine Schülerin mit weinrotem Stachelhaar und schwarzer Lederjacke sowie Ohr- und Augenbrauenpiercings belehrte. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte eine junge Frau. »Ich hoffe«, erwiderte Scott, »mein Name ist Johnson, ich arbeite für Raytheon. Wissen Sie, wir kommen aus der Gegend von Boston. Wir wollen gerade einem jungen Mann eine Stelle anbieten. In seinem Lebenslauf steht, dass er hier vor zehn Jahren einen Highschool-Abschluss gemacht hat. Wissen Sie, wir haben eine Reihe Regierungsaufträge, deshalb müssen wir alles doppelt überprüfen.« Die Sekretärin drehte sich zu ihrem Computer um. »Der Name?« Michael O'Connell. Sie drückte einige Tasten. »Abschlussjahrgang 1995. Haben Sie irgendetwas, womit Sie uns vielleicht helfen können?« »Noten und andere Daten kann ich nicht ohne schriftliche Genehmigung rausgeben.« »Ja, sicher«, sagte Scott. »Na, jedenfalls vielen Dank.« Er zögerte einen Moment, während die Sekretärin sich wieder daran machte, Unterlagen elektronisch abzuspeichern. Scotts Blick traf sich mit dem einer älteren Frau, die gerade in dem Moment aus seinem Büro des stellvertretenden Direktors herausgekommen war, als er O'Connells Namen genannt hatte. Sie schien mit sich zu kämpfen. Dann ging sie mit einem kleinen Achselzucken zu ihm herüber. »Ich kannte ihn«, erklärte sie. »Er bekommt einen Job?« »Programmieren. Datenerstellung, sowas in der Art. Es ist nichts von zentraler Bedeutung, aber da ein Teil der Informationen mit Pentagon-Verträgen zu tun hat, müssen wir den Leum und der Bewerber überprüfen.« Sie schüttelte erstaunt den Kopf. »Freut mich zu hören, dass er sein Leben in Ordnung gebracht hat.« »Ratheon? Das ist eine große Firma.« »War sein Leben denn damals so durcheinander?« Die Frau lächelte. »Könnte man so sagen.« »Wissen Sie, jeder hat an der Highschool mal irgendwann Ärger. Wir versuchen, über die typischen Teenager-Probleme hinwegzusehen. Bei ernsteren Problemen sind wir allerdings auf der Hut.« Die Frau nickte wieder. »Ja.« »Klein Kram.« Sie überlegte. »O'Connell?« »Es fällt mir schwer, besonders wenn er die Dinge zu seinen Gunsten gewendet hat. Ich möchte ihm nicht im Weg stehen. Es wäre eine Hilfe für uns, wirklich.« Die Frau zögerte erneut, bevor sie sagte, »Er hat damals, solange er hier war, für schlechte Nachrichten gesorgt.« »Wie das?« »War clever, weitaus intelligenter als die meisten. Ganz entschieden sogar, aber voller Probleme. Hab immer gedacht, er ist ein Typ, der ein Massaker wie das in Columbine anrichten könnte. Nur, dass Columbine später war. Wissen Sie, still, führte aber ständig irgendwas im Schilder. Was mich am meisten auf die Palme brachte, war, dass er sich in den Kopf setzen konnte, sie wären ein Problem für ihn. Oder sie stünden ihm im Weg, oder er müsste unbedingt etwas Bestimmtes erreichen. Und es gab für ihn nichts anderes mehr. Interessierte er sich für ein Fach, dann bekam er locker eine Eins. Passte ihm ein Lehrer nicht? Naja, dann passierten merkwürdige Dinge. Schlimme Dinge. Zum Beispiel konnte der Wagen des Lehrers zertrümmert werden. Oder seine Unterrichtsmaterialien gingen verloren. Oder eine gefälschte Polizeimeldung deutete auf irgendein illegales Verhalten hin. Michael schien immer etwas damit zu tun zu haben. Aber man konnte ihm nie etwas beweisen. Ich war erleichtert, als er die Schule verließ. Scott nickte. Wieso? Begann er doch, die Frau brachte den Satz für ihn zu Ende. Bei dem Elternhaus musste es schief gehen. Wo? Das sollte ich wirklich nicht. Sie nahm einen Zettel heraus und schrieb eine Adresse auf. Ich weiß nicht, ob die noch stimmt. Möglicherweise nicht. Scott nahm sie. Wie kommt es, dass Sie sich noch so gut daran erinnern? Das ist immerhin schon zehn Jahre her. Sie lächelte. Ich habe die ganze Zeit auf jemanden gewartet, der mich nach Michael O'Connell fragt. Allerdings hätte ich nie gedacht, dass es jemand sein würde, der ihm einen Job geben will. Hatte eher mit der Polizei gerechnet. Sie scheinen sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. Die Frau lächelte. Ich war mal seine Lehrerin. Englisch in der elften Klasse. Er hatte einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Über die Jahre hat es vielleicht ein Dutzend oder so gegeben, die man nicht vergisst. Die Hälfte davon aus den richtigen Gründen, die andere Hälfte aus den falschen. Wird er mit jungen Frauen in einem Büro arbeiten? Ja. Wieso? Er schien den Mädchen hier irgendwie unbehagen zu bereiten. Gleichzeitig fühlten sie sich zu ihm hingezogen. Hab nie ganz begriffen, wieso. Wieso fühlt man sich zu jemandem hingezogen, von dem man weiß, dass er einem Kummer machen wird? Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mit der einen oder anderen reden. Sicher. Aber wer weiß schon nach so langer Zeit, wo die geblieben sind? Er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und seine Familie? Das da ist seine damalige Anschrift. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Vater noch lebt. Sie können es ja überprüfen. Und die Mutter? Die ist schon vor Jahren gestorben. Ich hab die Geschichte nie vollständig gehört, aber... Die Frau straffte sich abrupt. So viel ich weiß, starb sie, als er klein war. Vielleicht zehn oder dreizehn. Ich denke, mehr sollte ich wirklich nicht sagen. Ich hab schon zu viel geplaudert. Sie brauchen doch nicht meinen Namen, oder? Scott schüttelte den Kopf. Er hatte genug gehört. »All Grey, Fräulein? Mit ein bisschen Milch?« »Das wär schön«, antwortete Hope. »Vielen Dank, Mrs. Abramowich. Sagen Sie bitte Hilda zu mir. »Gerne, Hilda. Danke. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Bin gleich bei Ihnen.« Hope hörte, wie der Kessel sang. Sie sah sich um und prägte sich so viel von der Wohnung ein, wie sie konnte. An der Wand hing ein Kruzifix neben einem grellbunten Gemälde von Jesus beim letzten Abendmahl. Das wiederum rammten verblichene Schwarz-Weiß-Fotos von Männern mit steifem Kragen und Frauen in Spitzen. Dagegen hoben sich Bilder von einer dunklen, doch grünen Landschaft ab, von Straßen mit Kopfsteinpflaster und einer Kirche mit steilen Türmen. Hope machte sich leicht einen Reim darauf. Längst verstorbene Angehörige in einem osteuropäischen Land, das Hilda jahrzehntelang nicht mehr besucht hatte. Es war ein wenig so, als hätte sie die Wände ihrer Wohnung mit Gespenstern tapeziert. Sie suchte immer noch nach der Geschichte der alten Frau. Die Farbe, die rund um die Fensterbänke abblätterte, eine Reihe Arzneimittelfläschchen. In einer Ecke stapelten sich Zeitschriften und Zeitungen, und ein mindestens fünfzehn Jahre alter Fernseher stand in der Nähe eines roten Armlehnenstuhls. Dies alles wirkte leer. Es gab nur ein einziges Schlafzimmer. In der Nähe des Sessels entdeckte Hope einen Korb mit Stricknadeln. Die Wohnung roch eldlich und nach Katzen. Acht oder mehr hockten auf dem Sofa, auf der Fensterbank und an der Heizung. Mehr als eine kam heran und schmiegte sich an Hope. Sie schätzte, dass sich im Schlafzimmer noch einmal doppelt so viele verborgen. Sie holte Tiefluft und fragte sich, wie Menschen so einsam enden konnten. Mrs. Abramowitsch kam mit zwei Tassen dampfendem Tee herein. Sie lächelte der Katzensammlung entgegen, die sich im Nu an sie schmiegte und ihr auf dem Fuße folgte. »Ist noch nicht ganz Zeit fürs Abendessen, Liebchen. Dauert aber nicht mehr lange. Erst möchte sich Mutter noch ein bisschen unterhalten.« Sie weinte sich an Hope. »Ihren Sock sehen Sie nicht in meiner kleinen Menagerie, oder?« »Nein«, sagte Hope und legte einen traurigen Ton auf. »Und im Flur vorhin auch nicht.« »Ich versuche, meine Lieblinge aus dem Flur rauszuhalten. Kann ich natürlich nicht die ganze Zeit, weil sie eben kommen und gehen, wie sie wollen. So sind Katzen nun mal, weil ich nämlich glaube, dass er etwas Schlimmes mit ihnen macht.« »Wie kommen Sie darauf?« »Er weiß nicht, dass ich jede von Ihnen genau kenne, und alle paar Tage fehlt eine. Ich würde gerne die Polizei holen, aber er hat Recht. Die würden mir wahrscheinlich meine übrigen kleinen Freunde wegnehmen, und das könnte ich nicht ertragen. Er ist ein schlechter Mensch, und ich wünschte, er würde ausziehen. Ich würde niemals...« Mrs. Abramowitz schwieg, und Hope beugte sich vor. Die alte Frau seufzte und sah sich in ihrer Wohnung um. »Ich fürchte, meine Liebe, dass dieser böse Mensch ihn sich geschnappt haben könnte, falls ihr Socks hier zu Besuch war, oder ihm etwas angetan hat. Das kann ich nicht sagen.« Hope nickte. »Das klingt schrecklich.« »Er macht mir Angst, und normalerweise rede ich nicht mit ihm, außer wenn wir wie heute eine Auseinandersetzung haben. Ich glaube, ein paar von den anderen, die hier leben, fürchten sich auch vor ihm, aber die sagen auch nichts. Und was können wir schon machen? Er bezahlt seine Miete pünktlich, macht keinen Lärm, feiert keine wilden Partys, und alles andere ist den Eigentümern egal.« Hope nippte an dem süßen Tee. »Ich wünschte, ich könnte mir sicher sein. Ich meine wegen Socks.« Mrs. Abramowitz lehnte sich zurück. »Da gäbe es eine Möglichkeit«, sagte sie langsam, »wie Sie ganz sicher sein könnten, und gleichzeitig würde es mir ein paar Fragen beantworten. »Ich bin alt und nicht mehr sehr kräftig, und ich habe Angst, aber ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll.« »Sie dagegen, meine Liebe, Sie scheinen wesentlich stärker zu sein, sogar stärker als ich früher war in Ihrem Alter, und ich möchte wetten, dass Ihnen so schnell keiner Angst einjagt.« »Das stimmt«, wieder lächelte die alte Frau, beinahe schüchtern. »Als mein Mann noch lebte, war unsere Wohnung größer. Da hat genauer gesagt, der ganze Teil dazugehört, in dem jetzt Mr. O'Connell wohnt. Wir hatten zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer und ein richtiges Esszimmer und die ganze Rückseite des Gebäudes für uns. Aber als mein Mann Alfred starb, haben sie die Wohnung in drei Teile zerschnitten. Allerdings haben sie es sich ein bisschen leicht gemacht.« »Leicht?« Mrs. Abramowitz nahm noch einen Schluck Tee. Hope sah, wie ihre Augen in einer Anwandlung von Ärger blitzten. »Ja. Oder wie finden Sie das, wenn Sie an den neuen Wohnungen nicht mal die Schlösser auswechseln? An den Türen, die mal zu meiner Wohnung gehörten?« Hope nickte. Sie fühlte plötzlich eine Spannung wie einen elektrischen Schlag. »Ich wüsste zu gerne, was er mit meinen Katzen gemacht hat,« erklärte Mrs. Abramowitz langsam. Ihre Augen verengten sich, ihre Stimme wurde tiefer, und Hope erkannte, dass mit der Frau nicht zu spaßen war. »Und ich denke, sie wollen über ihren Socks Klarheit haben. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich Gewissheit zu verschaffen, nämlich reinzugehen.« Sie beugte sich vor, sodass sie nur noch einen halben Meter von Hope's Gesicht entfernt war, und sie flüsterte, »Er weiß es nicht. Aber ich habe einen Schlüssel zu seiner Wohnungstür.« »Nun«, sagte sie, während sich ihr ein Schatten übers Gesicht legte, »sehen Sie jetzt, was auf dem Spiel stand?« »Jeder Reporter weiß, dass zwischen dem Chronisten und seinem Gegenstand eine natürliche Verführungskraft besteht. Vielleicht geht es auch nur darum, dass er instinktiv weiß, wie er einer Quelle die schwierigsten Geschichten entlocken kann. Dennoch war mir bewusst, dass sie die Gespräche lenkte. Und zwar von Anfang an. Unsere Treffen waren Rendezvous zum Zweck der Information. Nur, dass ich sie beim Erzählen der Geschichte ebenso für meine Absichten nutzen würde, wie sie mich jetzt.« Sie schwieg eine Weile, bevor sie fragte. »Wie oft bekommen Sie von Ihren Freunden im mittleren Alter zu hören, Sie wollten am liebsten alles ändern. Etwas anderes sein, als was Sie sind. Sie wünschten sich, es würde etwas passieren, das Ihr Leben auf den Kopf stellt, und Sie aus Ihrer öden, tödlichen Routine herausreißt.« »Schon oft«, erwiderte ich, »die meisten Menschen lügen, wenn sie sagen, Sie wollten eine solche Veränderung. Weil Veränderungen viel zu beängstigend sind. In Wahrheit wollen Sie nur Ihre Jugend wiederhaben. In der Jugend sind alle Möglichkeiten Abenteuer. Erst im mittleren Alter fangen wir an, unsere Entscheidungen zu hinterfragen. Wir haben einen Weg eingeschlagen, und jetzt müssen wir ihn auch gehen, nicht wahr? Dann wird es auf einmal zum Problem. Wir gewinnen nicht im Lotto. Stattdessen ruft unser Chef uns herein und eröffnet uns, wir wurden wegrationalisiert. Der Mann oder die Frau, mit dem oder der wir seit zwanzig Jahren verheiratet sind, eröffnet uns, »Ich habe jemanden kennengelernt, ich werde weggehen.« Der Arzt sieht vom Bluttest auf und sagt, »Diese Zahlen gefallen mir nicht, ich werde weitere Untersuchungen veranlassen.« Scott und Sally, für sie hatte Michael O'Connell diesen Augenblick geschaffen, beziehungsweise dieser Moment kam rasch auf sie zu. »Konnten Sie Ashley beschützen?« Sie legte plötzlich die Hand auf den Mund, und ich hörte einen tiefen Seufzer. Sie brauchte eine Sekunde, um sich zu fassen. Weil sie, ohne dass es einer von ihnen ausgesprochen hatte, da jedenfalls noch nicht, alle letztlich wussten, dass sie für das, was sie erreichen wollten, einen hohen Preis bezahlen würden. Hope stand unbehaglich mit dem Schlüssel zur Wohnungstür von Michael O'Connell im Flur. Hinter ihr lauerte Mrs. Abramowitsch an ihrer eigenen Tür, und die Katzen strichen ihr um die Füße. Sie drängte Hope. »Ich halte Wache. Es passiert schon nichts, beeilen Sie sich nur,« flüsterte die alte Frau. Hope holte einmal tief Luft und steckte den Schlüssel ins Schloss. Ihr war weder ganz klar, was sie hier eigentlich machte, noch wonach sie suchte, oder was sie zu erfahren hoffte. Doch sie hatte den Schlüssel in der Hand, und als er sich mit einem leisen Klicken drehte, stellte sie sich vor, wie O'Connell den Bürgersteig entlang auf das Haus zukam und im abendlichen Dämmerlicht jeden Moment hinter ihr stehen würde. Sie spürte förmlich seinen Atem an ihrem Ohr, glaubte seine zischende Stimme zu hören. Sie biss die Zähne zusammen und sagte sich, falls es hart auf hart kam, würde sie sich mit aller Kraft wehren. »Schnell, meine Liebe,« drängte Mrs. Abramowitsch, »finden Sie heraus, was er mit meinen Katzen macht.« Hope drückte die Tür auf und trat ein. Sie war unschlüssig, ob sie sie hinter sich zumachen oder auflassen sollte, um... »Ja, was?« dachte sie. »Wenn er zurückkommt, sitze ich hier in der Falle. Keine Hintertür, keine Feuerleiter, kein Fluchtweg weit und breit.« Sie atmete tief durch und lehnte die Wohnungstür an. Zumindest hoffte sie, ein Warnzeichen von Mrs. Abramowitsch zu hören, falls die alte Dame dazu imstande war. Hope warf einen Blick auf die Wohnung. Sie war schmuddelig und vernachlässigt. Ganz offensichtlich hatte O'Connell keinen Sinn für seine unmittelbare Umgebung. Keine bunten Poster an den Wänden, keine Topfpflanzen im Fenster, keine mehrfarbige Brücke auf dem Boden. Weder Fernseher noch Stereoanlage. Nur ein paar zerfledderte Handbücher zu Computerkursen in einer hinteren Ecke. Die Wohnung war karg und schäbig, von der Einfachheit einer Mönchsklause. Das irritierte Hope, denn sie erkannte, dass O'Connell seine ganze Leidenschaft in seine Fantasien steckte. Er lebte in einer anderen Welt, die mit dem Ort, an dem er sich abends schlafen legte, wenig gemein hatte. Zügig ging sie ein paar Schritte weiter, holte noch einmal Tiefluft und machte in diesem Moment einen Plan. »Präge dir alles ein«, sagte sie sich. »Mach dir ein vollständiges Bild.« Sie griff in ihre Jackentasche und fand einen Zettel. Auf einem kleinen Schreibtisch entdeckte sie einen billigen Stift. Augenblicklich zeichnete sie einen groben Grundriss und wandte sich wieder zum Schreibtisch. Er bestand aus einer billigen Holzplatte auf zwei schwarzen Aktenschränken. Der einzige Stuhl im Raum, aus Holz, mit steifer Rückenlehne, stand vor einem Laptop. Das Ganze war von äußerster Schlichtheit. Sie stellte sich Michael O'Connell vor, wie er, das Gesicht in metallisches Licht getaucht, vor dem Bildschirm saß und sich auf die Bilder vor ihm konzentrierte. Der Laptop schien neu zu sein. Er war geöffnet, der Stecker eingestöpselt und es leuchtete ein Lämpchen. Hope hielt die Luft an, horchte auf irgendwelche Geräusche vom Flur und setzte sich vor den PC. Sie notierte sich Fabrikat und Modell. Dann starrte sie auf den schwarzen Bildschirm. Wie ein Arbeiter, der nach einem nackten Stromkabel greift, berührte sie zögerlich das Mauspad in der Mitte. Es surrte, dann leuchtete der Bildschirmschoner auf. Hope merkte, wie ihr der Mund trocken wurde und sich ihr die Kehle zusammenschnürte. Sie blickte auf ein Bild von Ashley. Es war nicht hundertprozentig scharf und offensichtlich in Eile und aus geringer Entfernung aufgenommen. Sie drehte sich um, als habe sie ein plötzliches Geräusch hinter ihr erschreckt. Ihr Gesicht war angstverzerrt. Hope starrte auf das Bild und hörte, wie ihr Atem kurz und flach wurde. Die Aufnahme, die O'Connell als Bildschirmschoner ausgesucht hatte, sprach Bände und verhieß nichts Gutes. O'Connell liebte den Moment, in dem er Ashley überrascht und verängstigt hatte. Das war Liebe, dachte sie. Und zwar die übelste Sorte. Sie biss sich auf die Lippe, bewegte den Cursor auf eigene Dateien und klickte sie an. Sie stieß auf vier Unterverzeichnisse. Ashley Liebe, Ashley Hass. Ashley Familie, Ashley Zukunft. Sie klickte das Erste an, doch es erschien nur ein Fenster. Geben Sie ihr Passwort ein. Sie bewegte den Cursor auf Ashley Hass. Wieder blinkte ihr dieselbe Aufforderung entgegen. Hope schüttelte den Kopf. Sie traute sich zu, das Passwort herauszubekommen, wenn sie nur lange genug sitzen blieb und darüber nachdachte. Doch sie machte sich schon jetzt Sorgen darüber, wie lange sie bereits in der Wohnung war. Immer noch atemlos schloss sie sämtliche Dateien und versetzte den Laptop wieder in den ursprünglichen Zustand. Dann zog sie die Schubladen auf, fand sie aber bis auf ein paar verstreute Bleistifte und ein Stoß Druckerpapier leer. Als sie aufstand, fühlte sie sich ein wenig schwindelig. Beeil dich, mahnte sie sich. Du spielst mit dem Feuer. Sie sah sich um. Schau im Schlafzimmer nach. Der Raum roch nach Schweiß und mangelnder Hygiene. Sie lief zu einer ramponierten Kommode und wühlte so schnell sie konnte den Inhalt durch. Auf einem Bettgestell befand sich eine Matratze, darauf eine verkrumpelte Decke. Sie ging in die Knie und sah unter dem Bett nach. Nichts. Sie ging zu dem kleinen Schrank. Darin hingen ein paar Jacken und Hemden. Ein einziges schwarzes Sakko. Zwei Krawatten. Ein Anzughemd und eine graue Hose. Nichts Besonderes. Sie wollte sich gerade umdrehen, als sie in der hintersten Ecke des Schranks einen einzelnen, verbeulten, alten Arbeitsstiefel entdeckte, in der er eine dreckverkrustete Sportsocke gestopft hatte. Der Schuh war teilweise hinter einem Stapel verschwitzter Sportkleidung verborgen. Ein einzelner Stiefel ergab keinen Sinn. Sie sah sich nach dem zweiten um, konnte aber keinen finden. Das machte ihr zu schaffen. Sie stand reglos da und starrte auf den Stiefel, als habe er ihr etwas zu sagen. Dann griff sie in den hintersten Winkel, schob behutsam die Kleidung weg und nahm den Stiefel heraus. Er war schwer, und sie dachte sofort, dass etwas darin versteckt sein musste. Wie eine Chirurgin, die ein Stück Haut zurückschält, nahm sie die Socke heraus. Sie stöhnte auf. Im Stiefel befand sich eine Pistole. Sie wollte danach greifen, mahnte sich aber, die Waffe nicht anzurühren. Ein Teil von ihr wollte sie packen, sie stehlen, sie einfach aus Michael O'Connells Reichweite entfernen. Ist das die Waffe, mit der er Ashley töten wird? Hope fühlte sich, als hätte sie jemand unter Wasser getaucht. Natürlich musste O'Connell, falls die Waffe weg war, den Schluss ziehen, dass einer von ihnen da gewesen war. Und er würde etwas unternehmen. Vielleicht würde es eine gewaltsame Reaktion auslösen. Vielleicht hatte er auch irgendwo eine zweite Waffe versteckt. Vielleicht, vielleicht. Ihr schwirrten Fragen und Zweifel durch den Kopf. Sie wünschte sich, sie hätte die Möglichkeit, die Waffe unschädlich zu machen, zum Beispiel, indem sie den Schlagbolzen entfernte. Sie hatte einmal in einem Krimi darüber gelesen, aber sie hatte keine Ahnung, wie man das machte. Die Patronen herauszunehmen war nutzlos, da er merken würde, dass jemand da gewesen war und sie einfacher setzen würde. Sie starrte die Waffe an. Am Lauf sah sie das Fabrikat und das Kaliber. 25 Die Hässlichkeit der Pistole überwältigte sie beinahe. Unsicher, ob sie das Richtige tat, steckte sie die Waffe wieder in den Stiefel, diesen in die Ecke im Schrank und rückte die Kleider so zurecht, dass alles so aussah wie zuvor. Sie wäre am liebsten weggerannt. Wie lange war sie schon in der Wohnung? Fünf Minuten? Zwanzig? Sie glaubte, Schritte zu hören und stimmen und merkte, dass sie halluzinierte. Hau ab, sagte sie sich. Hope trat am Badezimmer linker Hand vorbei den Rückzug an. Auf der Höhe der kleinen Küche blieb sie stehen. Die Katzen, dachte sie. Mrs. Abramovich wird wissen wollen, ob sie eine Spur von ihnen entdeckt hatte. Sie spähte in den kleinen Raum. Kein Tisch, nur ein Kühlschrank, ein kleiner, vierflammiger Herd und ein Regal mit ein paar Dosen Suppe und Eintopfgerichten. Kein Katzenfutter, kein Rattengift, um es in eine tödliche Mahlzeit zu mischen. Hope ging zum Kühlschrank und zog die Tür auf. Ein bisschen Brot aufstrich und kaltes Bier war alles, was O'Connell hier aufbewahrte. Sie machte zu und öffnete fast wie nebenbei die kleinere Klappe zum Tiefkühlfach, wo sie mit ein paar Pizzen rechnete. Was sie sah, war wie ein Schlag ins Gesicht, und sie konnte nur mühsam einen Schrei unterdrücken. Dort starrten ihr die Kadaver von mindestens einem halben Dutzend Katzen entgegen. Eine davon hatte fratzenartig die Zähne geblickt. Ein entsetzliches, eisiges Todesgrinsen. Hope bekam Panik, und sie machte die Hand auf den Mund gelegt einen Satz zurück. Ihr raste das Herz, ihr war speiübel, und sie fühlte sich fiebrig heiß. Sie wollte schreien, aber aus ihrer zugeschnürten Kehle drang kein Laut. Jede Faser in ihr schrie, »Lauf weg! Nichts wie raus hier!« und »Komm nie wieder!« Sie versuchte, sich zur Ruhe zu zwingen, doch sie hatte keine Chance. Als sie die Hand ausstreckte, um die Klappe zum Tiefkühlfach zu schließen, zitterte sie. Aus dem Flur hörte sie plötzlich ein Zischen. »Beeilen Sie sich! Jemand ist am Fahrstuhl!« Hope machte Kehrt und rannte zur Wohnungstür. »Schnell!« hörte sie Mrs. Abramovich flüstern. »Da kommt jemand!« Die alte Dame lauerte immer noch in ihrer eigenen Wohnungstür, als Hope in den Flur geschossen kam. Sie sah, wie die Stoppwagenzeige über dem Fahrstuhl wechselte, während sie O'Connells Tür abschloss. Sie hantierte mit dem Schlüssel herum und ließ ihn beinahe fallen, als sie versuchte, ihn ins Schloss zu stecken. Mrs. Abramovich wich zurück und suchte in ihren eigenen Räumen Zuflucht. Die Katzen zu ihren Füßen huschten hin und her, als spürten sie die Angst und Panik in der Stimme der alten Frau. »Schnell! Schnell! Wir müssen weg!« Hope sah, dass die alte Dame fast ganz hinter der Tür verschwunden war und diese angelehnt hatte. Sie spürte, wie der Schlüssel das Schloss zuschnappen ließ und trat mit dem Gesicht zum Fahrstuhl zurück. Als er ihr Stockwerk erreichte, sah sie das Licht in der Kabine. Sie war wie erstarrt, unfähig, sich zu bewegen. Der Fahrstuhl schien zu halten, fuhr aber doch weiter zum nächsten Stock. Ihre Uhren dröhnten vor Adrenalin, sodass jedes Geräusch gleich eines Echos jenseits einer Schlucht wie von fern kam. Sie machte blitzschnell eine Bestandsaufnahme von ihrem Herzen, ihrer Lunge, ihrem Kopf, um festzustellen, was noch funktionierte und was durch die Angst außer Kraft gesetzt war. Hinter ihr öffnete Mrs. Abramovich die Tür einen Spalt breit weiter und streckte den Kopf heraus. »Falscher Alarm, meine Liebe! Haben Sie rausbekommen, was mit meinen Katzen passiert ist?« Hope holte tief Luft und versuchte, ihren Puls zu normalisieren. Als sie widersprechen konnte, klang ihre Stimme kalt. »Nein«, log sie, »nirgends eine Spur von ihnen.« Sie sah eine gewisse Enttäuschung in den Augen der alten Frau. »Ich denke, ich sollte jetzt besser gehen«, erklärte Hope steif. Doch sie war geistesgegenwärtig genug, den Schlüssel zu Michael O'Connells Wohnung in die Jattentasche zu stecken, während sie kehrtmachte und Richtung Notausgang hastete. Sie wusste, dass das Warten auf den Fahrstuhl ihre Geduld überstieg. Hope taumelte so schnell sie konnte die Treppe hinunter, während sich ihr Magen immer noch stoßweise verkrampfte. Mit gekrümmten Schultern hastete sie voran, um endlich nach draußen zu gelangen. Als sie aufsah, erblickte sie in der Tür zur Eingangsdiele eine Gestalt im Dunkeln. Die Angst erdrückte sie beinahe, bis sie erkannte, dass es nur zwei andere Mieter waren, die ins Haus hereinkamen. Einer von ihnen schnaubte »Hey«, als sie sich hastig an ihnen vorbei in die kalte Nacht schob und für das Dunkel, das ihr entgegenschlug, ein Dankgebet zum Himmel schickte. Die letzten Stufen bis zum Gehsteig sprang sie fast, bevor sie, ohne sich noch einmal umzuschauen, die Straße überquerte, die Wagenschlüssel zückte und sich endlich auf den Fahrersitz warf. Innerlich hörte sie eine Stimme, die eindringlich mahnte »Hau ab! Worauf wartest du?« Sie wollte gerade aus der Parklücke fahren, als sie aufsah und noch einmal zusammenzuckte. Michael O'Connell schlenderte auf der anderen Straßenseite den Bürgersteig entlang. Sie folgte ihm mit den Augen, als er vor dem Gebäude stehen blieb, in der Tasche nach dem Schlüssel kramte und, ohne auch nur ein einziges Mal in ihre Richtung zu sehen, die Treppe hinaufging und im Haus verschwand. Sie wartete und sah wenig später die Lichter seiner Wohnung angehen. Hope hatte Angst, er könnte irgendwie bemerken, dass sie da gewesen war, dass sie etwas durcheinandergebracht hatte, etwas nicht wieder so hinterlassen, wie sie es vorgefunden hatte. Sie legte den Gang ein und fuhr auf die Straße. Ohne sich umzusehen, steuerte sie die nächste Ecke an, wendete und passierte auf einer breiten Straße einige Häuserblocks, bis sie eine andere Stelle fand, an der sie halten konnte. Sie fuhr in die Lücke und überlegte. Wie lange? Drei Minuten? Vier? Fünf? Wie viele Sekunden hatten gelegen zwischen ihrem Einbruch und seiner Rückkehr? Ihr Magen zog sich immer noch zusammen und die Übelkeit siegte. Hope öffnete die Tür und erbrach still und unerkannt den ganzen Earl Grey Tee von Mrs. Abramowitsch in den Rindsteinen. Am folgenden Morgen machte sich Scott schon früh an die Arbeit. Kurz vor Sonnenaufgang stand er in seinem billigen Motelzimmer auf und fuhr im Dämmerlicht des Novembertags zu einer Stelle direkt gegenüber dem Haus, in dem Michael O'Connell aufgewachsen war. Er stellte den Motor ab und blieb sitzen, bis die erste Winterkälte ins Wageninnere kroch. Es war eine triste Straße. Besser als ein Wohnwagenpark, aber nicht viel. Die allesamt dringend reparaturbedürftigen Häuser duckten sich an den Straßenrändern. Von den Traufen schälte sich die Farbe. Die Dachrinnen hatten sich aus ihrer Verankerung gelöst. Kaputtes Spielzeug, aufgegebene Autos und demontierte Schneemobile verunstalteten mehr als einen Eingangsbereich. Fliegengittertüren klapperten im Wind. Einige Fenster waren mit einem robusten Stück Plastik notdürftig ausgebessert worden. Es war augenscheinlich ein Viertel bar jeder Hoffnung. Es war ein Ort, an dem sich die Ambitionen auf ein Sechserpack Bier, einen Lottoschein und ein Motorrad beschränkten, auf Tattoos und einen Samstagabend, an dem man sich volllaufen ließ. Die Teenager sorgten sich wahrscheinlich zu gleichen Teilen um ungewollte Schwangerschaften und Hockeyergebnisse, während die älteren Leute wohl vor allem die Frage beschäftigte, ob ihre Renten sie vor Lebensmittelmarken bewahren konnten. Diese Straße gehörte zu den unfreundlichsten Orten, die Scott je gesehen hatte. Wie zuvor an der Schule wusste Scott auch hier, dass er ein Fremdkörper war. Scott betrachtete das Wogen der morgendlichen Aktivitäten. Kinder, die zu den Schulbussen eilten, und Männer und Frauen, die mit Henkelmännern zur Arbeit strebten. Als es ein wenig ruhiger wurde, stieg er aus. Er hatte eine Rolle zwanzig Dollarscheine in der Tasche und rechnete damit, dass er an diesem Morgen einen guten Teil davon loswerden würde. Scott kehrte O'Connells Haus den Rücken und steuerte auf die Adresse direkt gegenüber zu. Er klopfte laut an und ignorierte das wilde, kehlige Bellen eines Hundes. Nach ein paar Sekunden brüllte eine Frau das Tier wütend an, endlich still zu sein, und die Tür öffnete sich. »Ja?« Der Frau, Ende dreißig, in einem rosa Morgenmantel mit dem Logo eines Lebensmittelladens, die vor ihm stand, hing eine Zigarette aus dem Mundwinkel. Sie versuchte in der einen Hand, ihre Tasse Kaffee zu balancieren, während sie mit der anderen den Hund am Halsband festhielt. »Tut mir leid, ist eigentlich ganz harmlos, aber er macht den Leuten Angst, weil er jeden ansprengt. Mein Mann sagt immer, ich müsste ihn besser erziehen.« Sie zuckte die Achseln. »Schon in Ordnung«, beschwichtigte Scott durch die Fliegengittertür. »Wie kann ich Ihnen helfen?« »Ich komme von der staatlichen Bewährungsabteilung«, log Scott. »Wir führen die Überprüfung eines Straftäters ohne Vorstrafenregister durch, eine Abwägung der Umstände vor der Urteilsfindung. Ein gewisser Michael O'Connell hat man hier gegenüber gewohnt, haben Sie ihn wohl gekannt?« Die Frau nickte. »Ja, ein bisschen, hab ihn seit Jahren nicht mehr gesehen, was hat er angestellt?« Scott überlegte einen Moment, bevor er sagte, »Es geht um ein Einbruchsdelikt.« »Hat was geklaut, wie?« »Ja«, bestätigte Scott, »sieht so aus.« Die Frau schnaubte. »Und ein Eigentor geschossen, der Idiot! Hätte ihn eigentlich für ein bisschen cleverer gehalten.« »Intelligenter Bursche, oder?« »Na, gab sich zumindest so.« »Weiß nicht, ob das dasselbe ist.« Scott lächelte. »Na jedenfalls«, nahm er langsam seinen Faden wieder auf, »wir interessieren uns in erster Linie für die Verhältnisse, aus denen er stammt. Ich muss gleich noch seinen Vater befragen, aber Sie wissen ja, die Nachbarn können manchmal...« Er brauchte den Satz nicht zu Ende zu sprechen, denn die Frau nickte energisch. »Weiß eigentlich nicht allzu viel. Wir sind erst seit ein paar Jahren hier. Aber der alte Mann, na ja, der ist schon ewig da. Nicht besonders beliebt in der Gegend.« »Wieso? Er bezieht eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit. Hat früher auf einer der Werften drüben in Portsmouth gearbeitet. Hatte irgends einen Unfall. Sagt er. Hat sich den Rücken verletzt. Sagt jeden Monat einen Check vom Betrieb und einen vom Staat ein. Und vom Bundesstaat auch noch nebenbei. Aber für einen, der sagt er, ist verletzt, scheint er bestens zurechtzukommen. Verdient sich als Dachdecker was dazu. Schon ein bisschen seltsam für einen Krippel. Mein Mann sagt, der arbeitet schwarz. Hab immer damit gerechnet, dass eines Tages ein Typ vom Finanzamt vorbeikommt und ein paar Fragen stellt. Das erklärt aber noch nicht, dass die Leute ihn nicht. Er ist einfach ein mieser Harsch und ein Säufer. Und wenn er sich volllaufen lässt, dann macht er Rabatz. Ein Riesenradau. Dann können sie ihn mitten in der Nacht brüllen hören und bestimmt nicht die feine Sprache, nur dass eigentlich keiner da ist, den er anbrüllen könnte. Manchmal kommt er raus und feuert ein paar Schüsse mit der alten Knarre ab, die er in dem Saustall da drinnen hat, den er sein Zuhause nennt. Hier sind Kinder in der Nachbarschaft, aber das ist ihm egal. Hat auch mal auf den Hund von Nachbarn geschossen. Zum Glück nicht auf meinen. Jedenfalls einfach losgeballert, ohne jeden Grund. Nur so zum Spaß. Und der Sohn? Wie gesagt, den kannte ich kaum. Aber wie man so sagt, fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Klingt jedenfalls so. Was ist mit der Mutter? Ah, die ist längst tot. Hab sie nie gekannt. War wohl ein Unfall, hieß es jedenfalls. Manche meinen, sie hat sich das Leben genommen. Andere geben ihrem Alten die Schuld. Die Polizei hat die Sache ziemlich gründlich unter die Lupe genommen. War wohl verdächtig. Aber dann haben sie es fallen lassen. Vielleicht stand damals was in der Zeitung, keine Ahnung. Ist vor meiner Zeit passiert. Der Hund bellte erneut und Scott trat von ihr Tür zurück. Vielen Dank auch, sagte er. Nur noch eins, bitte behandeln Sie das hier vertraulich. Wenn die Leute anfangen zu reden, dann erschwert das unsere weiteren Befragungen. Ach so, ja, sicher. Die Frau schob den Hund mit dem Fuß zurück und nahm einen Zug von ihrer Zigarette. Hey, könnt ihr da unten in Massachusetts den Alten nicht gleich zusammen mit dem Jungen hinter Gitter bringen? Dann hätten wir hier bedeutend mehr Ruhe. Scott arbeitete sich den restlichen Vormittag durch das Viertel, indem er sich jeweils als einen anderen Typ von Ermittler ausgab. Ein einziges Mal fragte ihn jemand, ob er sich ausweisen könnte, und er trat schnell den Rückzug an. Er erfuhr nicht allzu viel. Die Familie O'Connell war hier länger ansässig als die meisten Nachbarn, und der Eindruck, den die Leute von ihnen hatten, schränkte ihre Kontakte stark ein. In einer Hinsicht war die mangelnde Beliebtheit der Familie für Scott von Vorteil. Die Leute waren bereit zu reden. Doch was sie zu sagen hatten, bestätigte nur, was Scott bereits wusste oder vermutete. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass der alte O'Connell das Haus verlassen hätte, auch wenn Scott sich sagte, dass er sehr wohl hinausgeschlüpft sein konnte, während er selbst gerade mit dem einen oder anderen Nachbarn sprach. Immerhin hatte sich ein kleiner, schwarzer Dodge-Pickup den ganzen Tag über noch nicht von der Stelle gerührt. Scott ging davon aus, dass es sich dabei um O'Connells Fahrzeug handelte. Er wusste, dass er auch an die Tür klopfen musste. Doch er war sich noch nicht sicher, als was er sich vorstellen sollte. Er beschloss erst noch, einen weiteren Vorstoß in der örtlichen Stadtbücherei zu unternehmen und etwas über die näheren Umstände des Todes von Mrs. O'Connell in Erfahrung zu bringen. Die Bibliothek war im Unterschied zu den schäbigen Häusern in den Nebenstraßen und auf dem ehemaligen Farmland ein stattliches, zweistöckiges Gebäude aus Glas und Backstein, das an den neuen Komplex der Stadtverwaltung und Polizei grenzte. Scott ging zur Haupttheke und eine zarte Frau, vielleicht fünf, sechs Jahre älter als Ashley, sah von ihrer Arbeit auf. Sie war dabei, jeweils Ausleihkärtchen in die Innenseite der hinteren Buchdecke zu stecken und fragte, »Kann ich Ihnen helfen?« »Ja. Haben Sie Highschool-Jahrbücher im Archiv? Und können Sie mir sagen, wo die hiesigen Zeitungen auf Mikrofilm gelagert werden?« »Sicher. Die Mikrofilme finden Sie da drüben.« Sie deutete auf einen Nebenraum. »Und die Sammlung ist klar gekennzeichnet. Soll Ihnen jemand mit dem Apparat helfen?« Scott schüttelte den Kopf. »Ich komm schon klar. Und die Jahrbücher?« »Bei den Nachschlagewerken. In welchem Jahrgang suchen Sie denn?« Lincoln High, Abschluss von 1995. Die junge Frau machte ein überraschtes Gesicht und grinste dann. »Mein Jahrgang! Vielleicht kann ich Ihnen helfen.« »Kannten Sie einen jungen Mann namens Michael O'Connell?« Sie erstarrte. Einen Moment lang sagte sie nichts. Scott las der jungen Frau vom Gesicht ab, dass eine Flut an schlechten Erinnerungen sie überrollte. »Was hat er angestellt?« flüsterte sie schließlich. Sally brütete über einer Reihe juristischer Bücher und Überblicksartikel, ohne genau benennen zu können, wonach sie suchte. Je mehr sie las, je mehr sie in Erwägung zog, je mehr sie analysierte, desto schlimmer fühlte sie sich. Es war etwas vollkommen anderes, stellte sie bitter fest, sich intellektuell mit Verbrechen auseinanderzusetzen. Kriminelle Handlungen in der abstrakten Welt des Gerichtssaalts auf der Grundlage von Argumenten und Beweismaterial, von Fahndungsergebnissen, Festnahmen, gerichtsmedizinischen Erkenntnissen und Geständnissen zu beleuchten und sich dann auf ein funktionierendes Strafrechtssystem zu verlassen. Dieses System diente dem Zweck, der Menschheit strafbare Handlungen auszutreiben. Es neutralisierte die greifbare Realität eines Verbrechens und verlieh ihm geradezu eine theatralische Note. Sie war mit der Vorgehensweise vertraut. Was sie jetzt versuchte, ging allerdings in eine völlig andere Richtung. Ein Verbrechen finden, dann überlegen, wie man es Michael O'Connell anhängen konnte, ihn hinter Gitter bringen konnte, um selbst wieder ein normales Leben führen zu können. Es klang so einfach. Scotts Feuereifer hatte auch sie beflügelt, bis sie sich tatsächlich hingesetzt und versucht hatte, sich durch alle möglichen Optionen durchzuwühlen. Das Beste, was sie bisher hatte finden können, waren Betrug und Erpressung. Es würde nicht leicht, dachte sie, aber immerhin konnten sie sämtliche illegalen Handlungen von O'Connell bis zu diesem Punkt zusammennehmen und sie so hinbiegen, dass es aussehe, als hätte er von ihr und Scott Geld erpressen wollen. Sie konnte einem Staatsanwalt wohl plausibel machen, dass alles, was O'Connell getan hatte, besonders die Belästigung von Ashley, Teil eines aggressiven Plans gewesen war. Das Einzige, was sie fabrizieren mussten, war eine Art Drohung, wenn sie ihm nicht eine bestimmte Summe zahlten. Scott konnte unter Eid aussagen, dass O'Connell, als er von ihm die 5000 Dollar entgegennahm, mehr verlangt hätte und dass er den Betrag noch in die Höhe getrieben hätte, als sie nicht gleich spurten. Bis zu diesem Punkt konnten sie sogar für die Tatsache, dass sie die Polizei nicht eingeschaltet hatten, eine plausible Erklärung finden, indem sie argumentierten, sie hätten Angst davor gehabt, wie er reagieren würde. Das Problem, bzw. dachte Sally deprimiert wohl eher das erste Problem von vielen, war eine Bemerkung von Scott, nachdem er die 5000 Dollar übergeben hatte. Er hatte den Verdacht geäußert, dass O'Connell ein verstecktes Mikrofon dabei gehabt und die gesamte Unterhaltung aufgenommen haben könnte. Falls das stimmte, standen unversehens sie als die Lügner da. O'Connell käme ungeschoren davon, ihnen drohte vielleicht eine Anklage und ihre Kanzlei wäre ebenso in Gefahr wie Scotts Lehramt. Sie könnten wieder von vorne anfangen, und nichts stünde zwischen O'Connell, seiner Wut und Ashley. Selbst wenn sie Erfolg hatten, konnte es passieren, dass O'Connell ein mildes Urteil bekam. Ein paar Jahre? Wie lange würde Ashley, nachdem er erst einmal hinter Gittern saß, brauchen, um ein neues Leben anzufangen und sich innerlich von den psychischen Auswirkungen seiner Obsession zu lösen? Drei Jahre? Fünf? Zehn? Konnte sie sich jemals hundertprozentig sicher sein, dass er nicht eines Tages wieder bei ihr auf der Matte stand? Sally lehnte sich fest an ihren Stuhl. »Bring ihn um«, dachte sie. Sie keuchte laut. Sie konnte nicht fassen, was ihre innere Stimme ihr suggerierte. »Was ist an deinem Leben so großartig, dass es nicht geopfert werden könnte?« Das ergab schon eher Sinn. Sie konnte nicht sagen, dass sie ihre Arbeit liebte, und sie war voller Zweifel hinsichtlich ihrer Beziehung zu Hope. Es war Wochen, ja Monate her, seit sie das letzte Mal so etwas wie Freude darüber empfunden hatte, wer sie war und wofür sie stand. Ein hörbarer Sinn in ihrem Leben? Sie hätte lachen mögen, brachte es aber nicht über sich. Sie war eine Kleinstadtanwältin in mittleren Jahren, die dabei zusehen musste, wie die Falten sich jeden Tag ein bisschen tiefer in ihr Gesicht eingruben. Das einzig bleibende Zeichen, das sie in ihrem Leben gesetzt hatte, war vermutlich Ashley. Selbst wenn ihre Tochter aus einer vorgetäuschten Liebe hervorgegangen war, so war sie doch ganz zweifellos das Beste, was Sally und Scott in ihrer kurzen Zeit miteinander zustande gebracht hatten. Ihre Zukunft ist es wert, dafür zu sterben, deine nicht. Wieder war Sally schockiert über ihre eigenen hartnäckigen Gedanken. Das ist der pure Wahnsinn. Allerdings hat der Wahnsinn Methode. »Bring ihn um«, sagte sie sich erneut. Und dann kam ihr ein anderer, noch bizarrerer Gedanke. »Oder Deichsle ist so, dass er dich tötet und dafür bezahlt. Sie starrte auf die Bücher und die anderen Texte, die vor ihr ausgebreitet lagen. Jemand musste sterben. Davon war sie mit einem Mal vollkommen überzeugt. Zum ersten Mal, seit ich mit der Arbeit an der Geschichte begonnen hatte, litt ich unter Albträumen. Sie kamen ungebeten und sorgten dafür, dass ich mich nachts unruhig und schweißgebadet im Bett herumwälzte, dann für einen Schluck Wasser ins Badezimmer torkelte und in den Spiegel sah. Ich schlüpfte aus dem Bad, tappte den Flur entlang und schaute bei meinen Kindern vorbei, um mich zu vergewissern, dass sie friedlicher schliefen als ich. Als ich wiederkam, murmelte meine Frau, alles in Ordnung, und war schon wieder eingeschlafen, bevor ich antworten konnte. Ich ließ den Kopf ins Kissen sinken und starrte in die endlosen Winkel der Dunkelheit. Am nächsten Tag rief ich sie an. »Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich mit einigen der Hauptfiguren in diesem Drama spreche«, verkündete ich schroff. »Ich schiebe das schon viel zu lange vor mir her.« »Ja, ich habe damit gerechnet, dass Sie irgendwann mit dieser Forderung kommen würden. Ich kann nur nicht sagen, wer bereit wäre, mit Ihnen zu sprechen. »Sie sind damit einverstanden, dass ich Ihre Geschichte erzähle, aber nicht bereit, mit mir zu reden?«, fragte ich ungläubig. Als sie sich wieder meldete, spürte ich, wie sie mit sich kämpfte. Wir bewegten uns offenbar auf einen kritischen Punkt zu. Ich kam der Sache näher. »Ich habe Angst«, sagte sie. »Angst? Wovor? Es steht so viel auf dem Spiel. Ein Leben steht gegen einen Tod, Hoffnung gegen Verzweiflung. Es geht um so viel. »Ich kann Sie finden«, erklärte ich unvermittelt. »Ich habe es nicht nötig, Ihr Katz-und-Maus-Spiel mitzumachen. Ich könnte Universitätsverzeichnisse wälzen, Datenbanken von Anwälten oder dergleichen, mir Websites über Studenten ansehen, solche von lesbischen Frauen. Wenn die Chatrooms von Psychopathen gehen, was weiß ich, irgendwo werde ich genug Informationen bekommen, um mit dem, was ich von Ihnen weiß, reale Namen, Orte und Fakten zu verbinden.« »Glauben Sie, ich hätte Ihnen nicht die Wahrheit erzählt?« »Doch. Ich sage ja nur, dass ich inzwischen genug weiß, um alleine weiterzumachen.« »Sicher, aber dann würde ich nicht mehr ans Telefon gehen, wenn Sie anrufen. Und vielleicht würden Sie nie erfahren, was wirklich passiert ist. Sie kennen vielleicht ein paar Fakten, und Sie können sich vielleicht den Rest zusammenreimen, sodass Sie eine Menge Material zu einer Geschichte hätten. Das Fleisch vielleicht, aber nicht die Knochen. Möchten Sie das riskieren?« »Nein«, gab ich nach, »das will ich nicht«, dachte ich mir. »Ich akzeptiere Ihre Spielregeln. Aber nicht mehr sehr lange. Ich bin mit meiner Geduld bald am Ende.« »Ja, das höre ich Ihnen an.« Doch es klang nicht so, als ob es Sie im Mindesten beeindrucken würde. Damit legte sie auf. Ashley schmolte immer noch, weil sie von der wichtigsten Entscheidung, die sie je in ihrem Leben zu treffen haben würde, ausgeschlossen war. Catherine fühlte sich durch Hopes, Scots und Sallys unvernünftige Entscheidung weniger außer Gefecht gesetzt. Sie verbrachte eine Stunde am Telefon und wählte eine Nummer nach der anderen, bevor sie Ashley beiseite nahm und sagte, »Es gibt Arbeit für uns beide.« Ashley stand mit einer Tasse Kaffee in der Küche und starrte auf Nameless leeren Napf. Niemand hatte es fertiggebracht, ihn wegzuräumen. Sie war verspannt und kam sich vor, als wäre sie an einem Mast gefesselt, während ringsumher Dinge geschahen, die eng mit ihr verbunden waren, ohne dass sie sehen konnte, was. »Und was?« »Nun ja«, erklärte Catherine leise. »Es liegt mir nicht, außen vor zu bleiben und den anderen zuzusehen.« »Mir auch nicht.« »Ich denke, wir sollten ein paar Schritte unternehmen, und zwar solche, die vielleicht noch kein anderer in der Familie in Erwägung gezogen hat.« Catherine hielt ihre Autoschlüssel hoch. »Fahren wir los«, schlug sie kurz angebunden vor. »Und wo soll's hingehen?« »Wir treffen uns mit einem Mann«, antwortete Catherine munter. »Einem äußerst unappetitlichen Burschen, fürchte ich.« Ashley musste wohl ein wenig überrascht gewirkt haben, denn die Ältere grinste. »Das ist genau das, was wir brauchen, einen widerwärtigen Menschen.« Sie machte kehrt und lief Ashley im Schlepptau Richtung Wagen. »Deine Eltern und Hope müssen von diesem Ausflug nichts erfahren«, meinte sie, als sie auf die Straße fuhr. Ashley schwieg, während Catherine Gas gab und wiederholt in den Rückspiegel schaute, um sicher zu gehen, dass ihnen niemand folgte. »Wir brauchen Hilfe von jemandem, der aus einer anderen Welt kommt, mit anderen Werten.« »Zum Glück«, sagte sie mit einem Seufzer, »kenne ich bei mir daheim ein paar Leute, die jemanden kannten, der haargenau meiner Vorstellung entspricht.« Ashley brannten einige Fragen auf der Zunge, doch sie lehnte sich zurück und tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie ohnehin bald mehr erfahren würde. Sie zog die Augenbrauen hoch, als Catherine aus den Nebenstraßen auf einen breiten Boulevard einbog, dann zur Highway-Auffahrt einschwenkte und in die Richtung fuhr, aus der sie erst wenige Tage zuvor geflohen waren. »Wo soll's hingehen? Zu einem Kaff, nur ungefähr eine Dreiviertelstunde nördlich von hier«, sagte Catherine beschwingt. »Vielleicht zweihundert Meter von der Grenze zwischen Massachusetts und dem ehrwürdigen Bundesstaat Vermont.« »Und was haben wir da zu suchen?« Catherine lächelte. »Wie gesagt, einen Mann. Die Sorte, mit der bis jetzt weder du zu tun gehabt hast, noch ich, würde ich behaupten.« Ihr Lächeln verflog und in strengerem Ton fügte sie hinzu, »Vielleicht finden wir ein bisschen Sicherheit.« Mehr erklärte sie nicht, und Ashley fragte nicht nach, auch wenn sie bezweifelte, dass Sicherheit so leicht zu finden war, auch jenseits der Grenze nach Vermont. Scott verließ die Stadtbibliothek in Eile. Er hatte eine wahrlich beunruhigende Geschichte gehört, so wie sie die amerikanische Kleinstadt schrieb. Eine Mischung aus Gerüchten, Verdächtigungen, Eifersucht und Übertreibung, gepaart mit einem wahren Kern. Ein paar Fakten und einige Möglichkeiten. Von Geschichten wie dieser ging eine gewisse radioaktive Strahlung aus. Wenn auch für das bloße Auge nicht erkennbar, zeitigen sie eine gefährliche Wirkung. »Sie müssen wissen«, hatte die Bibliothekarin ihm anvertraut, »wie unerfreulich der Tod von Michael O'Connells Mutter war.« Unerfreulich schien Scott die Sache kaum zu treffen. Es gibt Beziehungen, die von Anfang an nichts Gutes verheißen und am besten nie zustande gekommen wären, aber aus irgendeinem teuflischen Grund dennoch eingegangen werden und eine tödliche Dynamik entwickeln. In so ein häusliches Umfeld war Michael O'Connell hineingeboren worden. Ein gewalttätiger Vater, meist betrunken, der das Zuhause mit Wutausbrüchen zusammenschweißte, und eine Mutter, die an der Highschool die Abschlussrede gehalten hatte und ihre vielversprechende Zukunft an einen Mann verschwendete, der sie in ihrem ersten Jahr am Community College verführte. Ein gutes Aussehen, eine gewisse Ähnlichkeit mit Elvis, sein dunkles Haar, sein muskulöser Körperbau, der gut bezahlte Job bei der Werft, der schnelle Wagen und das fröhliche Lachen hatten seine dunklen Seiten verborgen. Die Polizei ging Samstagabends bei den O'Connells ein und aus. Ein gebrochener Arm, ausgeschlagene Zähne, Blutergüsse, Sozialarbeiter, Fahrten zur Notaufnahme waren ihr Hochzeitsgeschenk gewesen. Im Gegenzug hatte er eine gebrochene Nase abbekommen, die sein Gesicht entstellte, nachdem sie falsch behandelt worden war, und mehr als einmal musste er seine Frau in Schach halten, wenn sie ein Küchenmesser schwang. Es war der sattsam bekannte Kreislauf aus Beschimpfung, Gewalt und Verzeihen, der sich wohl endlos fortgesetzt hätte, wäre nicht zweierlei passiert. Der Vater stürzte und die Mutter erkrankte. O'Connell Senior rutschte bei der Arbeit von einer Stelle in etwa zehn Meter Höhe und schlug auf einem Stahlträger auf. Er hätte tot sein müssen, verbrachte aber stattdessen ein halbes Jahr im Krankenhaus, wo er sich von einigen gebrochenen Wirbeln erholte und eine Schmerzmittelabhängigkeit entwickelte. Zugleich bezog er von nun eine beträchtliche Versicherungssumme und Arbeitsunfähigkeitsrente, die er größtenteils bei unzähligen Runden Bier im örtlichen Kriegsveteranenlokal verprasste oder an dubiose Geschäftemacher verlor, die das schnelle Geld versprachen. In der Zwischenzeit bekam O'Connells Mutter Gebärmutterkrebs. Die Operation und ihre eigene Tablettenabhängigkeit machten das Leben noch unsicherer. In der Nacht, in der O'Connells Mutter einen Tag nach seinem Geburtstag starb, war der Junge 13. Was Gott von der Bibliothekarin, wie auch aus dem Zeitungsarchiv, erfahren hatte, war so beunruhigend wie verwirrend. Beide Eltern hatten getrunken und sich gestritten. Das war nach Aussage einiger Nachbarn schon eine Weile so gegangen, aber im üblichen Rahmen, sodass niemand sich zu einem Notruf bemüßigt fühlte. Am frühen Abend allerdings, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, hatte es einen lautstarken Ausbruch gegeben und danach zwei Schüsse. Die Schüsse waren der fragliche Teil der Geschichte. Einige der Nachbarn konnten sich genau daran erinnern, dass zwischen den beiden Schüssen einige Zeit, mindestens 30 Sekunden, vielleicht sogar eine Minute, vergangen war. O'Connells Vater hatte selbst die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Mutter mit einer Wunde in der Brust, die von einem Schuss aus nächster Nähe stammte, tot auf dem Boden, während eine zweite Kugel in die Decke gedrungen war. Der Junge kauerte in einer Ecke und der Vater, dessen Gesicht voller roter Kratzspuren war, hielt eine Pistole Kaliber 38 mit kurzem Lauf in der Hand. Die Geschichte der Seniors war einfach. Sie hätten getrunken und sich dann wie gewöhnlich gestritten, nur dass sie diesmal den Revolver gezogen hätte, den er in seiner Schreibtischschublade aufbewahrte. Er konnte nicht sagen, wie sie an den Schlüssel gekommen sei. Sie hätte gedroht, ihn zu erschießen. Gesagt, er habe sie einmal zu oft geschlagen, und jetzt sei er dran. Er aber sei wie ein wild gewordener Stier mit wenigen Sätzen bei ihr gewesen, hätte sie angeschrien und gebrüllt, sie solle es ja nicht wagen. Er hätte ihre Hand gepackt, es sei zu einem Handgemenge gekommen, der erste Schuss, der sich löste, sei in die Decke gegangen, der zweite in ihre Brust. Ein Handgemenge, zu viel Alkohol, ein Unfall. Das war seine Version, zumindest nach Aussage der Bibliothekarin. Natürlich hatte sich die Polizei sofort gefragt, ob nicht viel mehr O'Connells Vater die Waffe gezückt hatte und die Mutter um ihr Leben gekämpft. Mehr als ein Ermittler sah sich die Fotos vom Tatort an und hielt es für wahrscheinlich, dass sie seine betrunkenen Zudringlichkeiten abgewehrt und in einem verzweifelten Versuch, den Schuss abzulenken, den Pistolenlauf gepackt hatte. Der Schuss in die Decke war dann nachträglich gefallen, um die Version des Vaters vom Tathergang glaubhaft erscheinen zu lassen. Und in dieser verwirrenden Situation, in der es zwei mögliche Erklärungen gab, die der Notwehr und die von einem primitiven Mord unter Alkoholeinfluss, konnte allein der Junge die Antwort liefern. Bestätigte er die eine Wahrheit, dann käme sein Vater ins Gefängnis und er selbst ins Heim. Bezeugte er die andere, dann würde sein Leben, das einzige, das er kannte, so weitergehen wie bisher, abzüglich der Mutter. Scott glaubte, dass dies der einzige Moment war, in dem er jemals so etwas wie Mitleid mit O'Connell empfand, und das auch nur im Nachhinein, in Bezug auf Ereignisse vor annähernd fünfzehn Jahren. Einen Augenblick lang fragte er sich, was er getan hätte, und er begriff, dass die Wahl zwischen zwei Schrecken in Wahrheit keine Wahl ist. Der Teufel, den man kennt, macht einem weniger Angst als der Unbekannte. Also hatte der junge O'Connell die Geschichte seines Vaters bestätigt. Sah er zuweilen in seinen Albträumen, wie seine Mutter erschossen wurde, wie sie um ihr Leben kämpfte. Brandte sich ihm jeden Morgen, den er erwachte und an dem sein Vater ihn argwöhnisch beäugte, eine schreckliche Lüge ein? Scott fuhr zurück und stellte den Wagen vor dem Haus der O'Connells ab. Dort ist alles beisammen, alles, was einen Menschen zum Mörder macht. Scott verstand nicht viel von Psychologie, auch wenn er wie jeder Historiker begriffen hatte, dass zuweilen große Ereignisse große Emotionen auslösten. Immerhin sah er, was jeder Hobbyfreudianer gesehen hätte, wie O'Connells Vergangenheit seine Zukunft gefährdete. Und während sich sein Atem beschleunigte, wusste Scott, dass das einzig Unumgängliche in O'Connells Leben Ashley war. Wird er Ashley genauso leichtfertig töten, wie sein Vater seine Mutter? Scott hob den Kopf und konzentrierte sich wieder auf das Elternhaus ihres Widersachers. Während er hinüberstarrte, entging ihm die Gestalt, die aus dem Schatten eines nahen Baumes trat, so dass er erstaunt zusammenzuckte und Herzklopfen bekam, als es ihn argisch an der Fensterscheibe klopfte. »Steigen Sie aus!« Dies war eine Aufforderung, die kein Kompromiss duldete. Scott sah verwirrt auf und blickte in das Gesicht eines dunkelhaarigen Mannes mit krummer Nase, das sich fast an die Scheibe drückte. In einer Hand hielt der Mann den Stiel einer Axt. »Steigen Sie aus!«, wiederholte er. In Panik wollte Scott den Gang einlegen und das Gaspedal drücken, doch er tat es nicht. Der Mann holte aus wie ein Schlagmann, der die Flugbahn des Efebalds abschätzt. Scott atmete tief ein, schneidete den Sicherheitsgurt ab und öffnete die Tür. Der Mann sah ihn, die Waffe immer noch gezückt mit einem gefährlichen Ausdruck an. »Sind Sie der Kerl, der die Leute über mich ausfragt?«, herrschte er ihn an. »Wer zum Teufel sind Sie? Und wie wär's, wenn Sie mir verraten würden, wieso Sie sich so mächtig für mich interessieren, bevor ich Kleinholz aus Ihnen mache?« Sally drehte sich zu ihrem Computer um und erkannte, dass ihr Vorhaben sie belasten würde. Sie griff in ihre Schreibtischschublade und zog einen alten, gelben Kanzleiblock heraus. Eine Computerdatei mit den Einzelheiten eines noch unbestimmten Verbrechens anzulegen, wäre ein Fehler gewesen. Sie mahnte sich, rückwärts zu denken. Ungefähr so, wie es Ermittler tun. Ein Blatt Papier konnte man vernichten. Es war so, wie ein Spaziergang am Strand. Fußspuren oberhalb der Flutlinie konnten lange halten. Alles unterhalb davon spülten die Wellen weg. Sie biss sich auf die Lippe und griff nach einem Bleistift. Oben auf die Seite schrieb sie »Motiv«. Es folgte eine zweite Kategorie. »Mittel« und wohl oder übel eine dritte. »Gelegenheit«. Sally starrte auf die Worte. Sie bildeten die heilige Dreifaltigkeit der Polizeiarbeit. Fülle diese Lücken aus, und in neun von zehn Fällen weißt du, wen du verhaften und unter Anklage stellen musst. Und in ebenso vielen Fällen auch, wer rechtskräftig verurteilt wird. Ein Strafrechtsverteidiger hatte in diesem Fall leichtes Spiel. Wie bei einem dreibeinigen Schemel fiel das Ganze in sich zusammen, wenn man ein Bein absägte. Jetzt versuchte sie selbst, ein Verbrechen zu planen und vorherzusagen, wie man bei diesem Fall ermitteln würde. Sie wählte stets Euphemismen. Straftat oder Vorfall oder Ereignis. Sie scheute sich vor dem Begriff »Mord«. Sie fügte eine vierte Überschrift hinzu. »Kriminaltechnische Untersuchung«. Damit konnte sie arbeiten, dachte sie. Sally machte sich daran, aufzulisten, wie sie sich verraten könnten. DNA-taugliches Material, also Haar, Haut und Blut, durften sie auf keinen Fall zurücklassen. Ballistik. Falls sie zu einer Schusswaffe greifen mussten, dann zu einer, die nicht bis zu ihnen zurückverfolgt werden konnte. Oder aber sie mussten sie so sicher loswerden, dass sie niemals gefunden werden konnte. Und das ging eigentlich nur, wenn man sie ins Meer warf. Es gab noch eine Fülle anderer Fragen. Kleiderfasern, verräterische Fingerabdrücke, Fußspuren auf weichem Grund, Reifenspuren, Zeugen, die jemanden kommen oder gehen sahen, Überwachungskameras. Und sie konnten sich keinesfalls sicher sein, dass nicht einer von ihnen, Scott, Ashley, Hope oder Catherine, sich verraten würde, wenn ihnen ein Kommissarenduo gegenüber saß, von dem grundsätzlich einer den Guten und einer den Bösen Cop mimte. Sie würden vielleicht versuchen, ihnen eine Geschichte aufzutischen oder, schlimmer noch, glatt weg zu lügen, was fast immer schief ging, und damit die übrigen ebenfalls ans Messer liefern. Sollte jemals auch nur einer von ihnen im Vernehmungszimmer landen, war von vornherein alles aus. Sie mussten das, was zu tun war, vollkommen anonym erledigen. Selbst für jemanden, der genau hinsah, musste es auf eine Spur verweisen, die mit Ashley nicht das Geringste zu tun hatte. Je mehr Sally dies alles bedachte, desto schwerer erschien das Ganze. Sie hatte vor Augen, dass alles, was sie sich aufgebaut hatten, zunichte würde. Nicht nur ihre berufliche Arbeit, die sie vernachlässigt hatte, sondern auch ihre Partnerschaft und letztlich ihr ganzes Leben. Es war, als ob durch die Gefährdung Ashleys auch alle anderen Sicherheiten schwenden. Sally schüttelte den Kopf. Sie betrachtete das Blatt und fühlte sich plötzlich an Klausuren beim Jurastudium erinnert. In gewisser Weise war das hier dasselbe. Nur, dass es diesmal nicht um einen Abschluss ging, wenn sie scheiterte, sondern um ihrer aller Zukunft. Sie machte sich eine Notiz. Diverse Paar OP-Handschuhe besorgen. Das würde zumindest ihre DNA und Fingerabdrücke reduzieren, wenn sie erst einmal wussten, was sie unternehmen würden. Sie machte sich eine zweite Notiz. Zum Heilsarmee laden gehen und Kleider besorgen. Schuhe nicht vergessen. Sally nickte. Was es auch ist, du schaffst das. Der widerwärtige Mann, den Catherine und Ashley treffen wollten, stand neben der Tür seines zerbeulten Geländewagens, rauchte eine Zigarette und scharrte wie ein ungeduldiges Pferd mit dem rechten Fuß. Catherine erkannte sofort seine rot-schwarze Jagdjacke und die Abzeichen der National Rifle Association, die das Hände des Geländewagens schmückten. Er war klein, mit Stirnglatze und gewölbter Brust. Der Bier- und Schnapstyp musste Catherine unwillkürlich denken. Er hatte früher in der einen oder anderen Fabrik gearbeitet, dann aber eine beständigere Einnahmequelle entdeckt. Sie parkte ihm gegenüber und sagte zu Ashley, bleib hier, halt den Kopf unten, falls ich dich brauche, werde ich winken. Ashley wusste nicht recht, was sie von der Situation halten sollte. Sie nickte und drehte sich auf die Seite, um Catherine im Auge zu behalten. Catherine stieg aus. »Mr. Johnson nehme ich an.« »Ganz recht, Sie müssen Miss Frasier sein.« »Ja.« »Normalerweise läuft's anders. Ich wickle meine Geschäfte lieber bei regulären Schusswaffenvorführungen ab.« Catherine nickte. Sie bezweifelte, dass die Bemerkung der Wahrheit entsprang, doch sie gehörte zu der Farce. »Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben,« erklärte sie. »Ich hätte nicht angerufen, wenn die Sache nicht dringend gewesen wäre.« »Zum persönlichen Gebrauch? Zum persönlichen Schutz? »Ja, allerdings.« »Wissen Sie, ich bin Sammler, kein Händler. Und gewöhnlich tätige ich meine Geschäfte, wie schon gesagt, bei den regulären Vorführungen. Sonst müsste ich nämlich eine bundesweit gültige Zulassung haben, Sie verstehen?« Sie nickte. Sie verstand, dass der Mann in einer Art Geheimcode sprach, um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. »Auch das weiß ich sehr zu schätzen,« erwiderte sie. »Wissen Sie, ein regulärer Waffenhändler muss alle möglichen Papiere für den Bund ausfüllen. Und dann ist da noch die dreitägige Wartezeit. Ein Waffensammler dagegen kann sich das sparen und ohne diesen ganzen Aufwand Handel treiben. Natürlich muss ich Sie das fragen. Sie haben doch keine illegalen Pläne mit dieser Waffe.« »Selbstverständlich nicht. Sie dient meinem Schutz. Man kann heutzutage nicht genug auf seine Sicherheit bedacht sein. Also, was haben Sie für mich?« Der Waffenhändler ging zum Heck seines Wagens und machte den Kofferraum auf. Darin befand sich ein stahlverstackter Koffer mit einem Kombinationsschloss, das er rasch öffnete. In schwarzes Styropor gebettet blitzte dort eine Reihe Handfeuerwaffen. Sie starrte ziemlich verständnislos darauf. »Ich kenne mich damit nicht aus.« Mr. Johnson nickte. »Die 45er und die 9 Millimeter sind wahrscheinlich mehr als eine Nummer zu groß für Ihre Zwecke. Ich denke, Sie sollten sich diese beiden genauer anschauen. Die Automatik, Kaliber 25 und den Revolver, Kaliber 32. Ich denke, was Sie brauchen, ist die kurzläufige 32er. Die hat eher, naja, einen weiblichen Zuschnitt. »Sechs Schuss in der Trommel. Einfach nur zielen und schießen. Sehr verlässlich. Klein, handlich, nicht schwer. Passt in der Handtasche. Bei den Damen wirklich sehr beliebt. Der Nachteil ist nur, dass sie nicht die größte Schlagkraft hat, wissen Sie? Größere Kanonen, größere Schlagkraft, größere Bombenlast. Damit will ich nicht sagen, dass ein Schuss aus einer 32er nicht tödlich wäre. Das ist er. Aber verstehen Sie, was ich meine?« »Natürlich. Ich denke, ich nehme die 32er.« Mr. Johnson lächelte. »Eine gute Wahl. Jetzt verlangt das Gesetz von mir, dass ich Sie frage, ob Sie die Waffe aus dem Bundesstaat schaffen wollen.« »Selbstverständlich nicht«, log Catherine. »Oder einer anderen Person übergeben wollen.« Catherine warf nicht einmal einen verstohlenen Blick zu Ashley im Auto, als sie sagte, »Auf keinen Fall!« »Noch beabsichtigen Sie die Waffe zu irgendwelchen illegalen Zwecken zu benutzen?« »Wiederum negativ«, er nickte. »Sicher.« Er sah von Catherine zu ihrem Wagen. »Ich habe bereits Ihre Kontaktdaten. Ich habe die Seriennummer. Falls jemand wie zum Beispiel vom Amt für Alkohol, Tabakschusswaffen und Sprengstoffe Fragen stellen würde, dann wissen Sie, dass Sie sich an mich wenden können. Es würde mir zwar nicht gefallen, denen damit zu dienen, aber ich würde es tun. Sie verstehen, was ich meine. Wenn Sie einen Mann haben, den Sie erschießen wollen, also das ist Ihre Sache. Ich will damit nur sagen...« Catherine hielt die Hand hoch. »Mein Mann ist vor ein paar Jahren gestorben. Bitte, Mr. Johnson, seien Sie ganz beruhigt. Das hier dient nur dem Schutz einer alten Frau, die allein auf dem Land lebt.« Er lächelte. »Fierhundert Dollar, in bar. Und ich leg noch eine Schachtel Patronen extra drauf. Suchen Sie sich eine Übungsmöglichkeit. Das kann entscheidend sein.« Er nahm die Waffe und legte sie in ein billiges Lederetui. »Das ist kostenlos,« erklärte er und reichte ihr die Waffe, während sie ihm das Geld übergab. »Noch was sollten Sie vielleicht berücksichtigen. Wenn Sie beschließen, damit abzudrücken,« sagte er langsam, während er in Anschlag ging, »achten Sie darauf, immer beide Hände zu benutzen, um nicht zu wackeln. Nehmen Sie eine bequeme Stellung ein, atmen Sie tief ein, und dann noch etwas. Ja, schießen Sie alle sechs hintereinander. Wenn Sie sich entscheiden, auf etwas oder jemanden zu schießen, Mrs. Frazier, dann gibt es keine halben Sachen, wissen Sie? Nur in Hollywood kann der Gute dem Bösen eine Waffe aus der Hand schießen oder ihn in die Schulter treffen. Im wirklichen Leben nicht. Wenn Sie sich also entschieden haben, dann zielen Sie mitten in die Brust und bringen Sie es zu Ende. »Sie wollen auf etwas schießen? Dann töten Sie es.« Catherine nickte. Worte, die man sich zu Herzen nehmen sollte. Die stellvertretende Direktorin des Kunsthistorischen Instituts ließ mich wissen, sie habe nur wenig Zeit. Sie sei mitten in ihrer regulären Sprechstunde und gewöhnlich säße noch ein Überhang an Studenten vor ihrer Tür. Sie grinste, als sie mir das ganze Arsenal an studentischen Ausreden, Beschwerden, Anfragen und Kritiken zusammenfasste, die auch an diesem Tag wieder auf Sie warteten. »Also«, sagte sie und lehnte sich in ihrem Sessel zurück, »welchem Umstand verdanke ich den Besuch eines erwachsenen Menschen?« Ich erklärte ihr so vage, wie es ging, ohne dass sie gleich verstummte, wofür ich mich interessierte. »Ashley«, meinte sie, »ja, ich erinnere mich. Vor ein paar Jahren, oder? Ein äußerst seltsamer Fall.« »Inwiefern?« Hervorragende Noten in den ersten Semestern, eine künstlerische Ader und auch noch richtig fleißig. Sie hatte eine Teilzeitstelle beim Museum und auf einmal schien bei ihr alles äußerst dramatisch in die Brüche zu gehen. Ich habe immer vermutet, dass Probleme mit einem Jungen dahinter stecken. Das ist gewöhnlich der Fall, wenn vielversprechende junge Frauen ins Straucheln geraten. In den meisten Fällen lassen sich diese Probleme mit Bergen von Taschentüchern für die Tränen und ein paar Tassen Tee relativ schnell lösen. In ihrem Fall allerdings gab es zum ganzen Seminar Gerede, Gerüchte, besser gesagt, darüber, wie sie im Museum gefeuert wurde und wie es um die Integrität ihrer akademischen Arbeit stand. Aber mir ist nicht ganz wohl dabei, ohne ihre Zustimmung, ihnen diese Dinge mitzuteilen. »Sie haben nicht zufällig ein entsprechendes Dokument dabei?« »Nein.« Die Direktorin zuckte die Achseln und setzte ein trockenes Lächeln auf. »Dann darf ich Ihnen nur begrenzt Auskunft geben.« »Sicher. Ich stand auf, um mich zu verabschieden. Trotzdem danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.« »Sagen Sie«, fragte die Direktorin, »vielleicht wissen Sie, was aus ihr geworden ist. Sie scheint völlig aus unserer Welt verschwunden zu sein.« Ich zögerte, weil ich nicht recht wusste, wie ich diese Frage beantworten sollte. Mein Schweigen brachte mir einen besorgten Blick der Direktorin ein. »Ist ihr was zugestoßen?« Erkundigte sie sich in einem Ton, aus dem alle Scherzhaftigkeit gewichen war. »Das wäre schrecklich.« Ja, man kann wohl sagen, dass sie etwas zugestoßen ist.